Ist das Verlieren die Grundlage jeder Lust, auch der Lebenslust, weiß der Teufel? 11. Mai Liebe Frau Schübler, auf dieser Postkarte sehen Sie die Insel. Ich habe mit der Füllfeder einen Punkt gemacht, wo der kleine Hafen liegt und das Dorf. Eine Bitte. Mir ist eingefallen, dass ich in der Abstellkammer das Klappfenster offengelassen habe. Da ich ja noch Monate wegbleibe, wäre sicher von Vorteil, man würde es schließen. Könnten Sie das tun, wenn Sie bei mir oben das nächste Mal gießen? Dank im Voraus. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und niemand im Haus macht Scherereien. Herzlich grüßt Sie, Ihre Magda Bernsteiner. 17. Mai Liebe Frau Bernsteiner, eigentlich wollte ich Sie anrufen, aber ich weiß keine Nummer, um zu sagen, dass Sie eine gute Idee gehabt haben. Es war nämlich eine Taube in der Abstellkammer, die hat sich verirrt und ein großer Wirbel mit ihr. Lukas hat mir geholfen, sie wieder hinauszukriegen und ich habe alles geputzt. Jetzt ist das Fenster zu. Die Insel sieht schön aus. Ich habe leider im Moment nur diese Karte mit den Margariten, wollte Ihnen aber rasch schreiben, Adresse weiß ich ja. Erholen Sie sich gut. Das wünscht Ihnen mit den besten Grüßen, Ihre Maria Schübler. 25. Mai Meine liebe Maria Schübler, da bin ich Ihnen aber von Herzen dankbar und dem Lukas auch. Und natürlich auch mir selbst, weil ich Gottlob diesen Einfall hatte. Stellen Sie sich vor, die Taube wäre unentdeckt geblieben, hätte nicht mehr hinausgefunden und in meiner Kammer ihren Tod gefunden. Nein, stellen Sie sich das lieber nicht vor. Vor allem nicht, wie meine Wohnung schließlich gerochen hätte. Es sind herrliche Tage hier. Das Meer ist manchmal wirklich so blau wie auf dieser Karte. Wie ist denn das Wetter daheim? Hoffentlich schlecht. Das erhöht nämlich immer den Genuss, wenn man weit weg ist und sich an einem Ort befindet, wo unermüdlich die Sonne scheint. Grüße von Magda B. 31. Mai Liebe Frau Bernsteiner, ich wünsche Ihnen viel Genuss. Sie können ihn brauchen. Aber es tut mir leid, wir haben auch einen sehr schönen Mai. Die Kastanien hinter dem Haus blühen wie verrückt. Wenn ich Zeit habe, setze ich mich unter den Bäumen auf eine Parkbank, so wie Sie das oft tun. Die Sonne soll sehr unermüdlich auf Sie scheinen. Ihre Maria Schübler 5. Juni Liebe Maria, dieser Brief erreicht Sie über mein Büro. Eines der Mädchen kommt bei Ihnen vorbei. Wundern Sie sich bitte nicht. Ich habe ihn gefaxt. Die Post geht ja so schwerfällig hin und her. Wenn Sie mir antworten wollen, bringen Sie doch einfach Ihren Brief in die Humboldtgasse 8, gleich bei uns, rechts um die Ecke, Firma Ölig Versand, zu Herrn Peter Kreuz. Der faxt ihn mir dann hierher ans Postamt der Insel. Da haben Sie ein Faxgerät. Ich habe es durch Zufall entdeckt, als ich was aufgegeben habe. Heute regnet es. Ich sitze im Zimmer vor der geöffneten Balkontüre. Das Meer ist grau, die Schaumkronen jedoch blendend weiß, als würden sie von irgendwoher beleuchtet. Und das, obwohl die Wolken tief hängen und der Tag sehr düster ist. Vielleicht wundern Sie sich, liebe Maria Schübler, dass ich Sie Maria nenne und Ihnen jetzt einen Brief schreibe. Es geschieht, weil ich Vertrauen zu Ihnen habe und mich an einen vertrauenswürdigen Menschen wenden muss. Sonst sterbe ich hier. Ich sage Ihnen das in aller Offenheit und hoffe, dass Sie sich davon nicht belästigt fühlen. Sollte mein Schreiben Sie irritieren, dann antworten Sie mir einfach nicht. Ja? Tatsache ist, dass mir alle Menschen abhandengekommen sind, denen ich sonst schreiben könnte. Sie wissen, glaube ich, dass es mir sehr schlecht gegangen ist, eine Zeit lang. Ich wollte mich hier erholen. Jetzt weiß ich, dass ich hier mein Ende finden werde. Nicht unbedingt den Tod, aber das Ende aller Hoffnung. Ich habe die Zukunft hinter mir gelassen. Verstehen Sie? Ob ich diesen Brief wirklich faxen lasse? Herr Kreuz ist ja diskret. Er würde ihn ungelesen in ein Kuvert stecken und Ihnen bringen lassen. Aber ich habe Sorge, Sie zu verwirren. Außer, dass Sie wöchentlich bei mir sauber machen und meine Pflanzen gießen, wenn ich weg bin, hat uns bisher nur verbunden, dass wir freundlich zueinander waren. Obwohl das an der Unfreundlichkeit der Welt gemessen sehr viel ist. Sie kennen mich nicht und ich kenne Sie nicht. Aber dass Ihnen aufgefallen ist, wie oft ich unter den Kastanienbäumen gesessen bin in letzter Zeit, lässt mich irgendwie annehmen, dass Ihnen auch mein Zustand aufgefallen ist und dass Sie eine Taube davor bewahrt haben, in meiner Abstellkammer zu verrecken und dass Sie ein Gesicht haben, an das ich mich gerade jetzt sehr genau erinnere, energisch und sanftmütig zugleich. Sie haben meist leicht gerötete Wangen, vielleicht weil Sie viel körperlich arbeiten. Liebe Frau Schübler, sollte Ihnen lästig sein, das zu lesen, dann werfen Sie den Brief weg. Dass ich jetzt durch den Regen zum Postamt wandern werde, eine gute Stunde lang, tue ich nur, um Zeit zu vernichten. Die Zeit liegt so unbeweglich um mich, dass ich fast ersticke. Verzeihen Sie mir. Magda. 6. Juni Liebe Frau Magda Bernsteiner, Sie machen einem aber Sorgen. Gestern gegen Abend hat mir ein Fräulein den Brief gebracht. Ich wollte gleich antworten, aber der Lukas wollte nach dem Abendessen unbedingt ins Kino. Heute bringe ich den Brief gleich zum Fax in Ihre Firma. Was ist denn los mit Ihnen? Bevor Sie dort sterben, kommen Sie lieber rasch wieder zurück? Und es waren doch immer wieder viele Freunde bei Ihnen zu Besuch. Ich weiß es vom Wegräumen. Wo sind denn die auf einmal alle? Dass Sie so gar niemand haben? Aber wenn es Ihnen einfällt, schreiben Sie immer mir. Ich bin nicht geschickt im Antworten, aber lesen kann ich gut. Auch unter den Zeilen, wie man so sagt. Ihnen geht es nicht gut. Und dazu der Regen, glaube ich. Das ist nicht gut an einem Meer, wenn man allein ist. Ich hoffe, Sie schreiben mir bald wieder. Herzliche Grüße, Ihre Maria. Bitte sagen Sie unbedingt Maria zu mir. 8. Juni Liebe Maria, ich habe fest angenommen, dass Sie mir nicht antworten werden. Ehrlich gesagt habe ich mich geschämt, nachdem mein Brief gesendet wurde und ich danach das Original nochmals gelesen habe. Gestern haben die vom Postamt bei meinem Zimmerwirt angerufen, dass für mich ein Fax bei Ihnen läge. Und heute habe ich es mir geholt. Es regnet nicht mehr. Mir war sogar sehr heiß beim Wandern. Ich habe hier kein Auto und mache alle Wege zu Fuß. Ich bin sehr dankbar, dass ich Ihnen schreiben darf. Ja, es gab reichlich Menschen in meinem Leben. Aber da ist etwas bei mir ausgebrochen, das Sie alle vertrieben hat. Ich glaube, es lag daran, dass ich begonnen habe, Menschen zu suchen. Man darf Menschen nicht suchen, nur finden. Und dann kam da noch meine Krankheit, vor der jeder oder fast jeder zurückschreckt. Keine Sorge, Maria, ich habe nicht Krebs. Nichts, das für meinen Körper lebensbedrohend wäre. Aber ich wurde gemütskrank. Ihnen gegenüber verwende ich lieber diesen einfachen Ausdruck. Denn ich möchte Ihnen nicht erzählen, was Depressionen sind. Es deprimiert mich zu sehr. Während ich den letzten Satz geschrieben habe, musste ich lachen. Ich sitze unter einem Olivenbaum, neben mir eine Steinbrüstung, dahinter das Meer und lache laut vor mich hin. Sie sehen also, es ist nicht so, dass ich das Lachen verlernt hätte. Oder das Schöne um mich herum nicht wahrnehmen könnte. Oder auf Menschen, denen ich flüchtig begegne, einen düsteren oder kranken Eindruck mache. Aber ich kann nicht leben. Wieder habe ich das Gefühl, dass ich Ihnen nicht schreiben soll. Dass ich Sie mit solchen Mitteilungen überfordere. Deshalb werde ich jetzt, ehe ich weiter an Sie schreibe, diesen Brief losschicken und Sie nochmals fragen, ob es Ihnen nicht zu blöd ist. Und was sagt sich denn Lukas, wenn er das mitbekommt? Ich möchte vor allem keinen Menschen belästigen. Wie kommen Sie dazu, dass ich Sie mir quasi zur Briefpartnerin erwählt habe? Bitte antworten Sie mir ehrlich. Ich brauche das. Meine Unsicherheit ist zu groß geworden. Nie bin ich mir sicher, ob Menschen nicht annehmen, ich würde mich auf sie stürzen, wenn ich nichts anderes zu tun glaube, als menschliche Nähe zu beanspruchen. Beanspruchen ist auch so ein Wort und es ist mir jetzt entwischt. Auf etwas Anspruch haben, das bezweifle ich eben, dass ich auf etwas Anspruch haben dürfte. Auch nicht auf Ihre Nettigkeit. Ich glaube, das war jetzt mein letzter Brief an Sie. Trotzdem schicke ich den noch ab. Sie sehen, in allem bin ich inkonsequent und ungenau. Vergessen Sie mich lieber. Magda 9. Juni Liebe Frau Magda, dass eine so gescheite Frau wie Sie sich so viele dumme Gedanken macht, hätte ich nie geglaubt. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, weil ich das so hingeschrieben habe. Aber es ist meine Meinung, tut mir leid. Ich bin geehrt von Ihren Briefen, verstehen Sie? Mein Mann Lukas ist ja einigermaßen in Ordnung, bis auf ein paar Sachen, aber er ist dumm. Sie wissen, was ich meine, weil Sie ihn kennen. Ich habe auch nur die Hauptschule besucht und bin ungebildet, aber ich wollte schon immer was lernen, was nicht putzen und waschen und bügeln ist. Wenn Sie sich mit mir unterhalten haben, habe ich mich deshalb gefreut, weil ich mich so gefühlt habe, als würde ich etwas lernen können dabei. Verstehen Sie mich? Jetzt habe ich gut das Wort beanspruchen gelernt. Tun Sie das bitte. Mich beanspruchen. Was der Lukas dazu sagt, ist unwichtig, weil er eh nie was sagt. Was Gescheites, meine ich. Es ist so traurig, dass Ihr Gemüt krank ist. Man muss es doch wieder reparieren können, oder? Vielleicht, wenn Sie mir erzählen, warum? Denn ich bin kein Doktor, nur eine menschliche Nähe, wie Sie geschrieben haben. Ihre Briefe stürzen sich nicht auf mich. Ich gehe immer zum Herrn Kreuz, fragen, ob einer gekommen ist. Am Wochenende legt er mir die Couverts zum Poitier, hat er gesagt. Und ich kann immer kommen zum Faxen. Wenn Sie glauben, dass ich eine Briefpartnerin bin, bin ich stolz. Ich war in meinem Leben noch nie eine Briefpartnerin, von niemandem. Und jetzt von jemand so Gescheitem, wo ich doch so schlecht schreibe. Aber ich schreibe Ihnen gern. Ich habe mir einen Schreibblock gekauft dafür. Ich hoffe, Sie wandern bald zu dem Postamt, damit Sie das lesen. Auf Ihre Antwort freut sich Ihre Maria. 11. Juni Liebe Maria, der Postbote bringt mir jetzt schon Ihre Briefblätter. Ich bin vor dem Haus gesessen, und er hat damit aus dem Autofenster gewunken, als er gefahren gekommen ist. Ich danke Ihnen sehr. Und da Sie mich so reizend dazu ermutigt haben, bin ich also so frei, in Ihnen für eine Weile meine Briefpartnerin zu sehen. Ich betone nochmals, dass das Jahr nicht zu einer Belästigung werden darf. Käme es so weit, müssten Sie es mir sofort mitteilen. Darum bitte ich Sie von Herzen. Heute hängen die Wolken wie große weiße Blumen im blauen Himmel und rühren sich kaum von der Stelle. Da es so windstill ist, wirft das Meer keine Wellen auf, sondern wiegt sich nur leise dem Ufer zu. Es ist sehr heiß heute, für einen Junitag. Ich sitze im Schatten und habe eine Sonnenbrille auf, weil das Licht so blendet. Auch ich, liebe Maria, habe mir einen Briefblock gekauft und ganz viele dünne Filzstifte, damit sie mir ja nicht plötzlich ausgehen. Sie sehen, ich habe viel vor. Ich möchte Ihnen sehr viel erzählen von mir. Da ich mein Leben lang geschwiegen habe, wenn es um mich ging, ist das für mich ein ziemlich schwieriges Vorhaben. Aber ich kann mir ja Zeit lassen, da wir beide nichts beschlossen haben, außer Briefe zu beantworten. Wie ich Ihnen schon sagte, ich habe zu viel Zeit. Wenn man auf nichts mehr zugeht, scheint auch die Zeit nicht mehr zu vergehen. Ich fühle mich wie eine dieser Wolken, die vor mir so unendlich langsam über das Meer geweht werden, dass man meinen könnte, sie wären am Himmel fest gebunden. Der Unterschied ist, dass ich eher in einer Hölle fest gebunden bin. Diese Hölle ist mein Ich, die mich nicht entrinnen kann, das mich so qualvoll schwer ausfüllt, dass es mich wie ein Sack Steine immer wieder ins Dunkle hinunterzieht, sobald ich ein klein wenig Anhöhe und Licht erklommen zu haben meinte. Ich glaube, dass ich schon unglücklich zur Welt kam. Jedenfalls umschloss mich das Leid meiner Mutter bereits als Fötus. Das Fruchtwasser, in dem ich schwamm, schmeckte nach ihren ungeweinten Tränen. Ich weiß das, ohne je mit ihr darüber gesprochen zu haben. Ich weiß es einfach. So, als könnte ich mich genau daran erinnern. Und dieses Wissen, diese Erinnerung reicht noch weiter zurück. Gegen ihren Widerstand, gegen ihren Aufschrei, wurde ich im Leib meiner Mutter gezeugt. Das Glied meines Vaters drang in sie ein wie ein Schwert. Sein Samen nistete sich ein als Krankheit. Sie fühlte mich in sich wachsen wie ein Geschwür. Dass sie dann doch ein Kind gebar und Mütterlichkeit entwickelte, geschah unter Zwang. Man hatte sie gegen ihren Willen mit dem Bürgermeister des kleinen Dorfes verheiratet. Sie war eines von vielen Kindern einer Kleinhäuslerfamilie und diese gute Partie durfte nicht ausgeschlagen werden. Mein Vater war ein roher Mensch. Er schlug meine Mutter. Er schlug sehr bald auch mich. Es ist so, Maria, dass ich mich auch heute noch nicht an sein Gesicht erinnern kann, ohne es zu hassen. Und wenn ich meine eigenen Augen im Spiegel sehe, haben sie Form und Farbe der Seinen. Diese großen Augäpfel und das helle Graugrün, kalt wie Gletschereis. Ich hasse meine Augen, wenn ich mich selbst ansehe. Und erst, wenn sie sich mit Tränen füllen, kann ich ihnen verzeihen, denen meines Vaters so ähnlich zu sein. Zu oft hat er meine Mutter und mich mit Eiseskälte in den Augen gemustert, mit derselben Verachtung von Leben, wie wohl ein schlechter das Vieh betrachtet. Ich weiß nicht, warum er meine Mutter zur Frau wollte. Vielleicht, weil er irgendeine wollte und möglichst eine aus armen Verhältnissen, die keine Ansprüche stellt. Außerdem war meine Mutter sehr schön. Ja, sie war ein ungewöhnlich schönes Mädchen, gemessen an den dörflichen Maßstäben. Damals gab es noch diese Dörfer, die von der Zivilisation nur schwach beatmet in nahezu archaischter Weise sich selbst überlassen blieben. Später hat sich das rasch verändert. Zeit und Welt haben auch die entlegensten Winkel unseres Landes erobert. Aber meine Mutter musste noch eine Kindheit und Jugend durchleben, die von Gesetzen bestimmt war, die in ihrer Allmacht und Tyrannei denen eines abgesonderten Wüstenstammes nicht unähnlich waren oder vielleicht noch um vieles einengender waren, weil die Enge der Bergtäler sie bestimmte, wo der Blick des Menschen gegen Hänge prallt und nicht frei bis zu den Horizonten ausschweifen kann. Frauen galten im Dorf einzig als Arbeitskräfte, wenn sie nicht gerade Kinder gebaren. Als Kind schon rackerte meine Mutter auf den Feldern, man ließ sie zur Erntezeit nicht zur Schule gehen. Dass sie dennoch lesen und schreiben lernte und nach Büchern Ausschau hielt, galt als zum Himmel schreiende Untugend, die er schnell ausgetrieben werden sollte. Gottlob warf der unverheiratete und wohlhabende Bürgermeister sehr bald sein Auge auf sie, die Hochzeit wurde bestellt, als sie noch keine 18 war und somit schien für die Eltern die Zeit der Flausen beendet. Man schickte ein schönes, noch unverletztes, lernbegieriges Mädchen davon, ohne ihm irgendetwas erklärt, es auf irgendetwas vorbereitet zu haben. Meine Mutter gehorchte, weil sie nichts anderes kannte, als zu gehorchen. Sie zog das Hochzeitskleid an und staunte in das Fressen und Grölen und Stampfen eines Festes hinaus, das ihr zu gelten und sie dennoch nicht zu meinen schien. Später legte sie sich in der Stube auf ein Bett, weil das so sein musste. Der Ehemann brach in sie ein, nach neun Monaten brach ich aus ihr heraus und eine zerbrochene Frau zog mich groß. Ach du meine Güte, ich habe so lange geschrieben, dass mittlerweile die Sonne sinkt. Der Horizont ist feuerrot und dieses glühende Licht hat mich darauf aufmerksam gemacht, endlich mit dem Schreiben aufzuhören. Auch möchte ich Ihnen den Brief heute noch zusenden, als würde ich gern alles rasch loswerden, was ich Ihnen berichte. Mein Bericht ist nicht sehr erheiternd, ich weiß. Mir ist, als wirfe ich Ihnen eine Last zu, die ich nicht mehr tragen kann. Können Sie es, Maria, ertragen, was und wie ich Ihnen schreibe? Bitte ehrlich sein. Ein eiliger Gruß, Magda. 12. Juni Liebe Frau Magda, ich bin ganz ehrlich und antworte Ihnen gleich heute. Gestern bin ich den ganzen Abend über Ihren Brief gesessen. Ich wollte ihn genau verstehen, weil Sie die Worte manchmal so schreiben, wie ich es nie gelernt habe. Und Sie machen so feine, lange Sätze, dass ich geglaubt habe, ich lese in einem Buch. Und dann habe ich geweint. Und dann den Lukas angebrüllt, wie schon lange nicht mehr, weil er mich ausgelacht hat. Wer weint denn über einen Brief, hat er gesagt. Doch nur ein Trottel. Bin ich halt ein Trottel, habe ich dann gesagt, wie ich nicht mehr gebrüllt habe. Nur lass du mich jetzt bitte in Ruhe, weil du verstehst das nicht. Und das stimmt, glauben Sie mir. Ach, Frau Magda, das hätte ich nie gedacht, dass Ihre Mutter noch so hart hat leben müssen. Ich habe immer geglaubt, Sie kommen aus einem vornehmen Haus, so wie Sie sprechen und schreiben und wie Sie angezogen sind und Ihre Wohnung. So viele Bücher haben Sie. Am Anfang habe ich manchmal gestöhnt, ich gebe es zu, weil das Abstauben viel Arbeit macht. Sie haben immer gesagt, ich muss die Bücher gar nicht so oft abstauben, einmal im Jahr genügt. Aber mit der Zeit habe ich Freude daran gehabt, die Bücher abzustauben, weil ich sie mir dabei angeschaut habe und auch immer öfter hineingeschaut und ein paar Zeilen gelesen. Manchmal hätte ich Lust gehabt, gleich das ganze Buch zu lesen, aber ich habe ja weitermachen müssen. Keine Angst, Frau Magda, ich habe Ihnen die Zeit am Bücherregal nie verrechnet, das war ja schließlich meine Zeit. Ich hoffe, Sie sind mir jetzt nicht böse, dass ich in Ihre Bücher hineingeschaut habe und Ihnen das nicht gesagt habe. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass Sie mir deshalb böse sind. Ich wollte auch über ganz was anderes schreiben. Erstens, dass ich gut ertragen kann, was Sie mir schreiben. Ich habe genug Kraft zum Tragen und das nicht nur, wenn ich Ihre Oleanderbäume vom Balkon in den Keller trage, wo Sie dann immer sagen, Frau Schübler, das sollten Sie nicht tun, es ist zu schwer für Sie. Sie wissen doch, jeden Herbst sagen Sie das und ich lache und trage den Kübel wie nix hinunter. Also, werfen Sie mir Ihre Lasten nur zu. Nur eines von allem, was Sie geschrieben haben, mag ich überhaupt nicht, ganz ehrlich gesagt. Nämlich, dass Sie Ihre eigenen Augen hassen, wo Sie so schöne Augen haben. Die haben eine sehr schöne Farbe und sind so groß, wie Augen selten sind. Sogar der Lukas hat einmal gesagt, dass er sich in Ihre Augen verlieben könnte, wenn Sie noch jünger wären und keine alte Dame. Ah, eigentlich wollte ich das Letzte durchstreichen, aber Sie hätten es gemerkt und ich möchte nicht die ganze Seite noch einmal schreiben. Außerdem haben Sie einmal zu mir gesagt, dass Älterwerden zum Leben gehört und dass man nicht lebt, wenn man davon nichts wissen will. So oder so ähnlich haben Sie es gesagt und ich habe mir das gut gemerkt. Ich bin jetzt 37 und auch bei mir tut der Lukas schon manchmal so, als wäre ich ihm zu alt. In der Hinsicht sind die Männer echt blöd. Selbst schauen sie aus wie ausgespuckt, mit einem Bauch oder einer Glatze, haben nur Falten im Gesicht, aber junge Mädel wollen sie haben. Wieder schreibe ich viel zu viel über was, was ich gar nicht schreiben wollte. Ich komme ins Schreiben bei Ihnen, Frau Magda, als würde ich mit Ihnen reden. So viel geschrieben in einem Zug habe ich noch nie. Meine Mutter war auch eine sehr arme Frau und ich bin unehelich geboren, keine Ahnung, wer mein Vater war und deshalb hat sie mich nur in die Hauptschule geschickt und dann husch, husch zum Arbeiten. Wie haben Sie es denn geschafft, eine gescheite Frau zu werden, die richtige, gute Sätze schreiben kann? Auch wenn diese Sätze mich zum Weinen gebracht haben, freue ich mich auf alles, was Sie mir erzählen wollen, auch wenn es schrecklich oder traurig ist. Ich freue mich, dass Sie es mir schreiben. Ich gehe jetzt meinen Brief aufgeben, der Ölig-Versand hat sicher noch offen. Ihr Fax habe ich gestern und später geholt, es ist wirklich beim Portier gelegen, der Herr Kreuz ist ein netter Mann, sehr zuverlässig. Herzliche Grüße von Ihrer Maria. 13. Juni Liebe Maria, eigentlich habe ich gleich weitergeschrieben, nachdem ich Ihnen das letzte Fax zugeschickt habe. Ich war gerade noch rechtzeitig beim Postamt und dann bin ich durch den Abend zurückgewandert, durch eine wunderbare Stille. Die Sträucher und Olivenbäume haben sich nicht geregt, nur das Summen der Insekten war zu hören und ab und zu Vogelstimmen. Die Abendsonne hier lässt alles besonders aufleuchten, den roten Horizont, das Grün der Hänge, in der Ferne das tiefblaue Meer, auf das ich zugewandert bin und dahinter die fernen Gebirge des Festlandes, die waren in ein zartes Rosa und Violett getaucht. All das habe ich zwar sehr genau gesehen und auch wahrgenommen, ich gehe an den Schönheiten dieser Insel nicht vorbei, aber zugleich trage ich so viel Dunkles in mir herum. Es ist in mir. Es ist eine immerwährende Traurigkeit. Und in Gedanken habe ich weiter an sie geschrieben. Als ich dann wieder in das Dorf zurückkam und von meinem Balkon aus in der Dämmerung eine Weile über den Hafen schaute, habe ich kurz entschlossen, das Papier und den Stift genommen und mich in meinem Zimmer an den Tisch und unter die Lampe gesetzt. Die Nacht war warm und Nachtschmetterlinge sind zu mir hereingeflogen, sind sogar gegen mein Gesicht geflattert, aber ich habe erst aufgehört zu schreiben, als mir die Hand wehtat. Wundern Sie sich also nicht, meine liebe Maria, wie lange der Brief ist, den Sie heute erhalten. Es ist unerträglich heiß hier für Mitte Juni. Wie ist das Wetter denn bei Euch? Ich schaue hier nie ins Fernsehen, aber man hat mir gesagt, gesagt ist gut, wir verständigen uns meist nur mühsam mit deutschen Brocken oder in einem schauerlichen Englisch, dass fast überall Hitze herrscht. Gerade fällt mir auf, wie absurd wir uns manchmal ausdrücken und es völlig selbstverständlich finden. Ich schaue ins Fernsehen, gehört zum Beispiel dazu, aber das nur nebenbei. Ich werde jetzt zum Pier hinuntergehen, auf der alten Leiter, die es dort gibt, ins tiefe Wasser steigen und eine Weile schwimmen, um gut abgekühlt zu sein, wenn ich danach durch die Backofenhitze des Nachmittags zur Post gehe, um diesen kurzen und den nächtlichen langen Brief loszufaxen. Ich grüße Sie sehr, sehr herzlich, liebe Maria. Magda. Abends, 11. Juni, ich kann noch nicht zu schreiben aufhören für heute. Das Erinnern tobt in mir mit Bildern und Worten, als hätte ich einen Vorhang aufgerissen und könnte ihn nicht mehr schließen, um das Geschehen dahinter einfach wieder zuzudecken. Was ich Ihnen von meiner Mutter erzählt habe, Maria, hat sie selbst mir nie in dieser Form geschildert. Sie war eine schweigsame und herbe Frau, auch in ihrem Verhalten zu mir. Aber ich bin ja ebenfalls im Milieu unseres Dorfes groß geworden. Ich hatte diesen bösartigen und ungeliebten Vater und ich liebte meine Mutter. Also konnte ich ihren Andeutungen und kurzen Bemerkungen viel mehr entnehmen, als sie ahnte. Und auch die Heftigkeit, mit der sie mich beschützte, erklärte mir so vieles. Das, wovor sie mich zu schützen suchte, waren die Angriffe, denen sie selbst ausgesetzt war und denen sie erliegen musste. Das erste, wovon ich weiß, war der Gemüsegarten, neben dem ich mit den Hühnern spielte, während meine Mutter zwischen den Tomaten und Kürbissen herumwerkte und Stangenbohnen hochband. Ich musste damals etwa drei Jahre alt gewesen sein. Ich erinnere mich, dass ein Huhn mir seinen harten Schnabel in den kleinen, weichen, nackten Oberarm stieß, dass ich blutete und laut zu weinen begann. Das Gesicht meiner Mutter, als sie kam, war nass vom Schweiß und weiß vor Zorn. Sie gab dem Huhn einen so harten Tritt, dass es wildgackernd davonstob. Sie hob mich nicht hoch und drückte mich nicht tröstend an ihr Herz. Sie beugte sich nur kurz zu mir herunter und sah prüfend auf meinen Arm. Den waschen wir dann, sagte sie. Es ist nichts, heul nicht. Und als sie wieder im Gemüsegarten arbeitete, rief sie noch zu mir her, lass dir ja nicht schon von den Hühnern was gefallen, da kommen noch andere Tiere auf dich zu. Ja, obwohl dies die erste reale Erinnerung meines Lebens ist, weiß ich jedes Wort, das meine Mutter sagte. Immer schon habe ich mir Worte so genau gemerkt und man konnte mich deshalb mit Worten auch mein Leben lang so leicht töten, weil sie immer tief in mich eindrangen und ich sie nicht mehr wegwischen oder vergessen konnte. Die beste Waffe gegen mich waren stets Worte. Auch alle Schönheit, Liebe und Weisheit kann aus ihnen auf einen zukommen, ich weiß. Aber sehr selten habe ich das von Menschen erfahren. Ich fand es später in den Büchern. Meine Mutter sprach nie böse mit mir, deshalb liebte ich sie ja auch. Aber sie konnte ihre Zärtlichkeit und Liebe nie zeigen. Ich erinnere mich nicht, dass sie mich je umarmt hätte oder gar geküsst. Obwohl ich neben ihr im selben Bett schlief, jahrelang. Wir schliefen nebeneinander im selben Bett, in derselben dürftigen Kammer, bis ich 15 war und wir das Dorf verließen. Zu der Zeit, in der meine Erinnerungen einsetzen, hatte meine Mutter das Bett ihres Mannes bereits endgültig und für immer verlassen, er trieb es dort mit den Mägden oder anderen Frauen. Sie hatte sich mit mir in das kleinste und abgelegenste Zimmer zurückgezogen und lebte im Hause ihres Mannes, des Bürgermeisters, selbst wie einem Markt. Aber eine, die er nicht mehr anrühren durfte. Einmal, ich ging schon zur Schule, kam er nachts betrunken zu uns herein und wollte uns beide missbrauchen. Noch nie und nie mehr danach habe ich einen Menschen so schreien hören wie damals meine Mutter. Sie schrie mit einer Wildheit und mit einem Hass, dass dies sogar meinen Vater ernüchterte. Außerdem hatte sie mein Auge blutig geschlagen, ihm in die Wange gebissen und seinen Rücken derart zerkratzt, dass er sich tagelang nicht zurücklehnen konnte, wenn er auf der Tischbank beim Essen saß. Als er von uns abgelassen und uns fluchend wieder verlassen hatte, war mir übel und ich musste erbrechen. Meine Mutter wusch schweigend alles wieder sauber, ich hörte nur ihren Atem, der sich nicht beruhigen wollte. Sie schüttelte unser Bett wieder ordentlich auf, zog mir das Nachthemd glatt über meine dünnen Beinchen und deckte mich zu. Erst dann sah sie mich eine Weile an. Das kommt nicht wieder vor, sagte sie. Dafür sorge ich. Und dann, während ihr Blick immer noch auf mir lag, fügte sie hinzu, aber wenn ich einmal nicht mehr dafür sorgen kann, musst du kämpfen, dich wehren, lieber alles kurz und klein schlagen, als dir was gefallen lassen. Und wenn es dein eigener Vater ist, schlag ihn lieber tot. Merk dir das. Fürs ganze Leben. Das waren die Belehrungen, mit denen ich groß wurde. die mir sehr bald das Leben als Kampfstätte erklärten, auf der man Tag und Nacht wachsam sein musste, immer auf der Hut, ständig Angriffen ausgesetzt, von niemandem je beschenkt. Es galt, sich in dem, was man haben wollte, fest zu beißen wie ein Tier. Meine Mutter wollte haben, dass ich lernte, dass ich regelmäßig zur Schule ging, dass ich Bücher erhielt, die zu lesen mein Wissen erweitern würden. Das wollte sie für mich haben und dabei ließ sie nicht locker. So sehr sie sich bei allen anderen Unstimmigkeiten eher starr und schweigend in ihre eigenen Entscheidungen zurückzog, als meinem Vater offen zuwider zu handeln, in diesem Punkt schreckte sie auch vor seiner Brutalität nicht zurück, blieb sie unerbittlich und Siegerin. An einem dämmerigen Winternachmittag stand meine Mutter am Herd und Bug Kartoffelbrot. Ich saß bei ihr in der Küche und las. Als mein Vater hereinkam und meinen im Licht der Tischlampe über die Buchseiten geneigten Kopf erblickte, zog er mir in einem Wutanfall das Buch unter der Nase weg, fluchte und warf es ins Feuer. Meine Mutter griff ohne zu zögern und mit bloßen Händen in die Herdflammen, riss das bereits auflodernde Buch an sich und schleuderte es in seine Richtung. Er wich gerade noch aus, die brennenden Papierseiten verfehlten knapp sein Gesicht fielen glühend zu Boden und hinterließen Brandspuren auf den Holzbohlen. Meine Mutter hatte lange Zeit danach Blasen und offene Wunden an den Händen, sie ging jedoch ihren Tätigkeiten im Haus, im Stall, auf den Feldern weiterhin nach, ohne ein einziges Mal über Schmerzen zu klagen. Die entschlossene Härte in ihren Augen, als sie meinem Vater das brennende Buch mitten ins Gesicht werfen wollte, ließ ihn zwar im Moment derart aufbrüllen, dass mir der Atem stockte und die Mutter unflätig beschimpfen, sie verfehlte aber ihre Wirkung nicht. Von da an ließ er mich in Ruhe, überließ mich meinen Büchern und Hausaufgaben, ohne mich jemals mehr zu quälen oder zu verspotten. Meine Mutter selbst arbeitete doppelt und dreifach, um ihn dafür zu entschädigen, dass ich als Arbeitskraft ausfiel. Ich selbst wiederum versuchte ja immer wieder behilflich zu sein, neben der Schule und dem Lesen trotzdem Zeit für Haus- und Feldarbeit zu finden, weil ihre Erschöpfung mir weh tat. Meist fiel sie abends neben mir so schnell in den Schlaf, als stürbe sie. Als sie jedoch meine eigene Übermüdung mitbekam, schrie sie mit mir herum, statt mir zu danken. Du lernst, schrie sie. Du schuftest dich nicht blöd. Darauf bestehe ich. Du hast erst drei von den fünf Büchern gelesen, die wir übermorgen in der Kreisbibliothek wieder zurückgeben müssen. Wozu das? Wir zahlen schließlich Leihgebühr. Es genügt, dass ich für deinen Vater rackere. Du lernst. Verstanden? Du wirst gescheit. Und wenn ich dich dahin prügeln muss. Sie musste mich dahin nicht prügeln. Ich lernte ja gern und bereitwillig. Ich hatte nichts dagegen, gescheit zu werden, wenn meine Mutter so sehr darauf bestand. Und ich wusste, ihre Zornausbrüche auch immer richtig einzuschätzen. Ich wusste, dass diese aus dem Gefühl ihrer Ohnmacht entstanden, aus dem Wunsch, mir ihr eigenes Schicksal zu ersparen und nicht, weil sie zornig auf mich war. Aber ich hatte Sorge um sie, weil die Spuren der ständigen Überanstrengung sie mehr und mehr zeichneten. Sie war sehr mager geworden und ihr Rücken begann sich leicht zu krümmen. Ihr Gesicht war immer noch schön, aber die Haut wurde gelblich wie verblichernes Papier. Die Wangenknochen traten immer stärker hervor. Sie sah aus wie ein ausgemergeltes Pferd, dem man immer noch ansah, dass es einmal eine wunderschöne Stute gewesen war. Manchmal hätte ich sie gern gestreichelt. Aber es gab keine Zärtlichkeit zwischen meiner Mutter und mir. Niemals. Und deshalb hatte ich Scheu davor. Ich fürchtete fast, sie werde mich schlagen, wenn ich sie berührte. Sogar, wenn sie tief und erschöpft neben mir eingeschlafen war, achtete ihr Körper auf den nötigen Abstand zu meinem, um ja, meine Haut und deren Wärme, um ja, war meine Gliedmaßen nicht zu fühlen. Und je älter ich wurde, umso mehr übernahm ich dieses Abstandhalten, diese Furcht vor Berührungen. Mein anfänglich wohl vorhanden gewesenes kindliches Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Umarmung wurde wortlos, aber mit Entschiedenheit so lange ungestillt gelassen, bis ich selbst es vergaß. Es schien nicht, in die Welt zu gehören, in der ich leben musste, dass man zärtlich zueinander war. In Büchern konnte es manchmal vorkommen, aber die las ich ja auch deshalb so leidenschaftlich gern, weil sie nichts mit meiner Welt zu tun hatten und mich woanders hin entführten. Mein Leben hier bestand aus der Nähe einer Mutter, die nichts mehr an sich heranlassen wollte, keinen Körper und kein Gefühl, aus der Angst vor einem Vater, dessen Lieblosigkeit ich mir gewiss sein konnte und aus vergeblicher Suche nach der Freundschaft Gleichaltriger bei uns im Dorf, die mich großteils verachteten, weil ich gern und regelmäßig zur Schule ging. Es war kein Wunder, Maria, dass ich mich mit 15 Jahren viel zu früh und in den denkbar unpassendsten Menschen verliebte. Maria, jetzt eben, als ich ihren Namen hinschrieb, wurde mir klar, welche Menge auf Anhieb zu lesen ich ihnen zumute, wenn ich nicht endlich aufhöre. Außerdem schmerzt meine Hand. Es ist eine warme Nacht. Die Sterne stehen groß und klar über mir, wenn ich auf den Balkon hinaustrete. Das habe ich vorhin getan und tief durchgeatmet. Das Dorf schläft und auch ich werde jetzt schlafen gehen. Plötzlich bin ich sehr müde. Gute Nacht, liebe Maria. Obwohl ich glaube, dass sie den größten Teil ihrer guten Nacht bereits hinter sich haben. und sie sagten mir einmal, dass sie jeden Tag schon gegen 6 Uhr aufstehen würden. Das wäre also in 3 Stunden. Bis morgen also. 15. Juni Liebe Frau Magda, bitte entschuldigen Sie, dass ich nicht schon gestern geantwortet habe. Da habe ich ihr Fax erst nachmittags abholen können und dann bin ich erst am Abend dazugekommen, es zu lesen, wie immer. Sie wissen, bei wie vielen Parteien im Haus ich sauber mache und dann das Haus selber mit seinen zwei Stiegenhäusern und den alten Steintreppen, die man nicht nur mit dem Fetzen waschen kann, sondern immer mit der Bürste reiben muss. Ich komme manchmal den ganzen Tag über nicht zum Schnaufen, wenn ich alles richtig machen will. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich mich jetzt bei Ihnen beklage. Gott möge verhüten, dass ich das bei Ihnen tue. Ich wollte nur erklären, dass ich manchmal nicht so rasch sein kann, wie ich es gern wäre. Und dann war ihr Brief wirklich sehr lang. Ich habe bis Mitternacht gelesen. Der Lukas hat schon geschlafen und es nicht gemerkt, sonst hätte er sicher herumgeschimpft und mich gestört. Ich bin ganz still in der Küche gesessen und habe gelesen. Ich habe mir sogar eine Flasche Bier dazu gegönnt. Eigentlich war es sehr schön so, so mitten in der Nacht, wenn es keinen Lärm mehr gibt, ihre vielen Seiten zu lesen. Langsam wird mir klar, liebe Frau Magda, warum Sie eine gescheite Frau geworden sind, weil Ihre Mutter dahinter war. Sie selbst war ja eine arme Frau, Ihre Mutter. Sie kann einem richtig leid tun. Und da weiß ich lieber nicht, wer mein Vater war, als so einen zu haben wie den Ihren. Der war ja vielleicht ein grauslicher Kerl. Aber bei den Männern gibt es ja allerhand Grausliche drunter. Wer weiß das nicht. Meine Mutter hat mir nichts erzählt von meinem Vater, aber eine Perle war der sicher auch nicht, wenn er sie so hat stehen lassen mit einem Kind in ihrem Bauch. Er war schon auf und davon, wie ich zur Welt gekommen bin. Meine Mutter war ein Kriegskind und sehr verschreckt ihr Leben lang. Sie hat mir einmal gesagt, wenn du als kleines Kind gleich die Bomben erlebst, dann glaubst du ein Leben lang, dass dir alles auf den Schädel fällt. Dann hast du kein Vertrauen mehr in was. Deshalb hat sie auch keinen anderen Mann mehr angeschaut. Ich war als Kind immer mit ihr allein. Sie hat mich sicher sehr gern gehabt, meine Mutter. Vielleicht war ich sogar, wie man so sagt, ihr Ein und Alles. Aber ob ich jetzt was lerne oder nicht, war ihr unwichtig. Leider, sage ich jetzt. Aber damals habe ich das ganz okay gefunden. Lieber bald eine Stelle und was verdienen. Dann kann ich mir endlich die Stöckelschuhe kaufen, die mir gefallen. Und vielleicht eine kleine eigene Wohnung, habe ich mir gedacht. Bei meiner Mutter hat es nur ein Zimmer gegeben und die Küche und ein indisches Klo. Sie wissen doch den Witz, jenseits des Ganges, oder? Jedenfalls war ich mit meiner Mutter auch immer im selben Zimmer und das, bis ich 19 war. Sie hat dazu noch geschnarrt, die Arme. Es war ihr selber peinlich, aber sie hat dieses Gebrechen gehabt. Meine Mutter lebt ja noch und immer noch in dieser Wohnung und sie sagt immer wieder, wie herrlich das ist, allein. Und so laut schnarchen können, wie man will. Sie ist überhaupt eine richtige Einsiedlerin geworden, am liebsten allein, vor dem Fernseher. Dann macht sie sich ein kleines Gulasch oder sowas und trinkt ein Bier dazu. Sie muss jetzt nicht mehr schuften und hat eine kleine Pension, mit der kommt sie aus. Sie sagt oft, ich bin der glücklichste Mensch jetzt im Alter. Dabei ist sie noch gar nicht so alt. Ich glaube, nicht sehr viel älter als sie, Frau Magda. Aber ausschauen tut sie natürlich älter, auch wenn sie sich nie was Richtiges anzieht, immer nur ihre alten Sachen und ihr Leben lang gerackert hat, erst in einem Lebensmittelgeschäft und dann als Bedienerin. Es hat ihr ja niemand geholfen, mich großzuziehen. Fast die ganze Familie ist im Krieg umgekommen. Sie selber und eine Tante waren zufällig in einem anderen Luftschutzkeller und haben deshalb überlebt. Bei dieser Tante ist sie dann geblieben. Die war alleinstehend und hat sich um sie gekümmert, schlecht und recht. War auch eine Frau ohne Mann und ohne Geld und außerdem lungenkrank. Sie ist früh verstorben, da war meine Mutter gerade 16 Jahre alt und hat sich eben auch deshalb so früh mit dem Kerl eingelassen, der mein Vater war, vielleicht weil sie geglaubt hat, sie ist dann weniger allein. Was ein Irrtum war, wie man jetzt weiß. Du meine Güte, da erzähle ich Ihnen so viel, was Sie gar nicht wissen wollen, statt Ihnen zu schreiben, wie ich mich schon jeden Tag auf Ihre Faxe freue. Es ist wie ein Buch lesen. Sie verstehen sicher, wie ich das meine, Frau Magda. Ich weiß schon, dass das Ihr Leben ist und dass Sie vieles so schwer gelebt haben. Aber vielleicht ist jedes Leben von jedem Menschen ein Buch, wenn man es beschreibt. Auch die Bücher in Ihrer Wohnung sind oft sehr traurig. Ich habe mir manchmal gedacht, warum liest sie so viele traurige Sachen? Jetzt weiß ich es besser, glaube ich. Es ist schon mitten in der Nacht. Ich warte jetzt mit dem Lesen und Schreiben immer, bis der Lukas eingeschlafen ist. Dann habe ich meine Ruhe. Aber jetzt muss ich auch ins Bett, so schnell wie möglich. Sonst fangen draußen am Ende die Vögel zu singen an. Dann kann ich gar nicht mehr schlafen. Es grüßt Sie recht eilig, Ihre Maria. 17. Juni Liebe Maria, gestern bin ich nicht zum Postamt gewandert. Es ging irgendwie nicht, ich war zu müde. Und gebracht hat man Ihren Brief auch nicht, also konnte ich ihn erst heute lesen mit einem ganzen Tag Verspätung. Dafür bin ich aber schon in aller Frühe losmarschiert. Ich sah die Sonne über dem Meer aufgehen und stand sogar eine Weile vor der Tür, ehe sich die Postbeamtin meiner erbarmt und mir das Fax herausgereicht hat. Die Frau wohnt im selben Haus und hatte mich wohl durch das Fenster erspäht. Sie scheint Witwe zu sein, ist immer schwarz gekleidet, aber ihr Gesicht ist blütenfrisch und jung. Auf der Treppe zu ihrer Wohnung hinauf stehen Kübel und Töpfe mit Blumen aufgereiht, die ich sie manchmal gießen sehe. Die Frische all der blühenden Gewächse scheint sich auf sie zu übertragen. Sie kam lächelnd zwischen den Blumen zu mir herunter, schloss die Poststube auf und sagte mühsam auf Deutsch »Fax warten schon von Abend gestern«, als sie mir die Blätter herausbrachte. Man scheint von meiner Begierde ihre Briefe, liebe Maria, in Empfang zu nehmen, mittlerweile auf selbstverständliche Weise zu wissen. Sie erklärte mir dann noch mit Händen und Füßen, dass ihr Bruder, der sonst Briefe austrägt, für eine Woche am Festland sei und sie ja eigentlich erst für später aufsperren würde und ob ich mit ihr Kaffee trinken wolle. Das tat ich dann auch. Ich stieg hinter ihr die Treppe neben den Blumenkübeln hoch, es roch nach Geranien, Nelken und Sommerrosen, und wir kamen in einen von halb zugezogenen, Jalousien-Schattig gehaltenen Raum, der halb Küche, halb Wohnzimmer war. Sie hatte das Kännchen mit dem dickflüssigen, auf türkische Weise zubereiteten Kaffee bereits auf dem Tisch stehen. Sie füllte mir eine Tasse und wir saßen einander also etwa eine halbe Stunde Kaffee trinkend gegenüber. Obwohl sie nur wenige Brocken Deutsch und kein Englisch sprach, konnten wir uns unterhalten, weiß der Teufel wie. Ich erfuhr, dass sie keine Kinder hat, mit ihrem unverheirateten Bruder das Postamt leitet und dass sie Malinia heißt. Was sagen Sie dazu, Maria? Wozu unser Briefwechsel mich sogar verleitet? Bin ich doch ein Mensch, der anderen Menschen meistens ausweicht? Weil ich nie eine Brücke zu den anderen finde, gehe ich ihnen lieber aus dem Weg. Auch langweilen mich die meisten Gespräche und gerade in letzter Zeit, sagen wir schlicht in der Zeit meiner Gemütskrankheit, hatte ich mehr und mehr das Gefühl, eine Sprache zu sprechen, die keiner versteht. So oft sah ich Augen mich fassungslos mustern, wenn ich meinte, ganz vernünftig gesprochen zu haben. Da begann ich zu schweigen. Aber diese Malinia mit ihrem Blumengesicht und den freundlichen Augen machte mich richtig gesprächig. Vielleicht lag es daran, dass wir nur einzelne Worte und Gesten zur Verfügung hatten, uns zu verständigen. Vielleicht macht gerade das Fehlen der gemeinsamen Sprache mich weniger beziehungslos, weil man dann mit Erfindergabe und Fantasie aufeinander zugehen muss, es dabei einfach keine Floskeln gibt, geben kann. Wie auch immer, Maria, ich freute mich natürlich auch, ihre Briefblätter bei mir zu haben und als ich mich von Marlina verabschiedet hatte, wanderte ich in mein Dorf und an den kleinen Hafen zurück. Ich las ihr Fax am Tisch unter den Olivenbäumen, wo mein zweites, eigentliches Frühstück auf mich wartete. Dort, im Schatten, war es noch kühl, aber das Meer flimmerte bereits vor Hitze. Jetzt habe ich mich in mein Zimmer zurückgezogen. Durch die Ritzen der Holzschalusien weht vom Wasser her doch ein wenig kühler herein. Ach, liebe Maria, alles, was Sie mir erzählen, will ich wissen. Und mehr noch. Ich fühle mich mittlerweile mit Ihnen in ein Gespräch verwoben. Ja, sehr rasch sind Sie für mich mehr geworden als eine Briefpartnerin. Gestern aber habe ich geschwiegen, weil ich dem Leben wieder einmal von der Schaufel gefallen bin und ins Bodenlose. Diesen Zustand der Unfähigkeit, in der Wirklichkeit Halt zu finden, wünsche ich keinem Menschen. Man sagt meist, wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, aber ich wüsste auch keinen ärgsten Feind zu nennen, nicht mal einen weniger argen. Feindschaft, Hass, Ärger, sogar Verzweiflung, das wären ja bereits äußerst lebendige Empfindungen, gemessen an der öden Lehre, die sich in solcher Verfassung toten Dunkel in mir ausbreitet und nichts Lebendiges mehr in mich hereinlässt. Aber Schluss jetzt mit diesen Beschreibungen eines Elends, dass Sie, Maria Gottlob, kein bisschen zu kennen scheinen. Nicht, dass ich Sie deshalb beneide, nein, ich bewundere Sie dafür. Denn es ist für mich ein Wunder, dass jemand dem Leben und seinen Nöten so standhalten kann wie Sie. Oder Ihre Mutter zum Beispiel, die vom Frieden eines allein verbrachten Fernsehabends mit Gulasch und Bier vor sich beglückt werden kann. Wie ich mich meiner Schwermut, meines Unglücks schäme, wenn ich das lese. Meine Mutter hat sich leider nie beruhigt. Ich meine Ruhe und Frieden gefunden. Als ich diesen schrecklichen Blödsinn begangen hatte, flüchtete sie mit mir aus dem Dorf. Ohne lange zu überlegen, packte sie sofort, nachdem sie alles erfahren hatte, für jede von uns einen Koffer, so angefüllt und schwer, dass wir ihn gerade noch schleppen konnten. Diese Koffer enthielten so ziemlich alles, was wir beide an persönlichen Habseligkeiten besaßen. Da es Pappkoffer waren, musste sie sie mehrfach mit einer Spagatschnur umwickeln. Sie tat das alles in der kurzen Ruhezeit nach dem Mittagstisch. Statt nach dem Essen die paar Minuten auszuruhen, die ihr gegönnt wurden, rumorte sie eilig und schwitzend in unserer Kammer herum. Es war ein Tag Mitte September, sonnig und immer noch sommerlich warm. Sie beachtete mich nicht, obwohl ich mich neben ihr im heißen kleinen Zimmer befand. Ich sah ihr eine Weile lang schweigend und verständnislos zu, bis ich endlich zu fragen wagte, was tust du da eigentlich, Mutter? Ich packe, wie du siehst, stieß sie hervor, während sie einen der übervollen Koffer zu schließen versuchte. Warum tust du das? fragte ich. Bist du blöd oder was? antwortete sie mit rauer Stimme. Wir laufen heute Nacht weg. Wir laufen weg? Wohin denn? Da richtete sie sich auf und sah mich an. Die Augen in ihrem erschöpften Gesicht waren schwarz vor Wut und ich wusste, dass sie mich jetzt gern angeschrien hätte, vielleicht sogar geohrfeigt. Ich wusste auch, dass sie sich bezwang, weil man es im ganzen Haus gehört hätte. Weiß der Teufel, wohin? zischte sie zu mir her. Der Teufel schläft bekanntlich nie und du hast ja nichts unterlassen, ihn zu wecken. Jetzt also zum Teufel mit uns beiden, aber auf jeden Fall weg von hier, dämmert es dem gnädigen Fräulein langsam. Erst jetzt wurde mir klar, dass ich es war, die sie bewog, die Flucht zu ergreifen. Ich und der Zustand, in den ich geraten war. Meine Augen füllten sich mit Tränen und ich rief, ich will aber nicht weg, ich will... Sie ließ mich nicht ausreden und schlug mir jetzt tatsächlich ins Gesicht. Etwas, das sie noch nie zuvor getan hatte. Was du willst, zählt keinen Pfifferling. Sie sprach keuchend, so sehr kämpfte sie gegen die Schreie an, die sie mir gerne entgegengeschleudert hätte. Ich habe etwas für dich gewollt, verstehst du? Es hätte dir die Möglichkeit verschafft, später nach deinem Willen zu leben und nicht als weiblicher Trampel, den man befiehlt. Du aber hast dich freiwillig zum weiblichen Trampel machen lassen und deshalb müssen wir auf und davon. Es ist deine letzte Chance, nicht so zu werden wie ich. Verstehst du das jetzt endlich? Und ich musste es verstehen, Maria, ob ich wollte oder nicht. Höchstwahrscheinlich hatte meine Mutter recht mit dem, was sie tat, aber sie brach mir das Herz, ohne darauf zu achten. Gegen ein Uhr früh schleppten wir die schweren Koffer aus dem Haus, so geräuschlos, wie wir nur konnten. Es gelang uns, niemanden aufzuwecken. Wir mussten mit dem Gepäck mehrere Kilometer zur nächsten Bahnstation gehen. Die Nacht war lau und der Weg ins andere Dorf führte an einem Bach entlang, der sanft rauschte. So konnte ich vor mich hinweinen, ohne dass meine Mutter es hörte. Beide keuchten wir der schweren Koffer wegen. Nur einmal, als wir sie kurz absetzten, sagte meine Mutter trocken, die Ohrfeige war unnötig. Sie sagte es, ohne mich anzusehen, hob danach rasch ihren Koffer wieder hoch und ging weiter. Ein Mehr an Entschuldigung war ihr nicht möglich. Um drei Uhr morgens saßen wir in einem Bummelzug Richtung Stadt. Mittags kamen wir an. Gleich beim Bahnhof nahmen wir ein Zimmer in einer schäbigen Pension. Meine Mutter hatte sich sogar nicht gescheut, meinem Vater Geld zu stehlen. Sie wusste von einer Schatulle, die sie nie auch nur berührt hatte, dafür war sie viel zu stolz. In dieser Nacht aber nahm sie ohne Zögern alles heraus, was sich darin befand. Der Vater musste die Schatulle tags davor frisch aufgefüllt haben. Der Betrag war groß genug, um uns die ersten Tage durchzubringen. Stellen Sie sich vor, Maria, meine Hausleute haben eben geklopft, weil sie dachten, mir wäre vielleicht schlecht. Die Jalousien seien schon so lange geschlossen und ich sei nicht beim Mittagessen und auch nicht schwimmen gewesen. Mich rührt, dass Sie sich Sorgen gemacht haben. Außerdem fällt mir auf, dass ich ins Erzählen geraten bin, ohne für Sie, Maria, eine Chronologie aufrechterhalten zu haben. Vom schrecklichen Blödsinn muss ich Ihnen im nächsten Brief berichten. Vielleicht habe ich ihn ausgelassen, weil das Erinnern immer noch schmerzt. Aber Sie werden ihn erfahren, weil es sein muss. Ich werde jetzt an die Hafenmauer gehen und ein wenig schwimmen. Außerdem habe ich Hunger und werde Tomaten und Käse essen. Wenn die Hitze nicht mehr so arg ist, gehe ich zum Postamt und Malinia wird meinen Brief durch das Faxgerät laufen lassen. Vielleicht kann Herr Kreuz ihn heute noch zum Portier legen. Danke, dass ich Ihnen schreiben darf. Ihre Magda 18. Juni Liebe Frau Magda, erstens, ich bin nicht gerührt, dass Ihre Hausleute sich um Sie Sorgen machen. Eigentlich gehört sich das. Aber ich bin trotzdem froh darüber, weil Sie das brauchen, wenn Sie dauernd dem Leben von der Schaufel fallen, wie Sie geschrieben haben. Und zweitens, ich will alles erfahren, alle noch so schrecklichen Blödsinn. Nichts ist mir leid, ehrlich. Mir tut nur leid, was mit Ihrer Mutter und Ihnen so passiert ist. Gestern habe ich meine Mutter besucht, nachdem ich beim Öligversand gerade noch ihr Fax bekommen habe, bevor die zugesperrt haben. Der Herr Kreuz war schon am Gehen und hat es mir sehr freundlich in die Hand gedrückt und hat gesagt, das wird ja ein richtiger Briefwechsel, liebe Frau Schübler, er kennt jetzt schon meinen Namen. Und dass das heutzutage schon ganz selten geworden ist, hat er auch gesagt, dass Menschen einen Briefwechsel haben. Mich hat das irgendwie stolz gemacht. Ich hoffe, Sie verstehen das, Frau Magda. Und auch, dass ich deshalb hinterher bei meiner Mutter den Fernseher abgedreht habe und zu ihr gesagt, jetzt hör mir lieber mal zu, jetzt erfährst du was vom Leben. Und dann habe ich ihr ein bisschen vorgelesen, die Sache mit der Ohrfeige und der Flucht. Ich schreibe Ihnen das, weil ich dann ein schlechtes Gewissen bekommen habe, vielleicht sind Sie mir deshalb böse, habe ich mir gedacht und gerade deshalb, will ich keine Heimlichkeiten haben. Aber meine Mutter hat vielleicht zugehört, sage ich Ihnen. Sie hat ihr Bierglas weggestellt, sich vorgebeugt und dauernd den Kopf geschüttelt. Die Frau Bernsteiner, bei der du saubermachst, hat das erlebt, hat sie mich gefragt. Aber das ist doch eine Feine. Für meine Mutter sind alle, die nicht arm sind, wie sie selbst, Feine. Sie sagt nie feine Leute, sie sagt immer die Feinen. Ja, habe ich gesagt, sie ist sehr fein, Mutter, fein und zart und alles kann sie umblasen. Kein Wunder, hat meine Mutter genickt, bei so einer Mutter. Aber die war doch auch eine arme Haut, habe ich gleich gebrüllt. Aber meine Mutter hat weiter den Kopf geschüttelt und gesagt, so böse darf man nicht werden. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß auch, was das ist, wenn man eine arme Haut isst. Wir haben darüber noch eine Zeit lang hin und her geredet. Zum Schluss hat sie mich gefragt, ob mich auch alles umblasen kann. Nein, habe ich gesagt. Na siehst du, hat sie gesagt. Ach, liebe Frau Magda, ich hoffe wirklich, dass Sie mir nicht böse sind deshalb. Aber meine Mutter tratscht nicht. Sie ist wirklich sehr schweigsam und kennt nur wenige Leute. Bei ihr ist alles gut aufgehoben. Glauben Sie mir. Jetzt habe ich wieder so lange von meiner Mutter erzählt, dass ich Ihnen nur noch sagen kann, dass ich im Wörterbuch Chronologie habe nachschlagen müssen. Jetzt weiß ich, was es heißt. Und ich brauche sie nicht, diese Chronologie. Obwohl das Wort schön ist, ich schreibe es richtig gern hin. Aber erzählen Sie mir ruhig, graut und rüben durcheinander. Ich muss für heute aufhören, mir fallen die Augen zu. Ich habe Waschtag gehabt, deshalb. Der macht mich immer saumüde. Verzeihen Sie bitte das Sau, es ist mir so rausgerutscht. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Ihre Maria. Und Grüße an die Frau Malinia mit ihrem Blumengesicht. Muss eine nette Frau sein und schickt mir die Faxe immer sehr ordentlich. Das sagt auch der Herr Kreuz. 20. Juni Meine liebe Maria, gestern hat es ein schreckliches Gewitter gegeben. Am frühen Nachmittag war der Himmel plötzlich von schwarzen Wolken bedeckt. Es wurde so dunkel, als würde die Nacht hereinbrechen. Ich bin in meinem Zimmer vor der geöffneten Balkontür gesessen und habe mir das Unwetter angesehen. Das Meer war schwefelgelb mit violetten Abgründen zwischen den Wogen die so hoch wurden wie kleine Gebirge. Sie sind mit weißer Gischt über die Hafenmauer hereingebrochen. Die Boote wurden so heftig gegeneinander geschleudert, dass ich dachte, sie würden alle zerbrechen. Ein Wunder, dass trotzdem alle heil geblieben sind. Die Fischer standen besorgt an den Fenstern oder in den Hauseingängen. Ich habe ihre Gesichter gesehen wie weiße Flecken hinter einer Wand aus Regen, die der Sturm gegen das Dorf warf. Dazu Blitze, dass man meinte, der Himmel würde zerreißen und ohrenbetäubende Donnerschläge. Es war ein Inferno, sage ich Ihnen. Aber ich saß halbwegs geschützt hinter meiner Türe und habe es mir mit einem seltsamen Genuss angesehen. Für mich wurde es zu einem Schauspiel, das gerade seiner Wildheit wegen meine Seele irgendwie besänftigt hat. Ob Sie das verstehen können, Maria? Dass die eigenen Schreie verstummen können, wenn die Natur aufbrüllt? Dass es überhaupt jemanden gibt, der mit einem Inferno in seinem Inneren leben muss, so qualvoll, dass ein infernalisches Unwetter es übertreffen und plötzlich zum Wiegenlied werden kann? Beantworten Sie mir diese Fragen nicht, Maria. Sie sind rein rhetorisch gestellt. Ich weiß, dass all dies Ihnen Gottlob fremd ist. Jedenfalls hat es dann bis in den späten Abend hinein so heftig geregnet, dass man nicht vor die Türe konnte. Ich habe mir ein wenig Wein, Schinken und Brot heraufgeholt und in meinem Zimmerchen gesessen. Dann habe ich an sie geschrieben, ohne ihre Antwort abgewartet zu haben. Erst heute habe ich mir das Fax geholt. Das Wetter ist wieder wunderbar, es ist nicht mehr so unerträglich heiß, alles scheint in der Sonne zu glänzen, als wäre es frisch gewaschen worden. Und stellen Sie sich vor, ich sitze ja an einem Tisch in Malinias kleinem Garten, der hinter dem Postamt an einen Pinienwald angrenzt. Auch hier ist ihre Hand zu spüren, ein üppiges Wuchern von Blumen und Gemüse umgibt mich. Sie habe einen eigenen Brunnen, hat sie mir wieder mit Händen und Blicken erklärt und deshalb könne sie gießen, so viel sie wolle. Brunnen ist freiwillig, hat Malinia plötzlich sehr schön gesagt. Da ich ohnehin einen langen Brief an sie bei mir trug, hat sie mir angeboten, hier im Gärtchen weiterzuschreiben und dann beides loszuschicken. Ich sitze an einem Stahlrohrtisch, auf dem eine Plastikdecke liegt, ebenfalls mit Blumenmuster. Der alte Korbssessel knirscht leise, während ich schreibe. Liebe Maria, wenn Sie Ihrer Mutter aus meinen Briefen vorlesen, macht mir das überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, mich ehrt, dass diese Frau, die ich nach allem, was Sie mir bisher von ihr erzählt haben, hochachte, von meinem Leben hören will. Also keine Sorgen deshalb. Und um trotzdem ein wenig Chronologie zu wahren, fax ich Ihnen jetzt also auch, was ich in der gestrigen Regennacht geschrieben habe. Es handelt von diesem mehrfach zitierten, schrecklichen Blödsinn. Ich habe lange geschrieben, Sie werden lange lesen müssen. Ich bitte Sie, sich Zeit zu lassen, wenn Waschtage und dergleichen Sie ermüdet haben. Nichts zwingt uns zur Eile. Nicht wahr? Ein unglaublich schöner großer Falter ist eben an mir vorbeigewirbelt. Es gibt wunderschöne Schmetterlinge hier auf der Insel und ich glaube, mich zu erinnern, dass Sie mir einmal gesagt haben, wie traurig es Sie mache, so selten Schmetterlinge zu sehen, wo wir wohnen. Ich wünschte, ich könnte Ihnen ab und zu einen von diesen hier über den Weg schicken, aber leider geht so etwas nicht. Also der Falter, der eben vorbeiflog, war rostrot, mit bronzenen Flecken und einem feinen Muster Violett- und Erdbeerfarben. Ich kann ihn so genau beschreiben, weil er kurz auf meiner Hand saß. Auf der, mit der ich jetzt meine Grüße an Sie niederschreibe. Also war er Teil meines Grußes. Leben Sie wohl, Maria. Ihre Magda. Am Abend, 19. Juni. Der Regen und das Meer, beides rauscht in der Dunkelheit vor der geöffneten Balkontür. Die Luft, die ins Zimmer schlägt, ist feucht und riecht nach Wassertiefen. Ich habe die Nachttischlampe neben den Briefblock gestellt, um beim Schreiben nur einen kleinen Lichtkegel zu benutzen und diese mächtige, dröhnende Finsternis nicht allzu sehr von mir abzudrängen. Liebe Maria, ich möchte Ihnen heute noch erzählen, warum meine Mutter damals gegen meinen Willen mit mir die Flucht ergriffen hat, warum wir unser Dorf und das Haus meines Vaters tief in der Nacht und heimlich verlassen haben. Wie gesagt, ich ging gern zur Schule und konnte es dank meiner Mutter auch regelmäßig tun. Erst die Volksschule bei uns im Ort, dann das Realgymnasium in der Kreisstadt. Dorthin fuhr ich täglich mit dem Autobus, je eine gute Stunde hin und zurück. Dieser Autobus war ein altes, schwaches, wackeliges Modell und rumpelte dennoch bei jedem Wetter die damals zum Teil noch unasphaltierten Landstraßen entlang. Er kam sogar meist ziemlich pünktlich des Weges, was für meinen Schulbesucher eine wesentliche Voraussetzung darstellte. Dass der Fahrplan gewissenhaft eingehalten wurde und dieses Gefährt sich unerschütterlich auch über schlammige oder schneebedeckte Straßen kämpfte, war eindeutig das Verdienst seines Fahrers, eines noch jungen Mannes, der Tag aus, Tag ein am Steuer saß. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, je einen anderen hinter dem Lenkrad sitzen gesehen zu haben. Keine Ahnung, wie das mit freien Tagen oder Urlauben funktionierte. Oder vielleicht sah ich eben nur diesen einen Mann und wenn ein anderer ihn vertrat, nahm ich es nicht wahr. Er hieß Johann. Johann Eipeldauer. Wenn ich einstieg, lächelte er mich an. Und bald war ich der Meinung, dass kein Mensch auf Erden schöner lächeln könne als er. Dass es keine schöneren, dunkelbraunen Augen auf Erden gäbe als die seinen. Und dass seine großen Hände, die so geschickt mit dem Lenkrad umgehen konnten, auch die schönsten Hände auf Erden seien. Hände, von denen berührt zu werden, das höchste Glück auf Erden bedeuten musste. Ich begann sogar, dieses Lenkrad zu beneiden, weil es seinen Händen zu gehören schien. Und wenn er mir bei Glatteis die Hand entgegenstreckte, die meine packte und mir in den Bus half, durchströmte mich eine Vibration, als stünde ich unter Strom. Tja, Maria, ich war noch keine 15 Jahre und hatte mich unsterblich in den Fahrer des Autobusses verliebt, mit dem ich täglich zur Schule fuhr. Da war ein Mensch nett und freundlich zu mir. Da war einer ein Mann und lächelte. Nie hatte ich meinen Vater oder andere Männer des Dorfes mich so anlächeln sehen. Außer an den Sonntagen begegneten wir einander täglich zweimal. Und täglich konnte ich mich darauf freuen, weil sein mir zugewandtes Gesicht und das fröhlich gerufene »Nix wie eine, Magda« mich stets mit der gleichen heiteren Liebenswürdigkeit empfing. Diese Freude, ihn wiederzusehen, war die erste Empfindung, die mir bewusst wurde. Und dass mich, wenn er den Autobus lenkte, ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen erfüllte, weil dabei gleichzeitig jemand für eine Weile mein Geschick ins Helle zu lenken schien. Ich war immer glücklich, wenn ich einen Sitzplatz direkt hinter ihm ergattern konnte und seine Schultern und den Hinterkopf mit dem hochgeschorenen Haar vor mir hatte. Für die Weile dieser Autobusfahrt fühlte ich mich dann wie im Paradies. So ist das, Maria, wenn ein Mensch nur mit Liebesentzug aufwächst und nichts ist gefährlicher als diese elementare, hungrige Sehnsucht nach Zuwendung, die sich schon mit ein klein wenig Freundlichkeit zufrieden gibt. Ja, ich war zufrieden, nahezu selig, lange Zeit. Mir genügte, mit Johann Eipeldauer das Innere eines Autobusses teilen zu dürfen, beim Ein- und Aussteigen seinem Blick oder Lächeln zu begegnen, seine Hände und die Muskeln seines Rückens in Bewegung zu sehen und ihn atmen zu hören. Wenn er gar zwischendurch scherzhaft das Wort an mich richtete, fuhr ich geradewegs in den Himmel auf. Mehr und mehr wurden es die schönsten und leuchtendsten Stunden meines jungen Erdendaseins mit dem Bus zur Schule und dann wieder zurück zu rumpeln. Mir fiel natürlich nicht ein, dass dieser angebetete Johann ebenfalls ein simpler junger Mann sein könnte, brutal und dörflerisch wie all die anderen jungen Männer, die ich kannte, dass er vielleicht die tägliche eintönige Pflicht nur deshalb mit Liebenswürdigkeit verbrämte, um seine Ruhe zu haben und nicht aus der Haut zu fahren. All dies kam mir nicht in den Sinn. Auch, dass er zu allen Fahrgästen liebenswürdig war und nicht nur zu mir, dass er alle, die regelmäßig mit ihm fuhren, beim Namen kannte und sie damit ansprach, ließ mich nicht an seiner Beachtung zweifeln. Alles schwebt zwar unausgesprochen zwischen uns, dachte ich, aber er weiß Bescheid. Er weiß doch auch, dass ein tiefes, gemeinsames Gefühl uns verbindet. Es kann gar nicht anders sein. Mehr und mehr begann ich mir, diesen Unfug einzureden und auszumalen. Ich lag nachts neben meiner reglos und erschöpft schlafenden Mutter und träumte mich in die Liebesgeschichte eines pubertierenden Mädchens hinein. Aus der anfänglichen schlichten Freude meiner noch kindlichen Zuneigung geriet ich im Lauf der Zeit in den Sog einer Romanze, die aber nur in meiner Einbildung stattfand und jeden Wirklichkeitssinn vermissen ließ. Da ich außerdem mit keiner Menschensiel ein Wort über meine erwachenden Empfindungen sprach, konnte diese in mir verschlossen, wild vor sich hin wuchern und die fantastischsten Blüten treiben. Dieser Johann Eipeldauer, der da seinen alten Autobus bei Wind und Wetter, Sonne und Regen für ein sicher jämmerliches Gehalt durch das Land fuhr, sich vielleicht auf sein abendliches Bier oder einen freien Sonntag freute, wenn er am Steuer saß, der hatte keine Ahnung in welchen Roman aus Liebe und Leidenschaft er da mehr und mehr hineingezogen wurde. Er blieb nett und heiter, sagte vielleicht, na Magda, wird er die schwein nicht fahrt? Und das ohne eine Antwort abzuwarten. Und sein tragischer und verschlossen vor sich auf die Straße gerichteter Blick hatte nichts mit unserer beider Liebessehnsucht zu tun, wie ich annahm, sondern einzig mit den Schlaglöchern, denen er ausweichen musste. Wäre nur alles so geblieben, Maria, hätte ich mich nur weiter in meinen erträumten Geschichten aufgehalten, das kalte Bett neben meiner Mutter mit diesen Träumen erhitzt und auch die lieblosen Liebe leeren Tage Kraft meiner Fantasie mit Wärme erfüllt. Aber leider kam es anders. Wieder einmal standen die Sommerferien vor der Tür. Mit meinem guten Zeugnis in der Schultasche saß ich hinter Johann im Bus und wartete auf ein Zeichen. Jetzt müsste er sprechen, dachte ich. Er weiß doch, dass ab heute Ferien sind, dass ich lange Zeit nicht mit ihm fahren kann und wir einander vermissen werden. Ich starrte auf seinen verschwitzten Nacken und rief alle Götter an, mir beizustehen. Und dieses eine Mal standen sie mir eigenartigerweise bei, obgleich sicher nicht zu meinem Nutzen. Es gab plötzlich einen ohrenbetäubenden Knall, ein Reifen war geplatzt, das Auto wurde wild herumgeschleudert, ich stürzte neben Johann vorn über, schlug mit dem Kopf auf und wurde bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, lag ich am Straßenrand in einer Wiese und er war über mich gebeugt. Ganz nah sah ich sein Gesicht vor mir, seine Bartstoppeln, kleine Schweißperlen und einen mich überwältigenden Ausdruck von Besorgnis in seinen Augen. Über ihm wehte ein Birnbaum im Wind, Sommerwolken flogen durch den blauen Himmel, dieser Anblick umrahmte ihn so idyllisch, als hätte sich das Antlitz eines Engels über mich geneigt. Alle meine Träume schienen mit einem Schlag beantwortet. Ich lächelte ihn selig an, dann hob ich meine Arme und umschlang ihn. Ich zog ihn zu mir herab und meine Lippen suchten seinen Mund. Ich wusste nicht, wie man küsst, aber der verdutzte junge Mann von mir überrumpelt geriet durch diese plötzliche Berührung in Hitze und erwiderte meinen zarten Versuch mit einem harten Zungenkuss. Ich wusste auch nicht, ob mir das wirklich gefiel, aber mein junger Körper reagierte. Er begann mich auszuziehen. Was ich nicht ahnte und auch nicht überlegte, war Fuß auf den Weg gemacht und versprochen hatten, Hilfe zu schicken, sowohl für den zerfetzten Autoreifen und fahrunfähigen Bus, als auch für das ohnmächtige oder vielleicht tote Mädchen. Johann und ich befanden uns also allein unter dem Birnbaum auf der Wiesenböschung. Er, der einen ärgeren Unfall verhindert und mich zumindest schwer verletzt geglaubt hatte, wurde wohl wegen seiner Aufregung und Erschöpfung in die Sexualität hineingerissen, jedenfalls ist das meine Erklärung dafür, dass er mich so unvermittelt und unbedacht nahm. Keuchend drang er in mich ein und das immer wieder. Er schien wie von Sinnen zu sein. Mir tat es weh, aber ich hatte mich so lange nach einer Vereinigung mit ihm gesehnt, dass ich es in einer Mischung aus Schmerz und Wollust mit mir geschehen ließ. Beide merkten wir nicht, dass ein Sanitätsauto gefahren kam und neben dem lädierten Bus hielt, dass ein Mann und eine Frau in weißer Kleidung auf uns zuliefen und uns in der Wiese kopulieren sahen. Ach, Maria, wie beschämend für ein unerfahrenes 14-jähriges Mädchen, in dieser Weise überrascht und angestarrt zu werden. Als Johann plötzlich der Situation gewahr wurde, rollte er hastig zur Seite, schloss seinen Hosenlatz und stammelte unsinnige Ausreden. Er war schweißüberströmt und konnte einem richtig leid tun. Ich tat keinem Leid. Der Sanitäter lachte hämisch und schaute auf meinen entblößten Körper hinunter, als wäre der auch für ihn ein Leckerbissen. Die Frau sah mich entrüstet an. Ich richtete mich zitternd auf. Könnten's das für sich kalten? fragte Johann mit gesenktem Blick. Er stand vor den Sanitätern, als hätte man ihn geprügelt. Die Frau starrte mich weiterhin an. Der Mann lachte breit und sagte, meine Täuben braucht es keiner wissen, muss heute die Kleine den Mund häuten. Die Magda sagt nix, versicherte Johann eilig. Gell Magda, du sagst nix. Und ich nickte ebenso eilig und beflissen. Und sonst, fehlt dir irgendwas? fragte der Sanitäter noch, wieder mit seinem breiten anzüglichen Lachen und ich antwortete brav, nein, mir fehlt nichts. Tut da was weh? fragte dann auch die Sanitäterin mit Blick auf mein blutverschmiertes Höschen und wieder lachte der Sanitäter. Nein, sagte ich und bedeckte meinen Schoß mit dem Rock, der noch im Gras gelegen hatte. Die beiden gingen zu ihrem Auto zurück, nicht ohne sich kopfschüttelnd nach uns umzuschauen und das Gesehene weiter halblaut zu erörtern. Ein letzter zynischer Blick, dann waren sie eingestiegen, das Sanitätsauto entschwand und eine Staubwolke senkte sich sanft über die Landstraße. Ich saß immer noch im Gras und Johann stand stumm vor mir. Steh heut jetzt auf, sagte er schließlich leise und ich gehorchte. Das war blöd. murmelte er. Jetzt aber erhoben sich meine Liebesgefühle erneut. Nein, rief ich, nein, Johann, das war nicht blöd, weil ich dich liebe. Johann hob den Kopf und starrte mich verblüfft an. Was sagst? Ich liebe dich, wiederholte ich tapfer, während ich mir meine Bluse zuknüpfte. Na, das wär was, brummte er. Dann holte er meine Schultasche aus dem verbeulten Bus, der schief am Straßenrand stand, und drückte sie mir in die Hand. Kommst allein nicht zu Fuß ins Dorf? fragte er. Ja, das schon, sagte ich. Aber wann sehen wir zwei uns wieder? Jetzt geh Ja, moi harm, seufzte er, und sag ja nix. Ich küßte ihn nochmals auf den Mund, obwohl er es abwehren wollte. Er stand unter dem Birnbaum im Gras und schaute mir nach, als ich davon ging. Was er dabei dachte, werde ich nie erfahren, denn ich habe ihn nie wieder gesehen. Als ich nach Hause kam, erzählte ich nur von dem geplatzten Reifen, dass ich deshalb zu und legte mich ins Bett, nachdem ich meine blutige Wäsche versteckt hatte. Natürlich schämte ich mich, weil ich so grausam blicken ausgeliefert gewesen war, aber an Johann Eipeldauer dachte ich nach wie vor mit Empfindungen, die mein Herz und meinen Körper wärmten. Was ich nicht wusste, war, dass die Sanitäterin meiner Mutter von Frau zu Frau und unter dem Siegel der Verschwiegenheit alles erzählte. Das allein bewog sie, mit mir zu flüchten, das Dorf für immer zu verlassen. Ich weiß nicht einmal, ob sie befürchtet hatte, sei schwanger oder dass mein Fehltritt bekannt und ich zum Gespürt der Leute werden könnte. Sie belies es bei der Bemerkung vom Teufel, der nie schläft und dass ich mich zum weiblichen Trampel gemacht hätte. Nachträglich will mir scheinen, als wäre es ihre eigene, so lange hinausgeschobene Flucht gewesen, die sie mir aufzwang. Es hat schon lange zu regnen aufgehört und der Morgen graut. Auch das Meer hat sich besänftigt und schaukelt sanft im ersten Licht. Wie lang ich heute erzählt habe, Maria. Aber erst jetzt fühle ich die Müdigkeit und werde bei geschlossenen Jalousien rasch ins Bett klettern. Morgen wandere ich ganz sicher zum Postamt. Halb blind vom langen Schreiben grüßt sie ihre Magda. 21. Juni Liebe Frau Magda, auch der Herr Kreuz hat gestaunt, wie viele Faxblätter das waren. Ein ganzes Paket hat er mir in die Hand gedrückt. Unsere Frau Bernsteiner hat sich ja sonst immer sehr kurz gehalten, hat der kurzen und bündigen Geschäftsbriefe. Ich habe es mir gut gemerkt. In letzter Zeit höre ich sehr gern zu, wenn jemand einen Satz sagt, der nicht so ist, wie meine Sätze meistens sind. Aber dem Herrn Kreuz habe ich geantwortet, jetzt hat sie was zu erzählen. Das ist was anderes als ein Geschäftsbrief. Schon gut, Sie müssen sie nicht verteidigen, hat der Herr Kreuz gesagt und dabei gelächelt. Er ist wirklich sehr nett und freundlich. Wir alle schätzen Frau Bernsteiner und ich freue mich, dass sie Ihnen schreibt. Er gibt mir die Faxe aber immer in einem Umschlag. Ich glaube wirklich, dass er nichts liest. Er schaut nicht aus wie ein neugieriger Mensch ohne Manieren. Gestern Abend habe ich nur gelesen nach dem Nachtmahl, wie der Lukas noch ins Wirtshaus ist zum Kartenspielen. Danach war ich wie erschlagen und bin bald ins Bett. Ach, Frau Magda, das sind vielleicht Geschichten, die Sie so jung schon erlebt haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das zum Beispiel meiner Mutter vorlesen könnte, die mit Männern immer so schüchtern war und auch nur auf den einen hereingefallen ist. Sie würde vor Schräg umfallen. Selber hat sie mir ja nie erzählt, wie das genau war mit meinem Vater. Entschuldigen Sie die Frage, Frau Magda, aber waren Sie jetzt schwanger? Nur weil Sie das erwähnt haben und dann aufgehört zu schreiben. Jetzt lache ich aber laut vor mich hin. Sie sollten mich hören in meiner stillen Küche. Hoffentlich habe ich den Lukas damit nicht aufgeweckt. Es ist bald Mitternacht. Aber wirklich, da fange ich schon an weiterzufragen. So wie bei einem Fortsetzungsroman, der in der Zeitung zwischendurch gerade aufhört, wenn es am spannendsten ist. Früher, bevor ich Ihre Bücher kennengelernt habe, waren das die einzigen Romane, die ich gekannt habe. Und im Tagesspiegel habe ich mal einen ganz und gar gelesen. Alle Fortsetzungen. Der Herr der Einsamkeiten hat er geheißen. Der Titel hat mir gefallen. Es hat von einem wahnsinnigen Schlossbesitzer gehandelt, der seine Frau eingesperrt hat wie ein Tier. Also der Titel war schöner als die Geschichte, muss ich sagen. Aber glauben Sie bitte nicht, ich würde das so lesen wie irgendeinen Roman, was Sie mir erzählen. Ich merke, dass ich lauter Blödsinn schreibe, statt Ihnen zu sagen, wie mir das Herz wehgetan hat beim Lesen. Und wie ich darauf warte, wie alles für Sie weitergegangen ist. Und bitte, fallen Sie trotzdem dem Leben nicht wieder von der Schaufel, dort auf Ihrer Insel. Denken Sie immer, die Maria wacht über mich. Jedenfalls versuche ich das, liebe Frau Magda. Gute Nacht von Ihrer Maria. 22. Juni Liebe Maria, Oh ja, dieses Gefühl habe ich mittlerweile. Das Gefühl, von Ihnen bewacht zu sein. Gestern war ein sehr schöner Abend. Das Meer leuchtete, als bestünde es aus kobaltblauer Tinte, dazu der pfirsichrote Horizont. Ich saß nach dem Abendessen noch eine Weile an der Steinbrüstung und sah zu, wie die Farben langsam in der aufsteigenden Dämmerung zerflossen. Dann bin ich rasch ins Bett gegangen und habe gleich geschlafen. Ich war immer noch müde vom langen Schreiben in der Gewitternacht und der Wanderung tags darauf zum Postamt in Malinias Garten und wieder zurück. Obwohl ich gestern bewusst einen ruhigen Tag eingeschaltet habe, in der Sonne gelegen und geschwommen bin. Und trotz der Schwere meiner Gedanken habe ich mich irgendwie aufgehoben gefühlt. Bei Ihnen aufgehoben, Maria. Und das wollte ich Ihnen schon sagen, ehe Sie in Ihrem heutigen Brief schrieben, Sie würden versuchen, über mich zu wachen. Sie tun es also. Und ich danke Ihnen dafür. Mehr als ich sagen kann. Trotzdem kann ich es nicht verhindern, immer wieder in diese Einsamkeit zu geraten, die eine Einsamkeit des Herzens ist und nicht eine der Gegebenheiten. Meine Wirtsleute und inzwischen auch einige Dorfbewohner sind wirklich nett zu mir. Wir grüßen einander und lachen miteinander. Eine Frau wäscht und bügelt meine Sachen, dadurch besuche ich sie öfter in ihrem Steinhaus. Sie hat innen alles bunt tapeziert und ständig den Fernsehapparat laufen. Und ständig einen piksüßen Apfelkuchen auf dem Tisch. Davon muss ich essen, ehe ich mit meinem Wäschepaket gehen darf. Sie kennt da keine Gnade. Dann gibt es einen Fischer, der Pero heißt und ein kleines knallblaues Holzboot mit Motor besitzt. Wenn der zu seinen Fischreusen ausfährt, nimmt er mich manchmal mit. Es ist wunderschön, hinter die Klippen zu fahren und nur noch von Meer umgeben zu sein, vom Schlag der Wellen und den Stimmen der Zikaden am Felsufer. Pero holt die gefangenen Fische ins Boot. Ein silbernes Zappeln und Sterben, ich schaue meist nicht hin, wenn er das tut. Wir schweigen und lächeln uns nur manchmal an. Nein, Maria, ich fühle mich hier nicht mehr fremd oder verlassen. Ich habe mich eingelebt. Aber diese gewisse innere Einsamkeit wird durch nichts gelindert. Manchmal schläft sie. Aber umso wilder kann sie zu anderen Zeiten in mir zu toben beginnen und mir das Herz auffressen. Ja, ungefähr so fühlt sich das an. Als fräße jemand mein Herz. Manchmal ist es auch mit realen, physischen Schmerzen verbunden. Dann tut mir eben tatsächlich das Herz weh. Als würden Brocken davon herausgerissen. Nicht so, wie sie meinten, dass ihr Herz wehgetan hätte, als sie meinen Bericht lasen. Nicht als Gleichnis, sondern als echter körperlicher Schmerz. Einsamkeit. Diese Einsamkeit. Sie ist sehr gefräßig. Sie frisst einem auch Liebe, Freude und die Anteilnahme am Leben weg. Und schwer, fast unmöglich ist es, mich zu wehren, wenn ich in dieser Weise überfallen werde. Aber womit überschütte ich sie jetzt wieder, Maria? Eigentlich wollte ich ja nichts anderes als weitererzählen. Nachdem ich heute ihr Fax abgeholt und dabei meine Wanderungen unternommen habe, sitze ich jetzt auf dem Balkon, Briefblock und Stifte vor mir. Mein Blick kann über den Hafen schweifen. Dahinter wiegt sich das Meer unter einem wolkenlosen Himmel. Die Sonne steht bereits ein wenig tief. Meine Mutter und ich bezogen also das enge, schäbige Zimmer in der Pension nahe dem Hauptbahnhof. Pension Schlemmer hieß sie. Ich vergesse das nie. Vor allem, weil ich in dieser Zeit oftmals Hunger litt und in irgendeiner Weise zu Schlemmen mir wie ein Geschehen aus dem Märchen erschien. In dem Zimmer standen zwei schmale Betten, ein Kleiderschrank und ein Tisch mit nur einem Sessel. Mehr nicht. Vor dem Fenster tobte der Autoverkehr einer dicht befahrenen, mehrspurigen Ausfahrtstraße. Es war ein heißer Nachmittag, als wir ankamen. Und trotz der stickigen Luft und des Lärmens fiel ich sofort in einen totenähnlichen Schlaf, nachdem ich mich auf eines der Betten geworfen hatte. Als ich gegen Abend wieder aufwachte, saß meine Mutter auf dem anderen Bett mir gegenüber und starrte mich gedankenvoll an. Dieser Blick, in den ich geriet, war so schwer und todtraurig, dass ich zu lächeln versuchte, um ihn aufzulockern. Mein Lächeln fand jedoch keine Antwort. Morgen suche ich eine Arbeit, sagte sie sofort, als habe sie auf mein Erwachen gewartet, um mir schonungslos den Ernst der Lage klarzumachen. Ich habe zwar unsere Sachen ausgepackt, während du geschlafen hast, aber lange können wir hier nicht bleiben. Wir brauchen ein billiges Untermietzimmer und eine Schule für dich. Und der Vater? fragte ich, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er uns jemals ungeschoren lassen würde. Ich glaube, der ist froh, dass er uns los ist, sagte meine Mutter. Dieser abschließende Satz, Maria, dem auch kein Kommentar mehr zu ihrer Ehe, zu diesem Mann, der mein Vater war, folgen sollte, enthielt alle Bitterkeit, die ein Menschenleben erfüllen kann. Sie sagte ihn vor sich hin, mit ihrer stets rauen Stimme und ohne den Ausdruck ihres Gesichtes zu verändern. Aber gerade deshalb stiegen mir Tränen in die Augen. Nicht, dass es mir um meinen Vater leid gewesen wäre. Er hatte unser beider Leben verwüstet. Ihm nie mehr zu begegnen, war eine eher angenehme Vorstellung für mich. Aber mir wurde in diesem Augenblick bewusst, wie hoffnungslos zerstört das Leben meiner Mutter war. Ich sah es ihr an, als sie so vor mir saß, die Hände müde im Schoß gefaltet. Ich hörte aus diesem kurzen, rauen Satz heraus, dass sie sich aufgegeben hatte. Und ich wusste, dass sie mir von nun an ihre verlorenen Hoffnungen aufbürden würde, dass ich das Einzige war, wofür sie noch lebte. Da begann ich zu weinen. Wir saßen uns gegenüber, der warme, dröhnende Abend der großen Stadt vor dem Fenster. Eine ehemals weiße, schmutzig-grau gewordene Gardine bewegte sich leicht und ich weinte. »Heul nicht«, sagte die Mutter. »Ich hoffte, sie würde meine Hand nehmen und sie streicheln oder etwas in der Art. Aber sie sah mich nur grübelnd an. »Wann hast du deine Tage?«, fragte sie schließlich. Ich verstand nicht gleich, was sie meinte, sah sie verdutzt an. »Na, deine Blutung«, fügte sie heftig hinzu. Seit etwa einem Jahr hatte ich Regelblutungen, auf die ich von der Mutter nicht vorbereitet worden war, ehe mich eines Tages das Blut zwischen meinen Beinen erschreckte. In Todesangst hatte ich mich damals an sie gewandt und seufzend hatte sie gesagt, »Nein, sterben wirst nicht.« »Aber vorbei ist es.« Das also gab sie mir mit auf den Weg des Frauwerdens. Vorbei ist es. Und mit diesem Ausdruck in den Augen sah sie mich jetzt an. Um Gottes Willen. Ich könnte ja schwanger sein, fiel auch mir ein, und ich stammelte in zwei Wochen, glaub ich. »Wir können nur hoffen«, antwortete sie düster. »Beten nützt eh nix.« Ich habe trotzdem gebetet in der Zeit, bis meine Blutung pünktlich eintrat. Ich wurde also nicht schwanger, liebe Maria. Damals noch nicht. Und ich war fast ebenso erleichtert wie meine Mutter. Bei aller Liebe zu Johann Eipeldauer, die mich immer noch erfüllte, hätte ich um alles in der Welt kein Kind kriegen wollen. Ich war ja selbst noch eines. Meine Mutter fand schon einen Tag nach unserer Ankunft Arbeit. Sie hatte nicht lange gesucht, war zum Bahnhof hinübergegangen, zu den Toiletten und hatte dort gefragt. Man stellte sie sofort ein, als Reinigungsfrau für die Klos. »Aber das ist doch scheußlich«, sagte ich. »Sicher hättest du auch was anderes gefunden, Mutter.« »Egal«, gab sie zur Antwort. »Arbeit ist Arbeit. Und bei deinem Vater habe ich ja auch den Stall ausgemistet und das Klo geputzt.« Mein Hauswirt hat eben heraufgerufen, ob ich jetzt zum Abendessen kommen würde. Es gäbe einen ganz besonders guten, frisch gefangenen Fisch. Jedenfalls hat er mir das mit Gesten klargemacht. Da ich freudig zurückgenickt habe, muss ich meinen Brief für heute beenden, liebe Maria, und hinuntergehen. Hoffentlich ist dieser Juni bei Ihnen auch so schön und warm. Machen Sie eigentlich niemals Urlaub? Ich grüße Sie von Herzen. Ihre Magda 24. Juni Liebe Frau Magda, ich kann heute nur ganz kurz schreiben, da Lukas hat eine schwere Grippe mit Fieber und er jammert, als wäre er am Sterben. Sie wissen ja, wie die Männer sind bei Krankheiten. Aber gelesen habe ich alles, gestern noch, wie der Lukas nach den feuchten Wickeln, die ich ihm gemacht habe, endlich eingeschlafen ist. Und zum Herrn Kreuz um die Briefe laufen kann ich, also warte ich sehr auf das, was Sie weiter erzählen. Bei uns ist auch schönes Sommerwetter, umso blöder ist jetzt diese Grippe und dass ich nicht raus kann, höchstens mal kurz unter die Kastanien. Ein Urlaub wäre schon mal was, habe ich noch nie gemacht. Nur einmal waren der Lukas und ich in Gelsenkirchen bei seinem entfernten Onkel, das war aber eine Reise und kein Urlaub. In Gelsenkirchen würde ich auch nicht Urlaub machen wollen, ehrlich gesagt. Der Lukas brüllt, ich muss aufhören. Lassen Sie bitte Ihr Herz nicht von der Einsamkeit auffressen. Da setzen Sie sich lieber hin und schreiben mir weiter. Ist das eine Idee? Ich freue mich darauf, wenn ich Ihnen wieder in Ruhe antworten kann und das Gejammer neben mir vorbei ist. Also, wenn die Männer die Kinder kriegen müssten, wären wir schon ausgestorben. Sowas von Wehleidigkeit. Bis bald, Ihre Maria. 25. Juni Liebe Maria, als ich heute zum Postamt kam, lief gerade ihr Fax durch die Maschine. Ich weiß also, dass Sie etwa um 11 Uhr vormittags bei Herrn Kreuz im Versand waren. Ich hatte selbst gar keinen Brief dabei, als ich Malinia besuchte. Mir war nur zum Wandern zumute gewesen. Aber es hat mir Freude gemacht, ihren Brief vorzufinden. Obwohl mir nicht gefällt, dass Sie für alles herhalten müssen und noch nie Ferien gemacht haben. Und das in einer Zeit, wo nahezu alle Menschen wie verrückt ihren Urlaubsreisen hinterher hecheln und sich dabei meist mehr erschöpfen als erholen. Der kleine Hafenort hier ist ja ein erstaunliches Relikt, von Touristen aus unerfindlichen Gründen noch nicht wirklich entdeckt. So etwas ist auf Erden kaum mehr zu finden. Ein Wunder, dass ich es gefunden habe. Frau Hasatsch, unsere jetzige Prokuristin beim Öligversand, die früher hier Verwandtschaft hatte und als junges Mädchen öfter hier war, hat mir davon erzählt. Deshalb bin ich hierher geraten. Aus ihren Erzählungen entschloss ich nämlich, dies sei ein Platz auf Erden, der entlegen genug wäre für mich und mein Desaster. Und ich habe mich nicht geirrt. Dass es hier außerdem schön ist, nehme ich erst wahr, seit ich Ihnen schreibe, Maria. Das wäre genau das Richtige für Sie, zum Ausruhen und Schauen. Wenn ich richtig verstehe, haben Sie auch das Meer noch nie gesehen. Es gibt kein klareres und reineres Meer als hier. Bei ruhiger See kann man alle Riffe, jedes Steinchen, das silberne Seegras am Grund und die Fischschwärme mit bloßem Auge erkennen. Manchmal schelte ich mich selbst undankbar, weil ich bei diesem Anblick nicht all mein Unglück abwerfen und glücklich werden kann. Oder so wie Sie werden, Maria, so unerschütterlich. Ich schäme mich meiner Klagen, wenn ich an Ihre Plackereien denke. Aber da Sie ja meinen, ich sollte es tun, klage ich weiter und erzähle weiter. Meine Mutter arbeitete also in den Bahnhofstoiletten und sie meldete mich in einem Gymnasium an. Wie sie schaffte, das zu bewältigen, weiß ich nicht. Ich glaube sogar, dass sie irgendwann noch einmal mit meinem Vater in Verbindung trat. Wir sind also nicht untergetaucht oder etwas in der Art und er scheint unsere Flucht tatsächlich hingenommen zu haben. Wohl, weil meine Mutter und ich ihm lästig geworden waren. Sie eine verbrauchte Frau, die sich ihm entzog. Ich ein Gör, das Bücher las. Sicher hat er bereits seine Jüngere als Ehefrau und Hausmacht im Visier. Kann sein, dass meine Eltern sich sogar scheiden ließen, ohne dass ich davon erfuhr. Aber Geld erhielt sie nie von ihm, das weiß ich, weil wir jeden Groschen zählen mussten und ich wusste, woher jeder Groschen kam. Ihr Diebstahl, ehe wir davonliefen, blieb die einzige erzwungene Zuwendung und Gottlob rächte sich der Vater dafür nicht. Ich hatte lange Zeit Angst, er könnte auftauchen und uns zurückholen. Ich hatte Angst vor seinen gletscherkalten Augen und seiner Brutalität. Die Mutter aber sagte, als sie das mitbekam, vergiss ihn. Sie sagte es kurz und kalt und es klang nicht nach einer Beruhigung. Es klang so, als sauste ein Schwert herab. Ich soll den Vater wirklich vergessen? fragte ich unsicher. Vergiss alle Mannsbilder, gab sie zur Antwort und ich wusste, was sie meinte. Dass Johann Eipeldauer mir immer noch im Sinn lag, ich manchmal nachts heimlich um ihn weinte, mein junger Körper diese frühe, wirre Erfahrung noch nicht ausgeschieden hatte, blieb er nicht verborgen. Aber wir sprachen auch darüber kein Wort mehr. Wir verließen die Pension Schlemmer nach etwa drei Wochen und zogen in ein Untermietzimmer, das ähnlich karg aussah, aber billiger war. Ein Besucher der Bahnhofstoilette war mit der Mutter ins Gespräch gekommen und hatte ihr das Zimmer in seiner Wohnung angeboten. Er war ein großer, grauhaariger Mann, sicher schon über 70 und hieß Egon Koranek. Auch seine Wohnung war groß und wirkte irgendwie grau, von einem langen Junggesellenleben gezeichnet. Sie lag in einem Altbau, man musste drei Stockwerke im düsteren Stiegenhaus hochsteigen und geriet dann in ein riesiges Vorzimmer mit dunkelgrauem Bodenbelag aus Linoleum und einer trüben Lampe aus dunkelgrünem Glas an der Decke. Als wir mit unseren Pappkoffern die Wohnung zum ersten Mal betraten, fand ich den Anblick so trostlos, dass ich am liebsten umgekehrt und davon gelaufen wäre. Aber die Mutter betrat ungerührt hinter Herrn Koranek unser künftiges Zimmer, in das man von diesem Vorzimmer aus gelangte. Es war ein hoher Raum mit einer verblichenen, graubraunen Tapete, auf der nur noch schwach ein einstiges Muster aus Efeu-Gerlanden zu erkennen war. Zwei Betten mit klammend Tuchenden und Kissen, ein Tisch mit gedrechselten Beinen, zwei Bürostühle, ein billiger Schrank, das war alles, was wir vorfanden. Das schäbige Badezimmer, in dem sich auch die Toilette befand und eine ebenso schäbige Küche, mussten wir mit Herrn Koranek teilen. Außer uns gab es keine anderen Untermieter und das schien das Einzige zu sein, was meiner Mutter missfiel. »Gib dem alten Kracher ja keinen Anlass,« sagte sie, als wir unsere Sachen in den Schrank räumten. »Was?« fragte ich. »Na was?« fuhr sie auf. »Das Badezimmer immer gut hinter dir zusperren, nicht im Hemd herumlaufen, keine nackten Beine, so Sachen halt, du weißt schon, was ich meine.« Jetzt wusste ich, was sie meinte und schwieg. Herr Koranek war in meinen Augen ein uralter Mann und mich auch vor diesem hüten zu müssen, verwirrte mich. Also gehörte auch er zu den Mannsbildern, die zu vergessen meine Mutter mir befohlen hatte. Ich verstand die Welt nicht mehr, weil es in den Büchern so oft Liebe gab und auf Erden anscheinend nur Unzucht, Gewalt und Scham. Schreiben die Menschen Bücher und erfinden sie Geschichten vielleicht nur, weil sie flüchten wollen? Mit dieser Frage begann ich mich zu beschäftigen, weil das wirkliche Leben mir ständig als bedrohlich geschildert wurde. Früher hatte ich geglaubt, dass Bücher vom wirklichen Leben erzählen. Jetzt floh ich selbst in Geschichten, fand sie gut erfunden und versuchte sie nicht mehr mit der Wirklichkeit zu verwechseln. Damit nahm ich mir das Vertrauen in alles Schöne, Fantasievolle oder Außergewöhnliche. Die Angst meiner Mutter machte mich ängstlich, ihre Bitterkeit ließ mir das Leben bitter schmecken. Jetzt weiß ich das so genau, weil ich zurückschaue, Maria. Damals geschah es nur mit mir und ich hatte zu viele neue Eindrücke zu bewältigen, um mir dieses Geschehens bewusst zu werden. Ging ich doch wieder zur Schule, besuchte ich doch ein Großstadtgymnasium, ich, die kleine Magde aus unserem entlegenen Dorf, war plötzlich aus der Enge hinterwäldlerischer Begriffsstutzigkeit in das Licht umfassenden Begreifens geraten. Ich, die Landpomeranze zwischen Wiffen, weltgewandten Jugendlichen, vor denen ich mich behaupten musste. Ich, die arme Kirchenmaus im Atem von Wohlstand und Sicherheit, der mich Tag für Tag nahezu umblies. Es waren harte Zeiten, Maria, glauben Sie mir. Sie hatten nicht die wilde, grausame Härte meiner dörflichen Kindheit und Jugend, aber die feine, böse Häme, die mich umgab, schlug ebenfalls nieder. Ja, ich fühlte mich niedergeschlagen, ausgesetzt. Die anderen Schülerinnen betrachteten mit kühlen Augen meine ärmliche Kleidung, der jeder modische Schick fehlte, und diese Kühle demütigte mich mehr, als ihr Spott es getan hätte. Wir waren, wie es damals üblich war, eine reine Mädchenklasse, und ich wurde in die Bank neben ein hochgewachsenes, blondes Geschöpf gesetzt, das mich anfänglich keines Blickes oder Wortes würdigte. Schließlich nahm ich all meinen Mut zusammen und sagte, obwohl die Professorin mich ja vorgestellt hatte, ich heiße Magda und du? Langsam und königlich wandte sie ihren Kopf zu mir her und musterte mich. Ich versuchte zu lächeln. Plötzlich veränderte sich der hoheitsvolle Ausdruck auf ihrem Gesicht und sie grinste. Ob du's glaubst oder nicht, ich bin die Magdalena. Von da an waren wir freundlich zueinander, wenn nicht gar befreundet. Und das half mir sehr, gegen den abweisenden Hochmut der anderen Mädchen anzugehen. Aber außerhalb der Schule traf ich auch Magdalena nicht. Sie erzählte mir zwar von ihren Eltern, die durch eine Speditionsfirma reich geworden seien, von der tollen Wohnung in einem alten Palais, die sie hätten, ihrem eigenen großen Zimmer mit Stuck an der Decke und hellgrünen Schleiflackmöbeln, aber sie lud mich niemals zu sich ein. Sie lud niemanden zu sich ein. Aber das fiel mir erst später auf. Auch dass sie in ihrer Bank alleine saß, als ich in die Klasse geriet und man mich deshalb zu ihr setzen konnte, bedachte ich erst später. Sie war doch so schön und blond und gut angezogen. Ich konnte sie nur bewundern und aus tiefster Seele beneiden. Nichts wünschte ich mir mehr, als so zu sein wie sie. Dass sie sehr krank war, erfuhr ich erst später. Ich glaube, ich höre für heute auf. Der frühe Abend ist so leuchtend schön. Ich möchte noch ein wenig schwimmen, weil das Meer diese herrliche Bläue hat, der ich nicht widerstehen kann und weil ich jetzt nichts Dunkles erzählen möchte. Morgen früh fax ich den Brief zu Ihnen. Ich hoffe sehr, liebe Maria, dass ihr Lukas sie nicht mehr quält und sie wieder ein wenig Zeit für sich selbst haben. Ich hoffe, das nicht uneigennützig. Zeit für sie selbst heißt schließlich auch Zeit für mich. Aber bitte nur freiwillige Zeit. Nie ein Gefühl der Verpflichtung. Nicht wahr? Trotzdem und ehrlich gesagt freue ich mich über jede Zeile, die sie mir schreiben. Ich grüße Sie innig. Magda 27. Juni Liebe Frau Magda, der Lukas ist über dem Berg und seit heute tagsüber wieder in seiner Werkstatt, Gott sei Dank. Weil er sich noch schwächlich fühlt, ist der Lukas nach der Arbeit bald ins Bett und ich habe es ruhig in der Küche. Heute habe ich alle Stiegen gewaschen. Sie waren trotzdem im schönen Wetter schon sehr dreckig. Der Mann gehört am Tag aus dem Haus, finde ich. Wenn sie neben einem Herumkugeln kommt man zu gar nichts. Die ganze Arbeit bleibt liegen. Und auch mein Schreiben an Sie, was mich dann am meisten ärgert. Ich tue es immer freiwillig, Frau Magda. Und deshalb ärgert sich mein freier Wille, wenn er nicht frei ist. Ich hoffe, Sie verstehen diesen komischen Satz. Aber ich glaube, Sie verstehen alles. Sie sind eben gescheit. Sie sind mindestens so wiff, wie alle Ihre Mitschülerinnen waren. Ich habe erst nicht gewusst, was wiff heißt, bis ich es laut gesagt habe. Ach so, wiff! Ich habe nie gedacht, dass man das so schreibt. Wenn ich Stück für Stück lese, was Sie der Reihe nach in Ihrem Leben erlebt haben, lerne ich sie immer besser kennen. Und ich lerne sie gern gut kennen. Ich gebe es zu. Gern wäre ich eines von den Mädchen im Gymnasium gewesen und sofort ihre Freundin. Beides wäre ich gern gewesen. Im Gymnasium und ihre Freundin. Aber wie schon gesagt, das mit der Schule war nichts Gescheites bei mir. Und ich habe nur eine einzige gute Freundin. Das heißt, ich habe sie gehabt, bevor ich den Lukas geheiratet habe und als ich noch Abwäscherin in der Werkskantine von Opel war. Sie ist dann nach Kanada ausgewandert mit ihrem Freund. Der wollte dort Bäume fällen oder sowas. Sie ist nicht jemand, der Briefe schreibt. Ich glaube, sie kann gar nicht richtig schreiben. Deshalb ist sie für mich in Kanada verschwunden, als ob sie gestorben wäre. Das hat mich am Anfang sehr traurig gemacht, wenn ich ehrlich bin. Wir haben beide nebeneinander stundenlang das grausliche Geschirr gewaschen und viel gelacht dabei. Dadurch war das keine unappetitliche Arbeit mehr. Wenn man mit jemandem Witze machen kann, wird alles leichter, finden Sie nicht? Die Lolly war eine prima Witzeerzählerin. Sie hat sich immer alle gemerkt, im Gegenteil von mir. Aber ich habe gut geblödelt und gern Unsinn gemacht. Wir waren ein gutes Paar. Sie hat eigentlich Lotte geheißen, aber ich habe sie Lolly genannt, weil sie so hübsch mollig war. Zum Rollen hat sie immer gesagt. Leider hat das auch der blöde Holzfäller gefunden, der sie nach Kanada verschleppt hat. Obwohl wir schrecklich geweint haben, ist sie mit ihm davon. Dann war es aus, mit unseren Abenden im Kino oder im Tanzcafé. Ich bin nur noch zu Hause geblieben. Und die Arbeit als Geschirrwäscherin war mir ohne sie dann so zuwider, dass ich lieber den Lukas geheiratet und die Hausmeisterstelle angenommen habe. Tja, so war das mit meiner einzigen Freundin, der guten Lolly. Wer weiß, ob ich mich verheiratet hätte, wenn sie da geblieben wäre. Ich muss lachen, weil der Lukas nebenan jetzt im Schlaf so gestöhnt hat, als würde er lesen, was ich gerade schreibe. Nein, Frau Magda, ich glaube, ich habe ihn schon auch irgendwie gern gehabt. Nur diese Liebe wie in den Filmen war es halt nicht. Bei uns beiden nicht. Wir können uns nie im Leben so benehmen wie die Liebespaare im Fernsehen. Das wäre unmöglich. Und jetzt sowieso, nach so vielen Jahren nebeneinander. Nur sollte ich nicht zu viel über ihn herziehen. Er ist auch ein guter Kerl. Und dass er nicht so sein kann und so flöten kann wie die Liebhaber im Film, werfe ich ihm nicht vor, weil ich auch so bin. Wir kommen beide aus der Armut. Sie ja auch, Frau Magda, nur sind Sie fein geworden, auch fein in Ihren Gefühlen, nehme ich an. Man nennt das ja auch Feingefühl, wie sogar ich weiß. Aber der Lukas und ich würden uns voreinander schämen oder auslachen bei sowas wie Feingefühl zwischen uns beiden, wenn wir plötzlich eine liebliche Stimme annehmen oder uns am helllichten Tag umarmen würden, nicht herumbrüllen oder nur in kurzen Sätzen miteinander reden. Das wäre uns beiden unangenehm. Unser Ton ist halt so, auch bei guter Stimmung. Wir machen über nichts viele Worte. Aber ich glaube schon, dass wir uns irgendwie gern haben. Im Schlafzimmer drehen wir kein Licht an. Wir lassen es finster und reden nicht miteinander, wenn wir uns haben wollen im Bett. Und dabei kann ich den Lukas fast am besten leiden. Meiner Mutter habe ich das nie gesagt. Die würde sich aufregen und mich für eine verdorbene Frau halten. Sie sieht es so, weil sie dabei nie ein Glück gehabt hat. Aber wir Frauen können eine Menge anderes aushalten, wenn es uns im Bett mit einem Mann gut geht, finde ich. Oje, jetzt habe ich mich aber verirrt beim Schreiben und ich muss aufhören, weil Mitternacht vorbei ist. Ich warte schon sehr auf ihren nächsten Brief, was mit der Magdalena los ist und ob der Herr Koranek anständig bleibt. Ich habe bei ihm kein gutes Gefühl, obwohl er bis jetzt nur ihre Mutter misstrauisch ist. Ja, ich warte auf die Fortsetzung, wie beim Herrn der Einsamkeiten im Tagesspiegel, nur eben mit einem ganz anderen Gefühl. Ist das Mitgefühl? Plötzlich war dieses Wort in mir und ich glaube, dass es das ist. Man sagt dieses Wort oft und weiß seine wirkliche Bedeutung dabei nicht. Bei vielen Worten macht man das, immer wieder. Feingefühl. Mitgefühl. Ich passe durch Sie jetzt besser auf die Worte auf als früher. Von Herzen gute Nacht. Ihre Maria. 29. Juni Liebe Maria, zwar habe ich schon weitergeschrieben, aber doch Ihre Antwort erwartet, ehe ich meinen Brief jetzt losschicke. Es soll ein Wechsel von Briefen bleiben und nicht ein Schwall meiner eigenen sein. Darauf lege ich großen Wert. Auf jeden Ihrer Briefe lege ich großen Wert. Sie haben im Letzten sehr schön von sich und Lukas erzählt. Ich habe Ihre Ehe nie in diesem Licht gesehen. Ich meine, im Licht einer erfüllten körperlichen Beziehung. Darauf habe ich bei euch beiden nie geachtet, es nie bedacht. Und das war ein Fehler. Einer, dessen ich mich schäme. Weil er mir anhand meiner eigenen Person menschliche Borniertheit und Ich-Sucht erklärt. Wir haben viel zu wenig Lust, uns das Leben anderer Menschen vorzustellen. Wir lassen sie nur auf uns wirken, wie es die alltägliche Gegebenheit will. Als Kürzel, sozusagen. Übrigens, Maria, da bin ich ganz Ihrer Meinung, dass eine Frau eine Menge anderes aushalten kann, wenn ihr Körper liebt und sich geliebt fühlt. Und ich weiß jetzt auch, dass das, was Sie an Lukas bindet, Ihnen gleichzeitig die Freiheit gibt, ihn so freimütig und klar als das zu sehen, was er ist. Sie brauchen keine Schnörxel und Verbrämungen. Sie können bei der Wahrheit bleiben. Nur was substanziell nicht ausreicht, muss ausgeschmückt werden. Sie sind zu beneiden, Maria, wissen Sie das? Natürlich nicht in anderen Bereichen Ihres Lebens. Aber der eine ist es wohl, der Ihnen diese Kraft und Unbekümmertheit schenkt, der Sie so strahlen lässt. Ja, strahlen. Als Sie bei mir zu arbeiten begannen, dachte ich sofort, woher hat diese Frau, die sich da täglich abrackern muss, diesen unermüdlichen, strahlenden Schwung? Wenn ich an Sie denke, wenn ich Ihre Briefe lese, erreicht er mich, dringt er bis hierher auf meine ferne Insel, und ich kann ihn spüren. Er ermöglicht mir zurzeit mein Weiterleben. Und ich danke Ihnen dafür. Bewahren Sie in sich, Maria. Ich sitze wieder am Campingtisch in Malinias Garten, hinter dem Postamt. Heute ist der Himmel bedeckt, es ist zwar warm, wird aber bald regnen, glaube ich. Ich bringe jetzt also meinen Fortsetzungsroman, an dem ich bereits für Sie und für mich natürlich, weitergeschrieben habe, mit diesem kleinen Brief zum Faxgerät und lasse beides losschicken. Sie werden wieder lange zu lesen haben, beeilen Sie sich bitte nicht. Ich kann warten. Wer aufhört zu erwarten, hat warten gelernt. Wenn es Ihnen recht ist, grüßen Sie doch diesmal auch den Lukas von mir. Ihre Magda. Jetzt also das, was ich in der Zwischenzeit weitererzählt habe. Ich habe mehrmals daran geschrieben, meist an den Nachmittagen, wenn mir draußen zu heiß war. Dann habe ich die Jalousien halb zugezogen und bin in meinem Zimmer geblieben. Es gab in letzter Zeit wieder sehr heiße Tage, fast immer wolkenlos. Erst gestern gegen Abend begann sich der Himmel zu bedecken. Meist bin ich auf meinem Bett gesessen beim Schreiben, hatte nur ein dünnes Hemd an und habe mich möglichst wenig bewegt dabei. Möglichst nur den Stift über das Papier. Als Unterlage benützte ich den großen alten Atlas meiner Wirtsleute. Sie haben in mir dafür geliehen. Sie besitzen alles in allem vier Bücher. Eines davon ist dieser Atlas, in dem die Welt ganz anders aussieht. Lehrer, ursprünglicher und sorgfältiger hingezeichnet. Aber jetzt Schluss. Die ersten Tropfen fallen. Im Öligversand werden Sie gleich wieder staunen, wie viele Blätter da aus der Faxmaschine strömen. Aber sei's drum. M. Ich lernte gut und gehörte bald zu den besten Schülerinnen der Klasse, was mir aber nicht mehr an Achtung und Beachtung eintrug. Menschen, auch junge Menschen, brauchen Outcasts, auf die sie herabsehen können. Ich kam später in die Klasse. Ich kam vom Land. Ich war schlecht angezogen. Ich war schüchtern. Ich war der Outcast der Stunde. Trotzdem saß ich täglich nach der Schule am Tisch in unserem Untermietzimmer, aß, was die Mutter mir vorbereitet und ich am alten Gashärt der Küche aufgewärmt hatte und büffelte danach, bis es dunkel wurde. Wenn meine Mutter von ihrer Arbeit heimkam, legte sie sich meist auf ihr Bett und blieb lautlos, bis ich zu lernen aufhörte. Vielleicht schlief sie auch ein wenig, aber ich glaube, vor allem genoss sie es, mich über meinen Büchern und Heften zu sehen. Ich glaube, dass sie erschöpft, aber mit nur halbgeschlossenen Augen dalag und mich beobachtete. Sobald ich meine Schulsachen wegzuräumen begann, um den Tisch wieder freizumachen, erhob sie sich rasch und ging in Herrn Koranecks Küche. Ich hörte sie dort oft mit kurzen Sätzen und angestrengt heller Stimme auf das dunkle Gebrummen des Mannes antworten, der um diese Zeit meist ebenfalls sein Abendessen zubereitete. Die Mutter hatte mir verboten, ihr zu helfen. Es behagte ihr schon nicht, dass ich mich nach der Schule allein in der Küche aufhalten musste. Da das aber meist erst am Nachmittag der Fall war, konnte sie ziemlich sicher sein, dass Herr Koraneck schon zu Mittag gegessen und sich in sein Zimmer zurückgezogen hatte. Trotzdem fragte sie jeden Tag, war der Alte lästig? Und ich sagte immer, nein, wieso? Er pflegte mir nur freundlich zuzunicken und, hallo, Magda, zu sagen, sonst nichts. Ich fand den Argwohn meiner Mutter heillos übertrieben, wollte mich aber auch auf keine Diskussionen einlassen. Also blieb ich abends in unserem Zimmer, während sie in der Küche unser Abendbrot zurechtmachte und es dann auf einem Tablett herübertrug. Wir sprachen meist wenig, während wir aßen und wenn, dann nur über das Gymnasium. Ich sagte ihr nichts von den Zurücksetzungen, die ich erfuhr, sondern erzählte hauptsächlich von gelungenen Prüfungen oder zeigte ihr in meinen Heften die gut benoteten Arbeiten. Wenn ich das tat, erhellte sich ihr Gesicht, soweit dieses abgearbeitete, welke Gesicht einer Erhellung überhaupt noch fähig war. Der Blick, mit dem sie mir lauschte, wenn ich von schulischen Erfolgen berichtete oder wie sie ihn in meine Hefte senkte, deren Seiten sie so ehrfürchtig umblätterte, als hielte sie eine Kostbarkeit in Händen. Dieser Blick schnitt mir jedes Mal ins Herz. Bei all der Beglückung, die in ihm lag, war zugleich von so unstillbarer Traurigkeit, dass ich mir vornahm, meine Mutter in meinem Leben nie mehr zu enttäuschen. Dieser Blick war also mit ein Grund, dass ich lernte, wie eine Verrückte. Aber hauptsächlich tat ich es, weil mein Leben mir sonst nichts bot. Wenn der Unterricht zu Ende war, verließen die anderen Mädchen in kleinen Gruppen die Schule, schwätzend und lachend, während sich mir niemand anschloss. Magdalena blieb zwar auch meist allein, aber sie ging mit einem lässigen, mach's gut, hocherhobenen Hauptes davon, ohne meine Begleitung zu beanspruchen. Also kehrte ich schnurstracks in Herrn Quaroneks trostlose Wohnung zurück, schlang irgendeinen Bohneneintopf oder Kartoffelauflauf hinunter und tauchte dann in die Welt des Wissens ein, so tief, dass ich vergessen konnte, was mich umgab. Ich ließ mich entführen. Von Sprachen und Geografie in fremde Länder, von Geschichte in vergangene Zeiten, von Mathematik und Physik in andere Denkbereiche, von Literatur in eine menschenwürdigere Welt. Wenn sich die Mutter in ihrem Bett schon zur Wand gedreht hatte und eingeschlafen war, lag ich meist noch lange mit einem Buch wach und las. Wir hatten eine billige Nachtischlampe besorgt, die ich mit einem dicken, wollenen Tuch umhüllte, um das Zimmer möglichst dunkel zu halten. Der Lichtstrahl war nur auf meine Buchseiten gerichtet, die ich ganz sacht und leise umblätterte. Diese nächtliche Zeit des Lesens war mir damals die schönste überhaupt. Eigentlich die einzige, die ich schön nennen konnte. Nur der leise Atem meiner Mutter war zu hören. Sie regte sich kaum in ihrem Bett, so wenig wie früher, als wir noch eine Schlafstadt hatten teilen müssen. Das hässliche Zimmer lag im Dämmer, schien sich um mich aufzulösen. Es führte auf einen stillen Hinterhof hinaus und kein Geräusch störte die Wege meiner Vorstellungskraft. Ich las und stellte mir Leben vor mit aller Kraft. Spät löschte ich die Lampe und glitt übergangslos in meine Träume. Schrecklich war dann der Morgen, die Rückkehr, der Eintritt in mein wirkliches Leben. Unser dünner Milchkaffee in der Küche, die schlecht roch und immer dasselbe abgewetzte Wachstuch vor meinen schläfrigen Augen. Überdeutlich sah ich dessen ausgeblichene, ehemals orangefarbene Karos und dann die müde, gelbliche Hand der Mutter, die mir ein Butterbrot herüberreichte. So begann der Tag. Noch schlimmer waren die Sonntage, die uns zwangen, unser kleines Zimmer auch tagsüber zu teilen. Manchmal wurde die Mutter in den Bahnhofstoiletten zum Sonntagsdienst eingeteilt und so sehr ich sie deshalb auch bedauerte, ich fühlte mich wohler allein. Ich baute meine Bücher und hefte um mich auf wie einen Wall. Auch wenn ich nicht lernte, bewog mich die kleine Geborgenheit dahinter, etwas auf ein Blatt Papier zu kritzeln, Worte, kleine Zeichnungen oder leise vor mich hinzusprechen und Dialoge zu entwerfen. Das alles konnte ich im Gegenwart der Mutter nicht tun. Wir beide spazierten sonntags, wenn es nicht gerade regnete, durch die baumlosen Straßen der Umgebung, die sich grau und geradlinig hinzogen und starrten in die Auslagen irgendwelcher schäbiger Läden. Nur zwei Hausecken weiter gab es ein ziemlich großes Kino, das Weltbild hieß. Der Saal war unschön und kahl, die hölzernen Sitze waren hart, aber ich ließ mich auf ihnen mit einer solchen Vorfreude nieder, als dürfte ich gleich einen Blick ins Himmelreich werfen. Ach, Maria, am liebsten hätte ich ganze Tage dort verbracht, mir jede Vorstellung mehrmals angesehen, weil Filme fast noch mehr als Bücher mich in andere, schönere Welten holten, die, auch wenn es dort tragisch oder leidvoll zuging, nichts mit der hässlichen und trüben Welt gemein hatten, in der zu leben mir beschieden zu sein schien. Aber wir hatten so wenig Geld. Schon Kinokarten waren für uns ein Luxus. Wir konnten sie uns nicht jedes Wochenende leisten. Wichtig sind die Bücher, sagte meine Mutter. Und alles, was du für die Schule brauchst, das Getue im Kino, brauchst du nicht. Ich war anderer Ansicht. Ich liebte das Getue in den Filmen, aber ich widersprach ihr nicht. Gern wäre ich manchmal allein ins Kino gegangen, aber das ließ sie nicht zu. Es gab ja zu viele Männer, die mir dort hätten auflauern können, sich neben mich setzen und mich begrapschen. Der Männerabscheu meiner Mutter hielt mich in Gefangenschaft. Ich wurde langsam zur jungen Frau, wurde vollbusiger, reifer. Aber sie wollte das weder sehen noch darauf eingehen. Nach dem Zwischenfall mit Johann Eipeldauer hielt sie mich für sexuell gefährdet und wachte eisern über meiner Unantastbarkeit. Wenn im Kino sich zwei auf der Leinwand küssten, versuchte sie mich durch gehüstle oder unsinnige geflüsterte Sätze wie »Ich glaube, ich habe zu Hause das Licht brennen lassen« abzulenken, weil sie natürlich wahrnahm, dass ich die Küssenden inbrünstig anstarrte. Sie wollte Sehnsüchte dieser Art nicht zulassen. Sie wollte, dass ich ins Gymnasium ging, eine gute Schülerin war, anständige Bücher las, mich bildete, um vielleicht eines Tages an der Universität zu studieren. Das war ihr Traum. Und auch diesem widersprach ich nicht, obwohl ich gar nicht wusste, welches Studium mich reizen könnte. Sie sah mich als Anwältin, Ärztin, Schulprofessorin und zu allem, was sie mir schmackhaft zu machen versuchte, nickte ich nur vage. Vorerst versuchte ich ja mit Mühe die Schule zu bewältigen, wobei nicht das Lernen mir Mühe machte, sondern weiterhin eine isolierte Situation dort. Magdalena, meine Sitznachbarin, war nach wie vor nie unfreundlich, manchmal schlich sich sogar etwas wie Herzlichkeit zwischen uns ein, aber wir kamen und gingen, sagten Guten Morgen und mach's gut und blieben letztlich Fremde. Dabei wäre ich so gern ihre Freundin geworden, nur gelang mir nicht zu ihr vorzudringen. Ich blieb der Häme und Ablehnung der anderen ausgeliefert, ohne dass sie sich an meine Seite gestellt oder irgendetwas dagegen unternommen hätte. Oft betrachtete ich während des Unterrichts ihr fein gezeichnetes Profil, die zarte Haut über ihren Wangenknochen, das leicht gewellte blonde Haar und ihre weichen Lippen. Ich fand sie so wunderschön und erlesen. Meine Zuneigung wuchs und wuchs, aber sie neigte sich mir nicht zu. Sie blieb für mich eine unnahbar ferne Prinzessin. Bis eines Tages, nach etwa einem halben Jahr, etwas geschah, das ziemlich harmlos begann. Ich hatte Magdalenas fliederfarbene Baskenmütze mit Ergriffenheit bewundert und spontan schenkte sie sie mir. Als ich abwehren wollte, sagte sie nur, behalt sie, du kannst sie länger brauchen als ich. Ich dachte, sie hätte unsere Armut damit gemeint, den Zwang, all meine Kleidung bis zum Letzten aufzubrauchen. Ein wenig schämte ich mich dafür, aber die Mütze war einfach zu schön und ich nahm sie an, nachdem ich mich langwierig bedankt hatte. Ach, Maria, Sie können sich nicht vorstellen, was für eine Kostbarkeit dieses Geschenk für mich war, wie beglückt ich in Herrn Koranecks hässlichem Badezimmer vor dem trüben Spiegel stand und mich schön fand. Als ich alle Variationen, die Baskenmütze zu tragen, ausprobiert hatte, schräg, gerade, in die Stirn gedrückt, über dem Haar schwebend, entschied ich mich schließlich für die französische Art, keck, über dem rechten Ohr und bis zum Scheitel hochreichend. Meiner Meinung nach sah ich toll aus. Tags darauf betrat ich also hocherhobenen Hauptes das Klassenzimmer und blickte stolz um mich. Als jedoch die anderen Mädchen Magdalenas Mütze auf meinem Kopf wahrnahmen, begannen sie verstohlen zu kichern, deuteten mit ihren Augen zu mir her und flüsterten herum. Den Satz »Kirchenmaus bleibt Kirchenmaus« konnte ich sogar verstehen. Er traf mich wie ein Schwerthieb. Da riss ich mir die Mütze eilig vom Kopf und stopfte sie in meine Schultasche. »Die setze ich in der Schule niemals mehr auf«, murmelte ich mit Tränen in den Augen, während ich mich auf meinem Platz schamvoll zusammenkauerte. »Warum denn nicht?« Magdalena wandte sich mir abrupt zu, sah mich an und schüttelte dann unwillig den Kopf. »Lass doch diese Blödgesichter, die verstehen ohnehin von nichts was.« »Bist du deshalb allein gesessen, ehe ich in die Klasse kam?« traute ich mich darauf hinzufragen. »Weil die anderen dir zu blöd sind?« »Auch«, sagte Magdalena. Sie wandte sich wieder ab und schaute seltsam starr vor sich hin. Ich hatte sie so noch nie schauen sehen. Und warum sonst? Obwohl Magdalenas Gesicht mich verwirrte, fragte ich trotzdem weiter. Und da geschah es. Sie, dieses stets so gelassene, elegante Mädchen, sprang plötzlich hoch und brüllte in die Klasse. »Weil diese Zimtzigen, diese arschlöchigen Wichserinnen glauben, dass Leukämie ansteckend ist, dass sie auch sterben könnten, nur weil ich sterben muss. Weil meine Eltern so vertrottelt waren, es dem Direktor zu sagen und ihr alle zu vertrottelt seid, was anderes zu kapieren als euer Pipi-Leben, euer scheiß Pipi-Leben. Feig seid ihr, feig und blöd. Lasst die Magda und mich gefälligst in Ruhe, ihr miese Stinkerinnen, ihr seid das Letzte, ihr.« Sie war nicht wiederzuerkennen, während sie dem Mädchen anschrie. Ihr Gesicht hatte sich verzerrt und war hochrot. Sie gestikulierte mit beiden Armen und schließlich rannen ihr Tränen über die Wangen. Als sie nicht mehr weiterschreien konnte, weil ihre Stimme kippte, ließ sie sich auf ihren Platz zurückfallen, beugte sich über den Tisch und verbarg den Kopf in den Armen. Es war Totenstil in der Klasse. Die Mädchen hatten betretene Gesichter. Und ich saß neben Magdalena und begriff nur langsam, was ich gehört hatte. dann hob ich meine Hand und streichelte sanft ihr Haar. Ich spürte ihr leises Zucken. Sie weimte. Magdalena hatte Leukämie. Sie würde sterben müssen. Dieses wunderschöne, hochgewachsene, feinhäutige Mädchen, das mir wieder in Begriff beneidenswerten, unerreichbaren Lebens erschienen war, würde sterben müssen. Das sagte ich mir immer wieder und konnte es trotzdem nicht begreifen. Und als ich es schließlich begriff, weinte auch ich. Ich legte mein Gesicht auf ihr Haar und ließ meinen Tränen ihren Lauf. Meine liebe Maria, da schreibe und schreibe ich. Manchmal versinke ich so sehr in der Erzählung meines vergangenen Lebens, dass ich sogar sie vergesse, die sie das ja alles werden lesen müssen. Es ist sehr heiß und ich bin völlig verschwitzt. Also werde ich jetzt schwimmen gehen, mich abkühlen. Magdalena hat noch etwa sechs Monate gelebt. Magda. 1. Juli Liebe Frau Magda, ich habe wirklich eine Zeit lang gebraucht, bis ich alles gelesen habe und dabei ist der Juni vergangen. Ich habe es gemerkt, wie ich vorhin am Kalender das heutige Datum gesucht habe. Jetzt habe ich in zwei Sätzen und gerade wieder zum fünften Mal viermal das Wort Habe geschrieben. Sowas merke ich plötzlich, weil ich immer wieder ihre Briefe lesen darf und da ist wirklich alles so geschrieben wie in einem Buch. Aber in einem traurigen Buch, muss ich sagen. Meine Güte, waren diese Schulmädchen ekelhaft, dass es sowas gibt. Ich habe eine Weile herumgerätselt, was Outcast heißt, weil ich nicht Englisch kann. Aber der Lukas hat in der Lehre ein paar Englischstunden gehabt. Der hat es mir dann gesagt. Ich war gleich furchtbar wütend über die Menschen im Ganzen. Dass bei den Menschen einer ein Outcast wird, nur weil er arm ist und von woanders her. Das ist ja jetzt bei uns auch nicht anders. Sie wissen doch, im Nebenhaus wohnt eine indische Familie. Die Frau und die Tochter gehen immer in einem so schönen Gewand herum und der Vater hat ein Gesicht, das fast so dunkel ist wie bei einem Neger. Wie die von den Nachbarn dauernd blöd angeschaut werden. Keiner grüßt sie richtig, obwohl die immer sehr höflich sind. Aber dabei ist diese Familie nicht einmal arm. Die türkischen Kinder vom Gemeindebau an der Ecke werden überhaupt nur beschimpft. Wenn irgendwas passiert, waren es immer die. Die Familien von denen wohnen eng beisammen und sind echt arm. Man sieht es an den Kleidern, Schuhen, man sieht es einfach. Armut sieht man einfach, nicht wahr, Frau Magda? Oder riecht man es? Auch wenn niemand stinkt, einfach so. Ein Geruch, den nicht die eigene Nase aufschnuppert, sondern die eigene Angst. Ich meine, ein ängstliches Gefühl, dass man da ja nicht dazugehören möchte. Solche armseligen Leute und das alles soll weit weg sein. Stimmt doch, oder? Ich glaube, so kommen die Outcast-Menschen zustande. Und dann diese Magdalena und dass sie hat sterben müssen, wo sie doch ihre Freundin hätte werden können oder sogar noch geworden ist. Aber ich will nicht fragen, ich warte auf das Weitererzählen. Und dass ihre Mutter so auf ihnen gehockt ist. Sie verzeihen, dass ich das so nenne. Aber sie hat ihnen ja wirklich keinen Platz für ein normales Leben gelassen. Meine Mutter war auch ängstlich mit mir und immer besorgt wegen der Männer. Aber sie hat mich trotzdem nie festgebunden. Sie wissen, was ich meine. Sie hat gesäuft und mich dauernd ermahnt. Das schon. Aber wenn ich sie ausgelacht habe, hat sie halt zwischen den Seufzern auch ein bisschen mitgelacht und mir vor allem nie etwas verboten. Aber eines war gut bei ihnen. Dass sie immer fleißig studiert haben, Frau Magda. Das war gut. Und das merkt man schon an der Art, wie sie Sätze schreiben können. Ich bin oft ganz verwirrt, weil ich jetzt meine Briefe nochmals durchlese, bevor ich sie zum Öligversand trage. Und dann kommen sie mir dumm vor. Ich kann es nicht besser, aber den Unterschied, den merke ich. Ich habe das letztes Mal dem Herrn Kreuz gesagt und er hat geantwortet, Wort für Wort. Im Erkennen der Unterschiede, liebe Frau Schübler, liegen unsere ersten Schritte zur Veränderung. Ich habe ihm gesagt, er soll mir das wiederholen. Und dann habe ich es am Weg nach Hause vor mich hingesagt und daheim gleich aufgeschrieben. Ich habe jetzt so ein kleines Heft, da notiere ich mir solche Sachen, auch den Outcast und die Wiffenschüler und andere Worte, die mir fremd sind, aber schön klingen und langsam zu mir sprechen. Oder einen Satz von ihnen, der so kompliziert für mich ist, dass ich ihn ein paar Mal aufschreibe, damit er einfacher für mich wird. In der zu leben, mir beschieden zu sein schien. Sie meinten die hässliche, trübe Welt, falls sie sich erinnern. Zum Beispiel. Auf so einen Satz käme ich nie. Aber ich mag solche Sätze. Deshalb habe ich ihn jetzt auch unterstrichen. In meinem kleinen Buch unterstreiche ich ständig alles. Der Lukas lacht, wenn er mich sieht und sagt, wie kann denn so vieles so wichtig sein, dass man so vieles unterstreicht? Und ich habe geantwortet, dass ich das Wenige, das ich lernen und wissen darf, unterstreiche und dass dieses Wenige mir wichtig ist. Du tust ja, als wäre die Frau Bernsteiner deine Lehrerin, hat der Lukas noch einmal gelacht. Und ich habe gesagt, die Frau Bernsteiner ist meine Lehrerin. Ich hoffe, sie sind mir nicht böse, dass ich das gesagt habe. Und dass ich dieses Gefühl bei ihnen habe, unter anderen Gefühlen, dem Mitgefühl zum Beispiel. Das ist mein stärkstes Gefühl für sie, glaube ich. Heute ist eine sehr warme Sommernacht bei uns. Ich habe das Küchenfenster weit offen und weil wir ebenerdig sind, schauen manchmal Leute herein, die langsam draußen vorbeigehen und auf der Straße Luft schnappen nach dem heißen Tag. Die meisten schauen sehr freundlich oder lächeln, wenn sie mich unter der Lampe schreiben sehen. Als täte ich etwas, wovon sie nur träumen. Für heute ihre Maria. 3. Juli Meine liebe Maria, wenn ich Ihnen ein wenig Lehrerin sein kann, rechtfertigt dies ein bisschen mein wirkungsloses Leben. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit, glauben Sie mir. Nicht, dass ich wirklich annehme, ich könnte sie belehren, aber schon ihr Gefühl, es wäre so. Tut mir gut. Letztlich sind es ja Sie, die lernen möchte und alles aufsaugt, was dem dienen kann. Ihre Aufnahmefähigkeit und Ihr Interesse an allem, was neu auf Sie zukommt, ist eine seltene und schöne Gabe. Mein Lernen und Studieren sollte eher Eintönigkeit und Entsetzen von mir fernhalten. Es war eine Flucht, kein Ziel. Und deshalb führte es auch nie zu der illustren Karriere, die meine Mutter sich erträumt hatte. Ich bin immer nur die zuverlässige Bürokraft geblieben, die in ihrer Freizeit ein Buch nach dem anderen verschlang. Flucht ist Teil meines Lebens geblieben. Bis heute. Eben hob ich den Kopf und überlegte. Selten hat wohl jemand, der auf verzweifelter Lebensflucht war, etwas so Schönes finden dürfen wie ich. Wenn Sie sehen, was ich jetzt sehe, Maria, würden Sie mir zustimmen. Nachdem es einen Tag lang heftig geregnet hat, die ersten Tropfen fielen in Malinias Garten, ehe ich das lange Fax losschickte, am Heimweg wurde ich bereits nass bis auf die Haut, herrschte heute Morgen eine so köstliche Frische und Klarheit, als hätte man die ganze Welt reingewaschen und zum Paradies erklärt. Die Hitze ist erloschen, der Körper regelt sich in sommerlicher Wärme. Ich bin viel in der Sonne gelegen in diesen Tagen, auf dem heißen Stein der Kehmauer oder mitten in den Felsen, wo sie flächig sind und glatt. Es gibt eine kleine Bucht, in der ich nackt schwimmen kann, wenn sich niemand sonst dort aufhält. Um es vor anderen zu tun, bin ich zu alt. Ich finde, ein Körper, der nicht mehr jung ist, verdient Diskretion. Das Meer hingegen umhüllt ihn liebevoll und urteilt nicht. Nichts gibt mir zur Zeit mehr körperliches Wohlgefühl als nackt zu schwimmen. Ich bin gleichmäßig und tief gebräunt von den Haarwurzeln bis zu den Fußsohlen. Meine Wirtsleute, wenn sie mich anschauen, heben die Hände zum Himmel, als wollten sie ihm für diesen Anblick danken. Wie schrecklich muss ich ausgesehen haben, als ich kam. Ich versuche Ihnen, liebe Maria, von einer Besserung meines Zustandes zu berichten. Mir fällt auf, wie sehr ich es versuche, wie sehr ich möchte, dass es so sei. Aber die Nächte sind um mich, nach wie vor. Auch im Leuchten des Meeres kann mich plötzlich Nacht umfangen. Sie stürzt aus dem Glanz der Sonne über mich, wie ein riesiger schwarzer Vogel, der mich unter seinen Schwingen begräbt. Aber jetzt ist der Tag mir gut. Ich sitze im Schatten der alten Olivenbäume, an der Steinbrüstung zum Meer hin. Meine Wirtin hat eben Brotkrumen vom Tisch gefegt und ihn sauber gewischt. Ein Mocker hat mich belebt. Sie haben schon recht, Maria. Wir hätten Freundinnen werden können, Magdalena und ich. Als ich mein Gesicht und meine Tränen in ihren Haaren barg, da liebte ich sie. Ich roch den Duft nach Sauberkeit, der von ihr aufstieg, diesen Geruch von zart parfümierter Seife und frischer Wäsche. So roch sie immer. Aber diesmal mischte sich noch ein anderer Geruch hinein, nur ganz schwach. Aber ich nahm ihn wahr. Ich roch etwas, wovon ich dachte, dass es nur aus unsere einem kommen könne. Aus meiner Mutter, wenn wir in der engen Kammer nebeneinander schliefen, aus dem verwüsteten Gesicht meines Vaters, aus Johann Eipeldauers Haut, aus all den Frauen und Männern im Dorf meiner Kindheit. Als wäre dies der Geruch des Lebens überhaupt. Ich roch Angst. Magdalena schwitzte, ihr Schweiß war der eines kranken Körpers und der von unsäglicher Angst. Ich hielt sie und liebte dieses verletzte, schwache, dem Tod ausgelieferte Mädchen so herzzerreißend, wie ich die schöne, überlegene, selbstbewusste Magdalena nie hätte lieben können. Die erste Unterrichtsstunde war bereits eingeläutet worden und unsere Deutschprofessorin betrat das Klassenzimmer. Sie erblickte Magdalena und mich, weinend umschlungen, und sah die anderen Mädchen an, die schweigsam und mit gesenkten Augen um uns herumstanden. Was ist los? fragte sie und erhielt keine Antwort. Ich möchte wissen, was hier los ist. Ihr noch junges Gesicht überzog sich mit leichter Röte, sie war eine sanftmütige Frau, die sich nur schwer Respekt verschaffen konnte und deshalb oft strenger gab als notwendig. Die Mädchen hoben indigniert die Köpfe. Also? Achselzuckernd begaben sich die Schülerinnen auf ihre Plätze, einige ordneten beiläufig ihr Haar, andere griffen betont langsam zu den Schultaschen und holten ihre Hefte heraus. Die Professorin stand hilflos auf dem Podium, starrte in dieses Schweigen und atmete schwer. Ich hatte mein tränen-nasses Gesicht aus Magdalenas Haar gelöst und wollte gerade den Mund aufmachen und irgendeine Erklärung abgeben. Da sagte eines der Mädchen plötzlich mit Trägerstimme, Magdalena hat einen Anfall gehabt. Nein, rief ich, das war kein Anfall, sie hat sich aufgeregt. Das Gesicht der Deutschprofessorin hatte bei dem Wort Anfall sofort alle Anspannung verloren und war so weich geworden, wie es dem Wesen der Frau entsprach. Mit der Frage, Magdalena, geht es dir schlecht? kam sie auf uns zugestürzt und kniete neben uns nieder. Sie streichelte Magdalenas Schultern, Rücken, Haare, bis diese sich aufrichtete. Magdalenas Gesicht sah aus wie zerbrochen. Ich schämte mich plötzlich, weil meine Eitelkeit das alles angerichtet zu haben schien und stammelte, es war nur wegen der Mütze, aber niemand achtete mehr darauf. Die Professorin half Magdalena aufzustehen, flüsterte etwas von Deine Eltern verständigen und führte sie aus der Klasse. Ich hätte so gern geholfen, wäre so gern mitgegangen, aber Magdalena schien uns alle verlassen zu haben. Sie ließ sich stützen und geleiten, als wäre durch diesen Ausbruch, der anfangs mir und der blöden Mütze gegolten hatte, in ihr das Sterben ausgebrochen. Alle Kraft schien aus ihr Gewichen, ein toten, bleiches, schwaches Mädchen wurde mit langsamen Schritten davongeführt. Man hörte noch die begütigende, leise Stimme der Lehrerin, dann waren sie verschwunden. Magdalena kam nie mehr in die Schule zurück. Warum das so war, weiß ich nicht. Am Morgen dieses Tages, als ich mit der Baskenmütze auf dem Kopf die Klasse betreten hatte, war sie noch völlig unverändert gewesen. Nichts wies auf körperliche Schwierigkeiten hin, die sie von der Schule fernhalten oder gar ans Bett fesseln könnten. Mag sein, dass sie gelernt hatte, diese Schwierigkeiten zu verschleiern und dass die Aufregung, in die sie geraten war, den Schleier einer nur mühsam gewahrten Haltung zerrissen hatte. Jedenfalls tauchte sie nie mehr im Klassenzimmer auf und die anderen Mädchen nahmen das ohne Erstaunen oder Anteilnahme hin, als hätten sie es längst erwartet. Mir, die glaubte Anlass dafür gewesen zu sein, dass Magdalena sich endgültig in die Krankheit hatte fallen lassen, brach das Herz. Die Schuldgefühle quälten mich so, dass ich nichts mehr essen konnte. In den Schulstunden raubte Magdalenas leerer Platz mir die Konzentration und daheim schrie meine Mutter herum, weil ich bei jeder Mahlzeit den noch vollen Teller bald von mir schob. Mir ekelte vor jeder Form von Nahrung. Willst du verhungern? schrie die Mutter. Genügt nicht, dass eine von euch beiden stirbt? Musst du es ihr gleich tun? Und vielleicht hatte sie recht, vielleicht war es so. Vielleicht bewunderte ich auch Magdalenas Krankheit und sterben müssen, weil ich alles an ihr so sehr bewundert hatte. Ich kann nicht sagen, was mit mir geschehen wäre, hätte ich nicht nach etwa drei Wochen einen Brief von Magdalena erhalten. Sie hatte ihn an die Schule geschickt und die junge Deutschprofessorin überreichte ihn mir. Dieses arme Mädchen, seufzte sie, wie schön, dass sie dir schreibt, nimm es bitte ernst. Diese Aufforderung war so unnötig, als würde man an einem Regentag den Regen auffordern, zu fallen. Ich nahm Magdalenas Brief nicht nur ernst, ich zitterte, als ich das Kuvert öffnete. Ich tat es vor einem entlegenen Fenster des Schulkorridors und ich weiß noch, dass die Glasscheiben vor mir sehr schmutzig waren und jemand mit dem Finger ein Herz hineingezeichnet hatte und daneben das Wort ewig mit einem Rufzeichen danach. Ich starrte auf dieses Wort, ehe ich zu lesen begann. Magdalenas Brief bestanden aus wenigen Zeilen und ich weiß ihn auswendig bis heute. Liebe Magda, schrieb sie, in die Schule komme ich nicht mehr, aber ich würde dich gern noch einmal sehen. Rufe bitte meine Mutter an, in Klammer war eine Telefonnummer notiert, die wird etwas mit dir ausmachen. Ich bin nur ab und zu im Spital, die meiste Zeit daheim, komm bald, grüße Magdalena und setz die Baskenmütze auf, sie steht dir gut. Ich habe diesen Brief aufbewahrt und immer darauf geachtet, dass er mich begleitet. Auf der Kommode in meinem kleinen Zimmer steht eine große alte bunt bemalte Blechdose. Lukas hat einmal ein kaputtes Scharnier daran repariert und gesagt, wollen Sie es nicht lieber wegschmeißen? Da drin liegen die paar Briefe, die mir im Leben wichtig waren. Es sind nicht viele und Magdalenas Brief ist dabei. Sie können ihn gern ansehen, Maria, wenn Sie wieder mal die Pflanzen gießen oder sauber machen. Für die Magda steht auf dem Kuvert sonst nichts. Mit dunkelgrüner Tinte geschrieben und schon etwas verblichen. In Gedanken war ich jetzt plötzlich in meiner Wohnung und ganz nahe bei Ihnen. An Sie denke ich oft und immer wenn ich Ihnen schreibe sind Sie mein Gegenüber aber an die Wohnung habe ich lange nicht gedacht oder mir vorgestellt dass Sie Maria sich in ihr aufhalten und das ist ja immer wieder mal der Fall nicht war? Haben die beiden Hibiskusstöcke eigentlich wieder Blüten getrieben wie im letzten Jahr? Ich glaube ich sollte jetzt nicht mehr weiter erzählen Die Sonne steht schon sehr tief bald wird sie hinter der Felskuppe versinken In den Wellentälern des Meeres erkenne ich den Farbton wieder den Magdalenas Tinte damals hatte ehe die Zeit ihn verblassen ließ Es ist das gleiche Grün Die Wogen Kämme sind Gleis sind Blau Vielleicht gehe ich noch zum Schwimmen in die kleine Bucht Schade dass ich sie dorthin nicht mitnehmen kann Ihnen würde es sicher gefallen Und ich wäre nicht so allein Bis bald Ihre Magda 4. Juli Liebe Frau Magda Und wie es mir gefallen würde in Ihrer kleinen Bucht da bin ich mir ganz sicher Bei uns ist es immer noch sehr heiß aber ich gehe nie schwimmen Ich mag nicht ins Schwimmbad Erstens weil ich sowieso keine Zeit habe und dann geniere ich mich Diese vielen Menschen sind mir zu viele und trotz der Badeanzüge mag ich nicht so viel Fleisch und Haut von fremden Leuten dicht um mich Ich bin da nicht ganz Ihrer Meinung Frau Magda Ich finde dass auch die jungen Körper Diskretion verdienen Die können doch auch sehr grauslich sein Am liebsten sehe ich überhaupt keine Leute die nackt sind Das soll jeder für sich alleine sein Wozu sind denn die Kleidungsstücke erfunden worden Wir sind halt keine Affen mehr die im Baum leben Und gerade die haben doch meist ein Fell Sogar der Lukas und ich sind anscheinend der gleichen Meinung dass wir nämlich beide diese Diskretion verdienen von der sie geschrieben haben Wir laufen auch nie buddelnackert voreinander herum sondern immer angezogen wie sich es gehört Und in der kleinen Bucht mit ihnen täte ich mich wahrscheinlich auch genieren sogar im Badeanzug zumindest am Anfang Meine Mutter hat ein Kleid angehabt beim Schwimmen Stellen Sie sich das vor Wir waren nur ein paar Mal am städtischen Abflusskanal weil es in einem Sommer gar so heiß war und sie hat gesagt ich kaufe mir doch dafür keinen Badeanzug und ist mit einem alten Sommerkleid ins Wasser gestiegen Aber so übertrieben wäre ich sicher nicht in ihrer Bucht Es ist Sonntagnachmittag und ich habe Zeit Deshalb gleich so viel zu ihrem letzten Satz den über die Bucht und dass sie mich gern zum Schwimmen mitnehmen würden weil ich ihn zuletzt gelesen habe Dabei hat der ganze Brief mein Herz angerührt Kann ich diese Magdalena mich macht ehrlich traurig was sie von dem Mädchen erzählen vielleicht bin ich wirklich so frei und nehme den Brief kurz aus der Dose heraus und schaue ihn mir an wenn ich sehe wie die Schrift von der Magdalena war kommt alles ein bisschen aus der Ewigkeit zurück und bis zu mir her denke ich mir darf ich ihn also wirklich lesen Frau Magda Übrigens ist diese Blechdose sehr schön sicher antik oder dieser Lokas typisch wegschmeißen er hat keine Ahnung sie dürfen ihm nicht böse sein aber gestern hat er mir geholfen ihren großen Teppich auszuklopfen den schwarzen mit den grauen und weißen Linien ich glaube er ist chinesisch sie wissen schon und bei sowas ist er dann doch recht nützlich und stellt sich nicht so blöd an ich bin jede Woche zweimal bei ihnen oben alles ist in Ordnung der Hibiskus hat bis jetzt drei Blüten gehabt ich schaue sie immer an und sage hallo Blüte weil die so schön sind und immer so rasch verblühen ich bin froh Frau Magda dass sie zumindest wollen dass es ihnen besser geht das ist immerhin ein Anfang und braun gebrannt kann ich sie mir gar nicht vorstellen sie waren die letzte Zeit hier immer so blass wie ein Stück Papier wie gut dass sie das nicht mehr sind ich wünsche ihnen noch viel besserung es grüßt sie von herzen ihre Maria PS der Lukas behauptet man schreibt PS wenn man noch was dazu schreiben will aber ich weiß nicht warum und er kann es mir auch nicht sagen auf einmal hat er mir über die schulter geschaut und sich eingemischt ja aber etwas noch ich habe in mein heft geschrieben ein vogel der mich unter seinen schwingen begräbt das hat mir gefallen und ich kann es mir gut vorstellen aber jetzt Schluss mit dem PS Maria 6. Juli Liebe Maria PS kommt von Post Scriptum heißt auf Lateinisch so etwas wie Nachschrift und ich glaube man schreibt es ohne Punkt dazwischen also nicht P Punkt S Punkt außerdem gilt PS aber auch für Pferdestärke das alles ihrem Lukas so das waren die Belehrungen und jetzt weg damit ich habe zwar gestern schon ihren Brief abgeholt Maria aber als ich ihn gelesen hatte konnte ich nicht sofort antworten es lag eben an diesen Schwingen die sie zitiert haben die sich begruben mir wurde nämlich plötzlich das Datum der 5. Juli bewusst ich lebe hier so zeitlos dass auch wenn ich ein Datum aufschreibe ich es nicht wirklich bedenke ich schaue nur auf meinen Kalender und schreibe die Zahl für den jeweiligen Tag ab wie ein Gefangen in seiner Zelle der Striche an die Wand ritzt um zu erkennen dass Zeit vergeht und wie viel davon lebe und bewege mich hier in der Mitte des Sommers das genügt mir nur das möchte ich fühlen und wissen dem anderen dem aufgebraucht werden durch Zeit Abläufe und Termine bin ich entflohen aber gestern ist das Datum am Beginn ihres Briefes in mich eingefallen Maria an einem 5. Juli war es das mein Leben zu erlöschen schien obwohl ich nicht sterben konnte ich habe weiter gelebt weil ich nicht wusste wie ich mich töten sollte ich habe weiter gelebt weil mir nichts besseres einfiel dieser 5. Juli liegt bereits ein Jahr zurück und voila da bin ich noch aber jetzt will ich dieses Datum und die damit verbundene Erinnerung beiseite schieben und ihnen erzählen was von Magdalena noch zu erzählen bleibt es fällt mir nicht leicht und gerade deshalb muss ich es noch heute und rasch und ohne Umschweife tun etwas bestätigt sich mir immer wieder was man aufschiebt das nimmt an Gewicht zu nachdem ich also Magdalenas Brief gelesen hatte betrat ich am Nachmittag ein Telefonhäuschen und wählte die angegeben Nummer damals gab es ja noch nicht in fast allen Wohnungen Telefone und Herr Koranek besaß natürlich keines außerdem gab es niemanden den ich je hätte anrufen können ich war also im Umgang mit öffentlichen Fernsprechern ungeübt und sehr aufgeregt als ich die Münze einwarf das ferne Klingelzeichen hörte und auf den Knopf drückte dann eine helle spröde Stimme hier Beran nach einem Moment der Verwirrung fiel mir ein dass Magdalenas Nachname Beran war und ich stotterte hier ist Magda ich sitze in der Schule aber schon wurde ich unterbrochen ja ich weiß sagte die helle Stimme wann kommst du zu Magdalena jetzt gleich ich wusste weder wo Magdalena wohnte noch wie ich dort hinkommen könnte deshalb stammelte ich etwas von vielleicht in den nächsten Tagen ich müsse mir die Adresse aufschreiben würde mich nicht sehr gut auskennen wenn dich unser Auto morgen von der Schule abholt wäre das für dich in Ordnung wurde ich hell und sachlich gefragt ja gern antwortete ich sofort und nach einem schön bis morgen also wurde aufgelegt das Telefonhütchen und stand eine Weile rieglos da es war April und ein leichter Frühlingsregen fiel ich erinnere mich dass der Asphalt feucht wurde und einen Geruch ausströmte den ich plötzlich mit Lebenskraft und Gegenwart verbannt eine Sekunde lang hätte ich den versprochenen Besuch bei Magdalena am liebsten wieder vergessen aber gleich darauf schämte ich mich ich warf diesen Gedanken von mir als könnte er mich vergiften und machte mich rasch auf den Heimweg als ich meiner Mutter beim Abendessen von der Verabredung bei Magdalena sagte und dass ich nicht wüsste wann ich morgen heimkommen würde hob sie den Kopf und sah mich mit einem langen Blick an den ich nicht genau deuten konnte es lag Schmerz darin aber zugleich schien sie mich kritisch zu messen lass das lieber bleiben sagte sie dann schob sie sich ungerührt eine gabel fettiges krautfleisch in den mund und kaute vor sich hin ihr blick wurde abwesend als wäre er nur noch auf die nahrungsaufnahme im tiefsten inneren ihres körpers ausgerichtet ich hasste dieses erloschene gesicht meiner Mutter wenn sie ihren körper anfüllte stumm die speise in sich hinein meimte wie ein müdes tier was soll ich bleiben lassen schrie ich ebenso wütend über ihren hingeworfenen satz wie über ihr lethargisches kauen ich wurde so laut dass sie zusammen zuckte dann sah sie mich wieder ruhig an brüll nicht sagte sie er spaß dir lieber jetzt schon den tod anzuschauen das kommt früh genug ich schau mir die Magdalena an nicht den tod ich hatte wieder geschrien lügt dir nichts vor antwortete sie leise und hart in der nacht vor diesem besuch konnte ich kaum schlafen die schulstunden am nächsten tag gingen irgendwie an mir vorbei ich trat noch einmal an das schmutzige gangfenster und stellte mit erleichterung fest dass weder das herz noch das wort ewig von der scheibe verschwunden waren das kam mir wie ein gutes omen vor auch wenn ich nicht hätte sagen können was es mir versprach ein wunder wohl aber kein wunder geschah ach maria sie lassen uns immer im stich die wunder als ich das schulhaus verließ wurde mir aus einer großen dunkelblauen limousine fräulein magda zugerufen noch nie hatte mich jemand fräulein magda genannt und nur die fliederfarbene baskenmütze die ich aufgesetzt hatte konnte solches bewirken davon war ich überzeugt noch dazu stieg der mann der am steuer saß aus dem auto und hielt mir den wagenschlag auf ich fühlte die blicke der anderen schülerinnen auf meinem rücken als ich einstieg und ein wohliger schauer überkam mich aber der mann sagte als er losfuhr der magdalena geht es heute gar nicht gut aber sie will sie unbedingt sehen nur damit sie bescheid wissen und nicht erschrecken seine stimme war rau und bestimmt und der wohlige schauer in mir verflog sofort steif und verkrampft sah ich in den weichen polstern einer luxus limousine als brächte man mich hinter gitter siebente juli ich habe es gestern nicht mehr geschafft weiter zu schreiben liebe maria und dann rief auch pero vom hafen herauf er stand bereits in seinem blauen boot um die reusen aufzusuchen er rief magda gnädige so nennen sie mich hier mittlerweile und deutete auffordernd aufs meer hinaus also habe ich ihn begleitet es war frühe abend und der goldene himmel spiegelte sich im wasser das boot schien durch pures gold dahin zu tuckern wieder versuchte ich das einholen der reusen und die zappelnden fische nicht wahrzunehmen ich sah zu den lilafarbenen felsen des festlandes hinüber während pero seiner tätigkeit nachging aber ich fühlte das sterben dicht neben mir ich fühlte die qual der geschöpfe ich dachte an magdalena zurück auch an den julitag vor einem jahr ich dachte nur an verlust tod und leid während ich über das makellos schimmernde meer hinweg schaute das boot leicht schlingerte und neben mir in einem plastikhübel die meerestiere verreckten ich musste plötzlich weinen maria haltlos und heftig ich konnte es nicht verbergen und pero sah natürlich wie ich mir die tränen mit beiden handflächen von den wangen zu wischen versuchte diese geste war unübersehbar obwohl ich mich abgewandt hatte und sicher nahm er auch war wie das krampfhaft zurückgehaltene schluchzen meinen körper erschütterte ich fühlte seinen blick erst als wir wieder zurück fuhren sagte er hinter meinem rücken laut einen satz in seiner sprache daraufhin drehte ich mich ihm zu mit immer noch tränen nassem gesicht und er lächelte mich an hinter ihm der gold glanz des meeres und davor sein verwittertes dunkles gesicht und dieses helle lächeln lassen fließen magda gnädige sagte er dann leben ist fließen wie wasser aus ihren augen als sich meine augen daraufhin von neuem mit tränen füllten fügte er hinzu tot ist fließen magda gnädige immer weiter fließen alles fische menschen fließen weg und weiter ist gut so um mich zu fassen sagte ich sie können ja deutsch pero und er nur wenn nötig dann schwiegen wir das tuckern des motors und das rauschen der bugwellen um uns ich streckte ihm die hand hin bevor ich am pier aus dem boot sprang denn dabei hilft er mir immer er hielt sie ein wenig länger in der seinen als sonst nachdem ich bereits auf der Kehmauer stand nickte dann aufmunternd und wandte sich wieder seinen fischbehältern zu langsam schlenderte ich zu meinem abendessen unter den olivenbäumen vor dem sinken der sonne und dem roten aufglühen von horizont und meer ich aß auch sehr langsam und trank mehr wein als sonst es war ein abend den ich gern mit jemandem geteilt hätte diese kleine begebenheit wollte ich ihnen erzählen ehe ich den brief losschicke es ist früh am tag und ich wandere jetzt zu malinia vielleicht hat sie noch kaffee in ihrem kändchen ihn mit mir zu teilen sobald ich von ihnen antwort habe maria werde ich von magdalena weiter erzählen heute möchte ich viel schlafen auch tagsüber ich weiß gar nicht warum ich so müde bin ich grüße sie und bin von herzen ihre magda siebenter juli liebe frau magda wissen sie was mich heute gefreut hat dass sie gestern einen abend hatten den sie gern mit jemandem geteilt hätten schon nach dem mittagessen habe ich ihr fax bei herrn kreuz abgeholt und es zu hause gleich gelesen bevor ich wieder an die arbeit bin jetzt ist es schon finster und es regnet seit gestern regnet es bei uns aber warm ist es geblieben man kommt sich vor wie im dschungel so eine feuchte hitze ich hab das nicht gern beim arbeiten weil ich dann so schwitze aber jetzt sitze ich ganz gemütlich da und höre es auf der Straße plätschern der Lukas ist vorhin ins wirtshaus gegangen aber ich wollte nicht mit sondern lieber schreiben das macht ihn schon ganz misstrauisch heute hat er gesagt werd mir ja keine schriftstellerin ich hab vielleicht gelacht ich und eine schriftstellerin nur weil ich ihnen briefe schreibe sei nicht blöd Lukas und geh in dein wirtshaus damit hab ich ihn aus der tür geschoben und ihm dann noch nachgerufen wenn ich aber eine schriftstellerin wär müsstest du dich trotzdem nicht vor mir fürchten denn er hat so geklungen als ob er Angst hätte weil ich allein zu hause sitzen bleibe und was aufschreibe diese Männer haben komische Gefühle man wird sie nie ganz kapieren finden sie nicht Frau Magda aber noch einmal obwohl wieder weil sie mal richtig fest geweint haben und ein anderer mensch dabei war glaube ich und weil ihnen der fischer etwas gesagt hat das stimmt ich meine dass der augenblick gestimmt hat ihnen genau das zu sagen ich denke mir oft wenn der lukas und ich streiten und das ist Gott sei dann nicht oft dass das nur davon kommt weil wir verschiedene Augenblicke dabei haben also ich sage das so sie verstehen sicher was ich meine wenn jeder irgendwie seinen eigenen weg geht und der führt am anderen vorbei und nicht zu ihm hin und trotzdem redet man oder brüllt aber eigentlich jeder nur für sich allein wenn aber das was man sagt stimmt dann findet es den anderen wie eben die Worte von Pero etwas ist mir aufgefallen weil sie es bei ihrer Mutter so genau beschrieben haben ich mag es auch nicht wenn der Lukas das Essen in sich hinein schlingt sobald ich es auf den Tisch gestellt habe wenn er sich irgendwie in sich hinein verkriecht dabei ich habe ihm schon ein paar mal den Teller unter der Nase weggezogen und gesagt hallo Unterbrechung und er war ganz erstaunt aber es liegt daran dass er als Kind viel hungern hat müssen weil er sieben Geschwister gehabt hat die Mutter ganz fertig und immer krank der Vater Fabriksarbeiter mit wenig Lohn und auch noch Alkoholiker sie sehen von uns allen ist wenig zu erzählen was Staat macht aber man schaut halt dass man trotzdem lebt es regnet immer noch und ich werde ganz schläfrig bei dem Geräusch deshalb höre ich jetzt auf obwohl ich erst am Anfang dieser Seite ich sie noch rasch bevor ich ins Bett falle ihre Maria 9. Juli Liebe Maria Malinias Bruder hat mir gestern ihren Brief vom Postamt hergebracht und das war gut so ich habe nämlich in der Nacht davor hohes Fieber bekommen und muss seither im Bett liegen bleiben obwohl es draußen heiß und schön ist aber die Sonne tut mir in den Augen weh und ich habe Gliederschmerzen es ist wohl eine leichte Grippe die ich mir da eingefangen habe aber jetzt liegt wieder der große Atlas auf meinen Knien darauf der Briefblock und ich schreibe im Bett gegen die Kissen gelehnt die Hauswirtin bringt mir kannenweise Salbei Tee herauf ich solle viel davon trinken hat sie mir bedeutet und es scheint zu helfen oder hilft mir einfach schon dass sie sich um mich kümmert mein Kopf schmerzt zwar aber funktioniert trotz des Fiebers also trinke ich Tee und schreibe ihnen lieber statt mich im Bett herum zu wälzen und untätig meinen Gedanken und dem schlagen der Wellen zuzuhören vorweg lassen sie den Lukas ruhig ein bisschen nervös werden und ihr Briefe schreiben und das kleine Buch in das sie notieren argwöhnisch betrachten seine Gefühle kann ich gut nachvollziehen er fühlt sich schlicht und einfach ausgeschlossen und auf das was sie ausschließt eifersüchtig zu werden dazu neigen nicht nur Männer glauben sie mir außerdem entsteht argwohn bei dem was wir nicht gewohnt sind das Wort sagt es ja schon und dass sie in ihrer Küche sitzen und schreiben daran muss der Lukas sich wohl erst gewöhnen geben sie ihm nur Zeit aber ich will mir jetzt keine Zeit mehr geben und kehre ohne Umschweife zu Magdalena zurück das Haus in dem sie lebte war tatsächlich hochherrschaftlich ein Stadtpalais das in große Wohnungen aufgeteilt worden war die Limousine parkte vor dem riesigen Eingangstor das von Statuen nackter Frauen die Blumen Kränze trugen flankiert war ich musste daran denken dass Magdalena jeden Tag zwischen diesen mächtigen Brüsten und Schenkeln aus Stein hindurch geschritten war und etwas daran verwirrte mich als ich beim Vorbeigehen hinaufspähte der Chauffeur hatte vor mir das Haus betreten und stieg auch die drei Stockwerke schweigend voran die Treppen waren mit roten Läufern bedeckt die von blank geputzten Messingstangen festgehalten wurden die Teppiche saugten unsere Schritte auf und ich wagte kaum zu atmen erst als der Mann seinen Mantel auszog und Lili sie ist hier rief wurde mir klar dass er kein Chauffeur sondern Magdalenas Vater war Lili kam durch das Vorzimmer das eher einem empfangsaal glich auf uns zu eine hübsche blonde Frau die sehr jung wirkte dass ihr Gesicht von feinen Linien durchzogen war sah ich erst als sie dicht vor mir stand ich bin Magdalenas Mutter sagte sie kommt doch gleich mit Magda du wirst schon ungeduldig erwartet ach Maria haben sie schon einmal einen Menschen den sie davor gut gekannt und oft gesehen hatten nach einer Weile wieder gesehen und bei seinem Anblick plötzlich genau gewusst dass er sterben würde als ich Magdalenas Zimmer betrat sie sich von einem Foteu erhob und auf mich zukam da wusste ich es jedenfalls der Tod hatte sie gezeichnet und ich sah ihn es war nicht nur ihre blässe und wie schmal sie geworden war nicht nur die mattigkeit ihrer bewegungen bewegungen es war etwas anderes das sich nicht beschreiben lässt obwohl es mir gnadenlos entgegentrat ein sterbendes mädchen kam auf mich zu und umarmte mich ja Magdalena umarmte mich etwas das sie früher nie getan hätte sie hatte ihr Haar zurückgebunden trug einen dunkelblauen trainingsanzug und ihre Füße waren nackt ich sah hinter ihr das offene Bett in dem sie wohl viel lag sah es über ihre Schulter hinweg während sie mich eine Weile festhielt ich wusste nicht was ich tun und wie ich mich verhalten sollte statt sie an mich zu drücken stand ich verwirrt da und duldete ihre Umarmung wir sind ja alle meist so ungeübt und hilflos wenn wir vor dem Leid anderer stehen schließlich sagte ich hallo Magdalena dieses dürftige hallo Magdalena klingt mir jetzt noch im Ohr meine Stimme hing im Zimmer als wäre ein Schleier zerrissen ich spürte wie Magdalenas Arme starr wurden ehe sie sich von mir löste dann stand sie vor mir und sah mich spöttisch an es war ein wenig der Blick von ehedem als sie noch in der Schule neben mir saß und mich nicht an sich heran ließ hallo Magda sagte sie keine Angst heute sterbe ich noch nicht du kannst ganz normal mit mir reden aber ich rede normal versuchte ich mich zu verteidigen und Magdalena lachte ja jetzt schon sagte sie aber vorhin klang es als würdest du die Grabes stimme nach der dir zumute ist bekämpfen ich bekämpfe keine Grabes stimme log ich wir sahen uns an und sie lächelte dann führte sie mich zum Tisch auf dem Teegeschirr und ein Mandelverzierter Gugelhupf standen der ist gut iss davon sagte sie und du fragte ich aber darauf gab sie keine Antwort sie saß mir in ihrem Lehnstuhl gegenüber ohne irgendetwas anzurühren und begann mich auszufragen ich erkannte rasch dass sie vom Leben erzählt bekommen wollte ihre Mutter war aus dem Zimmer gegangen als Magdalena mich umarmt hatte und kam nicht wieder solange ich da war einige Stunden saßen wir beisammen ich trank Tee aß Gugelhupf und erzählte ihr alles was mir einfiel sprudelte ich hervor ich durchforschte mein ereignisloses Leben als wäre ich ein Schatzsucher der sich zur Not auch mit Kieselsteinen begnüht und behauptet sie so dass es Magdalenas Spott hervorrief und wir lachen konnten auch vom Zusammenleben mit meiner Mutter von Herrn Koranecks Wohnung und unserem trüben Untermietzimmer zu meiner Überraschung gelang es mir all das so zu schildern dass es uns beide zum Lachen brachte und das tat mir gut Maria ich hatte noch nie versucht mein Leben humoristisch zu betrachten Magdalena aus deren Körper sich das Leben sichtbar zurückzog die aus lebenshungrigen Augen zu bestehen schien zwang mich irgendwie dazu weil ich sie unbedingt mit Lebendigkeit erfrischen wollte und dann erfrischte diese Sichtweise auch mich ich besah mein Leben und fand plötzlich komisch wie tragisch sich alles ausnahm und in dieser Stimmung erzählte ich Magdalena sogar das woran zu denken ich mir irgendwann verboten hatte vom Vater erzählte ich und von meiner Kindheit im Dorf und zuletzt sogar von Johann Eipeldauer und besonders darüber lachte Magdalena sich schief du bist keine Jungfrau mehr wirklich rief sie wer hätte das gerade von dir gedacht toll aber aber dann stockte er lachen alle heiterkeit schwand plötzlich aus ihrem Gesicht es wurde klein und weiß wie eine Muschel ja ich dachte plötzlich an Muscheln obwohl ich noch nie am Meer gewesen war und an deren zerbrechlichkeit was ist fragte ich besorgt nicht viel gab Magdalena leise zur Antwort nur dass ich als Jungfrau sterben werde ich wusste nicht was ich darauf sagen sollte und schwieg ich hätte sagen können dass sie Blödsinn rede dass sie nicht sterben würde und schon gar nicht als Jungfrau und dass es im Übrigen nichts besonderes sei diese lächerliche Jungfräulichkeit zu verlieren dass das Leben noch vor uns beiden lege nicht nur vor mir auch vor ihr dass sie nicht aufgeben solle dass ich ihren Tod Erste und Einzige die ich je in meinem Leben gehabt hätte es sei unausdenkbar sie jetzt wieder zu verlieren all dies hätte ich ihr sagen können und ich wollte es auch es lag mir auf der Zunge aber gleichzeitig wusste ich auch dass jeder Widerspruch sinnlos war obwohl mich ihr sterben empörte und ich diese Empörung gern herausgeschrien hätte wollte ich Magdalena keine Lügen auftischen auch nicht die Lügen falscher Hoffnungen und unsinniger Forderungen wir saßen uns wortlos gegenüber und ich starrte auf meine Teetasse hinunter hey du sagte Magdalena nachdem wir eine Weile geschwiegen hatten ich hob den Blick und wir schauten uns an Tränen stiegen uns beiden hoch als wären unsere Augen von derselben Quelle gespeist und als wir darüber zu lachen begannen taten wir dies ebenfalls gleichzeitig und einhellig auf einmal lachten wir Tränen aber wir taten es über einen unermesslich dunklen Abgrund hinweg und das war uns beiden bewusst Magdalenas Lachen an diesem Nachmittag war das tapferste das ich je bei einem Menschen erfahren habe und das meine überwand mehr Schatten und Schmerz als mir je wieder mit einem Lachen gelingen sollte Lilly die Mutter kam ins Zimmer und sagte schön wie vergnügt ihr beide seid aber ich glaube dass Magdalena jetzt wieder Ruhe geben sollte als ich mich verabschiedete umarmte Magdalena mich wieder und diesmal hielt ich sie fest an mich gedrückt ich fühlte wie dünn ihr Körper war und ich fühlte auch seine Anstrengung sich noch zu behaupten Hitze stieg von ihm auf als verglühe er unter dem Trainingsanzug auch Magdalenas Gesicht war heiß sie schien zu fiebern dennoch küsste ich sie auf beide Wangen dies war der Jungmädchen Kuss den wir früher nie zugelassen hatten und ich spürte ihre heiße trockene Haut die sich eng über die Wangenknochen spannte unter meinen Lippen wenn's dir recht ist komm ich bald wieder sagte ich als wir uns voneinander lösten und sie sagte oh ja komm bald wieder ihre Mutter nahm mich um die Schultern und begleitete mich zur Tür als ich mich noch einmal umdrehte hob Magdalena lächelnd die Hand und winkte mir nach es ist das letzte Bild das ich von ihr habe ach liebe Maria trotz meiner Grippe habe ich jetzt den ganzen Nachmittag lang geschrieben ich bin in Schweiß gebadet und fühle mich gar nicht gut sogar der glutrote Abendhimmel ist mir irgendwie zuwider ich warte auf die Dunkelheit und auf ein wenig kühle man ließ mich nicht mehr zu Magdalena sie kam dann recht bald ins Krankenhaus und starb nach etwa einem Monat ich habe darum gebettelt sie besuchen zu dürfen aber immer gab es andere Gründe warum es nicht möglich sei ich solle abwarten hieß es eines Tages jedoch sagte mir ihre Mutter am Telefon dass Magdalena mich von Herzen grüßen lasse mich aber nicht mehr sehen wolle warum denn nicht fragte ich entgeistert sie hat gesagt antwortete die traurige und erschöpfte Stimme dass euer Lachen der beste Abschied gewesen sei besser ginge es nicht ich hörte wie Magdalenas Mutter leise zu schluchzen begann dann legte sie auf ja das war sie also meine Geschichte mit Magdalena die zu Ende zu erzählen ich immer wieder hinaus gezögert habe wohl weil ich mich von diesem Verlust lange nicht erholt habe ich hatte verloren was ich mir so lange gewünscht hatte und dann nur so kurz behalten konnte mit Johann Eipeldauer war es mir auf andere Weise ebenso ergangen eine Sehnsucht erfüllte sich und damit war das Lied auch schon zu Ende meine Gefühle für Johann waren wirr verwirrt töricht gewesen ich hatte weiblich empfunden war aber ein Kind und wusste eigentlich nicht wie mir geschah Magdalena hingegen hatte ich lange Zeit bewundert und dann zu lieben begonnen es war der Beginn einer tiefen und reifen Freundschaft aber ehe diese sich festigen konnte starb Magdalena mir hinweg ihr Vater erwartete mich am Tag nach ihrem Tod vor der Schule um es mir zu sagen seine Augen waren gerötet aber mit beherrschter Miene stieg er aus dem Auto und kam auf mich zu ich wusste sofort was geschehen war und mir schien als wolle mein Herz ebenfalls stehen bleiben ich konnte mich nicht rühren und starrte Magdalenas Vater wortlos an sie ist ruhig gestorben sagte er und das soll geben er drückte mir eine weiße Muschel in die Hand eine dieser Muscheln wie man sie an Stränden überall finden kann und sofort fiel mir wieder ein dass mir Magdalenas Gesicht klein und zerbrechlich wie eine Muschel erschienen war wenn du zum ersten Mal das Meer siehst sollst du an sie denken sie tut es dann auch und du sollst nicht zum Begräbnis kommen bittet sie dich weil weil man bei Begräbnissen nicht lacht du sollst euer Lachen nicht vergessen der Mann bekam feuchte Augen aber er sagte noch danke für alles Magda dann dann er schnell zum Auto zurück und fuhr davon ja und diese Muschel liegt auch in meiner Blechschatulle und als ich zum ersten Mal das Meer sah es war Jahre später dachte ich an Magdalena so wie so wie ich alle Zeit an sie gedacht hatte und immer wieder und vor allem wenn ich das Meer sehe denke ich an sie auch hier auch heute auch jetzt lila Farben wiegt es sich hinter der Hafenmauer in der ersten Dämmerung liebe Maria ich fühle mich elend sie wissen sicher wie sich das Elend einer Grippe anfühlt man weiß es ist nur eine Grippe und weiß trotzdem nicht was mit sich anzufangen außer zu stöhnen ihnen wünsche ich eine gute Nacht jedenfalls eine bessere als mir gewährt sein wird ihre Magda 11. Juli wenn ich nur bei Ihnen wäre liebe Frau Magda ich tät Ihnen Essigpatschern machen und einen Öl wickel das sind gute alte Hausmittel die wirklich was nützen meine Mutter war Meisterin in solchen Mitteln sie haben ja früher nur sowas gehabt und nie genug Geld für Medikamente wie ich klein war vielleicht vier Jahre alt wäre ich ums Haar an einer Lungenentzündung verstorben und sogar das hat meine Mutter irgendwie geschafft dass ich nicht gestorben bin nämlich und fast nur mit diesen Hausmitteln hat sie es geschafft mit Wickeln und nassen Socken und erhitztem Speiseöl und Salz ins dampfende Wasser und inhalieren lauter so Sachen halt aber vielleicht war eben auch ihr eiserner Glaube dabei dass ich einfach nicht sterben werde Gott sei Dank haben Sie ja keine Lungenentzündung und sind auch nicht am sterben liebe Frau Magda aber scheußlich ist die Sache sicher wie ist denn Ihr Brief zum Postamt gekommen ich nehme an dass jemand so nett war und ihn zu Malinia gebracht hat denn selber sind Sie hoffentlich nicht losgewandert mit Fieber und so ob es Ihnen heute schon besser geht ich muss zugeben dass nichts mich so ärgern kann wie ein Schnupfen wenn es heiß ist heißt ja Erkältung da gehört zumindest Kälte dazu und nicht Hitze im Sommer verkühlt sein mit Husten und Schnupfen ist das Letzte ich glaube dass ich zu viel übers Kranksein schreibe das tut Ihnen sicher nicht gut wo Sie gerade krank sind und sich mies fühlen ich höre schon auf ach ja diese Geschichte von Magdalena ich mache einen neuen Absatz weil ich im Augenblick keine Worte hinzuschreiben weiß wie ich Ihren Brief gelesen habe hat mir das Herz weh getan richtig weh meine ich in meinem Körper man spürt ja meistens gar nicht dass man ein Herz hat es schlägt vor sich hin und man denkt nicht dran und plötzlich beim Lesen gestern Abend habe ich gemerkt dass ich ein Herz im Leib habe das weh tun kann es hat mich sogar ein bisschen erschreckt weil ich das sonst nicht kenne der Lukas hat bemerkt wie ich die Hand auf die Brust gelegt und Knopfaugen gemacht habe genau das hat er nämlich zu mir gesagt warum machst du solche Knopfaugen mein Herz tut weh habe ich geantwortet jetzt hat er mich angestarrt und dann gesagt werd mir ja nicht herzkrank ich habe gemerkt dass er besorgt war ich habe es seinem Gesicht angesehen und ich muss zugeben dass mich das irgendwie gefreut hat weil er selten so ausschaut als hätte er eine Sorge um mich ich glaube ja dass Männer so gebaut sind aber mein Lukas ist ein besonderer Paradefall von Gefühllosigkeit ich meine er ist nicht wirklich gefühllos aber er will nur ja nichts davon herzeigen ja nicht irgendein Gefühl zeigen als würde ihm eine Perle aus der Krone fallen wo er noch dazu gar keine Krone hat ich lasse eine Zeile frei weil ich so eine große Pause gemacht habe sonst fällt mir immer so viel ein ohne Pause was ich ihnen schreiben will aber jetzt bin ich da gesessen und hab schon überlegt ob ich nicht das Geschirr vom Mittagessen schnell wegwaschen sollte ich schreibe nämlich nach dem Mittagessen heute hab nur rasch den Tisch abgeräumt nachdem der Lukas wieder in die Werkstatt ist mir einen Kaffee gemacht und gedacht ich lege eine Pause ein und schreibe ihnen aber jetzt ist eine Pause im Schreiben entstanden es geht um das Sterben glaube ich jetzt ist es raus ja weil ich noch nie einen sterbenden Menschen gesehen habe das ist der Grund warum mir Worte fehlen es sind schon einige Leute gestorben rundherum so ist das nicht ich hab ja niemanden außer meiner Mutter und die lebt Gott sei Dank noch aber dem Lukas sind drei Geschwister gestorben seit ich mit ihm zusammen bin zwei Brüder und eine Schwester sie die jüngste bei einem Autounfall ein Bruder hat Darmkrebs gehabt der andere Leberzirrhose weil er sich totgesoffen hat die Eltern vom Lukas habe ich gar nicht mehr kennengelernt sie sind schon lange tot aber auch bei seinen Geschwistern habe ich versucht mich möglichst wenig drum zu kümmern ich muss das ehrlich zugeben den Krebskranken habe ich nie im Spital besucht das macht ja der Lukas habe ich mir gedacht den Säufer habe ich nie viel getroffen weil seine Sauferei mir auf die Nerven gegangen ist und wie er gestorben ist habe ich sogar gesagt selber schuld aber nicht zum Lukas nur zu mir habe ich das gesagt natürlich wie die kleine Schwester verunglückt ist war ich schon sehr traurig so klein war die gar nicht mehr schon über 30 eine liebe Person sie war in einem Friseurladen angestellt und manchmal ist sie zu uns gekommen und hat mir umsonst die Haare geschnitten und eingedreht ich habe ihr nichts dafür zahlen müssen Angelika hat sie geheißen sie hat immer gesagt dass ich so gute Haare habe dass es eine Freude ist die meisten Kundinnen hätten schreckliche Haare so dünn dass man nichts damit anfangen kann deshalb täte sie mich gern frisieren die Angelika hat Autofahren gelernt das war ihr ganzer Stolz einen alten VW hat sie gehabt Meerblau sie hat immer gesagt mein Meerblauer VW und mit dem ist sie dann auf der Autobahn tödlich verunglückt sie war auf einmal tot da hat es kein Sterben gegeben das ich hätte sehen können weil sie mich gefragt haben Frau Magda ob ich je einen Menschen gesehen hätte den man ansieht dass er bald stirbt nein habe ich nicht und ich wollte das auch nie sehen mir haben schon die Begräbnisse gereicht die haben mich deprimiert genug gemacht ich war immer froh wenn so ein Begräbnis vorbei war wenn die anderen geschluchzt haben war mir oft plötzlich zum Lachen ich weiß auch nicht warum als ob ich reif fürs Irrenhaus wäre bin ich mir vorgekommen aber es war so wenn ich mich nicht mit Gewalt beherrscht hätte wäre ich mit einem Lachkrampf zwischen den Trauernden gestanden stellen Sie sich das vor dem Lukas habe ich nichts davon erzählt Sie sind die erste Frau Magda der ich diese Sachen sage wie zum Beispiel die Frau Hüber im Sterben gelegen ist habe ich aufgehört bei ihr sauber zu machen Sie erinnern sich die Frau Hüber im zweiten Stock der erst der Mann gestorben ist und die dann schwer krank geworden ist sicher Krebs obwohl sie erst knapp über 40 war kaum habe ich gemerkt dass sie nicht mehr arbeitet und immer wieder länger im Spital ist habe ich gesagt ich hätte zu viel Arbeit am Hals und ihr wen anderen empfohlen nämlich die Frau Sedlacek vom Nebenhaus und von der wollte ich kein Wort darüber hören wie es der Frau Hüber schlechter und schlechter gegangen ist sie hat schon immer ein so gieriges Gesicht gemacht mir davon zu erzählen wenn sie mir ab und zu auf der Straße entgegen gekommen ist aber ich habe gleich gerufen Hallo Guten Morgen oder Grüß Gott je nachdem ich habe so eilig Frau Sedlacek ich hoffe bei Ihnen ist alles in Ordnung und bin weiter gesaust und sogar bei Ihnen Frau Magda wollte ich schon fast zu putzen aufhören wie Sie so schlecht beisammen waren ich bin jetzt in Fahrt deshalb mache ich Ihnen dieses Geständnis Sie haben eine Zeit lang ja auch so ausgesehen als ginge es mit Ihnen zu Ende so blass waren Sie und die Haare unordentlich und dauernd im Bett aber ich habe dann bald gemerkt dass nicht Ihr Körper krank war sondern Ihr Leben dass Sie halt nur mit Mühe noch irgendwie gelebt haben immer allein auf einmal so oft alle Vorhänge zugezogen und diese vielen Pillenschachteln im Badezimmer die sind mir schon aufgefallen beim Aufräumen glauben Sie mir und Sie haben ja auch gar nicht versucht sie zu verstecken die sind herumgelegen wie halt Zahnpasta und Seife und alles mögliche herumliegt aber mir haben Sie nicht gefallen diese Pillen jetzt kann ich es Ihnen ja sagen darf ich so frei sein Sie zu fragen ob Sie immer noch sowas schlucken ich glaube es ja eigentlich nicht weil Sie diese langen Briefe schreiben und mir alles der Reihe nach erzählen und das kann man glaube ich nur mit einem klaren Kopf damals war Ihr Kopf oft nicht klar verzeihen Sie aber so war es Sie haben komische Sachen vor sich hingemurmelt wenn Sie geglaubt haben ich wäre noch nicht in der Wohnung und sind oft aus dem Bett getorkelt und waren lang im Bad bis Sie mich begrüßen konnten ohne hin und her zu wackeln Sie haben mir sehr leid getan Frau Magda aber ich habe gewusst dass Sie nicht sterben werden deshalb bin ich bei Ihnen geblieben ich bin ein riesen Feigling was das Sterben betrifft ich weiß und ich weiß auch dass das nicht richtig ist dass ich mich schämen sollte dafür aber ich mag es einfach nicht das Sterben du meine Güte ich habe fast den ganzen Nachmittag geschrieben und den Hausflur nicht gewaschen was ich hätte tun sollen ich muss jetzt standabete aufhören nicht böse sein Frau Magda dass ich Sie nur noch ganz rasch grüßen kann bis bald Ihre Maria Wer mag es schon das Sterben ich will Sie auch nicht mit Fragen und Erzählungen zu diesem Thema quälen schreiben Sie mir bitte ganz offen wenn es Ihnen zu viel wird schämen Sie sich Ihrer Abwehr nicht dass der Tod und das Sterben zum Leben gehören stimmt natürlich man kann es leicht sagen oder sich von jemandem sagen lassen ohne zu widersprechen aber es wirklich zu verstehen und einzusehen ist mit Sicherheit die schwerste aller Lebensübungen dass Menschen weggehen vor allem welche die man liebt dass man selbst eines Tages gehen muss das will in unseren kleinen irdischen Kopf einfach nicht hinein dass Ihnen bislang Erfahrungen mit dem Sterben erspart geblieben sind oder Sie sich diese wohlweislich erspart haben ist völlig in Ordnung finde ich und fast beneide ich Sie darum unser Erdendasein ist von Verlusten geprägt für jeden von uns jeder erlebt Trennung Liebesentzug das normale Elend des Alltags Sorge um die Nächsten um den nächsten Tag um die Gesundheit kaum eine Wegstrecke leben auf der man nicht zumindest vom Schatten eines Verlustes begleitet wird ich verstehe gut dass jemand wie Sie sich dem drohenden Schatten des Todes zu entziehen versucht Ihr Leben ist hart Sie können und wollen sich diesen Luxus nicht leisten Ja, in Ihrem Fall nenne ich das Luxus Feinfühlig wie Sie sind würde Ihre Seele sich verdunkeln und in eine Krise geraten und instinktiv weichen Sie aus Sie glauben nicht wie sehr ich das nachvollziehen kann Wollen Sie also wirklich dass ich in meinen Briefen an Sie weiter von den Schatten erzähle die seltsam oft und immer wieder über mein Leben fielen bis hin zu dem Punkt an dem Sie mich schließlich sterbenselend und mit Pillenschachteln im Badezimmer beobachtet haben soll ich nicht lieber nur von der Sonne hier erzählen dem warmen Regen vom Meer von meiner Grippe die mich immer noch im Bett festhält und davon dass ich nichts mehr von dem schlucke was meinen Kopf unklar und meinen Körper schwankend gemacht hat Ich erwarte Ihre Antwort ein immer noch leicht fiebriger Gruß von Ihrer Magda 14. Juli gemütlich am Tisch bei einem Glas kalten Wasser und jetzt muss der Lukas Wurstbrote essen weil ich Ihnen sofort antworten will und heute nichts kochen So ist das nicht wie Sie glauben Ich wollte Ihnen nur ganz ehrlich sagen wie es bisher war Aber bisher Ich meine bis zu unserem Briefwechsel war vieles für mich nicht so wie jetzt In meinem Kopf meine ich Ich denke jetzt über vieles ganz anders als früher Oder lieber ehrlich bleiben früher habe ich überhaupt nicht viel gedacht Das heißt gedacht habe ich schon irgendwas aber nicht nachgedacht Verstehen Sie mich? Mein letzter Brief war eigentlich ein Nachdenken das ich Ihnen aufgeschrieben habe Und ich bin selber auf etwas drauf gekommen dabei Eben auf mein Weg schauen Wenn es irgendwo ans Sterben gegangen ist Und dass ich selber mal sterbe Das habe ich mir überhaupt noch nie überlegt Wissen Sie Frau Magda Ich bin froh dass ich jetzt darüber nachdenke Nicht die Gedanken machen mich froh um wieder ehrlich zu sein Aber dass ich diese Gedanken habe das schon Durch Ihre Briefe lerne ich denken Ich meine weiter zu denken Wo ich früher längst schon aufgehört hätte Alles was Sie mir erzählen macht mich nachdenklich Das sagt man doch Jemand ist nachdenklich Und nachdenklich sein heißt dass man nachdenkt Nicht wahr? Also mit seinen Gedanken dem hinterher will was einem vor die Nase gehalten wird Dass man nicht nur sagt Aha So ist das also Ein gescheites Hunderl läuft auch dem Hölzl nach dass man ihm wirft wenn es erstmal dran geschnuppert hat Ich glaube Das war jetzt kein sehr gescheiter Vergleich Im Unterschied zum Hunderl bin ich wohl eher blöd Aber diese Idee ist mir plötzlich gekommen Ich will sie nicht wieder ausstreichen wenn ich sie schon hingeschrieben habe Außerdem steht jetzt der Lukas vor mir und versteht die Welt nicht mehr weil nichts Essbares auf dem Tisch ist nur mein Briefblock Ich muss ihm jetzt die Wurstbrote machen mit sauren Gurkerln da wird er weniger jammern die Mager Aber zum Schluss ganz rasch Bitte Liebe Frau Magda Erzählen Sie mir weiter Ich wäre todtraurig wenn Sie aufhören würden Sehen Sie Da hätte ich gleich was mit dem Tod fällt mir auf Ja Ich wäre todtraurig wenn ich nicht mehr diesen Fortsetzungsroman über ihr Leben weiterlesen könnte Ich muss jetzt zu schreiben aufhören Der Lukas sitzt mir kopfschüttelnd gegenüber und schaut schon ganz düster aus Ich soll Sie grüßen hat er jetzt gesagt Ich weiß nicht genau ob das von Herzen oder bissig gemeint ist Aber ich tue es Ich grüße Sie also von ihm Und ich hoffe dass jetzt das blöde Missverständnis vorbei ist Und auch endlich ihre Grippe Es grüßt sie mit Unruhe ihre Maria 15. Juli Liebste Maria Pero der zufällig bei Malinia war hat mir ein Fax vorbeigebracht Wobei ich nicht mehr so sehr an Zufall glaube Für einen Fischer der wohl kaum Briefe schreibt ist er nämlich erstaunlich häufig im Postamt anzutreffen Höflich klopfte er gestern Abend an meine Zimmertüre Ich sagte hoheitsvoll Come in Und er übergab mir die diskret gefalteten Briefblätter mit einer gewichtigen und ehrfürchtigen Geste ganz der Bote wie er in jedem klassischen Bühnendrama vergangener Theaterzeiten aufzutauchen pflegte Ich trug meinen Seidenkimono saß aufrecht in die Kissen gelehnt Die Abendsonne flutete rot durch die Balkontüre und über mein Bett der Bote ein einfacher Fischer neigte sein Haupt und eine gute Botschaft wurde der Königin überbracht So in etwa wirkte diese Szene auf mich Ich dankte ihm herzlich und das Meer rauschte heftig dazu Bald gute Gesundheit wünschte Pero mir er wieder verschwand Ich las ihren Brief sofort Und es war wirklich eine gute Botschaft Maria die er enthielt Weil ich ja plötzlich gedacht hatte meine Erzählungen könnten wie ein Überfall auf sie wirken könnten ihnen gegen ihren Willen Frische und Unbekümmertheit rauben und das Leben dunkler erscheinen lassen als sie es bisher sahen Da sie dies jedoch auch wenn es sich so ereignen sollte auf sich nehmen wollen bin ich wieder ruhig Seien sie es auch Sie haben auf überzeugende Weise jedes Missverstehen beiseite geräumt und ich habe wieder allen Mut ihnen weiter zu erzählen Außerdem bin ich fast gesund habe kein Fieber mehr nur noch ein wenig Schnupfen und Husten Heute ist der erste Tag an dem ich das Bett endgültig verlassen habe Ich sitze jetzt im warmen Schatten der Olivenbäume Den Frühstückscafé habe ich noch neben mir stehen aber das Glitzern über dem Meer lässt Tageshitze ahnen Leider sind jetzt doch Sommergäste ins Dorf und zu meinen Wirtsleuten gekommen Ich nenne sie lieber so Sommergäste und vermeide den Begriff Touristen Außerdem sind es ruhige Leute Ein Ehepaar das sich per Tisch freundlich und leise unterhält und ein älterer Mann der kaum den Mund aufmacht und auch beim Essen ständig liest Da ich lange auf dem Zimmer war habe ich sie gestern Abend und heute beim Frühstück zum ersten Mal an den Tischen neben mir gehabt Aber ich werde wohl nur bei den Mahlzeiten mit ihnen zusammentreffen Jetzt schon sind alle drei aufgebrochen um mit einem Boot um die Insel zu fahren Ich hoffe dass sie meine einsamen Badeplätze nicht entdecken aber den Pier werde ich wohl mit ihnen teilen müssen Gestern schon fielen mir bunte Badetücher auf Ich verstehe eigentlich nicht warum alles was mit dem Schwimmen und Badefreuden zu tun hat immer so grell und störend bunt sein muss Die Farben des Meeres des Himmels der Steine werden förmlich weggedrängt Schirme Badeanzüge Badetücher zerreißen brutal und indezent jede Schönheit der Natur Aber das nur nebenbei liebe Maria Nachdem wir beide uns wieder neu einigen mussten ist mir jetzt auch als beginne ich heute ein neues Kapitel des nennen wir es ruhig so Fortsetzungsromans Und irgendwie war es auch in Wirklichkeit so Nach Magdalenas Tod begann ein neues ein anderes Kapitel meines Lebens Nicht dass ich an meinen äußeren Lebensumständen rasch etwas geändert hätte Die blieben beim Alten noch lange Zeit Meine Mutter und ich lebten in Herrn Koranicks Wohnung pendelten zwischen Küche, Bad und unserem Untermietzimmer Die Mutter war weiterhin darauf bedacht dass ich mir vor dem Vermieter ja keine körperliche Blöße gab Sie verbot mir strikt auch nur meine bloßen Arme und Beine oder kein entblößtes Dekolleté den Augen des alten Mannes zugänglich zu machen Ständig musste ich lächerlich verhüllt an ihm vorbeihuschen im langen Schlafrock oder unter Verwendung von Umschlagtüchern oder Schals Fehlt gerade noch der Chador sagte ich zur Mutter Was ist das? fragte sie misstrauisch Der Schleier den verhüllte islamische Frauen tragen müssen vor dem Gesicht Sie schnaubte leise wie ein ungeduldiges Pferd Islamisch oder nicht sagte sie Ich trau dem Herrn Koranek nicht und wir leben eng nebeneinander Gib ihm keinen Anlass Alles war für sie Anlass zur Unzucht Dass man von Männern gewalttätig missbraucht wurde war für meine Mutter offenbar die logische Folge wenn man ihnen als Frau nicht sorgsam auswich Das Schreckliche war Das Schreckliche war dass sie sich einen anderen Umgang zwischen den Geschlechtern gar nicht mehr vorstellen konnte Und das Allerschrecklichste ist wohl dass sie sich mit diesem Mann einließ um mich zu schützen Doch Maria Das tat sie Manchmal war sie abends nicht in unserem Zimmer und auch nicht in der Küche Anfangs dachte ich sie wäre eben noch spazieren gegangen ich las meine Bücher und schlief ein Irgendwann lag sie dann auch neben mir in ihrem Bett Aber eines Abends hörte ich sie leise durch die Tür hereinschlüpfen und öffnete die Augen ohne mich zu bewegen Sie dachte sicher ich schliefe fest Aus dem Hof fiel Licht aus anderen Fenstern in unser Zimmer und ich konnte sie beobachten ohne dass sie es merkte Sie schlich zu ihrem Bett Ihre Bluse war nicht ganz zugeknöpft und ich sah ihr Gesicht als sie sich auskleidete und das Nachthemd überzog Ich sah den blanken Ekel Wo warst du denn? fragte ich leise aus dem Dunkel Sie erschrak und schaute zu mir her als hätte ich sie geschlagen Dann setzte sie sich auf ihr Bett und richtete ihren Blick starr hinaus in den Hof Mir war als versuche sie mit diesem Blick uns beiden und ihrer Scham zu entfliehen Aber sie sagte ruhig Bei dem Kerl halt Bei Herrn Koranek? fragte ich ohne es recht glauben zu können Bei wem sonst? Frag nicht so blöd Ich hab gedacht ich geb ihm gleich was damit er Ruhe gibt bei dir Aber er hat mir doch immer Ruhe gegeben rief ich Glaubst du? sagte die Mutter Ich kenn die Männer Nein rief ich noch lauter Dann nahm ich mich zusammen damit ich nicht in der ganzen Wohnung zu hören war Du kennst sie nicht glaube ich sprach ich leise weiter Nicht jeder ist so ein Scheusal wie mein Vater Das kann nicht sein Das gibt's doch nicht Der Herr Koranek ist mir immer wie ein ganz normaler Mann vorgekommen Kein Mann ist normal wenn's drauf ankommt Hat er dich belästigt? fragte ich Das nicht Aber ich hab seine Augen gesehen wenn er dich angeschaut hat und das hat mir genügt Daraufhin hab ich so getan als bräuchte ich dringend einen Mann und hätt gern ihn dafür Da hat er angebissen und ist jetzt abgelenkt von dir So ein alter Kerl soll sich gefälligst mit einer alten begnügen Ich besorge es ihm ganz gut Ich brachte kein Wort mehr hervor Maria Der Ekel meiner Mutter überschwemmte mich Mir meine Mutter und Herrn Koranek dabei vorzustellen wenn sie es ihm besorgte war so grauenvoll für mich dass ich dieses Bild einfach von mir drängte und jeden weiteren Gedanken an das was ich eben erfahren hatte Ich sagte Gute Nacht Mutter als wäre nichts vorgefallen drehte mich zur Wand und floh in den Schlaf Ich sprach nie mehr mit ihr darüber Wenn sie nachts ins Zimmer zurückschlich versuchte ich es nicht wahrzunehmen und im Halbschlaf in Liebesträume zu gleiten die ich mir besonders schön und zart erzählte Nachträglich kommt es mir wie ein Wunder vor dass mir diese Fähigkeit erhalten blieb die Fähigkeit mir Liebe zwischen Mann und Frau vorzustellen und nicht nur den Geschlechter und nicht nur den Geschlechterkampf zu sehen in dem meine Mutter sich verstrickte weil sie nichts anderes kannte Andererseits wurden meine eigenen Vorstellungen dadurch noch irrealer als sie schon waren weil sie im Sog der erzwungenen Sexualität die neben mir stattfand das reine Ideal suchten Schon mein Erlebnis mit Johann Eipeldauer war die Folge einer ähnlichen Suche gewesen Jetzt war ich älter hatte mir Bildung angeeignet kannte mich zumindest theoretisch in sexuellen Dingen aus lebte in einer Großstadt und befand mich in der Schule unter zum Teil frühreifen Mädchen die viel von Liebeserlebnissen erzählten und dabei auch wenn sie flunkerten nicht vor eindeutigen oder gar obszönen Schilderungen zurückschreckten Meine Liebessehnsucht jedoch war naiv und weltfern geblieben tatsächlich fern der Welt Sie hüllte mich ein und verbarg mich Ich sah die Wirklichkeit nicht und die Wirklichkeit nahm mich nicht wahr In der Schule erging es mir jetzt ein wenig besser weil die Mitschülerinnen mich plötzlich zu respektieren begonnen hatten Sei es weil Magdalena tatsächlich gestorben war ein Mädchen wie sie und trotzdem weg und tot Sei es weil ihnen die Luxuslimousine des Vaters und mein Kontakt zu einer reichen Familie imponierte oder weil sie sich schlicht an mich gewöhnten Jedenfalls musste ich mich nicht mehr gegen Spott und Ablehnung wehren Sie ließen mich in Ruhe und das genügte mir Ich suchte keine Freundschaft und keines der Mädchen suchte die meine Aber man schloss mich nicht mehr aus Ich nahm an Pausengesprächen teil wirkte bei Schulveranstaltungen mit und wurde sogar gelegentlich zu Partys eingeladen Wohl auch, weil sie gerne bei mir abschrieben Also lud man mich ein wenn die Einladung nicht allzu exklusiv war Meine Mutter war begeistert dass ich in der Klasse endlich dazu zu gehören schien und nicht mehr nur eines der Mädchen noch dazu ein Sterbendes ein einziges Mal besuchen durfte Zunächst sagte ich ich bliebe lieber zu Hause weil ich für eine Party nichts anzuziehen hätte und mir ohnehin wenig daraus machen würde Du gehst erklärte sie Ich wusste nicht woher sie das Geld hatte aber wir kauften einen Satinrock eine Bluse mit Rüschen am Ausschnitt und an den Ärmeln dazu Seidenstrümpfe und Lackschuhe mit halbhohen Absätzen Ich kam mir vor wie eine Prinzessin Zu wenig war ich gewohnt auch nur auf bescheidene Weise hübsch gekleidet zu sein Als ich mich zum ersten Mal in den neuen Sachen zeigte trug ich die Haare offen und hatte sogar ein wenig Lippenstift benutzt Die Mutter starrte mich so verzückt an als stünde ein Engel vor ihr Das schau an sagte sie aber nur Plötzlich trat Herr Koranek aus seiner Tür und kam zu uns ins Vorzimmer Die Mutter zuckte zusammen Er aber stellte sich dicht an ihre Seite betrachtete mich wohl gefällig und sagte freundlich Ich sah eine so hübsche Person dass man mir auch unbedingt was Hübsches zum Anziehen kaufen müsse Als ich die Mutter ansah senkte sie den Blick Da wusste ich woher das Geld kam Auf den Partys fiel ich in meiner Pracht nicht im geringsten auf zu meiner Erleichterung auch nicht unangenehm Ich sah so aus wie man eben auszusehen hatte Von nun an bekam ich immer wieder etwas dazugekauft Ein Samtjäckchen ein Seidentuch damit ich bei der Kleidung variieren konnte Und das obwohl die Mutter nach wie vor in den Bahnhofstoiletten arbeitete und dort so wenig verdiente dass sie es sich unmöglich hätte leisten können Ich aber ließ es mir gefallen und fragte niemals nach Und ich gewöhnte mich sogar an den Gedanken dass meine Mutter nicht nur mit Herrn Koranek ins Bett ging weil sie meinte mich auf diese Weise vor ihm schützen zu müssen sondern dass sie mich damit auch versorgte Es ist brütend heiß geworden Maria Hier unter den Bäumen scheint die Luft still zu stehen und der Schweiß fließt mir übers Gesicht Ich huste immer noch Deshalb wage ich heute nicht schwimmen zu gehen Die Wirtin hat mir ein kleines Mittagessen vorbereitet Ich werde es mit auf mein Zimmer nehmen und ein wenig schlafen danach Von Herzen grüße ich Sie Magda 16. Juli Meine liebe Frau Magda Da bin ich aber froh dass zwischen uns die Luft wieder rein ist Nicht dass da was unsauberes war so meine ich es nicht aber es geht oft so schnell dass sich zwischen Menschen etwas ansammelt etwas wie Müll den man vergessen hat rauszutragen Finden Sie nicht Jetzt haben wir alles rausgetragen Nichts mehr ist in der Luft Gott sei Dank Ich habe mir heute vorgenommen dass ich nur kurz schreibe Heute habe ich so viel Arbeit vor mir Zwei Wohnungen sauber machen weil die Mieter aus dem Urlaub zurückkommen und alles picobello wollen Nur eine Frage ganz rasch Hat Ihre Mutter sich wirklich nur gegraust vor dem Herrn Koranek Mir täte es ja besser gefallen wenn es ihr mit der Zeit auch ein bisserl gefallen hätte Aber nichts ist so wie es mir besser gefallen hätte Ich weiß War nur eine Frage Der Lukas sagt bei sowas Du bist halt sexuell Er meint damit dass ich immer was davon haben will und bei ihm das Glück habe dass ich was davon habe Aber mir ist wirklich lieber wenn man was davon hat Auch bei ihrer Mutter wäre es mir lieber Bei allen Frauen wäre es mir lieber Aber jede Lebensgeschichte geht wie sie will und nicht wie man selber will Auch die eigene Lebensgeschichte Leider Aufhören Maria Ich habe das jetzt laut gerufen deshalb die Rufzeichen und großen Buchstaben Von der Straße hat einer erschrocken hereingeschaut Ich habe lachen müssen und er dann auch Bei uns ist es auch sehr heiß Liebe Grüße von der Maria 17. Juli Liebe Maria Heute bin ich am Morgen als es noch nicht so heiß war zum ersten Mal wieder zu Malinia hinaufgewandert Und der Ausblick von der Höhe der Insel hat mich wieder überwältigt als sehe ich ihn zum ersten Mal Das Gold der Morgensonne über dem frischen Blau des Meeres die rosigen Gebirgszüge des Festlandes in der Ferne dazu der Duft nach Wacholder die silbrigen Olivenbäume es war wunderbar Im Postamt lag bereits ihr Fax Sie haben es also wirklich geschafft den Brief gestern noch abzugeben trotz all ihrer Arbeit Maria Tja Und jetzt habe ich also wieder den Stift in diesen unermüdlichen Fingern und einen neuen dicken Briefblock vor mir Da man diese Faxbriefe ja alle auch selbst behält staune ich bereits über das dicke Päckchen beschriebener Blätter auf dem Tisch in meinem Zimmer Ich habe einen großen weißen Kieselstein als Beschwerer draufgelegt damit Windstöße sie mir nicht durcheinanderwirbeln Heben Sie Ihre Briefe auch auf Maria Jedenfalls liegen Sie hier schön geordnet zwischen den Meinen alle Ihre Faxe alles der Reihe nach Man könnte schon fast ein Buch daraus machen So viele Seiten sind es denke ich gerade Ein handgeschriebenes Briefwechselbuch Der Peter Kreuz hat schon recht In unserer Zeit ist dies bereits anachronistisch Wer schreibt noch Briefe und gar per Hand Ich sitze in meinem Zimmer Ein leichter Wind weht vom Meer her Die Jalousien sind halb geschlossen Das macht den Raum so schattig dass ich obwohl Tag ist meine Tischlampe brennen habe Und ich kann jetzt einen Sprung vorwärts machen in meiner Erzählung Denn die Zeit bis zur Matura zum Abschluss des Gymnasiums verlief weiter so wie ich es Ihnen schon berichtet habe Ich lernte war in der Schule halbwegs integriert verbrachte ab und zu meine Freizeit mit den Mädchen und blieb daheim mit dieser seltsamen Liaison konfrontiert um die nicht zu kümmern ich mich bemühte Vor allem weil ich Herrn Koranek weiterhin wenig sah und die Mutter ihre Freudlosigkeit beibehielt ihr scharfes wachsames Auge auf mich und ihren Hass auf Männer So kam es dass ich mich mit keinem männlichen Wesen einließ oder anfreundete trotz der gelegentlichen Partys zu denen auch Burschen geladen waren Sogar harmlose Gespräche machten mich unsicher und sobald ich einen Flirt oder gar körperliche Annäherungsversuche auf mich zukommen fühlte floh ich Dann musste ich plötzlich in der Küche beim Sandwich zubereiten helfen oder einem Mädchen schnell was in Mathematik erklären oder leider diesmal früher nach Hause weil es meiner Mutter nicht gut ginge Ich wurde flink im Erfinden von Gründen mich zu entziehen und das obwohl ich insgeheim voller Sehnsüchte war aber eben insgeheim Es war mir unmöglich geworden meine Liebessehnsucht einem Manne offen zu zeigen oder sie mir selbst einzugestehen ohne dass mich Schuld und Ekel überkamen Die Haltung meiner Mutter hatte gegen alle Widerstände auf mich übergegriffen Ich bestand die Matura mit Auszeichnung und erhielt ein glänzendes Abschlusszeugnis Ich hatte keine Sekunde etwas anderes erwartet aber das Glück meiner Mutter war unbeschreiblich Sie kam sogar zu der Abschlussfeier in die Schule in einem schwarzseidernen Kleid das ich nie zuvor an ihr gesehen hatte und das wohl auch eine Frucht ihrer Aufenthalte in Herrn Koranecks Bett war oder vielleicht bereits eine seines Mitleids und einer schlichten Zuneigung denn meine Mutter war sehr gealtert in letzter Zeit Ich glaube sogar dass er sie zu schätzen begann und ihr ein leichteres bequemeres Leben ermöglicht hätte wenn sie darauf eingegangen wäre aber sie blieb rau und unzugänglich in Verachtung und Bitterkeit verstrickt und wollte ihn nicht anders wahrnehmen als einen dem sie für Gegenleistungen dienstbar war dass dennoch eine Art von Vertrautheit zwischen ihnen entstanden sei wie sie empört von sich als ich sie einmal darauf ansprach Hast du den Koraneck inzwischen nicht auch recht gern? fragte ich sie Hör mir mit dem Kerl auf schrie sie sofort Warum denn? bohrte ich weiter Er behandelt dich doch nett Ha! Nett! schnaubte sie Man gewöhnt sich eben an alles das ist es und sonst nichts Ich sah in ihr müdes erloschenes Gesicht sah ihre wütenden Augen und fragte nicht weiter Sie konnte nicht mehr empfinden Gefühlen nicht mehr trauen das hatte die Ehe mit dem Vater ihr für immer geraubt Als sie jedoch zum ersten und letzten Mal ins Gymnasium kam um unserer Feier einem Abschlussball mit Musik und Tanz beizuwohnen sah sie schön aus Richtig schön Maria Überrascht starrte ich sie an und vergaß dass ich mich vorher besorgt gefragt hatte ob ich mich ihrer neben den anderen Müttern würde schämen müssen wohl weil er stolz sie so strahlen ließ hatte ihr Gesicht plötzlich wieder ein wenig den Glanz ihrer Schönheit von einst sie ging aufrechter als sonst und das schwarze Kleid ließ sie hochgewachsen und schlank wirken und dass ihr Haar grau war und seinem einfachen Knoten geschlungen kam mir gegenüber den blond oder rot gefärbten anderen Müttern edel vor ja an diesem Abend sah sie edel aus meine Mutter auch dass sie zurückhaltend blieb ruhig da saß wenig sprach aber mich mit stillen leuchtenden Augen im Kreise erfolgreicher Maturantinnen beobachtete gab ihr Würde fast etwas Aristokratisches an diesem Abend war ich fast ebenso stolz auf meine Mutter wie sie auf mich und dieser Stolz war wohl das erste und letzte wirkliche Glück ihres Lebens dass uns gelungen war was sie so ersehnt hatte dass ich das Gymnasium mit Erfolg ja mit Auszeichnung abgeschlossen hatte und mir der Weg zu einem Studium offen stand dass ich unabhängig werden würde eine stolze unabhängige Frau mit Wissen und Freiheit dass dieser Traum ihres Lebens sich für mich erfüllte war die vielleicht einzige Glückserfahrung ihres Lebens ich bin froh dass ich ihr wenigstens die schenken konnte dass danach in meinem Leben alles nicht so wurde wie sie fest annahm erlebte sie nicht mehr drei Monate später starb meine Mutter meine liebe Maria ich muss jetzt schließen plötzlich bin ich so müde geworden dass ich mich nur noch auf mein Bett fallen lassen kann Magda 19. Juli liebe Frau Magda so früh ist ihre Mutter schon gestorben das tut mir sehr leid glauben sie mir auch weil ich manchmal ziemlich bissig geschrieben habe dass sie was falsch gemacht hat bei ihnen aber bei ihr selber ist so viel falsch gemacht worden dass man das verstehen müsste nicht gleich so hinhacken wie ich es getan habe und dann noch so früh sterben sie kann doch noch keine 40 gewesen sein wenn sie selber so um die 18 waren das ist mir jetzt erst klar geworden weil sie ihre Mutter eigentlich immer so beschrieben haben als wäre sie eine ziemlich alte Frau ach Gott ich kann gut nachfühlen dass es sie traurig macht und auch müde davon zu erzählen und verstehen dass sie noch nie geschrieben haben wie bald ihre Mutter fortgegangen ist ich habe einen richtigen Schock gehabt wie ich das gelesen habe dass sie den Brief so rasch auf einmal beendet haben macht mir Sorge aber solange sie weiterschreiben leben sie ja auch weiter mit all ihren Gedanken und Erinnerungen und das ist ganz wichtig manchmal kommt mir vor dass ich so etwas geworden bin bei ihnen wie das Ohr vom lieben Gott wenn ich das aufschreibe will ich mich nicht wichtig machen Frau Magda um Gottes Willen nein es ist nur ein Vergleich wenn es einen lieben Gott überhaupt geben würde täte er sich wundern wenn ich einfach so behaupte ich bin sein Ohr aber so wie für mich wichtig ist dass sie mir Briefe schreiben ist es vielleicht auch umgekehrt wichtig für sie weil sie alles erzählen können was war so viel Trauriges dass ihr Gemüt krank gemacht hat und was sie wie sie sagen noch nie jemandem erzählt haben ich bin froh dass wir beide anachronistisch sind erst habe ich nicht gewusst was das heißt aber stellen sie sich vor der Lukas hat mir ein Wörterbuch gekauft das heißt Duden und da kann ich alles nachlesen Anachronismus heißt veraltete überholte Einrichtung also ich finde das gar nicht veraltet dass wir uns schreiben und sowieso sind wir sehr modern mit dem Fax oder der Lukas sagt die anderen tun nur noch mit Computer schreiben aber ich habe so lange überhaupt nie geschrieben da bin ich schon froh dass meine Hand es immer besser schafft ehrlich gesagt und es hat mich gefreut dass der Lukas mir diesen Duden geschenkt hat auch ehrlich gesagt gestern habe ich Ihnen noch nicht antworten können obwohl mir wieder mal das Herz weh getan hat bei Ihrem Brief nicht wirklich das Herz diesmal aber ein Gefühl im Herzen war es schon ich glaube man sagt Herz wenn man alles das meint was in einem drinnen fühlt und man gar nicht weiß wo alle diese Gefühle sitzen aber noch am ehesten dort wo das Herz ist glaube ich also gestern bin ich halt doch wieder einmal mit dem Lukas ins Kino gegangen und dann waren wir noch im Gasthaus auf ein Bier und Würstel mit Senf und wir haben einen sehr guten Abend gehabt obwohl in dem Film alle ermordet worden sind einer nach dem anderen wir haben schon drüber lachen müssen aber im Gasthaus haben wir über Worte und über das Aufschreiben gesprochen und er hat mir mehr als sonst von der Arbeit in seiner Werkstatt erzählt und wir waren dann in der Nacht zu Hause in einer sehr guten Stimmung also ich meine alles hat sehr gut gestimmt zwischen uns jetzt gerade hat es leicht zu regnen begonnen ein ganz warmer Regen ich nehme dann den Regenschirm und gehe mit dem Brief zum Herrn Kreuz was sie wohl gerade tun an diesem Nachmittag frage ich mich ob es wohl immer noch so heiß ist bei ihnen und ob sie wohl schon weitergeschrieben haben ich wünsche ihnen Gottes Segen ihre Maria PS das mit Gottes Segen ist mir nur so rausgerutscht 20. Juli liebste Maria was ihnen da nur so rausgerutscht ist mir Gottes Segen zu wünschen das hat ewige Gültigkeit zwischen uns Menschen auch wenn wir nicht fromm sind eigentlich wollen ja wir selbst segnen wir wollen den anderen Menschen unter unseren Schutzstellen ihn behüten aber da wir menschlich sind selbst ausgelieferte nehmen wir Gott hinzu vielleicht ist Gott nur der Name für die Kraft in uns aber wie auch immer ich freue mich so sehr dass Lukas ihnen den Duden geschenkt hat das ist eine wunderbar liebende Tat damit hat er sie gesegnet es ist unnötig dabei über den lieben Gott nachzudenken und bei ihnen liebe Maria ist es ähnlich auch wenn sie bescheiden meinen nur Gottes stellvertretendes Ohr für mich zu sein ihr eigenes Ohr ihre Aufmerksamkeit ihre Briefe sind für mich ein Segen sie hatten Recht ich war von der neu erweckten Erinnerung an den Tod meiner Mutter arg niedergeschlagen deren armes missbrauchtes Leben kam mir wieder voll zu Bewusstsein ja und auch die Tatsache dass sie jung gestorben ist ich habe sie tatsächlich immer als eine sich zu Tode rackernde müde alte Frau wahrgenommen außer in meiner frühesten Kindheit da war sie für mich ein Idol der Inbegriff weiblicher Schönheit was sie ja auch gewesen ist ich habe sie ihnen glaube ich geschrieben sie war ein ungewöhnlich schönes Mädchen aber die Brutalitäten meines Vaters der Kampf sich ihm als Frau zu verweigern und dazu ohne Unterlass schwerste körperliche Arbeit all das hat ihr die Jugend rasch zerstört als wir flüchteten und in die Stadt zogen war sie eine verbrauchte Frau und als sie später meinte Herr Koranek müsse sich mit einer Alten begnügen und sie besorge es ihm ganz gut war sie davon bitter überzeugt sie hielt sich für eine alte Frau und ich ließ mich überzeugen und hielt sie auch dafür und der wirklich alte Herr Koranek der das wohl anders sah konnte ihr diese Überzeugung und ihren Ekel nicht mehr austreiben auch ihren Männerhass nicht mehr es wäre vielleicht gut gewesen wenn sie sich und sei es unbewusst ein wenig für diesen Mann hätte erwärmen können so wie sie Maria sich's gewünscht haben dass er ihr ein bisserl gefallen hätte was genau zwischen diesen beiden lief weiß ich natürlich nicht aber ich fühlte in all der Zeit die unüberbrückbare Ablehnung meiner Mutter kann sein dass sie diese vor mir werden beschwor sie mich eine geachtete Persönlichkeit hämisch fragte ich sie ob sie meine dass man nur in einer tollen Kanzlei oder als Göttin ihn weiß die stolz durch ein Spital segelt eine geachtete Persönlichkeit sei man muss auf der Weltwehr sein um geachtet zu werden lautete ihre kategorische Antwort das Herumphilosophieren über die Welt bringt nichts an diesem Tag es war Anfang September genau gesagt der 7. September und bereits ungewöhnlich kühl und regnerisch hatte ich mich im Universitätsgebäude herumgetrieben ohne zu einem Entschluss gekommen zu sein in den Büros sagte man mir ich sei ohnehin schon fast zu spät dran warum ich mir's nicht früher überlegt hätte tja warum fragte ich mich als ich mit der Straßenbahn nach Hause fuhr zwischen durchnässten Menschen die dicht gedrängt standen und den üblen Geruch dampfender Kleidung ausströmten weil meine Mutter etwas für mich will was ich für mich nicht will ich grollte ihr mit diesem Groll betrat ich die Wohnung und da kam mir Herr Koranek entgegen wortlos das Gesicht entstellt vor Schmerz was ist los? fragte ich er hob die Hand und wies zu unserem Zimmer ich betrat es und sah meine Mutter auf ihrem Bett liegen ich sah sofort dass sie tot war es gibt eine Blässe die nur der Tod über ein Menschengesicht legen kann man hatte ihr bereits die Augen geschlossen ihre Hände über die Brust gefaltet ich setzte mich an den Bettrand und starrte sie an sie war wieder schön diese letzte vollkommene Entspannung die unsere entzählten Körper erfahren hatte auch ihr Gesicht geglättet es sah weich aus wie von Fesseln befreit und was ich nie gewagt hatte tat ich jetzt ich streichelte ihr Gesicht lange und zärtlich streichelte ich ihr Gesicht es war still im Zimmer ich weinte nicht und wusste noch nicht was geschehen war und was ich fühlte ich wusste nur dass ich sie jetzt streicheln musste irgendwann trat Herr Koranek neben mich und sagte mit tonloser Stimme sie ist in der Küche umgefallen und war sofort tot aber sie ist heute nicht zum Bahnhof sie hat gesagt ihr sei nicht gut ich bin neben ihr gestanden wie sie sich gerade einen Kamillentee gemacht hat ich habe noch niemanden gerufen Maria ich wollte auf dich warten ich habe sie nur auf ihr Bett getragen und so war ich also gefordert der Reihe nach all das zu tun was ein Todesfall nach sich zieht der Arzt kam und bestätigte Herzversagen später musste ich zusehen wie man meine Mutter in einem Blechsag legte ihn über ihrem Gesicht ihrem Körper schloss und davontrug dem zuzusehen ist so unerträglich dass man es nur ertragen kann ich weiß das klingt absurd aber man übersteht es weil man selbst dabei stirbt reglos erledigte ich alle Formalitäten und kümmerte mich um das Begräbnis gläsern wie eine Tote Herr Koronek half mir finanziell aus und war freundlich aber die meiste Zeit blieb er in seinen Räumen wenn er herauskam waren seine Augen rot vom Weinen nur wir beide gingen hinter ihrem Sarg her als meine Mutter begraben wurde dieser Septembertag war wolkenlos und warm die Bäume auf dem Friedhof rauschten in einem leichten Wind das Laub begann gerade golden zu werden ich warf eine weiße Rose auf den Sarg hinunter und wandte mich dann rasch ab Herr Koronek blieb länger am offenen Grab stehen ich hörte ihn murmeln und zuletzt deutlich und klar die Worte bis bald Ludovica meine Mutter hieß Ludovica ich glaube das habe ich ihnen nie gesagt dann trat er neben mich schnäuzte sich und wir gingen in ein nahes Gasthaus wir saßen im Garten unter Kastanienbäumen und bestellten Naturschnitzel mit Reis wir schwiegen beim Essen und ich trank zu viel Weißwein Herr Koronek musste ein Taxi nehmen und mich ins Zimmer und zu meinem Bett bringen so betrunken war ich seufzend sagte er armes Mädel schlaf jetzt aber als er die Tür hinter sich geschlossen hatte hob ich den Kopf ein wenig an und sah auf meinen Körper hinunter ich sah ihn im schwarzen Seidenkleid meiner Mutter da liegen ich hatte es zum Begräbnis angezogen weil ich sonst nichts Schwarzes besaß und da begann ich zum ersten Mal zu weinen es brach aus mir heraus ich weinte und schrie vor mich hin bis ich schließlich übergangslos einschlief als ich nach Stunden erwachte war mein Kissen immer noch feucht von Tränen es war Nacht ich starrte durch die Dunkelheit zu den Lichtern im Hof und bewegte mich nicht aber ich wusste dass ich mich ab nun anders durchs Leben würde bewegen müssen allein mir selbst überlassen ohne die raue Stimme und die Befehle meiner Mutter neben mir da weinte ich wieder aber es waren stille Tränen die mir wie von selbst aus den geöffneten Augen liefen dann dann zog ich mich aus hängte das schwarze Seidenkleid sorgfältig auf einen Bügel schlüpfte in mein Nachthemd wusch mir im Badezimmer das Gesicht überzog mein Kissen frisch und lag schlaflos aber ruhig bis zum Morgen im Bett diese kleinen alltäglichen Handlungen sind es die zu Schritten ins Weiterleben werden die Routine des Lebens schiebt uns weiter und eines Tages wenn man nicht gestorben ist lebt man plötzlich wieder am nächsten Tag bot Herr Koranek mir an in der Wohnung zu bleiben auch wenn ich keine Miete zahlen könne und ich nahm es dankend an ich würde bei ihm putzen sagte ich ah das habe ich auch der Ludowiker nicht erlaubt sagte er ich war immer Junggeselle und habe allein für mich gesorgt was ist bei mir schon viel zu putzen wir saßen am Küchentisch und ich sah ihn an ein alter und trauriger Mann stocherte mit gesenkten Augen in dem Rührei auf seinem Teller herum er war mager geworden das Gesicht an diesem Tag unrasiert und voller Bartstoppeln die schütteren weißen Haare standen ihm wirr um den Kopf und was hatte meine Mutter angefahren bei ihm gewähnt bei diesem Kerl wie sie ihn immer nannte wie angstvoll hatte sie geglaubt mich vor ihm schützen zu müssen vor ihm der jetzt bitte an ihrem verlust verlust und sich sogar bereit erklärte mir ein dach über dem Kopf zu geben wie uneinsichtig wir doch leben dachte ich mir und an so vielem vorbei danke Herr Koranek sagte ich und blieb also in seiner Wohnung im selben Zimmer neben dem leeren Bett der Mutter ich schrieb mich nicht an der Universität ein weil ich ja Geld verdienen musste Herr Koranek steckte mir immer wieder etwas zu aber das wollte ich nicht länger in Anspruch nehmen sondern selbstständig werden also fand ich die Anstellung beim Ölig Versand ich begann dort als Mädchen für alles und arbeitete mich langsam hoch wenn ich nicht im Büro war saß ich am Tisch in unserem Untermietzimmer und las Bücher ich sagte immer unser Zimmer und nie mein Zimmer auch Herr Koranek sprach von eurem Zimmer er bot mir manchmal von seinem Essen an und ich schaute darauf dass zumindest Bad und Küche ein wenig heller und sauberer wirkten weil ich sie regelmäßig schrubbte ruhig und ohne viel Worte lebten wir in der Wohnung nebeneinander her zu den Schulkolleginnen hatte ich keine Verbindung mehr die Angestellten im Ölig Versand nahmen anfangs kaum Notiz von mir also war ich hauptsächlich allein und vertiefte mich in das was Bücher mir erzählten oder ich ließ mich von Filmen aufsaugen ja jetzt da meine Mutter mich nicht mehr davon abzuhalten versuchte ging ich ständig ins Kino ich sparte wo ich konnte um genügend Geld für Kinokarten zu haben ich sah fast alles was im Weltbild lief und ging auch in andere Kinos zeitweise saß ich Abend für Abend vor irgendeinem Film nachdem ich nach dem Büro daheim ein Brot gegessen und mich ein wenig erfrischt hatte ich saß zurückgelehnt im Kinosessel und konnte mich vergessen mich und mein Leben zu vergessen in dem ich miterlebte was ich auf der Filmleinwand vor mir sah wurde eines meiner dringlichsten Bedürfnisse ich wurde Kinosüchtig in dieser Zeit es war eine Zeit in der ich nicht vorkam ich durchlebte sie als wäre ich leblos liebe Maria es wird langsam Abend im Augenblick fühle ich mich leichter obwohl ich ihnen wieder viel schweres erzählt habe so leben wir und nehmen immer Abschied sagt Rilke aber jetzt nehme ich nur Abschied von ihnen Maria weil ich den Brief abschließe ich freue mich auf ihre Antwort Magda 21. Juli Liebe Frau Magda heute nach meiner Arbeit war ihr Fax gerade angekommen zwar ist es jetzt schon sehr spät in der Nacht aber ich möchte antworten weil sie sich ja auf meine Antwort freuen dann kann ich gleich morgen früh damit lossausen der Lukas ist schon im Bett und draußen ist der ewige Regen der will gar nicht mehr aufhören bei uns und zu kalt für den Juli ist es auch geworden ich wünsche ihnen dass es auf der Insel so schön bleibt dass sie wieder viel schwimmen können nach der Grippe ich kenne das Meer nicht aber ich glaube dass es heilen kann auch ihre traurigen Erinnerungen heilen kann dieser Satz von diesem Rilke ist schön ich habe bei ihren Büchern nachgesehen vorhin war in der Wohnung und habe das Licht angedreht und habe ihn bald gefunden und dass er Rainer Maria heißt ein komischer Vorname weil ich erst nicht gewusst habe wer Rilke ist also ja sein Satz ist schön er klingt einfach und schön aber wir nehmen doch nicht nur Abschied Frau Magda wir lernen uns doch auch kennen so wie wir zwei zum Beispiel das Gegenteil von Abschied gibt es doch auch also das finden und begrüßen oder es gibt immer zwei Seiten von allem zum Beispiel der Herr Koranek der mir am Anfang so wie Sie es erzählt haben nicht koscher war was heißt eigentlich koscher wir sagen das immer so auch meine Mutter und jetzt merke ich dass ich nicht weiß was es heißt nur was es für unsere einen bedeutet weiß ich also der Herr Koranek zum Beispiel der war mir nicht koscher und dann stellt sich heraus er ist ein netter Mann sehen Sie Frau Magda so hat eben alles zwei Seiten und ich warte darauf wenn Sie weiter erzählen dass eine andere Seite in ihrem Leben auftaucht in der sie wenigstens eine Zeit lang vorgekommen sind und nicht leblos waren mein Gott so ganz allein jetzt die Mutter tot und nicht auf der Universität und damals schon in diesem Büro wo ich jetzt die Faxe hole und hin bringe es ist schon zum Haare raufen aber das war blöd von mir gesagt ich meine blöd geschrieben wenn schon dann müssten Sie sich die Haare raufen nicht ich glauben Sie jetzt bitte nicht ich möchte was angenehmeres lesen ich hätte nur gern mehr Glück für sie gehabt aber ich weiß auch dass man Glück nicht bestellen kann für sich selbst nicht und für niemanden aber dorthin schauen wo es heller ist das kann man also von der dunkelheit ein bisschen in die andere Richtung schauen nicht immer nur ins finstere damit will ich sie um gottes will nicht belehren frau magda aber eine ermunterung soll es schon sein das Wort ermunterung ist mir jetzt eingefallen und es gefällt mir ich bin auch immer stolz wenn mir Worte einfallen die ich sonst nicht sage jetzt kann ich immer im Duden nachschauen ob mir was richtiges eingefallen ist ich freue mich auch auf ihre Antwort immer von Herzen ihre Maria PS ich weiß schon was koscher ist den jüdischen Speisegesetzen gemäß und wir benutzen es für einwandfrei schon komisch dass man jüdische Worte sagt steht im Duden alle Leute sagen sie auch die die immer über die Juden schimpfen und überlegen sich das gar nicht das muss ich meiner Mutter erzählen m 22. juli meine liebe Maria sie müssen ja wirklich früh losgesaust sein als ich am vormittag auf verdacht bei malinia vorbeigesehen habe lag ihr brief schon bereit und ich danke ihnen für die ermunterung ich habe sie gebraucht meine rückschau hat mir tatsächlich den blick verdunkelt während ich ihnen schrieb konnten sonne und licht nicht mehr zu mir durchdringen als ich dann den brief beendet hatte bin ich ziemlich weit hinaus geschwommen und ließ mich vom meer wiegen ich sah zum ufer hin sah es von der abendsonne vergoldet und sah plötzlich mich selbst hinter dem weißen mäuerchen am Tisch unter den olivenbäumen wo ich jetzt sanft in den tiefblauen wogen schaukelte da wurde mir wieder einmal klar wie es uns unentwegt fortreist aus dem gegenwärtigen wie schwer es ist das hier und heute zu wahren ich bin langsam und mit genuss zurückgeschwommen habe mir beim duschen zeitgelassen habe mich eingecremt mir ein helles kleid angezogen und danach habe ich ausführlich und ebenfalls mit genuss zu abend gegessen eine kleine flasche weißwein habe ich allein ausgetrunken und zum abschluss eine zigarette geraucht der ältere mann am nebentisch der der beim essen immer liest hat sein buch weggelegt und mit mir zu plaudern begonnen schließlich hat er sich sogar zu mir herüber gesetzt und wir haben bei der wirtin noch ein fläschchen bestellt das gespräch war nicht uninteressant er ist professor an einer deutschen universität und unterrichtet philosophie aber nur noch ein jahr dann gehe ich in den ruhestand sagte er und lachte klingt ekelhaft wie ewige ruhe oder ruhe sanft quasi in vorwegnahme er sah aber gut aus gestern abend jedenfalls besser als bei seiner ankunft das meer tut seine wunder ohne ansehen des alters und männer können ja alt so schön aussehen wenn sie schlank geblieben sind das gesicht von der sonne gegerbt ist und sie dann noch haare am kopf haben die ihnen vom Meerwasser weiß gebleicht in die stirne fallen warum falten und mürbe haut wovon frauen sich im alter entstellt fühlen bei männern einfach nicht zählen werde ich nie begreifen liegt es an den frauen selbst weil sie selbst quälerisch darunter leiden und sich dies auf den betracht überträgt oder erzeugt erst der abschätzige blick der umwelt dieses leid diese unsicherheit bei ihnen sind alte frauen hässlicher als alte männer oder wird das altern von frauen darum sofort mit hässlich werden gleichgesetzt weil es diese fixierung gibt dass sie schön jung und gebärfähig zu sein haben verzeihen sie diesen unnötigen exkurs liebe maria das sind gedanken denen ich nicht oft nachgehe und die überhaupt nichts bringen ich sitze wieder im schatten an der steinmauer über dem meer und werde heute versuchen von der dunkelheit ein bisschen in die andere richtung zu schauen wie sie mich schön aufgefordert haben sie haben alles recht stolz zu sein maria ich glaube es gibt keinen berechtigteren stolz als den ihren nämlich den auf lernbereitschaft neugier und sehnsucht ein wenig höre ich jetzt meine mutter aus mir sprechen da ich aber ihre mutter sein könnte ist das zulässig finde ich also weiter dieses dahin leben zwischen gleichförmiger büroarbeit die mich geistig nicht forderte und den fantasiewelten der bücher und filme hielt erstaunlich lange an heutzutage wäre ich wohl vor dem fernsehapparat verkommen hätte die nächte davor zugebracht aber damals stand so ein gerät noch nicht in jedem haushalt und bei herrn koranek schon gar nicht aus seinen räumen vernahm ich nur radiogeräusche musik oder nachrichten laut aufgedreht denn er hörte schlecht wie er diese jahre tatsächlich hinbrachte weiß ich nicht ein paar mal fragte er mich warum ich denn keinen freund hätte ich merkte dass es ihn überwindung kostete diese frage zu stellen denn er wurde rot dabei er schien sich jedoch bemüßigt zu fühlen meine für ihn unbegreifliche askese anzusprechen und es rührte mich dass er sich wegen mir gedanken machte aber ich antwortete ruhig ich hätte keinen freund weil eben niemand mein freund sei das gibt's doch nicht widersprach er laut du bist eine hübsche person und gescheit da muss sich doch einer finden lassen meist brach ich so ein gespräch rasch ab sagte nur ich wolle ja keinen finden oder gar nach einem suchen so etwas ergebe sich von selbst oder eben nicht und außerdem käme ich ganz gut ohne freund zurecht mir fehle nichts ich sagte das was man immer sagt wenn einem etwas fehlt und irgendwie zurecht kam ich ja auch mehr aber nicht im lauf von etwa drei jahren hatte ich im ölig versand eine gesicherte position erreicht und man achtete mich dennoch kam es nie dazu dass einer der angestellten sich für mich oder mein privatleben interessierte es waren leute die heute alle nicht mehr dort arbeiten marie auch her kreuz kam erst viel später hinzu aber ich kann niemandem einen vorwurf machen auch ich wandte mich niemandem zu ich war viel zu verschlossen und abgekapselt um irgendein interesse zu wecken oder zulassen zu können an wochenenden oder wenn ich urlaubstage hatte ging ich noch öfter ins kino las ich noch mehr und bei schönem wetter fuhr ich manchmal mit der straßenbahn ins freie an den großen strom ich legte mich auf einer decke an den rand der flusswiesen möglichst dorthin wo sie wild wucherten schwamm ich sogar ab und zu aber nur nahe dem ufer wo die strömung sanft war und ich tat es ausschließlich wenn ich allein war und mich niemand im badeanzug sehen konnte auch dort hatte ich immer ein buch dabei lag auf dem bauch und las ohne dem silber des strömenden wassers oder den wehenden weiden rundum mehr als einen kurzen beiläufigen Blick zu schenken wenn doch einmal ausflügler auf fahrrädern oder einsame spaziergänger vorbeikamen starrte ich besonders eindringlich auf die buchseiten um jeden kontakt von vornherein auszuschalten erst wenn die gefahr einer menschlichen annäherung völlig gebannt war konnte ich in ruhe weiterlesen eigentlich ging ich nur an den fluss weil ich denn doch der ansicht war der mensch brauche ein gewisses maß an frischer luft dieses teilte ich mir also zu wie essen trinken die tägliche toilette oder eine dosis aspirin wenn ich erkältet war auch die natur um mich herum wasserrauschen sonnenreflexe gras und blätter konnte mich bei der flucht vor meinen eigenen natürlichen bedürfnissen nicht aufhalten ich sah und fühlte nicht mehr was mich umgab und lebte nur noch im erdachten so vergingen etwa drei jahre gleichförmig und ohne störung eines tages im dritten sommer jedoch nach einem dieser wochenend nachmittage am fluss kam ich sonnenmüde in die wohnung zurück und hörte das radio aus herrn koranecks räumen schallen ihn selber sah ich nicht ich duschte aß eine kleinigkeit und als ich zu einer abendvorstellung ins kino aufbrach tönte immer noch radiomusik hinter der geschlossenen tür hervor komisch dachte ich sonst isst er um diese zeit sein abendbrot aber jedem das seine ich sah an diesem abend dr shivago bereits eine reprise aber ich sah den film wieder mit tränen und alle zwei teile es war spät als ich heimkam ich schloss die türe auf und hörte sofort dass bei han koraneck unverändert laut das radio lief da wusste ich dass etwas passiert war ohne zu klopfen betrat ich seine zimmer und ich fand ihn neben seinem bett am boden liegend den arm ein wenig von sich gestreckt als hätte er hilfe gesucht aber er war tot wie meine mutter war er einem herzschlag erlegen ebenso abrupt und ebenso endgültig ein erschrecken lag noch über seinen zügen als ich ihm die Augen die der plötzliche griff nach dem herzen auf seinem gesicht hinterlassen hatte ich hockte vor ihm nieder und sah ihn an ihr beide habt es gut dachte ich du Mutter und sie herr koranek ihr habt euch wunderbar aus dem leben gestohlen rasch und problemlos und mich habt ihr hier sitzen lassen diesmal musste ich mich wenig um formalitäten kümmern eine entfernte Nichte von Herrn Koranek die ich nur einmal bei ihm gesehen hatte nahm alles in die Hand unter anderem natürlich auch seine Wohnung und sein Geld ich weiß nicht wie viel Geld er besaß und ob er tatsächlich vorhatte mir eine Summe zu hinterlassen das was ich habe reicht später auch noch für dich wirst sehen hat er jedenfalls einmal zu mir gesagt als ich eine geringfügige finanzielle Zuwendung nicht annehmen wollte und er mich dazu überreden musste nur als jetzt die Nichte mir gegenüber kein Wort von einem Testament oder einer Erbschaft verlauten ließ wagte ich nicht sie danach zu fragen sie würde es mich schon wissen lassen redete ich mir ein wenn es etwas für mich gäbe würde sie es mich schon wissen lassen weil ich feige war mich schämte und nicht als habgierige Person dastehen wollte machte ich es der Nichte überaus leicht mich schlichtweg nichts wissen zu lassen die korpulente blond gefärbte Frau ihr Mann und die zweihalbwüchsigen Kinder behandelten mich reserviert aber höflich nach dem Begräbnis jedoch das an einem wolkigen Sommertag kurz und seltsam schmerzlos an mir vorbeilief sagte man ebenso reserviert aber höflich ich müsse sobald wie möglich aus der Wohnung die werde nämlich demnächst verkauft sie sagten es mir bei der jause die wir nach verlassen des friedhofs in einem café zu uns nahmen ich nickte gehorsam vergaß jedoch vor schreck zu kauen und verschluckte mich an einem Bissen von meinem Schinkensandwich mit Gästen des Bedauerns eilte ich zum Klo und musste dort würgen und spucken weil ich an dem Brocken fast erstickt wäre ich hätte diesen hinauswurf vorhersehen müssen dennoch erschreckte er mich wie etwas völlig unvorhergesehenes ich hatte den Gedanken vor mir her geschoben dass irgendetwas mich je aus meiner sterilen leblosen Ordnung meinem sturen dahinleben werfen könnte nun aber war ich gezwungen neu zu überlegen mich neu zu orientieren und diesmal fand ich auch erstaunlich rasch und problemlos eine neue Lösung als ich im Büro zögerlich fragte ob vielleicht jemand eine Bleibe für mich wisse irgendeine Wohngelegenheit hob unsere erste Prokuristin Frau Haslinger den Kopf sah mich an und rief aus sie habe da eine Idee ihr Sohn sei erwachsen fast nie zu Hause mit dem könne ich mir ihre Wohnung teilen sie selbst lebe zur Zeit bei ihrem Freund der eine Villa im Grünen besäße und ihr wäre es ganz recht wenn jemand auf ihre Wohnung aufpasse sie wolle sie nicht aufgeben und ihr so sei so schlampig und er zahle ihr auch keinen Groschen also käme ihr meine Miete sehr gelegen und ob das nicht eine prima Idee sei natürlich sagte ich sofort doch die Idee sei prima und sie holte sogar einen Piccolo Sekt aus dem Kühlschrank um mit mir darauf anzustoßen dies war der erste herzliche Kontakt den ich im Büro je erlebt hatte die zu uns her lächelnden Gesichter an den anderen Schreibtischen erstaunten mich zum ersten Mal sah ich dass mich in all der Zeit lebendige Menschen umgeben hatten und nicht nur funktionierendes Menschenmaterial so kam es also dass ich eine Woche später unser Untermietzimmer in Herrn Koranecks Wohnung verließ mein Hab und Gut passte immer noch in einen Koffer nur hatte ich jetzt einen der nicht aus Pappe war die wenigen Sachen meiner Mutter hatte ich schon längst weggegeben nur die kleine Lampe über meinem Bett nahm ich mit Bettzeug und Tischdecken das füllte einen weiteren Karton als ich gehen musste blickte ich voll Trauer auf die unschönen Möbel die graubraune Tapete mit dem Efeu Muster das stille Hoffenster zurück in den anderen Räumen arbeiteten bereits Handwerker Bad und Küche waren von Staub und Trümmern erfüllt im Vorzimmer hatte man den Glasschirm der Lampe zerbrochen und ich stieg vorsichtig fast zärtlich über die dunkelgrünen Scherben als ich die Wohnung endgültig verließ als ich endgültig verließ was über Jahre hinweg mein Leben umgeben hatte fassen wir nicht immer Zuneigung zu dem was unseren Atem gefühlt hat durch lange Zeit ich blickte mit leisem Bedauern zurück wie man sogar in ein Krankenzimmer oder in eine Gefängniszelle zurückblickt auch wenn man dort gelitten hat und froh ist entkommen zu sein dennoch bedauert man ein Stück von sich selbst verlassen zu müssen im Laufe des Nachmittags haben sich Wolken aufgetürmt vorhin begann der Wind heftig zu wehen ich musste meine Briefblätter festhalten sie wären um ein Haar davon geflogen das Meer ist jetzt wild bewegt und rauscht gegen den Pier es sieht ganz so aus als würde es bald zu regnen beginnen also vielleicht kein Abendessen unter den Olivenbäumen sondern auf dem Zimmer geht alles gut von der Hand und gut vom Herzen Maria beeilen sie sich nicht mit meinen Briefen und schlafen sie genug oft habe ich ein schlechtes Gewissen wenn ich bedenke dass sie zwischen all ihrer Arbeit die Briefe lesen und meist nachts schreiben achten sie bitte auf sich ihre Magda 24. Juli ich sage ihnen Frau Magda das war vielleicht eine Überraschung dass auch der Herr Koranek gestorben gerade habe ich mich gut an ihn gewöhnt und bumms ist er tot diese nicht der war eindeutig ein mieses Frauenzimmer und sie armes Haarschall haben keinen Mucks gemacht wegen der Erbschaft ich habe mich richtig aufgeregt entschuldigen Sie Frau Magda dass ich mich so aufführe als würde ich im Kino sitzen aber das kommt daher dass ich ihr Leben mitlebe wenn sie es mir erzählen und ich habe viele Worte zum Nachschauen gehabt diesmal Exkurs ist Abschweifung oder Anhang eine rhetorische Frage ist eine auf die keine Antwort erwartet wird und Rhetorik ist die Redekunst diese Kunst würde ich gern können so wie Sie Frau Magda Sie haben immer so schön gesprochen fast so genau als wäre es geschrieben da habe ich immer so gern zu gehört jetzt höre ich dafür ihren Briefen zu wirklich man kann auch in einen Brief irgendwie hineinhören dass Sie einmal nicht allein waren beim Abendessen das hat mich zum Beispiel echt gefreut und noch dazu mit einem gescheiten Mann nicht mit irgendwem sondern mit einem Professor ich meine nichts gegen den Fischer Pero da war ich auch froh dass der gut zu ihren Tränen war wirklich aber ein gescheites Gespräch ist für eine gescheite Frau wie sie einfach was wichtig ist hoffentlich regnet es bei ihnen auf der Insel nicht auch so lang wie bei uns damit sie weiter draußen sitzen können beim Abendessen nicht allein im Zimmer und weiter plaudern mit dem Herrn Professor bei uns ist erst heute wieder die Sonne hervorgekommen und gleich wieder ist es so heiß zum umfallen gestern habe ich ihren Brief erst spät geholt er schon beim portier dass sie schon so lange dort arbeiten das hätte ich nicht gedacht es ist ja alles sehr neu jetzt in den Bürozimmern lauter Computer und moderne Möbel ich möchte sie gern was fragen und ich glaube schon dass ich sie das auch fragen darf Frau Magda also werden sie dort wieder weiter arbeiten wenn sie sich erholt haben und zurück kommen der Herr Kreuz tut jedenfalls immer so als wären sie auf einem längeren Urlaub zur Erholung eben weil sie krank waren wenn die Frau Bernsteiner zurückkommt muss sie erst mal leise treten obwohl wir alle schon sehr auf sie warten hat er gesagt so ist es doch oder sie werden doch nicht auf der insel bleiben wollen vielleicht gar ihre Wohnung aufgeben der Gedanke ist mir unlängst gekommen und hat mich erschreckt das gebe ich zu und deshalb frage ich zurückkommen würden sie haben ja nie etwas in der Art erwähnt aber in mir war plötzlich so ein Gefühl sie werden es mir sagen nicht wahr weil sie vom fernsehen geschrieben haben dass sie beim Herrn koranek sicher davor die abende verbracht hätten wenn damals jeder einen fernseher gehabt hätte so wie heute wir haben ja auch einen kleinen fernsehapparat in der Küche stehen aber wissen sie dass der Lukas und ich fast nie hineinschauen er sieht manchmal die Nachrichten und wenn ich gerade bügeln muss schaue ich mit oder einen sehr schönen Film drehe ich auf aber die sind meist spätnachts die Filme die ich mag und da bin ich müde und ich schreibe ihnen was ich lieber tue und ich sehe Filme sowieso lieber im Kino da denke ich nicht ans geschirr und an die Wäsche da ist dunkel und man ist weit weg von zu Hause also ich verstehe gut dass sie damals so gern und oft ins Kino gegangen sind wenn sie schon vom normalen Leben nichts wissen wollten und das Bücher lesen verstehe ich auch gut obwohl ich selber ja nicht dazukomme aber später einmal denke ich mir immer später einmal irgendwann werde ich Zeit zum Bücher lesen haben ich weniger Arbeit haben soll aber denken kann ich es ja oder vielleicht wenn man sich etwas sehr oft ausdenkt geschieht es dann auch aber egal sich etwas nur vorzustellen ist auch schön heute ist es wieder sehr spät aber keine Angst ich passe schon auf mich auf ich habe viel Energie sagt der Lukas immer er mag halt dieses Wort Energie das liest man jetzt oft in der Zeitung ich weiß nicht gut auch wenn ich wenig schlafe und ich kann kräftig arbeiten auch wenn ich müde bin seien sie unbesorgt liebe Frau Magda ihre Maria 26. Juli was denken sie liebe Maria natürlich will ich nicht für immer hier bleiben ich werde sicher in meine Wohnung und zu meiner Arbeit zurück kehren jedenfalls habe ich das unumstößlich vor glauben sie mir so schön es hier meist ist und obwohl mir alles immer vertrauter wird ich weiß trotzdem dass ich mein Leben dort weiter führen muss wo es für mich vor etwa einem Jahr so gut wie aufgehört hat nur wenn ich zurück komme kann ich eine Fortsetzung finden hier lebe ich außerhalb der Zeit verstehen sie außerhalb meiner Lebenszeit und das obwohl ich alles sehr intensiv wahrnehme mittlerweile und schön es manchmal schon richtig genießen kann aber noch nicht durchwegs ich stürze immer wieder ab die letzten tage waren verregnet ich blieb viel auf meinem Zimmer und sah das Meer als graue Unendlichkeit auf mich zurollen die mich verschlingen wollte auch das rauschende Wogen diese unendliche Wiederholung griff mich an ich stöpselte mir die Ohren zu und nahm Beruhigungstabletten dann versuchte ich zu lesen schlief aber hauptsächlich es gibt eine Art von Schlaf die nichts als Flucht ist der Professor den sie ein wenig überbewerten liebe Maria wollte mich dazu animieren mit ihm durch das Innere der Insel zu wandern er sah mit Gummistiefeln Anorak und Regenkapuze wie ein Expeditionsteilnehmer aus und schwärmte mir vor wie herrlich die Vegetation sei sowohl in den Tälern als auch auf den unwirtlicheren Bergkämmen und bei Hitze sähe man sich das ja nie an aber ich lehnte höflich ab und sagte dass ich lieber bei Sonne mit ihm wandern würde und Hitze gut vertrüge schade sagte er dann muss ich also wieder alleine los und ich sah in den Pfad aufwärts steigen und hinter den nassen Olivenbäumen verschwinden eigentlich hätte ich gern weitergeschrieben ihnen weitererzählt aber eine dunkle Lethargie hatte sich in mir ausgebreitet die mich lähmte die Lethargie der Lebensunlust wissen sie nein Maria sie wissen es nicht sie kennen diese Unlust nicht und auch nicht das verharren und verstummen den seelischen verfall Gott sei dank kennen sie das nicht ich preise ihren guten Schlaf und ihre Lebenskraft meinetalben auch ihre Energie wie immer wir es nennen wollen und lege den Göttern ans Herz ihnen all das zu bewahren heute jedoch erhob sich wieder ein strahlender wie frisch gewaschener Tag das tiefblaue Meer ist so sanft dass man den Wellenschlag kaum vernimmt am Morgen als ich ihr Fax abholen ging sah ich scharenweise Falter über den Weg wirbeln anscheinend haben sie sich während der Regentage wild vermehrt da gab es welche mit zitronengelben Flügeln dotterfarben gerendert andere waren violett gepunktet auf zimtrotem grund dazu lavendelblaue weiße malvenfarbene es war als flögen Blumen um mich her Malinja bestätigte mir dass es heute besonders viele Schmetterlinge gibt sie flatterte mit den Armen und sagte wieder Sonne wieder fliegen das Leben kurz müssen benutzen was ist das habe ich mir zu Herzen genommen Maria wieder Sonne wieder fliegen nutzen was ist nicht wahr ich sitze heute am Pier auf warmem Stein den Briefblock auf den Knien das durchscheinend klare Wasser unter mir ich sehe jeden Seeigel an der Hafenmauer jedes Fischlein das vorbeischwimmt die anderen Gäste sind bislang nicht aufgetaucht ich nutze die Ruhe und Kühle des frühen Tages des noch stillen Dorfes und Hafens um hier meinen Bericht an sie fortzusetzen die blauen Fischerboote schlingen leise sonst herrscht köstliche Stille in der Ferne zieht ein weißes Segel geruhsam über das Meer als ich ein Taxi zur Wohnung von Frau Haslinger nahm wusste ich nicht was mich erwarten würde hatte ich doch das Angebot bei ihr ein zu ziehen sofort angenommen ohne mir vorher etwas anderes anzusehen ich fuhr also ins Stadtzentrum und gelangte dort in eine der stilleren Seitengassen irgendwie hatte ich das erwartet als Frau Haslinger mir die Adresse nannte Fliegengasse ich stellte mir darunter eine kleine schmale Gasse vor und so war es dann auch Frau Haslinger erwartete mich vor dem Haus einem mehrstöckigen dunkelgrauen Jahrhundertwende Bau gehört endlich mal frisch verputzt seufzte sie als sie mir den Karton abnahm und vorausging mir war es hier immer zu düster ich bin froh dass ich jetzt beim Schorschi lebe und den Garten habe der Michael sagt ihm kann es nicht dunkel genug sein er wäre nämlich ein Höhlenmensch sein Glück würde ich sagen es gab keinen Lift und Frau Haslinger stapfte vor mir die Treppen hoch bis in den dritten Stock sie sind jung da geht das noch keuchte sie aber ich hasse das Treppensteigen der Michael nimmt immer zwei Stiegen auf einmal und lacht mich aus weil ich schnaufe dieser Michael also Höhlenmensch und zwei Stiegen nehmender Treppenbezwinger war ihr Sohn mit dem ich die Wohnung teilen sollte er lehnte in der offenen Türe als wir hinauf kamen ich schleppte meinen Koffer und eine schwere Umhängetasche seine Mutter meinen vollgestopften Karton aber er sah uns nur lächelnd entgegen und rührte Lickversand und dir mein lieber Nazi bald noch etwas anderes Frau Haslinger ging schwer atmend an ihm vorbei wenn du die Frau Magda Bernsteiner nicht sofort höflich begrüßt die Frau Magda Bernsteiner wiederholte er jedes Wort spöttisch auskostend und reichte mir die Hand er musterte mich mit seltsam hellen schimmernden Augen die aussahen als stünden sie voll Tränen was seinem Spott verwirrend sie schienen einem entgegenzustürzen diese Augen wie Quellen ich wurde ratlos unter seinem Blick auch die Wärme und der entschiedene Druck seiner Hand wurde mir unbehaglich und rasch entzog ich ihm die meine wieder guten Tag sagte ich nur ich war froh dass Frau Haslinger nach mir rief und folgte ihr eilig in die mir zugedachten Räume die Wohnung war riesig wie in allen alten Herrschaftshäusern in denen einst mehrere Dienstboten tätig gewesen waren also hatte ich zu meiner Freude zwei kleinere nebeneinanderliegende Zimmer zur Verfügung und sogar ein eigenes kleines Bad früher waren das meine Gästezimmer erklärte Frau Haslinger ich selbst habe ja die Wohnung von meinen Großeltern geerbt und bis zu unserer Scheidung haben mein Mann und ich ein großes Haus geführt das führt er jetzt woanders mit einer Jüngerin das übliche sie wissen ich gehe arbeiten Gott segne den Öligversand über den mein Sohn gern spottet und habe wenigstens meinen Schorschi und den Garten nur der Michael verwahrlost mir hier ich bin froh dass sie jetzt da sind was arbeitet was tut er denn der Michael fragte ich er sollte was tun Frau Haslinger setzte sich mit einem matten Seufzer auf das Bett das künftig meines sein würde er sollte endlich seinen Doktor machen schließlich studiert er schon ewig lang Jus aber hat keine Freude daran er jobbt kellnert alles mögliche mein Ex-Mann ist Rechtsanwalt der Michael könnte die Kanzlei übernehmen aber er will nicht ein Jammer ist das der Sohn war jetzt unsichtbar wohl in seinem Teil der Wohnung verschwunden die große gut ausgerüstete Küche müssten wir uns teilen das Esszimmer und eine Art Salon mit einigen Sofas und Fouteus seien ebenfalls gemeinsames Areal ihr solltet euch besprechen und ausmachen wer wann und was und wo Schloss Frau Haslinger küsste mich auf beide Wangen und sagte noch machen sie es gut bis morgen im Büro ich stammelte meinen Dank und sie ging liebe Maria ich sitze jetzt im Schatten am Tisch unter den Olivenbäumen es wurde sehr heiß am Pier außerdem erschien das Sommergäste-Ehepaar zwar freundlich lächelnd und mir mit beschwichtigenden Gästen versichernd sie würden mich nicht stören aber mit bunten Badetüchern einem Schirm und Sonnenöl ausgestattet und mit der Absicht neben mir ins Wasser zu springen und Badefreuden zu huligen wozu sie schließlich alles recht haben also lächelte ich ebenso freundlich zurück und verzog mich und hier lässt es sich gut weiterschreiben ich habe mir bei der Hauswirtin außerdem einen Krug kalter Zitronenlimonade geholt zur Erfrischung also als Frau Haslinger verschwunden war packte ich meine Sachen aus und räumte sie in Schränke und Schubladen die für meine Begriffe in luxuriöser Anzahl vorhanden waren dieser Michael mit seinen seltsamen Augen blieb für den Rest dieses Tages verschwunden Gott sei Dank dachte ich denn der junge Mann hatte mir gar nicht gefallen mich nur irritiert ich war froh dass er nicht auftauchte und genoss es in der ruhigen Wohnung allein zu sein äußerst zufrieden mit dem was ich mir hier bot ein eigenes Badezimmer und gleich zwei Zimmer mit einer Türe dazwischen zwei Zimmer durch die ich hin und her gehen konnte so begann also meine Zeit in der Fliegengasse sie begann so gut Maria mein Leben schien sich allmählich zu verändern ich lebte jetzt in der Innenstadt nicht mehr in den öden Straßen des Randbezirks wenn ich vor die Türe ging und die stille schmale Fliegengasse hinter mir ließ umgab mich lebendiges pulsierendes Großstadtleben ich sah Menschen die in einer anderen Welt beheimatet zu sein schienen als ich die lachten Drinks bestellten lässig gute Kleidung trugen aus feinen Läden oder Restaurants kamen so beiläufig als wären sie dort zu Hause auch wenn mir alles fremd war und ich es nur bestaunte ohne daran teilzunehmen belebte es mich im Büro trug meine Verbindung mit Frau Haslinger Früchte sie plauderte nahezu verwandtschaftlich mit mir und da ich ihr gegenüber immer unbefangener wurde lernten auch die anderen Angestellten mich als normalen Menschen kennen ich sei früher da gesessen wie ein Stork still und stumm hätte auf nichts reagiert man sei ratlos gewesen mit mir und sie hätten schließlich resigniert erfuhr ich jetzt die Bernsteiner ist scheintot hieß es offenbar sie weilt zwar unter uns aber wirklich da ist sie nicht gut dass du aufgewacht bist und jetzt lebendig wie der berühmte Fisch im Wasser meinte Frau Haslinger sie duzte mich bald und war immer sehr nett zu mir auch ich mochte diese Frau mehr und mehr samt ihrem tizianrot gefärbten Haar und ihrem immer noch tollen Busen den sie mit sichtlichem Stolz vor sich her trug sie war über 50 und musste früher sehr schön gewesen sein ihr lebhafter Humor hatte diese Schönheit jedoch nicht ganz verblühen lassen auf eine leicht ordinäre Weise die durchaus ihren Reiz hatte sah sie immer noch gut aus ja ja immer noch stöhnte sie als wir einmal im Vorraum der Toilette gemeinsam vor dem Spiegel standen und ich ihr ein Kompliment dieser Art gemacht hatte mit diesem noch kann man mich auf die Palme bringen liebe Magda wir werden ja sehen wie lange mein Schorschi noch auf mich steht ja ja noch leben wir und hurra bumms ist dann alles vorbei gleich darauf lachte sie jedoch fröhlich auf zwickte mich in die Wange und fügte hinzu jetzt schau mal dass du richtig gut aussiehst der Michael sagt du läufst herum wie eine Schreckschraube Blödsinn du bist doch eine hübsche Person Schreckschraube da hatte ich es wieder das Thema Michael sehr bald wurde er zum Wermutstropfen in meinem neuen Leben das mir ansonsten erstaunlich gut zu schmecken begann wir beide liefen einander in der großen Wohnung ja äußerst selten über den Weg aber wenn das geschah brachte er es mit ein paar kurzen Sätzen fertig dass ich mich verspottet ausgelacht und unsicher fühlte ich versuchte ständig auch in unseren gemeinsamen Räumen Ordnung zu halten aber mir schien dass er mutwillig eine Wüste hinterließ wenn er die Küche benutzt oder im Salon einen Abend vor dem Fernsehapparat verbracht hatte es war als ob er mich ärgern und verstören wollte unablässig und konsequent wenn seine Mutter mich fragte wie wir denn miteinander auskämen sagte ich natürlich immer bestens sie war damit zufrieden und kümmerte sich wenig um die Wohnung und um ihren Sohn das machst jetzt du rief sie juhu ich bin es endlich los und so wie ihr Sohn sich benahm verstand ich ihr juhu aber trotzdem ließ mich die Bemerkung ich liefe wie eine Schreckschraube herum nicht los sie hatte sich in mir festgehakt ich begann mir Modesalons Boutiquen und exquisite Schuhläden näher anzusehen hörte auf sie nur aus der Ferne zu betrachten als gingen sie mich nichts an ich verglich die Preise erwog gründlich und kaufte mir schließlich ein paar gute teure Sachen als ich sie Frau Haslinger im Büro vorführte erntete ich Begeisterung bitte wer sagt es denn rief sie so eine hübsche junge Frau Kleider machen eben wirklich Leute das ist nicht nur so ein Spruch das stimmt sie drehte mich in meinem sandfarbenen Kostüm und auf den hochhackigen Schuhen aus feinem braunem Leder im Kreis bestaunte den Rollkragenpullover aus Kaschmir fand mein Haar offen viel besser als im Nacken gebunden und rief zuletzt so musst du dich dem Michael aber vorführen zu meinem Entsetzen merkte ich dass ich bei dieser Bemerkung rot wurde mit heißem Gesicht lief ich zur Toilette und betrachtete mich im Spiegel warum nur war ich jetzt knallrot geworden warum hatte ich viel Geld ausgegeben und trug Kleidung die mich tatsächlich hübscher aussehen ließ warum war es mir so wichtig geworden hübscher auszusehen da stand ich starrte mich im Spiegel an und wusste plötzlich glasklar die Antwort auf alle meine Fragen sie sicher auch Maria nicht wahr oder sie haben ohnehin bereits alles vorausgeahnt ja es konnte wohl gar nicht anders sein als dass ich mich in diesen jungen unhöflichen Mann mit dem ich die Wohnung teilte verliebte manches stößt einem so unweigerlich zu dass man es vom ersten Moment an weiß und dann muss man viel Kraft aufwenden dieses Wissen nicht zuzulassen seine Augen seine Hände hatten sofort Abwehr in mir erzeugt weil ich sie sofort liebte und jetzt in der Toilette des Öligversands gestand ich es mir ein mir wurde übel als ich herauskam lachte Frau Haslinger du bist ja ganz blass auf einmal Magda edle Blässe gut und schön aber so edel musst du auch wieder nicht werden trotz der schönen Sachen ich grinste mühsam zog mich wieder um und arbeitete weiter abends trug ich die großen noblen Papiertüten heimwärts als schwere Last wie sollte ich mich weiterhin verhalten und mit dieser Frage höre ich für heute auf liebe Maria innige Grüße Magda 28. Juli meine liebe Frau Magda Leider habe ich den Brief erst gestern abholen können am Abend davor waren der Lukas und ich ausnahmsweise einmal wo eingeladen zum Grillen im Garten von einem Kollegen aus seiner Werkstatt einmal jeden Sommer ist dieses Grillfest und ich muss natürlich immer mitgehen weil alle Ehefrauen mitkommen nur mag ich diese halb verbrannten Würstel und Fleischbrocken eigentlich nicht und alle trinken so viel Bier und so rasch dass sie schnell betrunken sind auch die Frauen und dann lachen sie so laut mit hoher Stimme mir tun die Ohren weh dabei manchmal haut einem ein Kind den Ball auf den Schädel und entschuldigt sich nicht einmal also ich habe keine große Freude an so einem Grillfest außerdem liegt der Garten von dem Kollegen neben der Autobahn nur Gestrüpp und eine Holzwand dazwischen das dröhnt die ganze Zeit so dass man sein Wort nicht versteht nur das Gelächter wenn sie besoffen sind ist noch lauter der Griller hat außerdem sehr gequalmt mir war nachher fast schlecht weil ich so viel Rauch eingeatmet habe aber ich habe dem Lukas nichts gesagt er ist so stolz darauf wenn er mich wohin ausführen kann ausführen nennt er das wenn ich mal rauskomme aus dem Haus und aus der Wohnung zwar klingt das so als wäre ich ein Hunterl aber ich weiß er meint es gut also habe ich gesagt das war ein netter Abend bevor ich todmüht eingeschlafen bin jetzt sitze ich friedlich am Küchentisch ich trinke den kalten Kaffee der vom Frühstück übrig geblieben ist es ist heiß draußen kaum einer geht in der Nachmittagssonne am Fenster vorbei die Straße ist wie ausgestorben bin ich froh Frau Magda dass Sie zurückkommen wollen Ihre Wohnung ist gut im Schuss glauben Sie mir alle Pflanzen sind gewachsen keine ist eingegangen und alles blitzt und blinkt Sie würden Ihre Freude haben sogar ich habe immer eine Freude wenn ich in Ihrer Wohnung putze weil die so hübsch ist ich habe den Lukas gefragt wo die Fliegengasse ist und er hat am Stadtplan nachgeschaut ich würde dort gern mal hinschauen wo Sie so glücklich waren über Ihre zwei Kabinette und das eigene Bad aber natürlich habe ich mir beim Lesen gleich gedacht wenn der solche Augen hat wie zwei Quellen dieser Michael na ob da nicht was passiert dann haben Sie ihn andererseits so beschrieben als wäre er ein eher ekelhafter Bursche zum Schluss aber habe ich wiederum Recht bekommen dass Sie sich also in ihn verliebt haben ich bin sehr neugierig können Sie sich vorstellen wie es weitergegangen ist und ob das was Gutes geworden ist für Sie zumindest eine Zeit lang es ist nicht so einfach sich in einen Menschen zu verlieben der einen gern ausspottet und sagt man wäre eine Schreckschraube ich weiß nicht liebe Frau Magda ob ich da nicht rasch weggelaufen wäre weit weg wenn mir das klar geworden wäre aber Sie haben ja die Zimmer gebraucht und gern dort gewohnt also ich höre jetzt lieber auf zu spintisieren und warte auf das was Sie erzählen werden hoffentlich weiter bei schöner Sonne und ohne Regentage bitte nehmen Sie nicht zu viele Pulver zur Beruhigung wenn Sie abstürzen wie Sie das genannt haben ich weiß schon dass das Ihre Sache ist aber seit ich Sie so kaputt erlebt habe von diesen Pulvern ist es ein bisschen auch meine Sache ich hoffe Sie sind mir nicht böse dass ich das so sehe ich möchte Sie ehrlich gesagt nicht wieder so erleben und ich glaube Sie sich selber auch nicht habe ich recht ein Mensch der sowas nimmt oder zu viel trinkt oder was auch immer geht einem verloren als wäre er tot man erreicht ihn nicht mehr und ich möchte Sie immer gut erreichen Frau Magda und vor allem wünsche ich mir dass Sie alles um sich herum gut sehen und erreichen können nämlich so wie es ist und dass Ihnen das keinen Schrecken mehr macht und Sie keine Pulver mehr brauchen das wäre ein großes Geschenk für mich was macht denn der Herr Professor sind Sie jetzt mal mit ihm durch die Vegetation gewandert Vegetation heißt Pflanzenwelt oder Pflanzenwuchs ich habe nachgeschaut und ich kann mir Sie und den Professor gut vorstellen in der Vegetation ich sehe richtig ein Bild vor mir mit Palmen und Blumen und vielen Blüten und Blättern und dazwischen Sie und der sonnenbraune Professor auf einer Forschungsreise was Expedition ja heißt im Duden das Bild das ich sehe ist schön glauben Sie mir jetzt ist der Lukas von der Arbeit heimgekommen und er hätte gern dass ich ihm Spaghetti mache auch das habe ich schnell nachgeschaut sonst hätte ich sicher Spaghetti geschrieben der Lukas sagt ich soll nicht nachschauen wie man sie schreibt sondern ich soll dazuschauen dass ich sie koche Sie sehen Frau Magda meine Pflicht ruft als ob das so schwer wäre die Nudeln ins heiße Wasser zu geben aber die Männer tun so als hätten sie zu schwache oder eben ungeeignete Hände für sowas ich glaube sie glauben es sogar wirklich ob man ihnen das je wird ausreden können ich mache mir diese Mühe jedenfalls heute nicht und koche dem Lukas jetzt lieber seine Spaghetti mit Tomaten und Käse er sagt das passt weil wir es heute so heiß haben wie in Italien er hat sich gerade ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank genommen und lasst sie sehr schön grüßen ich soll das jetzt unbedingt schreiben sagt er und ich grüße sie auch aber leider in Eile wegen der Kocherei verzeihen sie die schlechte Schrift Ihre Maria 29. Juli Liebe Maria heute war ihr Brief endlich da gestern war ich zweimal umsonst bei Malinia und schon richtig ungeduldig das muss ich mir abgewöhnen wenn ich dann lese wie sie oft Mühe haben in Ruhe zu schreiben und schließlich ihr Familienleben führen müssen und auch wollen natürlich dann werde ich böse auf mich selbst und auf meine Ungeduld ich muss mir das viel bewusster machen wie luxuriös ich hier mit meiner Zeit umgehen mich jederzeit zum Schreiben hinsetzen kann wie nichts mich treibt oder antreibt ich selbstbestimmt meinen Tagesablauf wählen kann wir nehmen bevorzugte Lebensbedingungen gar schnell als Selbstverständlichkeit hin und fühlen uns durch sie kaum noch beschenkt wenn wir sie haben die guten Bedingungen sind wir sofort der Meinung sie stünden uns eben zu kostbar wird erst das was uns abhanden kommt oder fehlt ich möchte gern versuchen diesem Sog der menschlichen Natur mein menschliches Bewusstsein entgegenzusetzen genau jetzt in diesem Moment Maria nehme ich mir das ernsthaft vor und ich bitte sie keine Angst zu haben ich könnte wieder Tablettenabhängig werden ja ich habe noch Valium hier bei mir und unlängst musste ich welches nehmen aber schon dass ich ihnen davon schrieb beweist wie klar ich dosiere ganz so als wäre ich mein eigener Arzt glauben sie mir da mache ich weder ihnen noch mir selbst etwas vor ich verspreche es ihnen und wenn die Tage so sind wie der heutige finde ich alles was ich vor Augen habe viel zu schön um mich mit irgendwelchen Pillen zu benebeln statt zu schauen ich schreibe auf dem Balkon vor meinem Zimmer in der späten Nachmittagssonne leuchtet alles auf das Meer tiefblau die Kehmauer blendend weiß die waldigen Hänge olivgrün das Felsufer Ockerfarben die fernen Gebirgszüge des Festlandes zartlila wie frischer Flieder eine Welle nach der anderen rauscht sanft in den Hafen die Boote schaukeln leise vor sich hin und berühren einander ab und zu als würden sie miteinander spielen der Professor sitzt unten am Pier mit dunkler Badehose und sonnverbranntem Körper auf einem einfachen weißen Badetuch und liest eben hat er zu mir herauf gesehen und die Hand gehoben und ich habe zurückgewinkt Ihr Expeditionsbild von uns beiden gefiel mir es hat mich stark an ein Bild von Rousseau erinnert aber gemeinsam gewandert sind wir bislang noch nicht liebe Maria hegen Sie bitte keine falschen Hoffnungen mit mir selbst und ganz alleine muss ich ins Reine kommen auf dem Weg dorthin kann niemand mich begleiten auch ein gescheiter recht gut aussehender Professor nicht ich habe in der Zeit bis ich Ihre Antwort erhielt immer wieder weiter erzählt und mehrere Bögen vollgeschrieben ich konnte einfach nicht zuwarten habe also den Briefwechsel wieder einmal ein wenig durchbrochen und Sie Maria haben wieder sehr viel zu lesen bitte lassen Sie sich alle Zeit der Welt und kümmern Sie sich nicht um meine Ungeduld und ich lasse den Lukas ebenfalls sehr schön grüßen ihm aber auch sagen dass wissen zu wollen wie man Spaghetti schreibt auf andere Weise ebenso nähert wie sie zu essen ach Maria manchmal in letzter Zeit fehlt mir dass ich Sie nicht sehen und mit Ihnen sprechen kann deshalb versuche ich mich genau an Sie zu erinnern tragen Sie Ihre Haare immer noch zum Zopf gebunden wenn Sie arbeiten ich weiß er hing Ihnen immer schwer neben der erhitzten Wange über die Schulter sobald Sie sich bückten und im Aufrichten warfen Sie ihn mit energischem Kopfschwung wieder zurück eigentlich weiß ich aber gar nicht wie Sie aussehen wenn Sie nicht an der Arbeit sind wenn Lukas Sie zum Beispiel ausführt stecken Sie die Haare dann hoch oder tragen Sie sie offen verzeihen Sie die Neugier die da so plötzlich über mich gekommen ist aber ich habe sie mir gerade eindringlich vorgestellt sie vor mir gehabt jetzt schließe ich jedoch und werde am Pier noch einmal ins Wasser steigen der Professor mit seinem Buch ist bereits verschwunden liebe Maria nur zur Information seien Sie von Herzen gegrüßt stets Ihre Magda PS es folgt also was ich inzwischen geschrieben habe an dem Abend als ich mit meinen Kleidertüten heimkam war die Wohnung leer und ich stieß einen Seufzer der Dankbarkeit aus ich hätte Michael jetzt nicht begegnen können meine Verwirrung wäre ihm aufgefallen ich saß ein wenig vor dem Fernsehapparat im Salon verzehrte ein kaltes Nachtmal dann zog ich mich schleunigst in meine Zimmer zurück um im Jahr nicht über den Weg zu laufen wenn er später heim käme er kam jedoch nicht heim er käme eine Woche lang nicht heim sei mit einer Freundin in der Toskana sagte Frau Haslinger mir tags darauf hat er dir das nicht gesagt fragte sie erstaunt ich verneinte ohne mir etwas anmerken zu lassen aber das zu erfahren gerade jetzt versetzte mir einen Stich wie kam es dass ich überhaupt nichts von einer Freundin gewusst hatte wo war diese Freundin in all der Zeit gewesen fragte ich mich immerhin teilten wir nun schon monatelang die Wohnung und gut ich hatte nie gestört wenn der Fernsehapparat lief war möglichst nie in die Küche gegangen wenn von dort her Kochgeräusche oder Essensgerüche kamen meist verkroch ich mich wie ein Mäuschen in meinen Räumen wenn ich nicht sicher sein konnte dass Michael außer Haus war oder sich zurückgezogen hatte oft kaufte ich mir abends auf dem Heimweg eine Pizza oder chinesisches Essen brachte es gleich in meine Zimmer und aß auf dem Bett oder am Fenstersims ich schaute auf das Stück Himmel über dem engen Lichthof hörte Radio oder las hatte meine Türe versperrt und fühlte mich angenehm sicher so aber dass ich niemals eine weibliche Stimme vernommen oder die Spuren einer Frau wahrgenommen hatte kam mir doch seltsam vor als könne sie meine Gedanken lesen schaute Frau Haslinger von ihrem Schreibtisch prüfend zu mir her ich tippte gerade Listen ab und schlug auf die Tasten der Schreibmaschine ein als hätten sie mir etwas angetan kennst du seine Freundin gar nicht fragte Frau Haslinger ich schüttelte nur den Kopf und klapperte weiter auf der Maschine hey hör jetzt mal auf rief sie als es still war und ich zu ihr hinsah fuhr sie leiser fort er kennt sie erst seit ein paar Tagen weißt du aber eigenartigerweise hat er sie mir vorgestellt vor zwei Tagen hat er mich nach dem Büro abgepasst mit ihr im Schlepptau sie heißt Jasmin und ich bin ja froh dass er endlich mal eine Freundin hat obwohl sie mir nicht sehr gefällt sie sieht aus als wäre sie gerade aus irgendeinem Bett gekrochen es gibt so Frauen die scheinen ständig im Sperma zu schwimmen verzeih aber so kommen sie mir vor die Blicke das Lächeln immer zweideutig so eine ist diese Jasmin aber gut genau das scheint er eben jetzt zu brauchen deshalb auch gleich diese Lustreise nein ich hab sie noch nicht kennengelernt konnte ich nur dürr erwidern und wandte mich wieder meiner Arbeit zu naja nichts versäumt sagte Frau Haslinger und hob ihr Telefon ab das gerade zu Läuten begonnen hatte sie können sich sicher vorstellen Maria wie mir zumute war wie zum Hohn erfuhr ich all dies nachdem ich mir meine Verliebtheit die ich so lange nicht hatte wahrhaben wollen endlich eingestanden hatte wieder überkam ich das Gefühl ich sei auf der Welt um Prügel zu beziehen als ich abends die leere Wohnung betrat schrie ich erstmal laut vor mich hin ja ich gab einen langen wilden Schrei von mir wie ein Tier dann begann ich zu weinen heulte und flennte ließ mich widerstandslos gehen und brüllte immer wieder meine Enttäuschung und Demütigung heraus später kugelte ich mit mehreren Flaschen Wein die ich in der Küche entdeckt hatte in einem der großen Foteus vor dem Fernsehapparat herum den ich dröhnend laut laufen ließ ohne hinzusehen ich fraß eine riesige Tüte Kartoffelchips leer und betrank mich ich lärmte tobte und torkelte durch die Wohnung schließlich zog ich mir die neuen teuren Klamotten an alle irgendwie beieinander bemalte mein Gesicht löste die Haare auf ließ auch das Radio Ohren betäubend laut laufen umschlang mich selbst tanzte und wiegte mich zu schnulziger Nachtmusik Tränen und verschmierte Schminke liefen mir über die Wangen schließlich sang Frank Sinatra Strangers in the Night und ich grölte lauthals mit genau zu diesem Zeitpunkt öffnete sich die Wohnungstüre sie öffnete sich als ich gerade die Zeile Until the night is through röhrte und dabei durch das Vorzimmer torkelte also stand Michael direkt vor mir als er die Wohnung betrat was ist denn hier los fragte er unsere Blicke trafen sich seiner verdutzt meiner verstört was ist denn bitte mit Ihnen los Frau Magda Bernsteiner ich glotzte ihn an erstarrt verschmiert und verheult wie verrenkt stand ich da die Arme um den Körper gepresst und brachte kein Wort heraus Fernsehapparat und Radio dröhnten er schloss die Wohnungstür stellte seine Reisetasche ab ging an mir vorbei und drehte die Geräte ab plötzlich war sie in der Wohnung totenstill langsam kam er zu mir zurück ich hörte seine Schritte über den Parkettboden näher kommen aber noch immer konnte ich mich nicht bewegen ich wusste nur dass ich mich schämte wie noch nie in meinem Leben sogar als man mich mit Johann Eipeldauer am Straßenrand kopulierend entdeckt hatte war meine Scham milder gewesen weil ich noch ein Kind war hier aber stand ich windschief betrunken aufgelöst eine erwachsene Frau die sich ja ekelerregend aussah und der Mann der mich jetzt grübelnd betrachtete war der in den ich mich gerade verliebt hatte vor allem in seine Augen hatte ich mich verliebt und was sahen sie jetzt diese Augen ein haltloses besoffenes Weib ich presste beide Handflächen auf mein Gesicht und wäre gern gestorben einfach vom Erdboden verschwunden aufgelöst zu Staub oder Luft still hinweggetragen plötzlich aber hörte ich schallendes Gelächter zögernd ließ ich meine Hände sinken und sah einen vergnügten Menschen vor mir der mich anlachte ja mich anlachte nicht auslachte machen sie das immer so wenn sie allein in der Wohnung sind fragte Michael erstaunlich ich hätte nie angenommen dass sie derart außer Rand und Band geraten können ich war nur wollte ich zu erklären beginnen er nahm mich jedoch energisch um die Schultern und schob mich in die Richtung meines Badezimmers bringen sie ihr Gesicht in Ordnung und duschen sie mal kalt sagte er ich koche inzwischen Kaffee ja Maria und so kam es dass wir beide uns in den frühen Morgenstunden als es auf der Fliegengasse zart zu dämmern begann am Küchentisch gegenüber saßen und Kaffee tranken ich trug jetzt einfache Jeans und ein Baumwollhemd hatte alle Schminke und Tränen weggewaschen und mein Kopf war wieder einigermaßen klar aber es verwirrte mich ihm gegenüber zu sitzen ich wagte kaum ihn anzusehen und mir fiel einfach kein Gesprächsstoff ein er hatte den Kaffee eingegossen mir Zucker und Milch angeboten und sogar ein paar Schinkenbrote standen auf dem Tisch ich hielt die Tasse mit beiden Händen umklammert als könnte ich mich an ihr festhalten und trank in kleinen Schlucken darf ich sie duzen? fragte er plötzlich in die Stille hinein die uns umgab ich sah ihn überrascht an und stotterte viel zu eilfertig aber ja doch natürlich er lächelte mich an das hätten wir längst tun können uns duzen sagte er dann ich nickte und versuchte ihn ebenfalls anzulächeln ich glaube wir hätten einiges längst tun können fügte er wie nebenbei hinzu aber trotzdem sagte er es so dass mir heiß wurde wo ist diese Jasmin? fragte ich mich plötzlich bis jetzt hatte ich darüber nicht nachgedacht nicht darüber nachgedacht wieso er so früh und mitten in der Nacht von seiner Lustreise wie Frau Haslinger es genannt hatte zurückgekehrt war eigentlich bist du sehr hübsch Magda er sah mich wieder lächelnd an aber es fällt mir erst jetzt auf als du vorhin völlig aufgelöst vor mir gestanden bist warst du irgendwie schön weißt du das? ein wunderschöner trauriger Clown mir fiel keine Antwort ein und sein Lächeln verwirrte mich also stellte ich eine Frage die ich um alles in der Welt nicht hatte stellen wollen warum sind warum bist du denn so früh zurückgekommen? fragte ich ihn er hörte auf zu lächeln meine Mutter hat berichtet stimmt's? sagte er ich weiß nicht was in mich gefahren ist sie in diese Sache mit einzubeziehen war doch klar dass sie dann bei dir den Mund nicht halten kann bei eurem Frauengeschwätz sie ist aber sehr froh darüber sagte ich kläglich worüber bitte ist sie froh? dass dass du eine Freundin hast ich konnte nicht anders ich musste das sagen ich musste diese Jasmin irgendwie erwähnen Frau Haslingers opulente Schilderung einer im Sperma schwimmenden Frau hatte ein zu wildes Bild in mir ausgelöst Michael schwieg und sah mich an ich wusste nicht ob jetzt wirklich Tränen in seinen Augen standen oder ob es nur deren üblicher feuchter Schimmer war ich hab keine Freundin sagte er dann und seine Stimme klang trocken und sachlich ich hab nur kurz geglaubt ich hätte eine ein paar Tage und Nächte zu zweit in einem kleinen Hotelzimmer klären vieles wenn du es nach dem Ficken plötzlich nicht mehr aushältst ist es besser du verschwindest verstehe erwiderte ich möglichst unbeeindruckt aber meine raue Stimme verriet mich glaube ich nicht sagte er was glaubst du nicht dass du vom Ficken was verstehst ich spürte dass ich rot wurde aber plötzlich setzte ich mich zur Wehr mag sein sagte ich aber dieses Wort kann ich so wenig leiden dass ich auch gar nichts davon verstehen möchte er beugte sich über den Tisch zu mir her mit seinen feuchten und eindringlichen Augen die mich erregten wie würdest du nennen was du gut leiden kannst also was du gern hättest wie stammelte ich statt Ficken welches Wort wir sahen uns an Vögeln fragte er ist schöner ich sprach atemlos als wäre ich schnell gelaufen einander Herzen ja sagte ich kaum hörbar das klingt am schönsten er nahm mir die Kaffeetasse die ich immer noch umklammert hielt aus der Hand und zog mich an sich ich war seinem Gesicht ganz nahe und fühlte seinen Atem darf ich dich jetzt herzen Magda fragte er leise ich weiß nicht ob ich noch in der Lage war zu nicken denn ich fühlte wie ich schmolz und überfloss ach Maria meine so lange zurückgedrängte körperliche Sehnsucht mein unbeachtetes Frausein die herangereiften sexuellen Wünsche die ich mir nicht bewusst hatte machen wollen all das wurde jetzt in meinem Körper lebendig er explodierte förmlich unter diesem Ansturm als wir uns küßten fühlte Michael rasch wie sehr ich mich hingab fast hatten wir Mühe in sein Zimmer und auf sein großes Bett zu gelangen so weich und aufgeregt war ich bereits er drang sofort in mich ein und ich war offen und nass ob das nun Ficken oder Vögeln oder Herzen war irgendwie war es alles zusammen und noch mehr und wir taten es über Stunden ich war unersättlich ich konnte nicht genug bekommen und auch er erschien sich von meiner Leidenschaft angesteckt auf eine ungewöhnlich leidenschaftliche Reise in die Lust einzulassen ich habe meine Schreiberei an dieser Stelle unterbrochen ihr Antwort Fax kam noch nicht eine Nacht ging darüber hin und jetzt bin ich unsicher liebste Maria ich weiß nicht ob ich ihnen die Schilderung dieser sexuellen Begegnung und all die Worte die dabei gefallen sind zumuten kann ich weiß sie sind eine erwachsene Frau die Körperlichkeit mag und nicht zimperlich ist nur sind sie stets würdevoll verhalten wenn sie das Thema Intimität berühren und das entspricht schön ihrem Wesen ich jedoch muss in diesem Fall so drastisch sein wenn ich ihnen gegenüber ehrlich bleiben will es riss mich damals mit Wucht in eine sinnlich-sexuelle Eroberung in der ich mich nahezu auflöste ich kann es ihnen nur so beschreiben also werde ich kein Briefblatt zerreißen sondern ihnen alles genauso schicken und ich hoffe sie damit nicht zu schockieren ein wenig werde ich auch noch weiter erzählen ich bin seltsam begierig alles aufzuschreiben da Wochenende war musste ich nicht an das Büro denken und wir blieben beisammen ab und zu schliefen wir ein um dann erfrischt wieder zueinander und ineinander zu finden irgendwann duschten wir irgendwann kochten und aßen wir immer wieder lachten wir miteinander und erzählten einander was uns gerade einfiel und es war vor allem ein erfüllter Körper der mich jeden Augenblick als reines Glück empfinden ließ dieses Glück geglückter Gegenwart das uns so selten geschenkt wird wenn es so ist als brauche man nur locker den Arm zu heben und könne die Sterne ergreifen mühelos zwei Tage und Nächte vergingen so und mir kam keine Sekunde der Gedanke dass Michael bei so viel Intimität es nicht mehr mit mir aushalten und lieber verschwinden würde wie er es angeblich auf der Reise mit der Freundin getan hatte ich fühlte dass er gerne bei mir und in mir blieb und obwohl ich mich dessen ein wenig schämte empfand ich einen wilden persönlichen Triumph über diese Jasmin die ich ja gar nicht kannte mir aber als inbegriff der Verführerin vorstellte und damit triumphierte ich zugleich über all die vielen anderen siegesgewissen Frauen die sich unablässig von Männern begehrt fühlen ich hatte endlich gesiegt ja meine Weiblichkeit die so lange brach gelegen hatte triumphierte als ich mich am Montag morgen dann doch aus Michaels Armen löste der nur leise aufseufzte und weiterschlief und eine Stunde später pünktlich an meinem Schreibtisch im Büro des Ölig Versand saß schien mir dort seltsamerweise keiner irgendetwas anzumerken auch Frau Haslinger sagte nur ich hoffe du hattest dein gutes Wochenende Magda und als ich geheimnisvoll zur Antwort gab ein sehr gutes sah sie mich nur kurz an und wandte sich dann mit einem freundlichen ach ja ihrer Arbeit zu obwohl ich mich tatsächlich vor kurzem aus dem Bett eines verausgabten Mannes erhoben hatte und mit Sicherheit eine Menge Sperma an mich verschwendet worden war kam Frau Haslinger bei mir offensichtlich gar nicht auf diese Idee und das kränkte mich fast gern hätte ich ihr alles erzählt mich durchdrang ein Mitteilungsbedürfnis das ich sonst an mir nicht kannte aber dass dieser Mann ihr Sohn war hielt mich in Schranken ich glaubte ein völlig verwandelter Mensch zu sein und das auszustrahlen als brenne in mir ein Licht aber alle um mich herum behandelten mich wie die Magda von Edem ich konnte zu niemandem von meiner weiblichen Erfüllung sprechen trug sie jedoch in mir herum wie einen geheimen Altar auf den den ich die Gedanken an Michael hin breitete wie Blumen ich sah ihn vor mir wie er im Geruch von uns beiden weiterschlief ich dachte an das von unseren Säften getränkte Bett in dem ich ihn abends wiederfinden würde und mein Körper wurde warm vor Sehnsucht während ich kühl und gefasst meiner Arbeit nachging als ich am Abend in die Wohnung kam war Michael nicht zu Hause alles sah so aus wie ich es verlassen hatte auch das zerhühlte Bett die Küche war ein einziges durcheinander ich wusch putzte ordnete und wartete ich wartete vergeblich schließlich legte ich mich in mein eigenes Bett und weinte Michael kam erst nach einigen Tagen wieder er sei nochmals in die Toskana gefahren nachdem er lange mit Jasmin telefoniert habe die Erfahrung mit mir habe ihn dazu angeregt es mit ihr nochmals zu versuchen schließlich sei er sehr verliebt in sie gewesen aber trotzdem wäre nichts rechtes draus geworden wie es mir gegangen sei in der Zeit er habe viel an unsere herrliche Fickerei zurückgedacht auch oder gerade neben Jasmin das sei vielleicht ein Wochenende gewesen mit uns beiden geschwächt von Tagen des Leids stand ich da und hörte mir das alles an komm gehen wir was essen sagte er widerspruchslos zog ich mir eine Jacke an und folgte ihm in eine kleine Pizzeria gleich unten in der Fliegengasse er plauderte als wäre nichts geschehen aber mir waren die Sterne verglommen der Altar meines kurzen Glücks lag verwüstet hinter mir ich gab zwar irgendwelche antworten und beklagte mich nicht aber mir war elend zumute das sinnlose tagelange warten und das hemmungslose weinen sobald ich allein gewesen war hatten mich tödlich erschöpft auch als er später oben in der Wohnung mit mir schlafen wollte verweigerte ich es nicht und legte mich zu ihm aber ich war zu traurig für die Lust Irgendwann setzte er sich auf und sah mich an mit seinen feucht schimmernden Augen in deren Tiefe eine seltsame Härte lag ich brauche meine Freiheit immer sagte er ich habe dir nichts versprochen und es wäre schlimm wenn du dir von mir etwas erwartet hättest ich schwieg hast du fragte er und ich schüttelte den Kopf wie hätte ich ihm jetzt noch sagen können dass ich sehr wohl etwas von ihm erwartet hatte Liebe 1. August liebe Frau Magda meine Güte habe ich gelesen und gelesen aber es ist nicht so schnell gegangen wie ich gern gehabt hätte jetzt ist schon August ist mir aufgefallen wie ich im Kalender das Datum gesucht habe an die drei Monate sind sie weg so lange schon bald ist Herbst wie rasch das alles geht es war eben doch so leider wie ich es mir gedacht habe mit diesem Michael sie müssen nicht besorgt sein Frau Magda wegen meiner Würde und so ich kann schon was vertragen und alle diese Wörter sind mir nicht fremd nur machen der Lukas und ich keine Worte und das ist mir auch lieber so aber bei seinen Kollegen beim Grillen zum Beispiel mit all den kreischenden Frauen da kann man mehr Worte hören als einem lieb ist sage ich ihnen wie sie es aufschreiben Frau Magda das ist immer appetitlich auch wenn sie sagen es ist drastisch das heißt im Duden sehr deutlich derb aber sie schreiben nicht derb deutlich schon aber das ist gut bloß dieser Michael ist nicht gut der ist kein guter Mensch glaube ich wenn er gleich wieder abhaut zu seiner Freundin nachdem es ihm mit ihnen gefallen hat um dort mit ihr weiterzumachen auf Ideen kommen diese Männer nicht zu glauben es war ja schön zu lesen was sie von ihrer weiblichen Erfüllung geschrieben haben zum Aufatmen war das na endlich habe ich laut gesagt beim Lesen aber dann gleich wieder das Leid sie haben mir gleich wieder so leid getan warum das bei ihnen kein Ende genommen hat kann man nicht verstehen aber meine Mutter sagt immer wenn wir wüssten warum wir so viel erleiden müssen dann wären wir keine Menschen es gehört eben dazu aber man soll sich doch auch wehren habe ich ihr einmal geantwortet und ich war ziemlich laut dabei aber da hat sie mich nur still angeschaut und gesagt versuch's halt Maria vielleicht gelingt es dir da habe ich sie gleich wieder umarmen müssen weil ich ja weiß wie wehrlos sie gewesen ist und das waren sie halt auch Frau Magda so wehrlos weil sie auch keine erfahrung gehabt haben mit männern außer sie waren grauslich wie ihr vater ein kindischer jung mädeltraum wie der eipel dauer oder alt wie der herr koranek dieser michael war also ihre erste erfahrung wie alt waren sie da eigentlich warten sie ich rechne nach gymnasium bis zum schluss also 18 dann der tod ihrer mutter dann drei jahre ölig versand bis herr koranek gestorben ist und ein jahr in der fliegengasse wenn ich mir alles richtig gemerkt habe waren sie also um die 25 an sich ein gutes alter um lieben zu lernen man muss es lernen als Riesenblödsinn sogar der Mann war verheiratet und viel älter wie meine Freundin Lolli nach Kanada davon ist hat er sich in der Kantine an mich herangemacht er war ein Angestellter bei Opel und weil ich so traurig war ohne Lolli bin ich halt Gott sei Dank ist mir dann bald der Lukas über den Weg gelaufen und wir haben geheiratet obwohl er wie gesagt kein großes Licht ist ich meine nicht arg gescheit oder was besonderes habe ich bei ihm lieben lernen können so in aller Stille er ist ein guter Mann aber warum erzähle ich jetzt von mir und noch dazu was gut bei mir ist verzeihen sie Frau Magda dass wir Menschen doch immer an uns selber denken müssen wenn wir was von anderen erfahren ich kann das richtig an mir beobachten eine scheußliche Eigenschaft finde ich und ich mag mich gar nicht leiden wenn ich sie bei mir entdecke ich schicke den Brief heute noch weg damit ich bald erfahren kann wie es weitergegangen ist oder nicht weitergegangen wenn ich nur wüsste dass sie jetzt ohne leid sind ich habe das jetzt unterstrichen weil es mir so wichtig ist für sie weil sie von ihrer Vergangenheit erzählen und man die nicht mehr reparieren kann aber vielleicht das was jetzt ist ich hoffe es von Herzen ihre Maria 2. August jetzt ist mein Herz ruhig liebe Maria und das will mir als das wichtigste erscheinen wenn ich sagen kann mein Herz ist ruhig dann weiß ich auch dass ich weiterleben kann trotz aller Verluste und wenn sie mir gutes geglücktes von sich selbst erzählen tut es mir so wohl bitte verbieten sie sich das nie ich bin reichlich geschwommen und in der Sonne gelegen in der Zwischenzeit eines Abends sogar mit dem Professor gewandert es war wirklich wie auf ihrem Bild à la Rousseau eine Menge Vegetation um uns herum heute ist es sehr schwül der Himmel dunkelgrau und bedeckt und das Meer wiegt sich schwer wie olivgrünes Öl seine flachen und langen glänzend bellen scheinen sich kaum zu wegen es fällt mir nicht leicht weiter zu erzählen aber was schwer fällt muss überwunden werden je rascher umso besser nicht wahr ja ich hatte mein frausein zu lange unterdrückt hatte vermieden mich zu verlieben und als mein körper endlich befriedigt wurde tat ich das gleiche wie als halbwüchsige ich verwechselte damals hatte ich meine pubertären vorstellungen mit liebe verwechselt jetzt verwechselte ich befriedigung mit liebe ich hatte angenommen dass der mann der mir körperliches glück geschenkt hatte mich auch lieben müsse einen sehnsüchtigen tag lang hatte ich es angenommen sein verschwinden das warten und die art und weise seiner rückkehr all dies verdichtete sich zu einer grausamen belehrung dieser mann liebte mich nicht er hatte mit mir gefickt und mich dazwischen ganz nett gefunden jetzt teilte er die wohnung mit einer frau der anzusehen war dass sie litt und die ihm keinen Spaß mehr machte vorerst bemühte ich mich ihm wieder fröhlicher und unbeschwerter zu begegnen mich nicht aufzudrängen aber zur Stelle zu sein wenn er Lust auf mich hatte und dabei meine eigene Lust wieder zu erwecken aber das geschah immer seltener wir schliefen noch ein paar mal miteinander und er tat es mehr und mehr halbherzig schließlich erkannte ich messerscharf dass er mich nicht mehr begehrte ich ihn vielleicht sogar abstieß und dieses wissen empfand ich tatsächlich wie ein kaltes Messer das mich spaltete ich zog mich körperlich zurück was sonst hätte ich tun können um mir noch zu bewahren anfänglich aßen wir immerhin ab und zu gemeinsam zu abend und plauderten aber auch das geschah schließlich kaum noch bald lebte ich wie zuvor neben ihm in der großen Wohnung verkroch mich in mein Zimmerchen verbarg meinen Schmerz und hatte Angst ihm zu begegnen eines Abends nahm ich wahr dass er jemanden in der Wohnung empfing ich hörte seine Stimme und das Zwitschern einer Frau aus der Küche dann aus seinen Räumen dann war es still und mir brach das Herz diese Nacht über lag ich kerzengerade auf meinem Bett ohne zu schlafen und es tat so weh dass ich gern gestorben wäre Jasmin wird mich jetzt öfter besuchen kommen sagte er am nächsten Tag als ich aus dem Büro kam und er mich im Vorzimmer abfing sie ist aus Italien zurück nur dass du Bescheid weißt Magda also wusste ich Bescheid aber das schützte mich nicht davor dass ich umzusinken meinte vor Überraschung und Scham als ich Jasmin zum ersten Mal in der Wohnung begegnete sie war so schön sie war ganz und gar nicht so wie Frau Haslinger sie beschrieben und wie ich sie mir vorgestellt hatte sie war weich und lieblich von Kopf bis Fuß lächelnd sagte sie Hallo Magda ich bin Jasmin es freut mich ja so sehr dass wir uns endlich treffen mich auch antwortete ich aber mit so schwacher zitternder Stimme dass Jasmins große blaue Augen um eine Schattierung dunkler wurden sie neigte sich mir zu und fragte besorgt was ist Magda ist dir nicht gut ich bin nur müde ein langer Bürotag weißt du blütenfrisch und freundlich sah Jasmin mich an ja Michael hat mir erzählt dass du eine Kollegin seiner Mutter bist und deshalb hier wohnst ich bewundere berufstätige Frauen und was machst du fragte ich um auch ein wenig zu dem Gespräch beizutragen da lachte sie glockenhell auf ich mache gar nichts weißt du mein Vater ist reich und hat sich nie um mich gekümmert also lebe ich von seinem schlechten Gewissen von seinen monatlichen Schecks besser gesagt ich reise viel Michael und ich waren zusammen in der Toskana ehe ich zu meiner Tante nach Rom bin wir hatten ein paar wilde Tage ich weiß stieß ich mühsam hervor aber jetzt bleibe ich ein Weilchen hier schelmisch zwinkerte sie mir zu es geht so erstaunlich gut mit uns beiden wir wissen gar nicht was daraus noch alles wird willst du nicht mit uns essen Michael brät uns gerade ein Hütchen riechst du wie es duftet ein mühsames Lächeln verzerrte mir das Gesicht danke ich habe keinen Hunger schönen Abend noch und blöde winkend stolperte ich davon meine Türe versperrte ich so hektisch hinter mir als müsste ich den Teufel abwehren sie würde hier bleiben vielleicht auf immer wie sollte ich das nur aushalten wäre es nicht besser ich zöge aus und zwar so schnell wie möglich ich nahm ein heißes Bad um mich ein wenig zu beruhigen und beschloss eine andere Wohnmöglichkeit zu suchen zwar wusste ich nicht welche Gründe ich Frau Haslinger nennen würde aber daran sollte mein Entschluss nicht scheitern ich musste raus aus dieser Wohnung das stand für mich fest als ich aus der Wanne stieg mich nur flüchtig abfrottierte und in mein Bett fallen ließ damals Maria hatte ich begonnen ab und zu Valium zu nehmen an diesem Abend tat ich es exzessiv ich schlief rasch ein obwohl das Brathühnchen bis in mein Zimmer duftete an dieser Stelle wurde ich hungrig liebe Maria und ich habe unter den Olivenbäumen zu Mittag gegessen lustigerweise gab es heute ebenfalls Brathuhn ich musste dem Professor erklären warum ich lachte als man es uns servierte meist sitzt der Professor jetzt an meinem Tisch und ungefähr weiß er auch woran ich ständig schreibe da er mich so oft und anhaltend über den Briefblock gebeugt sieht habe ich ihm etwas von einem Briefwechsel gesagt aber ohne nähere Hinweise da sie diese verloren gegangene Kultur wieder aufleben lassen ist ein achtbares Unterfangen sagte er auf seine ironisch professorale Art würden sie wohl auch mit einem zugegebenermaßen unwürdigen wie mir Briefe wechseln wenn unsere Wege sich wieder trennen er ist recht nett muss ich sagen und ich finde es angenehm nicht allein beim Essen zu sitzen hinter der Steinmauer liegt immer noch diese ölig glatte Meeresfläche die Luft ist heiß das Gewölk wird Schwefelgelb eine seltsame Stimmung herrscht die sich wohl in einem Gewitter entladen wird deshalb habe ich mich jetzt wieder auf mein Zimmer zurückgezogen Frau Haslinger nahm mich aufgeregt zur Seite als ich am nächsten Tag ins Büro kam sie will jetzt mit ihm leben stell dir das vor Magda diese Jasmin hat sich ihn geschnappt meinen freiheitslüsternen Sohn der noch nie für irgendwas Verantwortung übernehmen wollte die Menge an Beruhigungsmitteln die ich am Abend zuvor eingenommen hatte erfüllte mich immer noch mit Lethargie wie abwesend gab ich zur Antwort das habe ich mitbekommen aber du bleibst unbedingt in der Wohnung beschwörend sah Frau Haslinger mich an auf keinen Fall ziehst du aus nur weil diese Dame vielleicht einzieht es wird ohnehin nicht lange dauern aber sie ist nett sagte ich Matt sie ist ein Luder erwiderte Frau Haslinger in einem Ton der jeden Widerspruch ausschloss ich dachte an das was ich gestern in der Badewanne beschlossen hatte und trotz meiner Müdigkeit zwang ich mich es anzusprechen vielleicht wäre es aber besser wenn ich doch du ziehst nicht aus unterbrach Frau Haslinger mich jedoch sofort und sie rief es so laut dass die übrigen Angestellten zu uns her sahen bitte keinen Ehekrach sagte jemand und alle anderen lachten abends beim Heimkommen hörte ich wieder Jasmines jubilierendes Stimmchen sie zwitscherte unablässig wie ein Vögelchen von Michael vernahm ich keine Silbe ich floh in meine Räume aß dort mitgebrachte Wurstsemmeln trank eine Flasche Apfelsaft und ließ mich nicht blicken und so auch am nächsten Tag und am übernächsten alles pendelte sich irgendwie ein und ich hatte keine Kraft mich zu widersetzen irgendwann aß ich sogar mit den beiden zu Abend Michael briet Steaks und ich bestaunte seine Kochkünste von denen ich nichts gewusst hatte mein Süßer kann alles zwitscherte Jasmin und ich sah zu ihm hin unsere Blicke trafen sich und er wurde rot dass er zumindest verlegen wurde weil zwischen uns beiden so ein Satz undenkbar gewesen wäre schenkte mir eine kleine Genugtuung aber diese verflog als die beiden sich eng umschlungen zum Fernsehapparat begaben und es mir überlassen blieb die Küche in Ordnung zu bringen danke liebste flötete Jasmin noch bevor ich mich dazu tatsächlich bereit erklärt hatte sie warf mir eine aufmunternde Kusshand zu ihr Köpfchen an Michaels Schulter geschmiegt der geflissentlich nicht zu mir her sah und beide verschwanden und so ging es weiter Tag für Tag ein Abend folgte dem nächsten man kann sich an die seltsamsten Lebensumstände gewöhnen wie wir alle wissen nur ich hatte nicht gewusst dass ich dieses nebeneinander würde ertragen können ich ertrug es wohl nur weil ich mich totstellte mir befahl nichts mehr zu fühlen du bist komisch in letzter Zeit sagte Frau Haslinger und betrachtete mich wie denn fragte ich leichthin ich weiß nicht irgendwie leblos als ginge dich alles nichts an werde nur ja nicht wieder die scheintote Bernsteiner ich bitte dich ich lächelte aber gleichzeitig wurden plötzlich meine Augen feucht ist dir etwas passiert fragte Frau Haslinger leise als ich nur heftig den Kopf schütteln konnte weil mir Tränen in der Kehle steckten stellte sie jedoch keine weitere Frage mehr und strich mir nur über das Haar je sie sich abwandte scheißleben murmelte sie als sie wieder an ihren Platz ging ich weiß nicht wieso Frau Haslinger trotz ihrem Schorsch und dessen Villa im Grünen trotz der engen und tief ausgeschnittenen Pullover die sie gern trug trotz ihres bereitwilligen Lachens ihrer gut geschminkten kirschroten Lippen trotz der Unbekümmertheit die sie ausstrahlte mich und mein Scheißleben jetzt so ohne jede Erklärung blitzartig durchschaut und verstanden hatte es gibt Frauen die eine intuitive Klugheit besitzen und ein weites aufnahmebereites Herz Frauen die man gerne unterschätzt mit denen Männer sich verbinden ohne sie allzu ernst zu nehmen und deren belächelter Verstand dennoch dem eines Mannes in vielen Fragen haushoch überlegen ist ohne sich je wichtig zu machen sicher wissen sie Maria welche Sorte Frau ich meine und Frau Haslinger gehörte dazu ich sah zu ihr hinüber und hätte ihr gerne alles erzählt aber ich tat es nicht jeden weiteren Tag zu bewältigen machte mir Mühe aber trotzdem gelang mir allmählich mein Leben wieder zu beatmen ohne ständig das Pärchen neben mir zu bedenken ich zog die guten Sachen an die ich gekauft und dann liegen gelassen hatte jeden Morgen achtete ich darauf möglichst hübsch auszusehen ich ließ mir in einem Frisiersalon der gerade en vogue war eine leichte aber raffinierte Dauerwelle legen abends spazierte ich manchmal durch die Stadt setzte mich ich sogar mit einem Bürokollegen aus ich glaube dass Frau Haslinger den jungen Mann gedrängt hatte mich einzuladen ich wiederum musste mich dazu zwingen diese Einladung halbwegs erfreut anzunehmen Jonathan Breul war an die 30 hoch aufgeschossen mit semmelblondem Haar wir gingen ins Kino und anschließend in eine Weinstube im Kino ging die Sache ja noch halbwegs weil der Film lief und wir schweigen konnten aber beim in dumme Floskeln lachten immer wieder blöde und lustlos auf und beide waren wir froh als wir uns in der Fliegengasse vor meiner Haustür verabschieden konnten ich glaube das lassen wir in Zukunft lieber Jonathan sagte ich ja ich glaube auch Magda nicht böse sein gab er erleichtert zur Antwort als Frau Haslinger am nächsten Morgen fragte na meine Hübschen hat es gefunkt riefen wir beide wie aus einem Munde nein Funkstille war und lachten uns schief von da an waren wir uns zugetan und freundeten uns sogar an und seltsamerweise tratschten und plauderten gerade wir zwei im Büro jetzt ständig miteinander wie die Wasserfälle sagten die anderen und schüttelten belustigt über uns den Kopf wie gesagt ich erholte mich ein wenig ich verbot mir mich an den Michael zu erinnern den ich hätte lieben können der frei und frech gewesen war mit Augen wie Quellen und mit erobernden Händen ich versuchte in ihm nur den Schwächling zu sehen der in die Fänge eines reichen Mädchens geraten war der brav Hühnchen Briet abends zu Hause blieb und sich herum dirigieren ließ ich versuchte ihn zu verachten Maria meine Liebe inzwischen hat es heftig gewittert aber ich nahm es beim Schreiben kaum wahr jetzt ist die Abendsonne hervorgekommen alles schimmert in der Nässe das Meer hat wieder seine tiefe Bläue die ich so liebe ich werde zum Postamt wandern ehe es schließt und der Professor will mich begleiten er steht schon wartend unten am Hafen in Gummistiefeln und mit Sportmütze seien sie auf das innigste gegrüßt Magda 3. August liebe Frau Magda ich will den Herrn Professor nicht überbewerten und mache mir auch keine falschen Hoffnungen sicher war das für sie wichtig mir beides zu schreiben sonst hätten sie es ja nicht geschrieben aber ich freue mich dass er nett ist der Professor und mit ihnen wandert und sie zum Postamt begleitet jetzt kann ich mir immer denken wenn ich an sie denke Gott sei Dank ist die Frau Magda weniger allein und hat manchmal Gesellschaft es macht doch nichts wenn ich das denke oder ich hoffe jedenfalls der Herr Professor hat noch lange Urlaub und bleibt noch lange auf ihrer Insel ich habe schon beim letzten Mal fragen wollen wer Rousseau ist und ob das vielleicht ein Maler ist und es vergessen dann habe ich den Lukas gefragt der es natürlich auch nicht gewusst hat aber er hat mir am nächsten Tag ein Taschenlexikon in 24 Bänden gekauft stellen Sie sich das vor der Lukas und ein Lexikon mir war fast zum weinen wie er mir das Paket mit den vielen Taschenbüchern angeschleppt hat so gerührt war ich und das obwohl er immer geschimpft hat dass wir so wenig Platz haben für vier Lefanz sogar wie ich nur ein paar Merian Hefte gekauft habe über Italien und Schottland und Paris und so weiter weil ich gerne die Bilder anschaue und etwas darüber lese wenn ich schon nicht hinfahren kann hat er gemurmelt wohin dann mit dem Zeug und jetzt stehen die 24 Bände oben auf unserer Küchenkredenz und er schaut fast genauso stolz hinauf wie ich jetzt habe ich alles lernen können über den Maler Henry Rousseau der Zöllner hat er geheißen ein einfacher Beamter der ohne Vorbildung so steht es im Lexikon zu malen begonnen hat und jetzt sieht man in ihm den Begründer der europäischen naiven Kunst Sie Frau Magda wissen das natürlich sowieso alles aber mir hat gut gefallen dass man als einfacher Zollbeamter ein Künstler werden kann auch wenn die Kunst dann naiv ist wie ich alles dem Lukas erzählt habe hat er gesagt du bist naiv wenn du glaubst das geht so steht es aber im Lexikon habe ich gleich gebrüllt wir haben dann fast gestritten da kann ich ja auch ein Künstler werden hat er zurückgebrüllt und ich habe gesagt wenn du ein Künstler bist kannst natürlich auch du einer werden aber ich glaube du bist keiner das hat er dann eingesehen und wir haben uns wieder beruhigt sie sind also doch in der Wohnung geblieben mitsamt der Freundin von dem Michael das hätte ich nicht gedacht wie sie in der Badewanne beschlossen haben auszuziehen habe ich fest daran geglaubt aber dann war es doch nicht so ich bin sehr gespannt wie das weitergeht weil ich mir nicht vorstellen kann dass man sowas gut lebt ich meine das ist doch ständig eine Wunde und eine die nicht heilen kann manchmal haben sie aber auch wirklich schlecht auf sich aufgepasst nicht böse sein dass ich das sage sie haben immer wieder Sachen ausgehalten und sich überhaupt nicht gefragt ob es unbedingt sein muss ich weiß schon wie das ist wenn man gezwungen ist etwas zu erdulden aber ein bisschen sollte man doch seines Glückes Schmied sein wie man so sagt es gibt wenig Glück und wenig zu schmieden das ist mir schon klar aber davonlaufen hätten sie schon können und die Frau Haslinger hätte es sicher verstanden so wie sie ist eine gute Frau nämlich und besser für sie wäre gewesen ihm und dieser Jasmin nicht die Küche hinterher zu putzen sondern die beiden lieber nie mehr zu treffen aus den Augen aus dem Sinn das hätte ihnen gut getan aber jetzt muss ich einen neuen Absatz anfangen weil ich mich so ärgere über meine guten Ratschläge die viel zu spät kommen und gar nichts nützen als ob ich immer meines Glückes Schmied gewesen wäre ha da lache ich nur ich wollte schon die Seite wegwerfen aber weil ich noch nie etwas weggeworfen habe sondern ihnen immer alles so schicke wie ich es schreibe tue ich es diesmal auch ich bitte sie Frau Magda mir zu verzeihen heute ist es spät geworden draußen schüttet es wieder einmal und ich werde mich jetzt neben den Lukas ins Bett legen er liegt schon längst drinnen und sicher im Tiefschlaf aber morgen noch schlafen gerade gut ihre Maria 4. August Liebe Maria ich fürchte mich auch vor dem was ich weiter erzählen werde und im Gegensatz zu ihnen weiß ich auch warum deshalb zögere ich es noch ein wenig hinaus vorerst möchte ich mich mit ihnen darüber freuen dass ihnen von Lukas ein so einsichtiges einfühlsames geschenk gemacht wurde er ist wirklich ein guter Mann und das nicht nur in der einen Hinsicht ich habe mittlerweile große Achtung vor ihm und über euren Rousseau Streit habe ich herzlich gelacht ich war sogar so frei diese Brief Passage dem von ihnen hoch geschätzten Professor heute am Mittagstisch vorzulesen ich hoffe nur das macht ihnen nichts aus Maria er war ebenfalls amüsiert aber auch davon angetan wie lebendig eine eheliche Zweisamkeit sich entwickeln kann jedenfalls hat er das so formuliert er sei unverheiratet geblieben weil er stets diese tödliche Leblosigkeit wahrgenommen habe die im Schlepptau jeder Eheschließung unvermeidlich zu sein scheine besonders habe ihn dies bei der Paarung sogenannte Intellektueller angeweht diese Beobachtung habe ihn abgeschreckt lieber habe er die frische von Liebesbeziehungen so lange genossen bis auch darin ihm ein abgestandener Geschmack alles weitere verdorben habe sie glauben also dass jede Liebesbeziehung unweigerlich ihr Verfallsdatum hat wie Milch oder Frischobst fragte ich ihn ich habe es bis jetzt geglaubt antwortete er dabei lächelte er und sah mich auf eine Weise an dass ich das Thema gewechselt habe ich schreibe ihnen das liebste Maria um ihnen nichts zu verhehlen natürlich kann ich seinen Blick einordnen und mir ist klar dass er mit mir flirtet mir ist aber auch klar dass es tut weil er im Urlaub ist und ich hier trotz meines Alters die einzige weibliche Flirtmöglichkeit für ihn bin und vor allem ist mir klar dass ich zwar auch ein wenig mit ihm herumschäkere mich aber nie im Leben in ihn verlieben könnte das wiederum schreibe ich ihnen so entschieden weil ich fühle dass sie gerne eine anregende Verliebtheit für mich erahnen würden habe ich recht nur würde das nichts bringen sich zu verlieben rettet vor nichts im Gegenteil wenn man selbst auf schwachen Beinen im Leben steht wirft es einen meist um einer Verliebtheit standzuhalten ohne sie überzubewerten und mit falschen Ansprüchen zu befrachten braucht viel Kraft und seelische Standfestigkeit ich bin mir sicher dass mich die emotionale Hinwendung zu einem Mann derzeit aus der Bahn werfen würde zu mühsam habe ich diese Bahn überhaupt gefunden und nach jedem meiner Abstürze muss ich sie mir ohnehin immer wieder neu erkämpfen ich dürfte mich gar nicht verlieben ich bin zu alt und zu müde und ich liebe mich selbst viel zu wenig es wäre eine Katastrophe glauben sie mir Maria aber ich habe größere Sorgen wie man zu sagen pflegt im Moment ist es die Sorge meinen Lebensbericht weiter zu bewältigen so überaus wichtig ist mir geworden ihnen alles zu berichten Maria ich fühle mittlerweile dass nur dies mich für ein halbwegs menschenwürdiges weiter existieren retten retten kann aber lassen sie sich bitte hievon nicht in eine Verantwortung drängen die sie bedrücken könnte wenn sie mir nur weiterhin ihre aufmerksamkeit und ihre briefe schenken bin ich ihnen von herzen dankbar für sich verantwortlich ist immer nur man selbst das immerhin hat mein Leben mich gelehrt sie haben völlig recht Maria natürlich muss der mensch versuchen seines Glück Glückes Schmied zu sein wobei ich unter Glück einen richtigen Weg verstehe einen Weg in die richtige Richtung und diesen auch zu erkennen und einzuschlagen ist im übertragenen Sinne vielleicht die Schmiede Arbeit schließlich gilt es all die falschen Vorstellungen und Grundmuster die man in sich trägt im Feuer des Schmerzes zu schmelzen zu läutern und zu verwandeln Wenn Sie mich jetzt sehen könnten sehen Sie mich den Kopf schütteln Maria ständig gebe ich hochtrabende Theorien von mir und in der Praxis versage ich Wissen schützt vor Torheit nicht hat der Professor unlängst gesagt und recht hat er Es ist sehr heiß geworden Die tiefstehende Sonne färbt das Meer schwarz blau und blass rosa schweben die Gebirge des Festlandes über den Ufern ich bin unter den Oliven Bäumen sitzen geblieben als der Professor sich mit einem freundlichen bis später liebste Magda vom Mittagstisch erhoben und zu seinem Schläfchen begeben hat und seither habe ich zwar weiter an sie geschrieben aber nicht weiter erzählt und 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 jetzt los 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 blick wurde forschend naja sagte sie dann was immer es war hoffentlich hat es dir nur den magen verdorben sie tätschelte leicht meine Schulter und ging an ihren Schreibtisch zurück was meinte sie was hieß nur den magen verdorben ich sah ihr nach schüttelte aber den kopf und versuchte mich trotz der übelkeit auf meine arbeit zu konzentrieren ach maria während sie das lesen wissen sie natürlich längst bescheid nicht da nur ich blieb damals so lange begriffs stutzig ein paar Tage lang trank ich nur kamillentee ernährte ich mich von zwieback und haferbrei und dachte schon an magenkrebs weil ich dennoch immer wieder erbrach ich stellte es mir gar nicht so schlimm vor jetzt magenkrebs zu bekommen und dieser welt jung zu entfliehen meine jugend hatte mir bereits genug mühe gemacht fand ich es reichte eigentlich für dieses leben als aber michael eines morgens schlaftrunken zur Küche schlurfte bekam er mit als ich an der wohnungstüre meine umhängetasche von mir warf mir wieder einmal den mund mit beiden händen zuhielt und stöhnend ins bad zurückstürzte ich übergab mich und wusch mein gesicht als ich zurückkam fand ich michael noch am selben platz im vorraum stehen er hatte meine tasche aufgehoben und auf mich gewartet was fehlt dir fragte er ich hatte ihn lange nicht mehr von nahem gesehen er trug nur eine halblange unterhose und sein körper den ich kurze zeit so heftig geliebt hatte war mir in seiner nähe und nacktheit noch schmerzlich vertraut er roch nach warmem bett und frau hast du vorhin gekotzt fragte michael weiter ja warum nicht gab ich ruppig zur antwort und griff nach meiner tasche ich kann schließlich kotzen wann ich will oder nicht wenn du von mir schwanger sein solltest sagte er meine hände blieben irgendwo in der luft hängen ich selbst blieb irgendwo hängen schien mir an einem haken der sich mit wucht in mein bewusstsein bohrte schwanger von ihm schwanger warum nur hatte ich daran noch nicht gedacht meine Regel war zweimal ausgeblieben aber da meine Regel immer wieder einmal ausgeblieben war grundlos hatte ich auch das nicht bedacht wie viel Zeit war vergangen seit wir miteinander geschlafen hatten konnte das überhaupt sein nein es war unmöglich es musste unmöglich sein das hätte ich schon früher merken müssen sagte ich lass mich jetzt ich muss ins Büro wieder griff ich nach der Tasche die er immer noch fest hielt aber er gab nein aber das sagt bei mir nichts ach das sagt bei dir nichts auch wenn du gleichzeitig kotzt wie ein reier in welchem traumland lebst du eigentlich ich will von dir nicht schwanger sein mein schrei erfüllte das vorzimmer die welt den himmels raum ja glaubst du ich will das brüllte er zurück und dann verstummten wir beide und starrten uns an ich sah Angst in seinen Augen etwas das ich bei ihm noch nie wahrgenommen hatte geh rasch zum Arzt sagte er leise ich nickte er drückte mir meine Tasche in die Hand und wir wandten uns voneinander ab er wollte zur Küche ich zur Wohnungstür da hielt ein schrecklicher Schrei uns beide auf dieser Schrei drang aus Jasmins Kehle und er verwandelte sich in das Jaulen eines Tieres als sie unsere erschrockenen Blicke auf sich gerichtet sah splitternackt stand sie in der offenen Türe zu Michaels Räumen ihr Körper wand sich als hätte man ihn eben durchbohrt Michael lief zu ihr hin und versuchte sie zu umarmen aber Jasmin stieß ihn von sich mit gellenden Schreien die sie nur ab und zu unterbrach um ihn anzuspucken die sanfte Lieblichkeit und das Gezwitscher waren dahin eine Tragödie antiken Ausmaßes schien sich dieses ebenmäßigen Frauenkörpers bemächtigt zu haben und ihn in den einer Wölfin zu verwandeln Jasmin sah plötzlich nicht mehr schön aus sondern furchterregend Du hast mit ihr geschlafen diese Worte stieß sie so anklagend hervor als hätte sie einen ihr geltenden Mordversuch aufgedeckt regungslos stand ich an der Eingangstüre und betrachtete überrascht dieses gewaltige Schauspiel Michael versuchte sie auf den Boden zu zwingen anfänglich wehrte sie sich wild sie wandte sich und biss ihn aber allmählich ergab sie sich unter Stöhnen sanft redete er auf sie ein ja Schäfchen ich geb's ja zu wir haben miteinander geschlafen aber doch nur ein paar Mal und nur kurze Zeit Magda war eben hier als ich nach unserem Krach zurückkam und mich so verzweifelt allein gefühlt habe ich habe es dir nicht gesagt weil es nicht wichtig war beruhige dich bitte Schäfchen komm steh jetzt auf zieh dir was an wir bereden alles in Ruhe ja das musste ich mir also anhören Maria gerade als ich begriffen hatte dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit von diesem Manne schwanger geworden war musste ich mir das anhören während er das Schäfchen in seinen Armen wiegte und da raunte ihm diese ermattete Frau plötzlich flink und sachlich zu das Kind lässt sich die Magda aber wegnehmen nicht wahr Michael sah auf und unsere Blicke trafen sich ich wusste nicht ob er sich schämte ich wusste nur dass mir jetzt auf andere Weise zum kotzen war und ich gehen musste die Wohnungstür schlug laut hinter mir ins Schloss für heute werde ich aufhören liebe Maria es dämmert bereits die Glühbirnen unter den Olivenbäumen sind angedreht man möchte die Tische für das Abendessen richten das Meer vor mir leuchtet im letzten Schein des Tages und ich habe Hunger der Professor sitzt bereits mit einem Glas Wein auf der Steinbrüstung und lächelt zu mir her vielleicht begleitet er mich nach dem Essen noch durch die Dunkelheit zu Malinja hinauf jetzt Schluss um mich herum klappern Teller und Gläser seien sie umarmt von ihrer Magda fünfter August liebe Frau Magda ach du meine Güte jetzt sind sie schwanger ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll da sitze ich jetzt in der Küche es ist Mitternacht und ich bin so aufgeregt von ihrem Brief dass ich doch angefangen habe zu schreiben davor waren wir im Gasthaus der Lukas und ich weil er heute Geburtstag hat 40 ist er geworden da hat er mich ausgeführt ja weil sie das einmal gefragt haben wenn ich weg gehe zum essen oder ins kino oder zum grillen da habe ich so eine Spange für meine Haare dann sind sie hinten am Kopf zusammengehalten offene Haare mag der Lukas nicht das heißt die mag er nur für sich allein sagt er sei nicht wie ein Pascha habe ich gleich geschimpft für dich allein ist gar nichts aber ich mache ihm halt doch die Freude weil es mir egal ist ob ich mit langen offenen Haaren rumspaziere oder nicht am liebsten mag ich meinen Zopf den für alle Tage aber was ich ihnen da auf einmal für unwichtige Sachen erzähle mitten in der Nacht obwohl ich ganz etwas anderes schreiben wollte vor allem wollte ich ihnen schreiben dass ich ihnen immer meine Aufmerksamkeit und meine Briefe geschenken werde für alle Zeit und mit aller Freude die man haben kann ihr Lebensbericht drängt mich in keine Verantwortung die mich bedrückt ich benutze jetzt die Worte aus ihrem Brief sonst könnte ich es so nicht sagen zu dem anderen zu dieser Jasmin die aber wirklich kein Schäfchen ist fehlen mir total die Worte vor allem jetzt weil ich sehr müde bin mein beduselter Lukas schnacht laut ich werde trotzdem gut einschlafen neben ihm wir haben zwei Flaschen Weißwein getrunken ich selber auch nicht schlecht liebe Frau Magda schreiben sie rasch alles auf je schneller umso besser glaube ich eine gute Nacht wünscht ihnen ihre Maria 6. August liebste Maria je schneller umso besser sie haben vollkommen recht und schon heute Vormittag war auch ihre Antwort da obwohl sie gestern Geburtstag gefeiert und Wein getrunken haben ich bewundere immer wieder wie sie mit so wenigen Stunden Schlaf auskommen können übrigens möchte ich Lukas einen herzlichen Glückwunsch übermitteln tun sie das für mich Maria auf halbem Weg zum Postamt kam mir heute Malinias Bruder entgegen gefahren und übergab mir er Fax und genau an der Stelle wo er anhielt standen hätte ich gern einen Strauß gepflückt und ihn dem Lukas geschenkt so schön waren diese lila und weißen Blüten also im Geiste geschah es zumindest sagen sie ihm das jetzt sitze ich auf dem Balkon und schaue in einen klaren leuchtenden Tag hinaus es ist heiß aber nicht zu heiß das Meer rauscht mit gleichmäßigen ruhigen Wellen in das Hafenbecken herein warme Luft streicht mir über das Gesicht ich schreibe ihnen das kommende also rasch auf Maria ich ging zum Arzt ich war in meinem ganzen Leben noch nie bei einem Gynäkologen gewesen ja ich wurde 26 Jahre alt ohne je einen beansprucht zu haben also musste ich Frau Hasling erfragen wohin ich mich wenden könne mir einfach einen Arzt aus dem Telefonbuch heraussuchen wollte ich nicht das alles war mir viel zu unheimlich sie sah mich an und wusste Bescheid wer war es fragte sie sofort ich wurde rot und schwieg auch auf ihr kenne ich ihn gab ich keine Antwort sie ließ mich eine Weile nicht aus den Augen und mir schien dass ich ihrem prüfenden Blick alles enthüllte was ich ihr nicht sagen wollte schließlich seufzte sie auf und gab mir Adresse und Telefonnummer ihres Arztes diese ewigen Scherereien sagte sie dann dass wir Frauen doch wieder und wieder ins Messer rennen geliebt wollen wir werden und handeln uns nur unliebsames ein da lächelte sie mich plötzlich an schau magter ein wortspiel gar nicht so blöd sie war ganz und gar nicht blöd die Frau Haslinger und ich rechnete ihr hoch an dass sie nicht weiter forschte und mich mit Fragen bombardierte zwei Tage später hatte ich einen Termin beim Frauenarzt und der stellte rasch fest dass ich im dritten Monat schwanger und alles in Ordnung sei ja alles in bester sagte er und ich schlich heimwärts und wusste nicht wie ich die Unordnung das Chaos meines Lebens bewältigen sollte Michael erwartete mich als er mein Gesicht sah fragte er nur welcher Monat dritter natürlich was sonst sagte ich also war ich es natürlich warst du es in deinem Fall glaube ich sogar sagte er wir lassen es also wegmachen ich helfe dir dabei ich konnte nichts dazu sagen Maria ich konnte ihn nur anstarren seine Augen die auf mich gerichtet waren schimmerten feucht wie sie es immer taten aber ich sah in ihnen nur den knallharten Wunsch mich und dieses Problem so rasch wie möglich loszuwerden ich weiß eine Ärztin die das macht fuhr fort als ich nicht widersprochen hatte ich organisiere uns den Termin möglichst noch in dieser Woche ich schwieg immer noch und starrte ihn an in Ordnung Magda und da tat ich das was ich nicht hätte tun sollen ich nickte dieses nicken Maria war war der größte Fehler meines Lebens ich hätte dieses Kind behalten sollen ich weiß Frau Haslinger hätte mir geholfen so dass ich es auch ohne Vater hätte groß ziehen können dass ich es schließlich so geliebt hätte dass kein Mann mich je wieder aus der Bahn hätte werfen können aber ich weiß auch wie sinnlos es ist einem hätte nachzutrauern ich habe genickt und mich somit einverstanden erklärt ich habe Michael gehorcht weil er mich nicht liebte mich ohne seine Liebe zu diesem Kind zu bekennen war mir unmöglich die Mutterschaft traf mich so unvorbereitet dass ich selbst wie ein Kind reagierte das sich schlecht benommen hat ich ließ den Schwangerschafts Abbruch zu ließ ihn zu wie ein Gebot ohne mich dagegen aufzulehnen brav dass du das alles einsiehst sagte Michael und legte den Arm um mich meine Willfährigkeit hat in sanft gestimmt es wäre der größte Blödsinn gewesen vor allem jetzt ich werde Jasmin heiraten weißt du sie ist jetzt bei ihrem Vater und kommt erst zurück wenn alles geregelt ist auch dazu schwieg ich Maria obwohl mir war es müsse ich sofort wieder erbrechen ich streifte nur seinen Arm von meiner Schulter und ging ohne mich auszuziehen legte ich mich ins Bett und da ich reichlich Valium genommen hatte schlief ich rasch ein am nächsten Tag meldete ich mich krank und rührte mich nicht mehr aus dem Haus ich blieb unter der Bettdecke liegen als könne ich mich dort vor allem zukünftigen verbergen im nirgendwo verschwinden irgendwann klopfte Michael an meine Tür streckte den Kopf herein und nannte mir den Termin bei der Ärztin in zwei Tagen sagte er ich nahm es stumm zur Kenntnis und schlug deine weitere Ladung Valium ab und zu zerrte Michael mich in die Küche und zwang mich einen Teller Suppe zu essen er war besorgt um mich und angeödet von mir die Situation rieb ihn auf aber er bemühte sich offensichtlich alles möglichst sachlich hinter sich zu bringen vor allem nervte ihn wohl mein Schweigen obwohl ich ihn damit keineswegs verärgern wollte mir war wirklich so als hätte ich die Stimme verloren ich brachte einfach kein Wort mehr heraus also gut wie du willst sagte er schließlich achselzuckend erledigen wir die Sache eben stumm und wir erledigten die Sache stumm Maria es ging ja anscheinend nur darum die Sache zu erledigen wie er es nannte und schließlich wollte ich selbst auch nichts anderes mehr ich war froh als die zwei Tage Wartezeit vorbei waren und Michael mich endlich im Taxi weg brachte die Ärztin war eine ältere grauhaarige Frau mit eigenartig gelber Gesichtshaut und schlechten Zähnen aber in ihren Augen lag ein freundliches Bedauern als sie mich fragte ob ich wirklich bereit sei mir das Kind nehmen zu lassen nickte ich wieder wortlos wie ich es bei Michael getan hatte und kletterte dann eilfertig auf den Operationstisch der sich in einem Hinterzimmer ihrer Ordination befand Operationstisch Operationstisch ist vielleicht ein zu pompöses Wort für das was darauf schlecht und recht verübt wurde aber damals waren Abtreibungen noch nicht erlaubt man nahm deshalb auch kläglichste Bedingungen in Kauf ich schloss die Augen und ließ alles ohne einen laut über mich ergehen es tat mir entsetzlich weh aber dieser Schmerz sollte sein fand ich die mit der ich nichts zu tun haben wollte sollte ruhig Schmerzen haben ja ich wollte nichts mit mir zu tun haben als ich mit gespreizten Beinen da lag und es geschehen ließ ich ließ mir ein Kind aus dem Körper reißen als wäre dieser Körper nicht der meine es wäre ein Mädchen gewesen ich weiß es Magda 8 August man kann eine Wut kriegen auf das Leben liebe Frau Magda ich war sehr traurig über ihren letzten Brief aber eben auch wütend dabei kann das Leben vielleicht gar nichts dafür die Menschen sind es die alles kaputt machen und sie machen viel kaputt wenn sie nicht lieben können glaube ich ich habe meine Mutter besucht mit dieser Wut im Bauch und sie hat es gleich gemerkt während sie mir einen Kaffee gekocht hat du schaust aus wie zehn Tage Regenwetter hat sie gesagt was hast du denn da habe ich ihr wieder einmal von ihnen erzählt Frau Magda sie haben mir erlaubt dass ich das darf bei meiner Mutter nicht war und da hat sie mir zum ersten Mal gesagt dass sie mich auch fast abgetrieben hätte damals nur wäre das eine so fürchterliche Frau gewesen die das hätte tun wollen irgendeine Hebamme aus der Vorstadt in einem schmutzigen Hinterzimmer ist meine Mutter schon auf einem alten Sofa gelegen und hat gesehen wie die Frau irgendwelche Nadeln und Zangen hervorgeholt hat und die haben auch alles schmutzig und blutig ausgesehen jedenfalls hat sie mir das so schauerlich geschildert und in letzter Sekunde ist sie aufgesprungen und davongelaufen meine Mutter und hat mich dann doch gekriegt so hängt alles an einem Faden ob man auf diese Welt kommt oder nicht und alles andere dann auch wir haben sehr schöne Sommertage hier und ich sitze manchmal auf der Bank unter den Kastanien wenn ich ein bisschen Pause habe und dabei denke ich dann fast immer an Sie liebe Frau Magda weil ich Gott sei Dank Lukas dankt für die Geburtstagswünsche und auch für die Orchideen im Geiste ich soll das unbedingt schreiben hat er mir aufgetragen und ich erwarte ihren nächsten Brief so wie man den nächsten Tag erwartet auch wenn man weiß er kommt wartet man trotzdem viele Grüße von ihrer Maria 9. August Ja Maria auch andere es herrscht keine lähmende August Hitze Himmel und Meer sind frisch und blau wie im Früh Sommer und nachdem ich ihr Brieflein erhalten und gelesen habe sitze ich jetzt hier vor meinem Briefblock und erzähle ihnen ohne Umschweife weiter wie froh ich bin dass sie zur Welt gekommen sind liebste Maria wie dankbar dass ihre Mutter sie zur Welt kommen ließ meine kleine Tochter verlor ich für immer ich lag danach einige Tage zu Bett anfangs hatte ich noch Schmerzen und blutete ein wenig aber alles schien normal zu verlaufen Michael sah ich kaum aber ich fand in der Küche Vorräte die er besorgt hatte und konnte mich ernähren ohne die Wohnung zu verlassen weiterhin nahm ich Valium und schlief viel und an einem Montag begann ich wieder zu arbeiten ich kleidete mich sorgfältig an schminkte mich ein wenig und zwang mich mit heiterer Miene im Büro zu erscheinen endlich hätte ich die blöde Grippe hinter mich gebracht sagte ich das muss aber ein ziemlich scheußlicher Infekt gewesen sein meinte Jonathan bräuel und sah mich besorgt an ich habe schon gedacht du tauchst nie mehr auf sicher war es das antwortete Frau Haslinger statt meiner sicher war es ein ziemlich scheußlicher Infekt unsere Blicke trafen sich und wieder wusste ich dass sie alles wusste aber keine von uns beiden sagte ein Wort jetzt nicht und doch später nicht es blieb ein unausgesprochenes Wissen zwischen uns das unseren Umgang miteinander jedoch nicht veränderte ich mochte diese Frau und fühlte dass auch sie mich mochte trotzdem beließen wir es dabei dass nur die Bürostunden uns verbannten keine von uns schlug ihr ein privates treffen vor auch die Wohnung in der Fliegengasse betrat Frau Haslinger nicht mehr nachdem sie mich dort einquartiert hatte sie ließ sich von mir nur ab und zu berichten ob dort alles in Ordnung sei und ich tat mein Möglichstes die Wohnung weitgehend in Ordnung zu halten ja Maria ob sie es glauben oder nicht ich blieb in dieser Wohnung ich blieb noch viele Jahre in dieser Wohnung Michael heiratete Jasmin die Hochzeit fand in Rom statt und Frau Haslinger nahm ein paar Tage Urlaub um dorthin zu reisen und dabei zu sein als sie ins Büro zurückkam wurde sie mit Fragen bestürmt wie es man stand um sie herum nur ich blieb an meinem Schreibtisch sitzen und arbeitete weiter war alles soweit okay sagte Frau Haslinger und blieb auch nach dieser wenig erschöpfenden Auskunft erstaunlich wortkarg als wieder Ruhe eingekehrt war schaute sie zu mir her ich hob den Kopf eine widerliche Tussi sagte sie leise leider ist mein Sohn ein Trottel wir sahen einander ruhig in die Augen und wandten uns dann wieder wortlos der Arbeit zu und mehr wurde nie dazu gesagt Maria ich weiß nicht wie Frau Haslingers Verhältnis zu Sohn und Schwiegertochter sich entwickelte mit mir sprach sie nicht darüber die beiden blieben zwar die meiste Zeit im Ausland verbrachten aber immer wieder ein zwei Wochen in der Fliegengasse und ich ertrug es Maria ich ertrug dass Jasmin grußlos an mir vorbeischwebt als wäre ich Luft und dass Michael nur mit mir sprach wenn sie nicht dabei war und dass er mich dann behandelte als wäre ich ein Hausfaktotum das man wegen schmutziger Bettwäsche oder kaputter Steckdosen befragen könne dass ich je ein Kind von ihm in meinem Leib getragen hatte schien so endgültig aus seinen Gedanken herausgeschnitten wie dieses Kind aus mir ich war die Untermieterin Magda die sich um seine leerstehende Wohnung zu kümmern hatte wenn er nicht da war und ich ließ mir diese Rolle gefallen wenn die beiden da waren blieb ich unsichtbar so gut es ging betrat die Küche nur wenn ich sicher war dort niemanden anzutreffen und aß abends oft auswärts Jonathan Broil war mir ein guter Freund geworden jetzt auch außerhalb des Ölig Versands wir gingen miteinander aus da wir uns unverkrampft und vertrauensvoll verhalten konnten mochte ich seine Gesellschaft und wenn wir im Kino gewesen waren oder in einem Restaurant zu Abend gegessen hatten verabschiedeten wir uns danach stets ohne unterdrückte erotische wünsche jedenfalls hatte ich diesen Eindruck die fröhliche sachlichkeit mit der wir bis bald oder bis morgen riefen ersparte mir jede peinlichkeit und ich war Jonathan dankbar dafür er half mir anfänglich die Zeiten der Anwesenheit von Michael und Jasmin besser zu überstehen und sobald die beiden abgereist waren genoss ich es sofort die Wohnung wieder für mich allein zu haben ich betrat Michaels Zimmer nur um dort aufzuräumen schloss dann die Türe ab und tat als gäbe es diesen Bereich der Wohnung überhaupt nicht der Salon wurde wieder mein Eigentum ich lag oft bis spät auf einem der weichen Sofas und las manchmal kochte ich obwohl ich keine sehr gute Köchin war und lud Jonathan zum Essen ein ich tat es um auch die Küche ganz für mich zu erobern und Michaels gebratenes Hühnchen seine von Jasmin gepriesene Kochkunst mit dem Duft meiner eigenen Speisen zu übertrumpfen es war meine Küche in der ich werkelte sie gehörte mir wenn die beiden anderen nicht da waren auch eine neu hinzugekommene Angestellte aus dem Büro besuchte mich ab und zu sie hieß Katja Löwel und wir hatten uns angefreundet nach der so kurzen Freundschaft mit Magdalena hatte es für mich nur den freundschaftlichen Umgang mit Frau Haslinger gegeben und erst bei Katja konnte ich zum ersten Mal wieder wenn auch zögernd von einer Freundin sprechen meine Freundin Katja sagte ich beim Friseur als ich sie dort für einen Haarschnitt anmeldete sie war ein wenig älter als ich schon dreißig hatte eine missglückte Ehe hinter sich und nach ihrer Scheidung die Stelle bei Ölig angenommen ihr großflächiges Gesicht war schön geschnitten sie hatte dunkles Haar und einen dunklen Teint Zigeunerblut sei in ihr sagte sie mit einem Stolz den ich anfänglich übertrieben fand mein Vater war zur Hälfte Zigeuner weißt du und hat seinen eigenen Vater also meinen Großvater einen waschechten Roma im KZ verloren der war schon uralt fast 90 als man ihn dorthin verschleppt hat und ist rasch gestorben meine Großmutter und meine Mutter haben meinen Vater bis zum Kriegsende in einer Besenkammer versteckt nachdem sie dies alles in fast heiterem Ton berichtet hatte fand ich ihren Stolz nicht mehr übertrieben ich verstand rasch dass sie ihn brauchte weil er sie davor bewahrte ihre Herkunft zu verschweigen oder zu verleugnen sogar ich hatte außer dieses eine einzige Mal bei Magdalena zu niemanden mehr über das Dorf aus dem ich kam oder über meinen Vater gesprochen weil mich allein der Gedanke daran noch immer mit Abwehr und Verlegenheit erfüllte da Katja sich mir aber sofort als Zigeunerin präsentierte nur weil ich ihre schöne braune Haut bewundert hatte da sie mir ohne Umschweife ihre Familien Geschichte klarlegte obwohl sie gar nicht darüber hätte sprechen müssen erzählte ich ihr auch von mir anfänglich tat ich es mit Überwindung sie aber hörte mir aufmerksam und ruhig zu ohne jede Überraschung und da kam mir plötzlich selbst nicht mehr so schlimm vor gut ich verlor eine Portion Selbstmitleid und gewann ein wenig mehr Selbstsicherheit katja und jonathan broil waren einander auch gewogen und so ergab es sich dass wir manchmal zu dritt ausgingen oder sie beide zum essen zu mir kamen sie aßen was ich kochte auch wenn es scheußlich schmeckte und brachten immer einige flaschen Wein mit damit wir ordentlich nachspülen können sagten sie fröhlich unser gelächter erfüllte die wohnung und schien auch all das leidvolle das ich hier hatte erleben müssen hinweg zu spülen ich erholte mich weil ich mich nicht einsam fühlte und doch vor verliebtheit gefeit war davor hatte ich panische angst je wieder zu lieben oder mir je wieder zu wünschen geliebt zu werden das darf dir nicht nochmals passieren sagte ich mir lange Zeit hindurch konnte ich dies auch beherzigen und schien nichts zu entbehren nur wenn Michael kam fiel sekundenschnell sein Schatten über mich und verdunkelte mehr die Welt wenn er nach Monaten plötzlich wieder auftauchte die mich kaltblütig ignorierende aber weiterhin lieblich schöne Ehefrau an seiner Seite dann konnte allein sein Anblick mir die Fassung rauben wenn er in der Wohnung war litt ich ich vermied ihn anzusehen um in seinen Augen nicht diesen feuchten Schimmer wahrzunehmen den ich ehemals mit einem Gefühl für mich verwechselt hatte ich musste Valium schlucken und bei seiner Anwesenheit die ich durch alle Zimmer hindurch körperlich zu fühlen meinte nicht die ganze Nacht wach zu liegen um den Gedanken an unser beider Kind das wir getötet hatten abzutöten aber ich lernte mehr und mehr mich bewusst abzulenken gezielt die nötige Dosis mich beruhigender Drogen zu nehmen und in meiner Arbeit und bei meinen Freunden Schutz zu finden und sobald ich in der Wohnung wieder für mich sein konnte kehrte auch wieder Ruhe in mir ein ja die nächsten Jahre verliefen zum größten Teil ruhig Maria damals machte ich beim Ölig versand so etwas wie Karriere und gewann dort eine geachtete Position ihr verdanke ich dass Herr Kreuz mich heute geduldig zurückerwartet und die Firma mich trotz meines langen Krankseins nicht hinauswerfen möchte ich wurde zu der unentbehrlichen Kraft die es in jedem Unternehmen gibt in deren Händen alles zu ruhen scheint obwohl sie nur Bürokraft ist und meist ist ein solches Exemplar eine Frau wie wir wissen der Chef selbst verlässt sich auf sie und wenn es darauf ankommt ist er der Mann der Stunde aber mir genügte was ich erreicht hatte ohnehin war ein Versandhaus nicht das Ziel meiner Lebenswünsche gewesen mein Ehrgeiz hielt sich in Grenzen ich wollte nur unangefochten und mit einiger Würde mein Geld verdienen mehr und mehr übernahm ich Frau Haslingers Aufgaben die sie mir auch gern überließ jetzt laschiere ich noch ein Magda ich lehn mich gern zurück und schau dir zu manchmal erzählte sie mir von ihrem Schorschi und ihre Stimme klang immer zärtlicher wenn sie von ihm sprach das Leben mit diesem Mann der um einiges jünger war als sie schien sie immer mehr auszufüllen der hat mich alte Schachtel anscheinend wirklich gern sagte sie einmal als wir in der kleinen Küche des Büros saßen bei Thunfisch Brötchen und dem von Frau Haslinger geschätzten Piccolo Sekt die Brötchen mit täglich anderem Belag Ei Schinken oder Salami ließen wir uns vom Lehrmädchen aus einem Delikatess Laden heraufholen der Bürokühlschrank wurde von Frau Haslinger regelmäßig mit kleinen Sektflaschen aufgefüllt fast immer verbrachten wir so plaudernd unsere Mittagspausen die Beine auf ein und dem selben Schemel hochgelagert meist ließ man uns beide in dem kleinen Raum allein die anderen Angestellten gingen gern ein wenig hinaus schauten in Auslagen und aßen lieber bei McDonalds sogar Jonathan und Katja schüttelten ihre Köpfe und nannten uns Stubenhocker dass ihr nicht raus wollt aus dem Büro Mief zwischendurch wunderte sich immer wieder jemand der um die Mittagszeit seinen Mantel anzog und uns in der Küche verschwinden sah aber wir hatten dieses ruhige Stündchen gern für uns auch Frau Haslinger das fühlte ich es war und blieb die einzige Zeit unserer Vertrautheit nie kamen wir auf die Idee ich könnte sie vielleicht ebenfalls duzen es dauerte sogar ziemlich lange bis ich durch Zufall erfuhr dass sie mit Vornamen Clotilde hieß und darüber musste ich lachen lach nur sie lachte selbst stell dir vor der Schorsch nennt mich sogar Klo noch besser was ja und von diesem Schorschi hatte sie begonnen mir zu erzählen dass er schließlich über zehn Jahre jünger sei als sie sie selbst aber nicht jünger würde und ihn das überhaupt nicht störe ein Wunder der Mann sagte sie und biss versonnen in ihr Thunfischbrötchen seine Liebe ist das Wunder gab ich zur Antwort da sah sie mich an ja sie beugte sich herüber und strich mir plötzlich über die Wange die Liebe ist immer ein Wunder wenn's wirklich eine ist es war einer dieser Sätze die mir ganz nebenbei verrieten wie wissend und mitfühlend sie war wenn ich aber von der Anwesenheit des jungen Paares in der Wohnung sprach was oft unumgänglich wurde weil ich sie über Dinge die ihre Wohnung betrafen informieren musste fielen Frau Haslingers Antworten und Kommentare äußerst karg aus sie vermiet es mit mir über ihren Sohn zu sprechen und über die Schwiegertochter fiel nach ihrem Urteilsspruch Tussi kaum noch ein Wort sie schien sich aus dem Leben der beiden weitgehend herauszuhalten und sich mehr und mehr auf die Liebe zu ihrem Schorschi einzulassen Liebe Maria ich muss für heute schließen die Sonne ist untergegangen der Himmel und das Meer glühen rot an den Nebentischen ist schon für das Abendessen gedeckt geht alles gut bei Ihnen ein viel zu schneller Gruß jetzt aber von Herzen Magda 10. August Liebe Frau Magda auch ich werde Ihnen heute sicher einen viel zu schnell Gruß schicken weil ich den Brief jetzt schon viel zu schnell schreiben muss aber alles geht gut bei mir sehr gut sogar ich fahre nämlich mit Lukas über das Wochenende weg noch heute Abend er hat einen weit entfernten Onkel der lebt am Land wir fahren ungefähr drei Stunden mit der Bahn dorthin ich habe diesen Onkel noch nie kennengelernt er ist schon ziemlich alt und der will dem Lukas auf einmal sein Haus vererben stellen Sie sich das vor Frau Magda ich mache so viele Rufzeichen weil ich so aufgeregt bin wir sollen schnell kommen ich glaube er ist krank der Onkel und er möchte den Lukas sehen und ihm gleich alles überschreiben der Lukas selber ist aus allen Wolken gefallen dass mich der Onkel Will überhaupt noch kennt hat er gesagt ich war das letzte mal bei ihm da war ich 14 Jahre alt wie das Leben halt so spielt habe ich recht obergescheit geantwortet ein besserer Satz ist mir nicht eingefallen aber das Leben spielt wirklich mit uns herum ich denke das so oft bei dem was sie mir erzählen ich werde ihren letzten Brief in der Eisenbahn noch einmal Briefe beim Poitier und werde mich beeilen die Frau Haslinger habe ich auch sehr gern aber auch den Jonathan und die neue Freundin Katja im Moment klingt ja alles recht gut aber wie gesagt das Leben spielt und bei ihnen kommen da sicher noch ein paar wilde Spiele weil sie doch so traurig und krank geworden sind ich habe auch einmal eine Zigeunerin gekannt die hat mir aus der Hand gelesen mit meiner Freundin Lolli war ich bei ihr in einer Baracke beim Schuttabladeplatz hinter dem Opelwerk hat die Wanda Kunden gehabt die die Zukunft wissen wollten die Wanda war eine richtige Zigeunerin wissen sie mit langen Röcken gleich ein paar übereinander rot und gelb und lila und mit langen schwarzen Haaren und großen goldenen Ringen an den Ohren halt so wie ein gutes Herz zu sehen alles in Ordnung die Lolli war direkt beleidigt hab ich vielleicht kein gutes Herz hat sie gefragt du wirst ins Ausland gehen hat die Wanda auf einmal ganz ruhig gesagt und das hat ja dann gestimmt die haben die Wanda noch ein paar Mal besucht nur so und einen komischen Tee aus irgendwelchen Blumen getrunken es war gemütlich in ihrer kleinen Baracke innen waren alle möglichen bunten Stoffe an die Wand genagelt und die Matratzen waren auch bunt man ist nur auf Matratzen gesessen eines Tages war sie verschwunden die Wanda jemand soll sie ermordet haben hat man uns erzählt aber wer weiß ob das stimmt ich habe das Gefühl gehabt die Leute wären zufrieden gewesen wenn man sie ermordet hätte deshalb haben sie das erzählt aber weg war sie ganz plötzlich über Nacht und die Baracke ist abgerissen worden weil dort ein Einkaufszentrum gebaut werden sollte aber da war ich schon nicht mehr bei Opel mein Gott was erzähle ich da vor mich hin statt meinen Koffer zu packen der Lukas schimpft gerade wie ein Rohrspatz und diesmal hat er recht trotzdem hilft er mir und bringt jetzt rasch den Brief für mich 11. August liebe Maria das ist ja eine wunderbare Nachricht ein Haus auf dem Land für sie beide ich bin schon neugierig was sie mir von dieser reise erzählen werden wie das Haus aussieht was für ein Mensch dieser Onkel ist ob es eine hübsche Gegend ist in der er lebt und ich werde weiter erzählen Maria das ganze Wochenende über jedenfalls habe ich das vor es ist wieder stiller geworden hier das Ehepaar ist abgereist und auch der Professor fährt morgen früh er muss zu einer Fernsehdiskussion die er nicht absagen kann obwohl er es gerne täte hat er gesagt es geht in dieser Sendung um die Philosophie des Alltags also darum inwieweit Menschen auf schlichte Weise philosophisch reagieren um ihr alltägliches Leben zu bewältigen und sei es in Form von Sprichwörtern wie kommt Zeit kommt Rat oder aller Anfang ist schwer wir haben dann viele solcher Sätze und Floskeln zusammengesucht zuletzt hat er mich angeschaut und gesagt sei allem Abschied voran als lege er hinter dir das ist Rilke habe ich eingewand warum nicht Rilke Alltagsphilosophie par excellence und geht gleichzeitig darüber hinaus meinte er er wird mir fehlen der Professor ich gebe es zu die Gespräche mit ihm werden mir fehlen heute werden wir noch gemeinsam zu Abend essen die Wirtin brät irgendeinen besonderen Fisch den er liebt von meinem Balkon aus sehe ich dass er sein Badetuch auf der Hafenmauer verlassen hat und hinaus geschwommen ist ziemlich weit hinaus sein Kopf ist ein kleiner dunkler Punkt in der Bläue manchmal verschwindet er hinter einer Woge er und ich glaube dass er das Dorf und die Felswände vom Meer her betrachtet und sich alles einprägen will ich glaube er lässt sich von den Wellen wiegen und nimmt mit den Augen Abschied ich habe heute keine Lust zu schwimmen ich möchte meine Erzählung fortsetzen und denke deshalb jetzt an Frau Haslinger zurück und wie sehr sie zu lieben begann ja sie begann zu lieben unsere Mittagsgespräche ihr Gesicht und ihre Augen ein weicherer Ausdruck plötzlich auch das schlichtere ihrer Kleidung und ihrer Bewegungen so als hätte sie es nicht mehr nötig auf sich aufmerksam zu machen all dies erzählte mir davon von einem Neubeginn in einer bereits länger währenden Beziehung ich fand das schön wenn wir unsere Mittagsbrote verzehrten versuchte ich ein wenig nachzufragen aber sie gab kaum Auskünfte auch ihre Verhaltenheit war neu etwas Scheues das ich bei ihr nie angenommen hätte kam plötzlich zum Vorschein manchmal sah sie mich an wie ein Kind frag mich nicht mag mag sagte sie einmal aber vielleicht muss man älter werden um einen anderen menschen wirklich lieben zu können und das sagte sie mit diesen kinderaugen ich hörte auf ihr fragen zu stellen konnte jedoch nicht vermeiden dass ich sie ein wenig beneidete vielleicht muss eben auch ich älter werden sagte ich mir schließlich vielleicht kann ich eben noch nicht wirklich lieben und mache alles falsch und deshalb lasse ich es vorläufig besser sein dieser gedanke hatte etwas tröstliches und ich hielt mich an ihn Michael und seine Jasmin kamen im lauf der nächsten jahre immer seltener und wenn sie da waren wurden sie mehr und mehr zu Gästen in einer Wohnung die meine zu sein schienen irgendwann als mein Gehalt bei ölig tüchtig gestiegen war bat ich Frau Haslinger ihr auch Magda die beiden haben Geld mein Sohn hat reich geheiratet wie du weißt ich sehe nicht ein warum wir ihnen das abnehmen sollen es täte mir einfach gut sagte ich da sah sie mich aufmerksam an in Ordnung meinte sie dann wenn es dir gut tut bist du die Mieterin es ist deine Wohnung sie muss das später auch mit Michael besprochen haben denn die Besuche aus Rom wo er und Jasmin sich niedergelassen hatten wurden fast eingestellt und eines Tages als sie Frau Haslinger wie jeden Morgen hinter ihren Schreibtisch setzte sagte sie beiläufig und ohne zu mir herzusehen ich werde Großmutter Magda was sagst du dazu ich sagte nichts dazu und Frau Haslinger schien es auch nicht wirklich zu erwarten vielleicht wusste sie dass Tränen meine Augen füllten Tränen die ich hasste und die ich nicht mehr verstehen wollte sie nahm sich jedenfalls sofort die auf sie wartende Arbeit vor und beugte sich über ihre Unterlagen bis ich mich wieder gefangen hatte erst dann sah sie zu mir her heute Mittag wär's mir nach ganz lausigen Würsteln mit Senf dir auch Magda ich nickte da lächelte sie mir zu gut die Emmi soll uns heute Würstel heraufbringen und Bier ich nickte wieder und dann konnte ich mich auf einmal nicht beherrschen ich fragte Bub oder Mädel was Frau Haslinger tat als verstünde sie mich nicht wird ihr Enkelkind ein Bub oder ein Mädchen fragte ich jetzt laut und deutlich da verglomm Frau Haslingers lächeln und sie sah mich traurig an ein Mädchen sagte sie dann es wird ein Mädchen Magda jetzt beugte ich mich rasch über meine Arbeit und hob sehr lange den Kopf nicht mehr von ihr hoch wir schwiegen beide arbeiteten stumm bis zur Mittagspause erst als wir bei den Würsteln saßen und krachend hineinbissen gelang mir die Bemerkung lausig aber gut Frau Haslinger sah mich erleichtert an wie das Leben sagte sie dann wir stießen mit unseren Bier Dosen an und rülpsten laut wie zwei Bauarbeiter nachdem wir getrunken hatten in den Monaten von jasmins schwangerschaft gab es keinen einzigen besuch des pares in der fliegengasse und ich habe Frau Haslinger nie wieder nach diesem kind gefragt als sie eines tages urlaub nahm um kurz nach rom zu fliegen war mir klar weshalb den anderen Kollegen hatte sie nichts vom Grund ihrer reise gesagt und als sie ins Büro zurückkehrte tat sie es kommentarlos auf Jonathan Broils Frage war schönes wetter in rom nickte sie nur wir zwei saßen nach unserer begrüßung wieder schweigsam nebeneinander an den schreibtischen eine Last schien sich zwischen uns aufzutürmen bis Frau Haslinger ihren Drehsessel in meine Richtung wandte sich zu mir herüber beugte und mit leiser Stimme sagte ich kann es dir nicht für immer verschweigen Magda dass ich jetzt deine Enkeltochter habe die Mariella heißt und ganz entzückend ist irgendwann wird Michael wohl mit Frau und Kind zu Besuch kommen und du wirst sie sehen und kennen lernen müssen geht das für dich ich nickte stumm gut sagte Frau Haslinger drehte sich wieder ihre Arbeit zu und sprachen kein Wort mir über diese Angelegenheit obwohl ich sicher bin dass sie ihre Enkelin trotz aller Aversion gegen die Schwiegertochter zu lieben begonnen hatte ihre Kurzurlaube Richtung Rom nahmen zu und vielleicht hätte sie mir gern von Mariella erzählt aber sie schwieg und zeigte mir vorzimmer vorzimmer der Wohnung auf mich zu und lächelte mich ebenso bezaubernd an wie es zu Beginn seine Mutter getan hatte ich hob Mariella hoch und lächelte ebenfalls ihr kleines pauspackiges Gesicht ganz nah dem meinen Michael kam aus seinem Zimmer und starrte uns beide an es war als zöge ein Hauch von betretener Erinnerung durch seine Augen dann aber tauchte Jasmin hinter ihm auf er rief komm Mariella Schatz das Bettchen ruft nahm mir das Kind rasch aus den Armen und die Familie zog sich hastig zurück Maria meine Liebe ich schreibe morgen weiter jetzt dämmert es und ich werde mich für das letzte Abendessen mit dem Professor naja sagen wir halt hübsch machen nächster Tag es ist absolut still über dem kleinen Hafen vor mir ich schreibe wieder auf meinem Balkon da es auch heute nicht zu heiß ist der Strohhut den ich dann stets aufsetze gibt mir genügend Schatten und vom Meer her weht eine leichte Brise auf dem Pier liegt heute niemand mehr kein Badetuch kein Sonnenschirm zu sehen ich könnte völlig ungestört schwimmen und mich sonnen als wäre das Hafenbecken mein Eigentum auch die Boote schlingern sonntäglich unbenützt vor sich hin keiner der Fischer macht sich an ihnen zu schaffen aber seltsamerweise fehlt mir heute die Lust hinunter zu gehen ich schreibe lieber weiter an sie Maria wie es ihnen wohl im Hause des Onkels ergeht frage ich mich und erwarte neugierig ihren Bericht ich bin heute außerdem ein wenig müde und verkatert das Essen mit dem Professor mündete in unzähligen gläsern vom weißen Hauswein die Wirtin brachte und brachte einen Krug nach dem anderen tischte sie auf sie muss selbst viel zu spät ins Bett gekommen sein wir saßen unter der Glühbirne die aus den Olivenbäumen herab unseren Tisch erleuchtete und rundum lag die Nacht mit ihrem Sternenhimmel und den silbernen Wogenkämmen die über das schwarze Meer rauschten wir haben uns sehr gut unterhalten der Professor und ich komischerweise an diesem letzten Abend besser denn je jetzt ist er weg als er früh am Morgen davon fuhr schlief ich wohl noch denn ich habe nichts davon mitbekommen nun ja alles nimmt einmal ein Ende aber weiter in meinem Lebensbericht den ihnen zu liefern ich mir mittlerweile so auferlegt habe als ginge es um mein Leben ja meine liebe Maria trotz der Geburt der kleinen Mariella trotz der seltenen und meist kurzfristigen Aufenthalte von Vater Mutter Kind in der Wohnung und trotz des Schmerzes der mich dabei immer noch überfallen konnte eine Zeit lang klang wirklich alles recht gut wie sie in ihrem letzten Brief bemerkten meist wohnte ich allein und ungestört in der Fliegengasse konnte Gäste empfangen oder mich mit meinen Büchern zurückziehen ganz nach Belieben ich kaufte mir einen eigenen Fernsehapparat der allen damaligen technischen Möglichkeiten entsprach von meinen Freunden als toll eingestuft wurde damals veränderte sich vieles die Errungenschaften der Technik die einander in rasantem Tempo folgten begannen auch den normalen Sterblichen in Besitz zu nehmen etwas das heutzutage ja gang und gäbe ist Laptops und Handys regieren mittlerweile die Welt nur wir beide Maria verhalten uns völlig anachronistisch wie schon festgestellt und betreiben unseren altmodischen Faxbriefwechsel Gottlob möchte ich sagen aber im Büro des Öligversands wurde sehr früh ein Faxgerät installiert anfänglich für uns alle ein Wunderwerk es dauerte jedoch nicht lange und der erste Computer tauchte bei uns auf damals noch ein wuchtiges Ungetüm von allen so misstrauisch beäugt als hätte Satan selbst zwischen unseren arglosen Schreibtischen sein Zelt aufgeschlagen ich aber blieb furchtlos und war eine der ersten die einen Kurs besuchte um damit umgehen zu lernen seltsamerweise hatte ich Geschick für technische Neuerungen jeglicher Art was mich zwar nicht daran hindert bis heute ohne Handy und Laptop durchs Leben zu gehen was aber damals meine Position bei Ölig erneut aufwertete mein Gehalt wurde kräftig aufgebessert und da ich allein lebte und nur für mich zu sorgen hatte hatte ich plötzlich Geld meine Bibliothek wuchs ich interessierte mich noch mehr für Literatur besuchte Konzerte ging in die Oper ins Theater und so oft in gute Restaurants dass ich mich mehr und mehr zum Feinschmecker entwickelte ich kleidete mich erlesen und führte durch lange Jahre das Leben eines wohlbestellten Single um einmal und nie wieder ich verspreche es dieses Wort zu benutzen das damals in Mode kam Katja die Zigeunerin blieb meine engste Freundin wir unternahmen vieles gemeinsam und verstanden uns gut ohne viele Worte zu machen und ohne jeden Zwist es war keine jener Frauenfreundschaften bei denen das Innerste ausgepackt und dann oft bis zum Äußersten gestritten wird immer wieder waren wir auch zu dritt weil Jonathan Breul sich uns gerne anschloss Trio Infernal nannten wir uns dann nicht sonderlich originell zugegebenermaßen aber wir kamen uns gut vor wenn wir uns so bezeichneten obwohl unseren Vergnügungen nichts Infernalisches anhaftete wir waren auf brave Weise kunstinteressiert widmeten uns dem was eine große Stadt kulturell zu bieten hat gingen gern gut essen und tranken ab und zu ein wenig zu viel Alkohol das war alles bis Katja Löwel plötzlich eigenartig wenig Zeit für uns hatte auch mich allein kaum noch traf nach Büroschluss oft geheimnisvoll lächelnd davonstob und uns eines Tages mit der Nachricht überraschte sie werde demnächst heiraten ich starrte sie so entgeistert an als hätte sie mir einen Mord gestanden wen um Gottes Willen willst du denn schon wieder heiraten fragte ich Katja lachte was heißt um Gottes Willen Magda ich heirate eben wieder diesmal ist es anders ich heirate meinen Frauenarzt es war Liebe auf den ersten Blick natürlich sagte Jonathan diesem Blick entgeht schließlich nichts du bist ein Arsch meinte Katja aber ihr müsst unbedingt bei meiner Hochzeit dabei sein und bitte meine Freunde bleiben ich höre nämlich auf bei Öli zu arbeiten beides taten wir oder versuchten es zu tun wir kamen brav zu ihrer Hochzeit langweilten uns bei Champagner und mehrstöckiger Torte sagten ihr sie sähe hin reißend aus in ihrem weißen Seidenkostüm und mit der weißen Rose hinter dem Ohr begrüßten den Frauenarzt der ein fescher graumellierter Mann war und bemühten uns sehr ihre Freunde zu bleiben das begann schon damit dass wir sie nicht vor der fürchterlichen Mutter warnten die hinter ihrem feschen graumellierten Frauenarzt drohte diese nach schwerem Parfum duftende ständig grell schwatzende Frau drängte sich unaufhörlich an die Seite des Paares und ließ ihre flinken Blicke nicht vom Sohn als der in Katjas Armen über die Tanzfläche schwebte Jonathan und ich sahen uns an das wird was sagte er leise und ich nickte ich war traurig Katja wieder verloren zu haben sie heiratete offensichtlich ein Muttersöhnchen und würde mit Sicherheit bald in die Fänge einer bösen besitzergreifenden alten Frau geraten meine schöne stolze Freundin wohin hatte ihr Zigeunerblut sich da verirrt ach mit Katja sagte ich Jonathan sah mich ruhig an höchstwahrscheinlich haben wir meist etwas davon wenn die anderen glauben dass wir nur ins Messer laufen etwas wovon die anderen nichts wissen sonst täten wir es ja nicht antwortete er schon drei vier Wochen später rief Katja an ob sie mich besuchen könne und als sie abends bei mir klingelte und ich die Wohnungstür öffnete war ihr Gesicht nass von Tränen und sie umarmte mich als wäre mein Körper der Rettungsring und sie die Ertrinkende ich führte sie in den Salon zu einem kleinen Imbiss und einer Flasche Wein und dann brach aus ihr hervor was wir vorausgesehen hatten die Mutter ihres Mannes mache ihr das Leben zur Hölle und er sei unfähig sich zu wehren sei wie paralysiert stünde nicht zu ihr seiner Frau und käme ihr nicht zur Hilfe im Gegenteil er beschuldige steht sie und verteidige seine Mutter also fragte ich nachdem sie sich ausgeweint hatte was also fragte sie verdutzt nimmst du den Kampf auf sie schaute vor sich hin dann hob sie den Kopf und sah mich an wenn ich gehe darf ich dann zu dir kommen fragte sie natürlich antwortete ich dann bleibe ich noch und kämpfe sagte sie es wurde ein lebenslanger Kampf Katja blieb verheiratet sie blieb und kam nie zu mir irgendwann starb die Mutter des Frauenarztes an Krebs und irgendwann nachdem sie diese noch bis zu ihrem Tode betreut hatte ohne dass ihr Gatte auch nur einen Finger rührte da angeblich das Leid der Mutter nicht mit ansehen konnte blieb Katja Siegerin eine erschöpfte freudlose Siegerin die letztlich nichts anderes als den längeren Atem gehabt hatte nicht die Liebe hatte gesiegt sondern die Zeit Wir trafen einander immer wieder in diesen Jahren aber unsere Freundschaft hatte an Glanz verloren weil die Trübsal ihrer Ehe sich auf uns übertrug Sie benützte unsere Begegnungen um unaufhörlich über ihre unerfüllte abhängige Situation als Frau zu klagen und als ich ihre endlosen Klagen und Anklagen irgendwann nicht mehr ertrug und ungeduldig sagte dann trenn dich doch endlich von ihm Katja und geh weg sah sie mich nur verstört an sie wollte so etwas gar nicht hören sie wollte jammern und klagen und ich sollte Klagemauer sein Katjas Verwandlung in eine unglückliche Ehefrau hatte auch unser Trio Infernal verblühen lassen und wenn wir doch noch dass er diesen Frauenjammer verabscheute und meist verabschiedete er sich bald aber mit mir allein war er nach wie vor gern unterwegs er blieb aus Gründen denen ich nicht hinterher dachte unverheiratet hatte also immer Zeit wenn ich irgendeine Unternehmung vorschlug und für viele galten wir wohl als Paar da man uns ständig beisammen sah wir wurden gemeinsam zu Partys eingeladen und wie selbstverständlich erwartete man bald nur noch Magda und Jonathan als wäre Einnahme und eine Person allein nicht mehr denkbar ich ließ es mir gern gefallen denn mein gesellschaftliches Leben war im Doppelpack leichter zu bewältigen eine Frau allein galt nichts ich frage mich ob das heutzutage immer noch so ist ich bin in den letzten Jahren kaum in Gesellschaft gegangen damals jedenfalls war ich heilfroh dass Jonathan sich mir als ständiger Begleiter zur Verfügung stellte aber Maria einmal geschah es denn doch einmal schlief ich mit ihm es geschah nachdem ich mich bei der Geburtstagsfeier einer Kollegin sinnlos betrunken hatte und Jonathan sich verpflichtet fühlte mich nach Hause zu bringen wir lachten als er mich die nicht mehr gerade stehen konnte das Treppenhaus hinauf schleppte und in der Wohnung schließlich auf eines der Sofas im Salon fallen ließ als ich dann so vor ihm lag aufgelöst und immer noch glucksend hörte er plötzlich aufzulachen und seine Augen blickten anders als sonst nicht mehr die Augen meines Freundes Jonathan Breul sahen mich an sondern Männer Augen traurige Männer Augen wie mir schien das Begehren das ich in ihnen wahrnahm erweckte mein Mitleid so sehr dass ich die Beine breit machte natürlich ich war total besoffen und hatte lange mit keinem mehr geschlafen vor allem aber öffnete ich mich Jonathans Blick das weiß ich von dem was was dann geschah weiß ich so gut wie nichts mehr wie das mit uns beiden ablief ob wir es genossen oder ob ein debakel daraus wurde kann ich beim besten willen nicht sagen was ich aber heute noch vor mir sehe ist das sanfte betretene Lächeln mit dem er sich zu mir herab beugte um behutsam eine Decke über mich zu breiten ich glaube dass er da ebenfalls noch nackt war und dass ich zurück lächelte ehe ich in Sekundenschnelle einschlief als ich dann irgendwann am späten Sonntag morgen mit brummenden Schädel erwachte war Jonathan nicht mehr da und als wir uns tags darauf im Büro wieder sahen benahmen wir uns wie die Freunde die wir immer gewesen waren und erwähnten den nächtlichen Zwischenfall vom Wochenende mit keinem Wort wir bemühten uns gute Freunde zu bleiben schattenlos und heiter ich kam damit ohne Mühe zurecht er war für mich ein Freund sonst nichts und ich habe mich nie gefragt wie es Jonathan mit mir erging wie ihm in meiner Gegenwart wirklich zumute war was sein trauriger Männerblick bedeutet hatte vielleicht Maria bin ich an etwas vorbeigegangen das ein innehalten wert gewesen wäre vielleicht habe ich etwas verworfen und versäumt oder schlicht nicht wahrgenommen was darauf gewartet hat von mir erkannt zu werden ich weiß es nicht ich hatte Jonathan Breul von Herzen lieb aber ich liebte ihn wohl nicht warum wir Liebe so oft dorthin verschwenden wo man wenn sie uns als Schmerz zurückschleudert bleibt eines der Geheimnisse des Lebens freilich tun wir das nicht alle sie liebste Maria sind für mich ein schönes Gegenbeispiel aber ich gehöre wohl zu dieser Spezies zur Spezies derer die immer den falschen lieben nicht den falschen möchte ich einwenden sondern den unerreichbarsten den der sich nicht fügt und nicht einfangen lässt den der nicht mit gleicher Intensität zurückliebt der eine andere Kraft gibt und fordert als die von uns erträumte der uns sterben lässt aber ich schweife ab mein Freund Jonathan Breul hat viel später doch noch geheiratet er wurde der etwas zu alte Vater eines Jungen den er abgöttisch liebte und seine Frau war eine stille in sich gekehrte Frau die ich selten zu Gesicht bekam wenn Jonathan und ich trafen dann meist ohne sie dann sprachen und lachten wir in unserer vertrauten Weise miteinander die niemand zurecht mit uns teilen konnte auch als er nicht mehr beim Ölig versand arbeitete verabredeten wir uns ab und zu in einem Café oder Restaurant und erzählten einander was in der Zwischenzeit geschehen war oder eben nicht warum er seine Tätigkeit aufgab weiß ich nicht genau aber ich nehme an dass er möglichst viel mit seinem Sohn zusammen sein wollte er hat einmal erwähnt dass seine Frau vermögend sei daher war es ihm wohl möglich nicht mehr zu arbeiten und daheim bei seinem Kind zu bleiben er fehlte mir im Büro Auch Katja hatte ich anfangs schmerzlich vermisst aber am schlimmsten wurde es für mich als Frau Haslinger ihren Abschied nahm Ihr Schorschi der Jüngere also für sie ewig junge Mann den wahrhaft zu lieben sie gelernt hatte erkrankte an Multiple Sklerose das stellte sich kurz vor ihrer Pensionierung heraus sie hatte sich darauf gefreut Zeit in Rente zu gehen dann habe ich endlich mehr Zeit für das Leben sagte sie zu mir in einer unserer Mittags Pausen und jetzt ging es plötzlich darum genügend Zeit dafür zu haben einen unheilbar kranken Mann zu pflegen aber sie beklagte sich nicht auch mir gegenüber nicht wenigstens kann ich jetzt ständig bei ihm sein und das solange er mich braucht sagte sie nur sie hatte sich sehr verändert die Frau Haslinger natürlich war sie älter geworden aber sie sah schön aus schöner denn je fand ich auch weil sie vor einiger Zeit aufgehört hatte ihre Haare rot zu färben schneeweiße Locken umgaben ihr ungeschminktes Gesicht mit den feinen Fältchen und den rosigen Wangen sie sehen aus wie ein Kirschbaum in voller Blüte sagte ich zu ihr als sie eines Tages den letzten Rest roter Strähnen durch einen kräftigen Haarschnitt hatte entfernen lassen und mit diesem weißen Wuschelkopf im Büro erschien da lachte sie hell auf wieder schorsch mag dein Kopf blüht ja wie ein Obstbaum im Frühling hat er zu mir gesagt bei dem kleinen Abschiedsfest das wir ein paar Monate darauf im Büro für sie veranstalteten hatte der Kirschbaum nichts an Blüten eingebüßt die weißen Locken wirbelten sie trank Piccolo Sekt stieß mit allen an lachte laut trug über ihrem nach wie vor wohl geformten Busen einen leuchtend roten Pullover sie wollte wohl leuchten und mutig sein mir aber schien als wäre ihr Wille wie ein Seil um Scherben gewunden die nicht auseinander fallen sollten Frau Haslinger bewahrte Haltung und nahm heiter Abschied als wir beide uns jedoch einmal kurz in die kleine Küche zurück zogen die so viele Jahre hindurch Ort unserer freundschaftlichen Vertrautheit gewesen war da sah sie mich plötzlich mit müden traurigen Augen an strich mir über die Wange und sagte es wird schon noch eine Weile gehen mit dem Schorsch weißt du das Ganze hat sich so überraschend herausgestellt man will es ja gar muss und ich werde schon dazuschauen dass er noch dass wir es noch schön und lustig haben solange es eben geht jetzt stiegen ihr Tränen hoch und sie schluckte ehe sie weitersprechen konnte schau auf dich schau dass es dir gut geht Magda behalte die Wohnung solange du willst und kümmere dich nicht um das was vorbei ist ja sei so glücklich wie du kannst das Leben ist kurz alles ist immer viel kürzer als wir glauben pass auf deine zeit auf nun begann sie zu weinen und drückte mich lange und fest an sich ruf mich mal an sagte sie noch je sie ihre augen trocknete und rasch die küche verließ ich habe die frau haslinger nicht oft angerufen ganz selten nur wenn etwas zu besprechen war sie klang immer fröhlich am telefon und wenn ich mich zögernd nach dem zustand des mannes erkundigte sagte sie sätze wie der schorschi ist und bleibt meine ganze freude oder uns kann nichts passieren mag wir lachen zu viel sie verlor kein wort über krankheit und hinfälligkeit und ich glaube dass sie weder log noch sich und den anderen etwas vormachte ich glaube dass sie auf gewisse weise glücklich war einmal wurde sie gesprächiger als ich anrief ich habe gerade meine kleine mariella bei mir die eltern sind auf urlaub in südafrika und sie frisiert den schorschi dauernd der hat doch so dichte lange haare und bleibt geduldig wie ein schaf wenn sie dran herum reißt dann verstummte sie plötzlich ich hörte ein kurzes aufseufzen als wäre sie mit sich unzufrieden spricht mariella eigentlich italienisch fragte ich rasch um frau haslinger von dem gefühl zu befreien es wäre besser mit mir möglichst nicht über die enkeltochter zu sprechen ein köstliches kudel mudel aus italienisch und deutsch frau haslinger antwortete hörbar erleichtert sie wird zweisprachig erzogen weißt du zu mir sagt sie nonna aber zum schorschi schorschi aus ihrem mund klingt das zum schief lachen der michael bringt mir die kleine jetzt öfter mal her ich soll viel deutsch mit ihr sprechen nachdem ihr der name des sohnes plötzlich in den bericht geraten war lenkte sie ab wie geht es dir magta alles in ordnung es geht mir gut sagte ich danach wurde michael niemals mehr erwähnt ich sah ihn auch nie wieder die besuche in der fliegengasse wurden gänzlich eingestellt die familie war jetzt wohl bei der mutter und schwiegermutter zu gast wenn sie angereist kam und mein kontakt zu frau haslinger brach ab als ich selbst eine andere wohnung nahm und die fliegengasse ebenfalls verließ diese andere wohnung maria war die in der ich jetzt noch lebe die sie ja so genau kennengelernt haben als sie mit lukas in unser haus zogen und in der sie jetzt nach dem rechten sehen während ich hier bin ich wurde noch ein letztes mal von frau haslinger angerufen als sie mir mit gläsern ruhiger stimme mitteilte dass ihr schor gestorben sei es war nicht arg sagte sie er ist gut eingeschlafen das tut mir leid nur dieser satz fiel mir ein muss es nicht magda wir hatten eine wunderbare zeit gab sie zur antwort schau du aber drauf dass dir nichts leid tut wenn es zu spät ist nur was uns zu spät leid tut ist schlimm glaub mir mach es gut meine liebe auf wiedersehen sagte ich aber wir sahen uns nie wieder ich kann ihnen nicht einmal sagen ob Frau Haslinger noch lebt wenn dann ist sie mittlerweile sehr alt und ihre Enkeltochter Mariella ein junges Fräulein liebe Maria ich habe den ganzen Tag über geschrieben nur einmal hat mich die Wirtin mit energischer Stimme gerufen auf meinen Kopf gedeutet und gesagt braucht Essen nicht nur Wein in der Nacht ich lobte ihren deutschen Satz und aß ihr Rührei mit Schinken auf dann saß ich wieder über den Briefblock jetzt dämmert es eine violette dämmerung voll rosiger Streifen eine Mondsichel mittendrin und alles spiegelt sich im Meer das heute Abend auch so glatt ist wie ein Spiegel die Lampe über meiner Balkontür brennt jetzt höre ich auf zu schreiben und warte auf ihr nächstes Fax wohl mit dem Bericht wie es beim Onkel war dann erzähle ich ihnen was dazu geführt hat dass ich die Fliegengasse verließ es wird fast ein wenig traurig sein heute ganz allein beim Abendessen zu sitzen aber ich bin reif dazu mich danach bald ins Bett zu legen bis bald liebe Maria lassen Sie liebe Frau Magda ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll bei Ihnen oder bei mir gestern am Montagabend sind wir erst zurückgekommen mit einem Spätzug dafür habe ich heute aufholen müssen und den ganzen Tag das Treppenhaus aufgewaschen und geputzt dann war ich rasch noch bei Ölig und hab ihren langen Brief abgeholt gelesen habe ich ihn dann auf der Bank unter den Kastanien zum Schluss mit der Taschenlampe weil es schon dämmerig war ich habe mir richtig Zeit genommen draußen weil ein so schöner warmer Abend ist jetzt sitze ich am Küchentisch der Lukas ist bei einem Kollegen die schauen im Fernsehen Fußball ich glaube ich fange bei mir an Frau Magda also ich sage Ihnen das ist vielleicht ein schönes Haus der Lukas rümpft die Nase und sagt es ist alt aber im Duden steht das ist eine Kunstrichtung und mir gefällt dieses Haus wie ein Kunstwerk obwohl es ein ganz normales Haus ist nur zwei Stockwerke aber in jedem Stock eine große Veranda und schon die Eingangstür ist so schön und die Griffe bei den Fenstern und Türen und der Holzboden und die Kacheln in der Küche also ich bin ganz begeistert wie der Lukas gesagt hat da muss man aber viel renovieren bin ich fast eine Furie geworden nichts wird gar nicht was schön ist non non hat der Onkel Willi gesagt nicht jetzt schon streiten um das Haus er ist ein recht lieber alter Mann und lebt alleine und jetzt ist er krank geworden er hat etwas mit der Lunge und atmet schwer und wird in ein Heim kommen das Haus hat auch einen Garten nicht sehr groß aber mit Obstbäumen und es liegt am Ende vom Dorf dahinter ist ein Wiesenhang und dann steigt der Wald in die Höhe Hügel sind rund herum die Landschaft ist nichts besonderes aber auch schön finde ich der Lukas wieder wo die Füchse sich gute Nacht sagen ist das ja hier sei froh habe ich gesagt dass die Füchse sich überhaupt noch wo gute Nacht sagen also ich habe dem Onkel Willi ein Gulasch gemacht und Kaffee zum Frühstück und wir haben in einem kleinen Zimmer geschlafen auf zwei Sofas ich bin immer wieder heimlich durchs Haus geschlichen und habe mir alle Möbel angeschaut während der Onkel Willi mit dem Lukas Palawat hat und dann ist auch noch ein Notar gekommen wir werden alles erben Frau Magda obwohl ich kommt in ein Sanatorium hier in der Stadt weil das mit seiner Lunge kompliziert ist der Lukas meint er wird eh bald sterben aber das wünsche ich ihm nicht weil er ein freundlicher Mann ist und mir leid tut ich werde ihn viel besuchen und ihm Apfelstrudel bringen der hat ihm geschmeckt wie ich dort einen gebacken habe ach Frau Magda was sagen Sie ist das nicht wie ein Wunder dass man so etwas geschenkt bekommt wo man doch noch nie etwas geschenkt bekommen hat wissen Sie bei der oberen Veranda ist dahinter ein großes Zimmer ein Salon sagt der Onkel Willi und daneben ein altmodisches Badezimmer aber doch eines und da habe ich mir gedacht wenn Sie Frau Magda vielleicht auch einmal auf das Land wollen ein paar Tage oder länger das wäre doch der richtige Raum für die Frau Magda habe ich mir gedacht aber natürlich nur so für mich ich möchte Sie mit nichts bedrängen ganz sicher nicht dem Onkel Willi seine Frau war die Tochter vom Kaufmann im Dorf der war ziemlich reich und da ist dieses schöne Haus gebaut worden wie ein Herrschaftshaus die Frau das war früher die Tante Luise vom Lukas ist schon länger tot Kinder haben sie keine gehabt und irgendwie ist nur der Lukas übergeblieben so ein Glück nicht wahr ich verstehe gar nicht dass der Lukas nicht gleich von diesem Haus geschwärmt hat er war doch dort als Bub aber er glaubt halt was alt ist gehört weg und neu gemacht er versteht nichts von diesem Jugendstil und dass auch ein Haus eine Kunstrichtung sein kann er mag halt neue Häuser wie ich mich aber die ganze Zeit so gefreut auch wenn mir alles zu groß ist Hauptsache dir gefällt's da hab ich ihn sogar vor dem Onkel Willi umarmt jetzt erzähl ich ihnen wie eine verrückte nur von mir und dem Haus dabei haben sie mir so viel erzählt und mit den Menschen ist viel passiert mit der Frau Haslinger zum Beispiel traurig dass der Schorsch vor ihr hat sterben müssen aber ich hab mir gedacht dass das eine schöne Liebesgeschichte war wie Romeo und Julia fast aber auch der Jonathan und die Katja sind andere Wege gegangen als ich mir ausgedacht hätte ich hoffe es stört sie nicht dass ich einfach Jonathan und Katja sage als wären das auch meine Freunde aber irgendwie hab ich sie kennengelernt durch sie Frau Magda gut dass wir anachronistisch sind wenn sie mit einem Computer schreiben würden wäre ich ohne Briefwechsel mit ihnen weil ich das nicht kann der Lukas meint er wird es einmal lernen aber ich sicher nicht ich habe aber gestaunt dass sie eine so geschickte Frau sind mit Laptop oder wie das heißt stille Wasser sind tief hat der Lukas gesagt wie ich es ihm erzählt habe ich glaube ja auch dass sie ein stilles und tiefes Wasser sind aber mehr bei was anderem würde ich sagen nur der Lukas bewundert jeden am Computer so wie ich als Kind einen Zauberer bewundert habe kommt mir vor mir fallen schon die Augen zu so müde bin ich aber ich könnte trotzdem stundenlang weiterschreiben weil ich immer noch aufgeregt bin in ihrem Leben was sie jetzt erzählen hat es eine ruhigere Zeit gegeben kommt mir wieder vor mehr normal möchte ich sagen Erfolg im Büro und genug Geld und keine lästigen Gäste in der Wohnung mehr und Freunde und gutes Essen und so dass sie umgezogen sind hat sicher was zu bedeuten aber ich hoffe es geht noch eine Weile ruhig weiter blöd was ich da schreibe was ich hoffe ist ja völlig egal weil alles schon geschehen ist eine Sache hat mich betrübt dass der Professor abgereist ist und sie wieder allein beim Essen sitzen aber weil sie selber so wenig darüber gesagt haben im Brief will ich sie nicht mit meinen Worten stören und jetzt wollte ich schreiben den Mund halten lustig was in einem Brief den Mund halten also ich halte jetzt lieber den Kugelschreiber und lege ihn weg und höre auf zu schreiben das Fußballspiel war unentschieden unter Lukas Grantik wie er vorhin gekommen ist es ist nach Mitternacht aber er hat Lust auf Palatschinken ich eigentlich auch gute Nacht liebe Frau Magda sagt Ihnen Ihre Maria 16. August liebe Maria gestern schon habe ich ihr Fax bei Marlinia abgeholt aber heute erst schaffe ich es weiter zu schreiben ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt nachts wurde mir ein wenig übel und am Morgen war ich so schwindelig als befände ich mich auf einem Schiff bei hohem Seegang den Frühstückstisch unter den Olivenbäumen habe ich nur schwankend erreicht die Hauswirtin sah mich besorgt an als sie mir das Kännchen mit dem starken Kaffee vor die Nase setzte bedeutete sie mir mit einer Gäste ich solle ihn rasch trinken vielleicht dachte sie ich hätte mich nachts heimlich betrunken und bräuchte ihn deshalb aber der Kaffee half jetzt bin ich wieder in Form das Ganze war wohl eine Kreislauf Schwäche mehr nicht eigenartig dass die anderen Gäste mich anfangs gestört haben und ich sie jetzt fast vermisse ich war doch so gern allein hier warum fühle ich mich plötzlich allein gelassen ich verstehe mich selbst nicht das beste Mittel dagegen ist an sie zu denken und für sie weiter zu schreiben ich freue mich unsagbar über ihre Freude an dem Landhaus Maria wer wenn nicht sie hat so ein Geschenk des Himmels verdient wenn ich irgendwann zurückkomme werde ich gerne ab und zu mit ihnen hinfahren und den Salon beziehen den sie mir zugedacht haben vielleicht könnten diese Reisen mich anregen mir wieder ein Auto zuzulegen ich kann nämlich Auto fahren Maria ob sie es glauben oder nicht ich haben es mir dann verboten ich war zumindest vernünftig genug mein Auto zu verkaufen aber wenn ich wieder eins besäße könnten wir viel rascher als mit der Bahn auf dem Land sein solche träume gestatte ich mir heute wie gesagt das alles wäre erst möglich wenn ich irgendwann zurückkomme und wann dieses irgendwann sein wird weiß ich nicht noch bin ich dafür nicht gerüstet glaube ich vor allem nach meinem Zustand letzte Nacht aber weiter ja Maria es gab diese Jahre in der Mitte meines Lebens die normal verliefen wie sie es nennen ich verlor zwar die drei Freunde im Büro meine wichtigsten Bezugspersonen dort waren einer nach dem anderen weggegangen aber es gab neue nette Leute mit denen ich mich gut verstand und zu denen ich auch außerhalb der Arbeitszeit Kontakt hatte ich nahm wie schon gesagt Fahrstunden und erwarb einen Führerschein dann kaufte ich mir einen gebrauchten silbergrauen MG ich unternahm reisen bei Grado sah ich zum ersten Mal das Meer noch dazu in den Armen eines Mannes mit dem ich eine kurze Affäre hatte ich hatte ein paar solche Affären Maria aber sie bedeuteten mir nichts auf Gefühle wollte ich mich nicht mehr einlassen aber als Frau bestätigt zu werden das brauchte ich ab und zu es war nicht einmal so dass ich besonders gerne mit diesen Männern schlief aber mir lag daran von ihnen begehrt zu werden sobald ich das erreicht ihr drängen genossen und ihm nachgegeben hatte konnte ich mir selbst versichern eine vollwertige Frau zu sein und mich wieder davon machen lieber traf ich Jonathan mit dem ich nicht schlief aber Gespräche führte die mich interessierten und ich versuchte immer wieder Katja aus ihrem selbst auferlegten Ehegefängnis zu locken mit meinem silbernen MG fuhren wir einmal gemeinsam nach Paris meine Urlaubszeit hätte zugelassen von dort aus ohne Hast bis zur Côte d'Azur zu gondeln und ich bestürmte sie doch mit mir weiterzufahren da bat sie plötzlich weinend um Verzeihung aber sie müsse nach Hause sie müsse heute noch den Nachtzug nehmen ihr Gefühl sage ihr dass ihr Mann sie betrügen werde wenn sie noch einen Tag länger bliebe so kannst du doch nicht leben schrie ich sie an wenn er dich betrügen will tut er das so oder so ich weiß sagte sie aber ich muss jetzt zurück ich halte es nicht mehr aus weg zu bleiben und sie packte nahm ein Taxi und raste davon wie zu einem Unglücksfall und das war ihre Ehe ja im Grunde auch ich blieb noch ein paar Tage freudlos in Paris bis ich allein heimwärts fuhr es war mir leider unmöglich Katja zu erlösen ihren freien Stolz wieder aufzuwecken sie blieb eine Gefangene und starb sehr früh an Krebs wir hatten uns zu diesem Zeitpunkt fast aus den Augen verloren und ich erfuhr davon erst als sie schon tot war ich hatte andere Freundinnen ja aber auch die bedeuteten mir nicht sehr viel ich benützte sie um nicht allein reisen ins Theater in die Oper oder in Ausstellungen gehen zu müssen ich gab mich gesellig um bei meinen Unternehmungen Gesellschaft zu haben aber die Menschen selbst interessierten mich nicht ich könnte ihnen gar nichts Näheres von all den Männern und Frauen erzählen die in diesen Jahren meinen Weg kreuzten ich lebte im Grunde genommen an ihnen vorbei sie staffierten zwar meine Tage aus unterhielten mich bewahrten mich vor dem Gefühl einsam zu sein aber sie kamen mir nicht nahe vielleicht frage ich mich jetzt bewirkt genau dieser Umstand so etwas wie ein normales Leben kann man vielleicht nur in innerer Isolation dabei jedoch mit einer Fülle gesellschaftlicher Kontakte die letztlich äußerlich bleiben in dieser gepriesenen Normalität verharren und keinerlei Leid zulassen wirft uns denn nicht jedes Eingehen auf einen anderen Menschen jedes Fünkchen Emotionalität sofort aus unserer sorgfältig gehüteten normalen Umlaufbahn können können denn nicht nur gefühlsarme Leute in dieser Weise normal und ohne Leid leben ich weiß so meinten sie es nicht Maria aber ich selbst meine rückblickend dass ich mich in diesen scheinbar ruhig und eben normal verlebten Jahren wieder einmal totstellte wie nach dem Tod meiner Mutter fand ich das Leben in den Büchern die ich las in den Geschichten dieses Theater und Kino mir erzählten nur war ich im Gegensatz zu damals zwischendurch kaum allein ich ging mit Menschen aus ich saß zwischen Menschen im Büro ich lachte mit Frauen und schlief sporadisch mit Männern ich fuhr mit meinem Auto durch die Gegend ich wurde weltgewandter selbstsicherer wusste dass ich gut aussah und kleidete mich modisch bei Ölig war ich Vorstandsmitglied und Büroleiterin war eine leise Zweideutigkeit ein dezentes Flirten bewahrten wir uns was mir natürlich wiederum den Respekt und die neidvolle Achtung der übrigen Firmenbelegschaft sicherte zwar hatte dieser Mann Familie aber man konnte ja nicht wissen wie weit mein Einfluss auf ihn reichte er war nicht mehr jung und ich glaube sogar dass er mich mochte vielleicht hatte ich Angst er könne anhänglich werden jedenfalls vermied ich weitere Bettgeschichten mit ihm er respektierte es und blieb mir gewogen als er sich zurückzog und sein Sohn die Leitung der Firma übernahm verabschiedeten wir uns sogar mit einer gewissen traurigen Innigkeit es war auf einmal so als würden wir nun doch eine kleine Liebesgeschichte beenden zu der Zeit wohnte ich nicht mehr in der Fliegengasse und war bereits in meine heutige Wohnung umgezogen lassen Sie mich jetzt kurz erklären warum es dazu kommen musste eigentlich würde ich diesen Vorfall gern vergessen also für Frau Haslinger blieb ich Mieterin behalt die Wohnung solange du willst hatte sie ja gesagt von Michael sah und hörte ich nichts mehr doch eines Tages erhielt ich einen Brief von Jasmin ihr Mann und ihre Schwiegermutter wüssten nichts von ihrem Eingreifen betonte sie aber sie müsse ihnen zur Hilfe kommen ob mir nicht klar sei dass ich eine Wohnung okkupiere die man teuer verkaufen könne dass ihre Schwiegermutter einen Pflegefall zu Hause habe und das Geld weiß Gott brauche dass diese und der mir gegenüber viel zu gutherzige Michael nur zu nobel seien mir das zu sagen und dass ich diese Noblesse schamlos ausnützen würde statt die Wohnung entweder zu kaufen oder eben schleunigst auszuziehen sie erwarte dass ich jetzt handeln würde und zwar ohne ihren Brief zu erwähnen vor allem diesen Anstand erwarte sie von mir grüße Jasmin ja Maria so war das da ich die Wohnung in der Fliegengasse nie hätte kaufen können weil sie viel zu teuer für mich gewesen wäre und weil ich mit Frau Haslinger oder Michael auch ohne Jasmins Hinweis nie im Leben hätte über diesen Brief reden mögen suchte und fand ich eine neue Wohnung mir gefiel ein wenig Grün rundherum zu haben die Wiese mit den Kastanienbäumen und den nahen Park mir gefiel die Aufteilung der Räume ich mietete sie rasch und zog ein ohne das nötige Mobiliar zu besitzen nur meinen Fernsehapparat nahm ich mit die kleine Lampe aus dem Untermietzimmer bei Herrn Koranek die ich heute noch besitze es ist die die über der Kommode im Ankleidezimmer hängt Maria und ein Bett kaufte ich mir Frau Haslinger hatte ich brieflich gekündigt und ihr mitgeteilt dass ich den restlichen Mietbetrag überwiesen und den Schlüssel bei der Hausmeisterin gelassen hätte sie hat darauf nie reagiert im Lauf der Jahre wurde die Wohnung dann so wie sie sie kennen liebe Maria anfangs machte es mir große Freude sie einzurichten und ich gab eine Menge Geld dafür aus irgendwann war dann alles so wie es heute aussieht und ich bewohnte sie nur noch das Meer wirft auf einmal große Wogen auf und rauscht vielleicht schwimme ich noch ein wenig und lasse mich wiegen es grüßt sie ihre Magda 18. August liebe Frau Magda ich hoffe es hat ihrem Kreislauf nicht geschadet in den großen Wellen herum zu schwimmen ich habe ein bisschen Sorge bekommen am Ende von ihrem Brief aber große Freude gehabt am Anfang bei dem Gedanken dass wir einmal mit ihrem Auto gemeinsam nach Kieflach fahren können das Dorf vom Onkel Willi heißt nämlich Kieflach ich sage Ihnen Frau Magda es gibt jetzt jeden Tag irgendeinen kurzen Anfall vom Lukas das Haus ist zu groß das Haus ist zu alt wir haben schließlich kein Geld wie soll man es erhalten wir haben schließlich keine Zeit beide schuften wir wann sollen wir überhaupt dort sein so geht das dahin bis ich richtig laut werde und sage das Haus ist gut so wie es ist nicht kaputt und nicht schäbig wir brauchen kein Geld dafür und wir werden immer nur dort sein wenn es uns freut und er soll sich endlich auch mal darüber freuen und nicht dauernd jammern komisch sind manche Menschen finden sie nicht und der Lukas scheinbar auch mit so viel Angst vor dem was man alles tun müsste statt zu kapieren dass es auch was gibt im Leben für das man nichts tun muss außer sich zu freuen naja kein Wunder der Lukas hat sich ja wirklich um alles plagen müssen und nichts umsonst gekriegt jetzt fürchtet er sich glaube ich vor dem was man ihm so aus heiterem Himmel schenkt du mit deinem heiteren Himmel hat er geschrien wie ich das zu ihm gesagt habe wirst schon sehen was dahinter steckt lauter Wolken und Gewitter warum soll das dahinter stecken hab wieder ich mich aufgeregt es ist doch nur ein Haus aus dem Jugendstil und fest gebaut und nicht verdreckt ganz in Ordnung und ein paar Obstbäume gibt es und du musst dort nichts anderes tun als dich ausruhen wenn wir halt Zeit haben und hinfahren können da war kurz Ruhe bei ihm und er hat überlegt dann hat es wieder einen neuen Schrei gegeben vom Lukas und wenn der Onkel Willi stirbt hat er auf einmal geschrien ja dann werde ich traurig sein hab ich gesagt aber was ändert sich dann sind wir allein mit dem Haus hat er ganz verzweifelt geantwortet hab ich lachen müssen und nicht mehr mit ihm gebrüllt er hat Angst vor diesem Haus Frau Magda verstehen Sie weil es ein Besitz ist weil er noch nie einen Besitz gehabt hat eigentlich nie irgendetwas besessen hat nur unsere Hausmeisterwohnung und den kleinen Fernseher und ein paar Möbel und so weiter und jetzt das Taschenlexikon in 24 Bänden weißt du was sag ich jetzt immer zu ihm wenn er wieder in Panik kommt wir behalten das Haus nur solange du es willst wenn du es nicht mehr willst verkaufen wir es einfach ja und legen das Geld auf die Bank da nickt er dann und wird still und nächstes Wochenende will er wieder mal nach Kieflach fahren ganz von sich aus und allein und nochmal mit dem Onkel Willi reden bevor der ins Sanatorium kommt ja Frau Magda Leute die nichts haben gewöhnen sich daran nichts zu haben ich sehe am Lukas wie schwer es ist etwas zu besitzen für mich ist es nicht so weil ich nicht an das Besitzen denke nur meine Freude dran habe ich merke schon dass auch bei mir dieses Haus zum Hauptthema wird sogar wenn ich an sie schreibe also Schluss jetzt damit wo ich mir doch Gedanken gemacht habe wegen ihrem Kreislauf ob der nicht so durcheinander gekommen ist weil der Professor weg ist und sie wieder zu viel alleine sind dort ich möchte sie mit dieser Frage nicht ärgern aber weil es ihn mir eben laut so fragt schreibe ich sie auch auf ich frage mich auch liebe Frau Magda ob das Alleinsein für sie immer noch gut ist ob sie nicht wieder unter Menschen gehören ich meine unter Menschen mit denen sie reden können ich meine sicher sind Malinja und die Wirtin und Päre und alle Leute dort nett aber der Professor war mir am liebsten nicht böse sein dass ich das so hinschreibe ich höre auch schon wieder auf wieder schreibe ich mitten in der Nacht obwohl ich mittags schon ihr Fax gelesen habe aber es gab zu viel Arbeit diese Jasmin ich darf gar nicht sagen was ich gerne mit ihr täte so bös können Frauen eben auch sein und so arm wie die Katja auch schrecklich wenn man so wird ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass man sein eigenes Leben so vergessen kann für einen Mann der einen nicht mal gern mag aber vieles gibt es auf der Welt das man sich nicht vorstellen kann ehrlich gesagt kann ich mir auch vieles bei Ihnen nicht vorstellen Frau Magda gerade diese ruhigeren normalen Jahre zum Beispiel ich gebe das Wort normal jetzt auch zwischen Gänsefüßchen wie sogar im Duden steht bei Anführungszeichen ich habe lachen müssen weil es mich an mein bisschen Schule erinnert hat Sie haben es getan zur Hervorhebung und sicher nicht umsonst und was ich am Anfang gut gefunden habe ist mir jetzt mit lauter Leuten die Ihnen nichts bedeuten fast ein bisschen unheimlich geworden waren Sie eigentlich traurig wie damals bei der Wohnung von Herrn Koranek dass Sie die Fliegengasse haben verlassen müssen und hierher ziehen hier in Ihrer Wohnung ist übrigens alles in Ordnung vorgestern habe ich wieder gesaugt bei Ihnen und lange gelüftet alles glänzt und wartet auf Sie wann immer das irgendwann sein wird und Sie zurückkommen die alte kleine Lampe über der Kommode habe ich ganz besonders poliert jetzt wo ich weiß wie lange Sie die schon haben auf einmal bin ich todmüde gute Nacht liebe Frau Magda ich muss ins Bett Ihre Maria 19. August meine liebe Maria dass ihr Lukas vom plötzlichen Besitz verwirrt wurde kann ich sehr gut nachvollziehen und dass Sie selbst ihn so frei und unbelastet annehmen können ist nicht die Norm Sie sind auch darin ein selten klarer Mensch Maria für mich hat sich der bescheidene Wohlstand den ich nach meiner armseligen Kindheit und Jugend erringen konnte zu langsam eingestellt um mir panische Angst zu machen ich konnte mich Schritt für Schritt an ihn gewöhnen und habe mich trotzdem nie wirklich an ihn gewöhnt ehrlich gesagt jeder Kauf jeder Einkauf der das übliche Maß übersteigt kann mich heute noch mit Schuldgefühlen beladen die ich mit Mühe abwerfe was soll das muss ich mir dann sagen du kannst es dir doch leisten du hast keine Schulden du verdienst reichlich du bist für niemanden verantwortlich außer für dich selbst also kaufe doch unbesorgt was du dir kaufen kannst und willst sei kein Trottel und gar damals Maria als ich meine neue Wohnung einzurichten hatte und viel ausgegangen bin da musste ich mich noch heftiger mit Ängsten herumschlagen die aus Zeiten der Entbehrungen in mir stecken ich gab das Geld das mir zur Verfügung stand am Tage zwar großzügig aus aber nachts hatte ich deswegen Schweißausbrüche und böse Träume und musste am Morgen all die Angst wieder mühsam von mir schieben Armut vergisst man nie mehr wenn man einmal in ihr steckte bis zum Hals ich war seltsamerweise nicht allzu traurig Maria als ich die Wohnung in der Fliegengasse verlassen musste meine Wehmut hielt sich in Grenzen natürlich verließ ich zugleich wieder eine lange Strecke gelebten Lebens aber tun wir das nicht täglich eine Wegstrecke gelebten Lebens verlassen und es verbanden mich schmerzliche Erinnerungen mit diesen Räumen die ich verdrängen musste als ich noch in ihnen lebte und die ich jetzt gern hinter mir ließ soweit man Erinnerungen überhaupt hinter sich lassen kann tat ich dies auch ich lebte mich rasch ein in der neuen Wohnung und ein nicht hoch genug zu bewertender Vorteil war ihre Nähe zum Öligversand also zu meiner Arbeitsstätte ein Vorteil den ich gerade in den letzten Monaten erneut und über alle Maßen schätze weil sie nur die paar Minuten zu gehen brauchen um zum dortigen Faxgerät zu gelangen was ja unseren Briefwechsel wie der Gänsefüßchen zur Hervorhebung ich weiß überhaupt erst ermöglicht hat und mir jetzt ermöglicht unter großen dahinziehenden Sommerwolken auf der Hafenmauer zu sitzen den Briefblock auf meinen Knien und ihnen weiterhin meine Gedanken zu offenbaren dafür bin ich so dankbar gerade in diesen letzten Tagen der Pier steht wieder nur den Fischern und mir zur Verfügung kein Sommergast stört und ich ihnen Maria sei es eingestanden wenn auch nur in Klammer vermisse die Gesellschaft des Professors und die Gespräche mit ihm doch einigermaßen aber ich habe gelernt mich ans Vermissen zu gewöhnen die Erfahrung lehrt dass das Wehe daran leise und stetig zerfließt sich langsam auflöst was bleibt ist ein abrufbarer Gedanke der eine Weile seinen Schatten wirft und dann wieder davon zieht wie diese Wolken heute die über den Himmel fliegen ab und zu legt sich eine über die Sonne und alles blau aller Glanz scheint zu erlöschen bis der Schatten vorbeigezogen ist und alles wieder aufleuchtet auch die eigene Seele ja es ist jedes Mal wie das Auftauchen aus dunklen Tiefen in denen man kurz am Ertrinken war wenn das Licht der Sonne wiederkehrt sich heiß auf Gesicht und Arme legt und allem seine Farbe zurückgibt dem Meer sein Dunkelblau den Felsen ihr Ocker den Olivenbäumen ihr rauchiges Grün und meinen nackten Beinen ihr helles Braun aber weiter jetzt ich lebte also einige Zeit in der Form die ich Ihnen schon ausreichend beschrieben habe vor mich hin ja vor mich hin obwohl ich dem damals heftig widersprochen hätte ich glaubte ein gut geordnetes selbstständiges abwechslungsreiches kulturinteressiertes Leben zu führen fühlte mich als Frau in den besten Jahren flirtete herum behauptete jedoch gern allein zu leben und schob Gedanken an Alter und Einsamkeit einfach von mir wie ich Ihnen schon sagte ich hielt mir Gefährten oder Gefährtinnen um nicht allein zu sein wenn es darum ging auszugehen oder Veranstaltungen zu besuchen auch bei so kniffligen Terminen wie Weihnachten oder Silvester wenn familiäre Sentimentalität und von White Christmas oder Jingle Bell Schmus provozierte Verlassenheitstragik in der Luft liegt und man sich hüten muss nichts dergleichen bei sich selbst ausbrechen zu lassen war ich durch Einladungen und fröhliches freundschaftliches Beisammensein dagegen abgesichert ich hatte eine Spürnase dafür entwickelt die geeigneten Menschen für geeignete Anlässe nicht nur zu finden sondern auch den Umgang mit ihnen zu pflegen sie mir zu bewahren sie mir zu halten wie ich zuvor ganz richtig formulierte wohin ich jedoch nie jemanden mitnahm wobei ich immer alleine blieb und keinen befreundeten Menschen an meiner Seite haben wollte das waren Autorenlesungen ich pflegte meine Bücher stets in einer der damaligen großen Buchhandlungen der Stadt die Bücher Möbius hieß und in der Nähe der Fliegengasse lag zu kaufen dort wurden regelmäßig Lesungen unterschiedlicher Autoren und Autorinnen veranstaltet und ich begann diese Lesungen zu besuchen beim ersten Mal tat ich es nur weil ich eines Abends zufällig vorbeikam Licht im Laden sah und mir auf einem Plakat die Ankündigung einer Lesung mit Karolin Wäscher in die Augen sprang ihr letztes Buch hatte mir gut gefallen und ich hatte in diesem Abend nichts anderes vor also geriet ich etwas verlegen in die völlig umgeräumte Buchhandlung in der Stuhlreihen aufgestellt waren davor ein kleines Podium mit Tisch Sessel und Wasserglas ich war zu früh und saß eine Weile alleine da während das Buffet noch vorbereitet wurde man mich im Herumeilen anrempelte und ein wenig ungehalten musterte als ich gerade den Entschluss gefasst hatte die Sache bleiben zu lassen und wieder zu flüchten erschienen andere Besucher nahmen um mich herum Platz der Raum füllte sich rasch es schienen durchwegs Gäste zu sein die diese Lesungen untereinander kannten die lebhaft und laut miteinander sprachen Käsegebäck knabberten und Weingläser herum jonglierten über Bücher wurde meist gesprochen und das ließ mich aufhorchen ich war wie ein Hund der die Ohren spitzt sobald er die vertraute Stimme seines Besitzers vernimmt und mir war auf Erden nicht so vertraut nichts besaß mich so sehr wie die Welt der Bücher und es war diese Welt über die hier gesprochen wurde also blieb ich sitzen und stimmte in den Applaus ein als Carolin Wäscher das Podium betrat sie war eine unansehnliche kleine Frau um die 50 in einem grau-gelb karierten Kostüm die ihren schönen Text viel zu leise und gleichförmig las ich war enttäuscht hinterher durften Besucher ihre Fragen stellen einige erhoben sich wirklich und meldeten sich zu Wort und ich fand sie sehr mutig ich hätte das nie gewagt im Gespräch jedoch wurde Frau Wäscher plötzlich gescheit und lebhaft und ich erkannte ihre Bücher in ihr wieder sie kann halt nicht lesen hatte neben mir ein Mann seiner Nachbarin zugeraunt aber schreiben kann sie das ist schließlich die Hauptsache das fand ich auch kaufte ihr neues Buch reihte mich in die Schlange ihrer Bewunderer ein und ließ es von ihr signieren sie sah kurz hoch und lächelte mich an ehe sie mir das Buch wieder zuschob und dieses Lächeln von Carolin Wäscher enthob mich aller Zweifel etwa nicht hierher zu gehören es wurde für mich so etwas wie die Eintrittskarte zu allen weiteren Lesungen ich fühlte mich als vollwertiges Mitglied in den literarischen Kreis der Buchhandlung Möbius aufgenommen und es gab hinfort kaum eine Leseveranstaltung dort die ich versäumte einige der anderen regelmäßigen Besucher lernte ich kennen auch ich plauderte und knabberte Kekse ehe der Abend begann und ich lernte sogar meine Scheu zu überwinden und erhob bei anschließenden Fragestunden oder Diskussionen auch meine Stimme anscheinend war nicht allzu dumm was ich dabei von mir gab jedenfalls fragte mich eines Tages eine jüngere rotlockige Frau sie sind Schriftstellerin stimmt's und sah mich mit rosigen Wangen erwartungsvoll an und da sagte ich leise und knapp ja ich weiß nicht warum ich das tat aber ich empfand es nicht als Lüge dass ich bislang noch kein Buch geschrieben nur Unmengen von Büchern gelesen hatte erschien mir plötzlich keinen Unterschied zu machen die rotlockige hatte diese Information hinterher wohl in Umlauf gebracht denn immer wieder fragte irgendwer dezent nach meinen Arbeiten und ich gab ausweichende Antworten aber ich begann mich in der literarischen Runde als die Schriftstellerin die ich sein wollte wohlzufühlen ja ich gab gewissermaßen damit an ohne mich je vor Entdeckung zu fürchten andererseits bewog mich das vielleicht dazu stets nur allein zu den Leseabenden zu gehen meine Bekannten witzelten bereits wenn ich für alle und alles an irgendeinem Abend unabkömmlich war tippten auf ein lasterhaftes Liebesverhältnis etwa mit einem Matrosen oder Landstreicher das mich eben nur in Abständen beanspruche ich belächelte solche Scherze gab mich als Sphinx und dachte mit Liebe hat mein Verhältnis zu Büchern allemal was zu tun und dass ich mich in einer literarisch bewegten Runde als Schriftstellerin ausgebe darin könnte man schon ein geheimes Laster sehen ja selbst ironisch war ich nicht aber vorsichtig und eben diese unbedachte Schwindelei gab meinem Leben schließlich wieder eine neue Wendung aber davon kann ich heute nicht mehr berichten es wird Abend ich schreibe im dunkelroten Licht der sinkenden Sonne und meine Knie und Hände werden gleich erstarren glaube ich jedenfalls tut mir schon alles weh von dieser verkrampften Haltung seit Stunden hocke ich nun schon auf dem steinernen Vorsprung am Pier und schreibe als Pero irgendwann am Nachmittag in sein blaues Boot stieg rief er mir zu mag der gnädige Sonne immer aufpassen auch mit Wolken wie heute und deutete auffordernd auf die verwitterte Mütze die seinen eigenen Kopf so beständig bedeckt als wäre sie dort festgewachsen gehorsam setzte ich meinen Strohhut auf und winkte brav zurück da nickte er zustimmend und tuckerte gemächlich aufs offene Meer hinaus ohne sich nochmals nach mir umzusehen und eben hat mich die Wirtin von der weißen Steinmauer herab zum Abendessen gerufen bis morgen liebste Maria ihre Magda 20. August liebe Magda gnädige wenn ich sie auch einmal so nennen darf der Pero hat schon recht wenn er auf sie aufpasst ich hab mir als Kind einmal einen Sonnenstich geholt nur weil ich am Kanal zu lange mit einem Holzstück Schifferlfahren gespielt habe und mir meine Mutter nichts auf den Kopf getan hat die anderen Mütter haben den Kleinkindern wenigstens die Unterhosen aufgesetzt denn so hübsche Sommermützchen haben wir alle nicht gehabt aber meine Mutter hat sogar das vergessen sie war schräglich aufgeregt wie ich dann Fieber gehabt und gekotzt habe und hat sich Vorwürfe gemacht aber das war nur die Sonne hier bei uns die auf ihrer Insel ist sicher noch viel gefährlicher nachdem ich ihren Brief gelesen habe war ich verwundert dass ihr Fax heute morgen gekommen ist aber wenn sie abends noch zu Malinja gewandert sind war das sicher gut für ihre verkrampften Knie denke ich mir und für alles was ihnen weh getan hat wenn ich zu lange stiegen aufwasche und das geht einfach am besten wenn ich mich hinknie tut mir meistens auch alles weh und dann laufe ich viel trepp auf trepp ab mache arbeiten bei denen ich mich bewegen muss und schon ist alles wieder gut wenn einem was weh tut am körper muss man ihn bewegen glaube ich und nicht still sitzen kann sein dass es auch so ist wenn die Seele weh tut könnte ich mir vorstellen und deshalb wird auch bei ihnen alles wieder gut ich bin ganz sicher heute schreibe ich wirklich nur kurz damit sie rasch eine antwort haben fürs weiterschreiben ich fürchte mich ehrlich gesagt ein bisschen vor ihnen aber ich muss jetzt heraus mit der sprache also ich habe nämlich Arbeit angenommen beim ölig versand stellen sie sich vor die Bedienerin dort ist für ein paar Tage nach Hause gefahren ihre Mutter in der Slowakei ist gestorben und der Herr Kreuz hat mich höflich gefragt ob ich aushelfen könnte und da habe ich ja gesagt ich hoffe das stört sie nicht Frau Magda weil das dort doch ihre Welt ist wenn es sie stört höre ich sofort wieder auf bei Öli zu arbeiten aber für heute habe ich versprochen vier Stunden zu kommen sie zahlen sehr gut ich hoffe wirklich sie sind mir nicht böse herzliche grüße von ihrer maria 21. august liebe maria wie können sie nur annehmen dass mich ihre arbeit bei ölig stört oder ich deshalb böse wäre so sehr meine welt ist das dort ja gar nicht andererseits kenne ich Herrn Kreuz als feinen und diskreten Mitarbeiter nicht umsonst steht er der Firma mehr vor als die besitzer selbst wie ich früher ist er vorstandsmitglied und von allen hoch geachtet also sind sie mit ihrer arbeit dort in guten händen das einzige was mich besorgt macht ist dass sie zu viel arbeiten maria sie machen sich sorgen um mich wenn ich bei seegang hinausschwimme oder ohne hut in der sonne sitze und selbst schuften sie und haben sicher täglich ein viel zu großes arbeitspensum zu bewältigen auf sie sollte man aufpassen was sagt denn der lukas dazu gestern hat pero meinen brief mit hinauf genommen als er malinja spät noch einen besuch abstattete das band zwischen den beiden scheint sich immer enger zu knüpfen fast täglich ist er bei ihr oben und malinja sieht so blühend aus wie ihre blumen meinen körper habe ich bewegt indem ich bei dunkelheit noch ein wenig hinausschwamm nicht zu weit maria keine angst ohnehin scheue ich die meeres tiefen bei nacht ich blieb in hafennähe dort wo sich die lichter des dorfes im wasser spiegeln ihr vergleich mit der bewegten oder unbewegten seele ist schön und auch ihre sicherheit bei mir würde alles wieder gut zwar kann ich mir nicht vorstellen wie das gehen soll aber es in ihrem brief zu lesen tat wohl heute nach ihrer raschen antwort die malinjas bruder mir mittags vorbeibrachte sitze ich wieder ordentlich vor einem tisch im schatten der olivenbäume die hauswirtin hat mir ein kännchen kaffee gebracht sie tut das weiterhin ohne mich zu fragen seit ich mit dem professor nach dem essen immer kaffee trank und jedes mal lächelt sie mich an dabei sanft als bedauere sie mich ich selbst vergesse langsam dass der professor je hier war sogar wenn ich wie jetzt einen schluck kaffee nehme ist das zu einer gewohnheit geworden die ich ausschließlich als meine eigene sehen möchte ich vermeide jedes erinnerungsritual aber erinnern muss ich mich wohl und weiter erzählen für sie maria ich wurde also stammgast bei den lesungen die von der buchhandlung möbius veranstaltet wurden ich lernte dadurch viele zeitgenössische autoren und autorinnen aus der Nähe kennen sprach sie in den diskussionsrunden an oder wechselte sogar einige persönliche worte mit ihnen wenn sie mir mein buchexemplar signierten die anderen besucher die über mich gemunkelt hatten und für die ich zur schreibenden zunft zu gehören schien interessierten sich jedoch weiter erstaunlich wenig für mein angebliches Werk man hatte an solchen abenden genug damit zu tun sich der schreibenden Person zuzuwenden die aus ihrem neuesten Buch zu lesen eingeladen war manchmal saß ich nachts daheim und versuchte den ersten Satz einer Geschichte zu finden an der ich dann weiterschreiben könnte ich hätte so gern eine Geschichte aufgeschrieben selbst eine erfunden mich nicht nur von den Geschichten anderer erobern lassen aber dieser eine Satz fand sich nie und ich brach jeden dieser Versuche entmutigt wieder ab doch blieb auszugeben für die Leute bei Möbius und langsam leider auch für mich selbst diese trügerische Vorgabe wurde Teil meiner sporadischen Ausflüge dorthin und ich genoss es wie vielleicht ein Schauspieler das Eintauchen in eine begehrte Rolle genießt wenn man mich fragte wann und wo ich veröffentlicht hätte wie sich auf zukünftiges hin ich war mittlerweile versiert genug verlagstechnische Angaben zu machen die für flüchtige und unaufmerksame Zuhörer ausreichten und keiner verlangte je ein Buch von mir zu sehen bei allen interessierten des Kulturlebens zählt eben Schein mehr als sein jeder Künstler der seinem Tun ernsthaft und mit Können gegenübersteht macht diese Erfahrung glaube ich ich selbst erfuhr es auf andere Weise indem ich den Schein nutzte ohne irgendetwas zu sein und es ging ziemlich lange gut so die Lesungen fanden ja nicht allzu häufig statt oft lagen Wochen wenn nicht gar Monate dazwischen die schriftstellerischen Darbietungen waren von unterschiedlicher Qualität es gab Abende die mir Begegnungen schenkten nach denen ich bereichert nach Hause ging und es gab andere an denen ich ein Kichern über das gebotene nur mühsam zurückzuhalten vermochte oder an denen eitles Gebaren mich ärgerte in jedem Fall lernte ich fast alle Facetten kennen die man auf dem weiten Feld des Buchmarktes kennenlernen kann ich wurde eine literarisch beschlagene Person nur teilte ich diese Beschlagenheit mit niemandem außerhalb der Möbius Runde mein Bekanntenkreis wusste davon nichts und ich behielt meine Beziehung zu Büchern eisern für mich wollte sie mit denen die meiner Meinung nach ohnehin nichts davon verstanden auch gar nicht teilen einzig Jonathan wusste ein wenig Bescheid mit ihm konnte ich über Literatur reden und mich verstanden fühlen aber wir beide sahen uns im Lauf der Jahre immer seltener sein Sohn wurde älter und älter und dessen Entwicklung zu begleiten war ihm wohl wichtiger geworden als unsere Freundschaft weiterzuentwickeln es gab nie einen Bruch zwischen uns aber wir entfernten uns stetig voneinander wie Schiffe die einen entgegengesetzten Kurs eingeschlagen haben ich wurde älter Maria das schleicht sich anfangs unmerklich ein die sogenannten besten Jahre werden brüchig das hormonelle durcheinander und die damit verbundenen Beschwerden überfallen einen und es gibt einen Morgen an dem man vor seinem Badezimmerspiegel steht und sieht dass man alt ist anfangs ist es noch so dass man sieht dass man eines Tages alt sein wird anfangs ist es eine flüchtige Ahnung die kommt und geht die man mit kaltem Wasser Feuchtigkeitscreme und Make-up wieder vertreiben kann aber mehr und mehr nistet es sich ein man beginnt sich an welke Linien des eigenen Gesichtes des eigenen Körpers zu gewöhnen die einen zunächst tödlich erschreckten mein Haar begann zu ergrauen und ich begann es zu färben ich wollte möglichst bei meiner eigenen Farbe bleiben aber als eine gut gelaunte Friseurin eines Tages vorschlug reichlich rot beizumengen widersetzte ich mich nicht schließlich begann dieser leuchtende Bronzeton mir zu gefallen und ich eignete mir eine weitere Täuschung an als wäre sie Teil von mir stellen sie sich also nun folgendes vor Maria da kam an einem lauen Septemberabend eine Frau mit nicht mehr jungen Gesicht bronzfarbenen Haaren und locker geschnittenem Hosenanzug zur Möbius Lesung es schien als hätte sie selbst etwas mit der Schriftstellerei zu tun wurde sie doch von anderen Besuchern zuvorkommend begrüßt wie man es mit bekannten Größen zu tun pflegt und saß dann schweigsam und zurückhaltend auf ihrem Platz geheimnisvoll wurde mir später gesagt dabei war ich müde an diesem Abend bei Ölig hat es tagsüber viel Arbeit für mich gegeben zuletzt noch eine Vorstandssitzung aus der ich verfrüht mit vagen Entschuldigungen davongelaufen war da ich die abendliche Lesung von Bertram Krisch auf keinen Fall versäumen wollte und das obwohl ich seine Kriminalromane nicht wirklich mochte erstens weil Krimis ohnehin nicht mein Fall waren und zweitens weil es in den seinen sehr gewalttätig zuging trotzdem hatte ich zwei Bücher von ihm gelesen und etwas an seinem unbeugsam klaren Stil hatte mich angerührt ich wollte diesen Mann unbedingt sehen wollte hören wie er las es war nur noch Plätze in der ersten Reihe frei als ich kam Bertram Krisch der bereits im Gespräch mit dem Buchhändler in der Nähe des Podiums stand hatte also Gelegenheit mich zu beobachten als er das Podium betrat und mit Applaus empfangen wurde saß ich direkt vor ihm er las weniger gut als er schrieb und versprach sich oft mir fiel auf dass er allzu oft zum Wasserglas griff und dann fiel mir auf dass ich in diesem Glas das wohl kein Wasser befand da ich dem Tisch so nahe saß wehte mir nach einer Weile zart der Geruch von Birnenschnaps entgegen aha dachte ich bedauernd der Gute ist also Alkoholiker als könne er in meinen Gedanken lesen machte Bertram Krisch plötzlich eine Pause und sah mich an er sah direkt in meine Augen und ich fühlte dass ich errötete da lächelte er es war ein ironisches und ungeheuer selbstsicheres lächeln er griff wieder nach dem Glas und nahm in Ruhe einen Schluck und schon geht es weiter gnädige Frau sagte er dann er sagte es eindeutig in meine Richtung das Publikum kicherte ein wenig und als wieder Ruhe herrschte las er weiter aber immer wieder sah er zu mir her und ließ jedes Mal seinen Blick kurz und abwägend auf mir ruhen das verwirrte mich mehr noch es wurde mir unangenehm ich fühlte mich ausgeliefert wie preisgegeben saß ich dicht vor dem Mann den das Lesen und die Anwesenheit des Publikums in keiner Weise dabei zu stören schien seinen persönlichen Betrachtungen nachzugehen und ich sah keine Möglichkeit zu entkommen als am Ende applaudiert wurde und ich mich eilig erheben wollte stieg er blitzartig vom Podium zu mir herunter und packte mich am Arm laufen sie ja nicht weg sagte er wir haben zu reden die Leute hatten brav weiter geklatscht man dachte wohl wir beide seien bekannte Bertram Krisch habe mich nur rasch begrüßt und als er wieder hinaufstieg den Applaus noch einen Moment hinnahm dann abwinkte und sich bereit erklärte Fragen zu beantworten blieb ich tatsächlich sitzen ich wollte weglaufen und tat es nicht es war wieder eine dieser Entscheidungen die nicht rückgängig zu machen sind und die einen Weg bestimmen ich saß vor ihm während er sich launig mit dem Publikum unterhielt auf Stereotype Fragen witzige Antworten gab über seine Bücher ohne jeden Ernst sprach eher so als mache er sich über sein Schreiben lustig das Wasserglas voll Schnaps hatte er mittlerweile ausgetrunken auch jetzt sah ab und zu kurz zu mir her so als wolle er sich vergewissern ob ich noch da sei ich selbst stellte ihm keine einzige Frage ich saß nur da als hätte er mich festgenagelt auch als Bücher gekauft wurden die Leute sich anstellten um ihr Exemplar mit seiner Unterschrift versehen zu lassen blieb ich sitzen und rührte mich trotz des Getümmels nicht vom Platz dann hörte ich wie eine weibliche Stimme sagte ja ja sie ist fast immer hier sie ist Schriftstellerin die Frau stand neben Bertram Krisch auf dem Podium und sah zu mir her er signierte eben ihr Buch und sie hatte offensichtlich seine Frage beantwortet dann hob auch er den Kopf und sein Blick glitt in meine Richtung was schreibt sie fragte er mir wurde übel ja mein Magen zog sich zusammen vor Entsetzen jetzt bist du entdeckt dachte ich was schreibe ich niemand weiß was ich schreibe belletristik hatte ich immer vage angegeben ich glaube belletristik sagte jetzt die Frau aber ehrlich gesagt habe ich noch nichts von ihr gelesen andere Leute schoben sich jetzt zwischen uns ich hörte nur noch wie mein Name ausgesprochen wurde erst von der Frau die wohl befragt worden war und dann von ihm mag da bernsteiner prüfend wiederholte seine stimme meinen Namen nie gehört jetzt hätte ich flüchten können maria ich war hinter einer wand aus menschen vor ihm verborgen aber ich brauchte zu lange mich zu entschließen als ich mein schreck gelähmter körper endlich aufrichten wollte saß er plötzlich neben mir hier sich jetzt um uns während er an meiner seite damit fortfuhr seinen Namen in bücher zu kritzeln und danach freundlich nickend zu deren besitzern aufzuschauen ehe er ihnen das buch zurückreichte sie schreiben auch habe ich gehört fragte er nach einer weile beiläufig und ohne mich anzusehen und ich gab keine antwort vielleicht kenne ich eins ihrer bücher nennen sie mir doch einen titel fuhr er erbarmungslos fort ich gab wieder keine antwort die umstehenden musterten mich erstaunt so stumm und offensichtlich befangen hatte man mich bisher nicht erlebt nennen sie ihm doch den roman der im frühjahr erscheinen wird frau bernsteiner versuchte ein herr dem ich einmal etwas in der art weis gemacht hatte sich begütigend einzumengen heißt er nicht der morgen ist unausweichlich unter meinem kostüm war ich schweiß überströmt alle wussten meinen richtigen namen warum nur hatte ich ihn gesagt warum nur hatte ich zudem noch so sorglos gelogen was sollte dieser blöde titel ich erinnerte mich nicht einmal ihn diesen herrn je genannt zu haben der morgen ist unausweichlich nicht zu fassen ist ihnen nicht gut fragte jemand und ich winkte ab mir war als müsste jede Sekunde und man stand plötzlich recht schweigsam um uns herum wieder die scham maria nach langer zeit wieder aber so hilflos wie in meiner jugend war ich einer woge von scham ausgesetzt die mich überflutete und zu boden warf ich kann nicht weiterschreiben maria liebe der tag neigt sich meine fingerschmerzen und das erinnern auch bis zum nächsten mal bin ich von herzen ihre magda 23. august liebste frau magda das hab ich mir doch gedacht dass in ihre geschichte dieser man jetzt bald einmal auftauchen wird den ich ja ganz kurz noch bei ihnen in der Wohnung erlebt habe ganz am Anfang wie ich angefangen habe bei ihnen zu putzen nicht war dieser Kriminal schriftsteller war das doch seinen Namen habe ich damals nie erfahren weil ich ihn nie richtig getroffen habe entweder ist er noch im Bett gelegen oder gerade weg gegangen ohne mich zu grüßen und sie haben auch nie über ihn geredet aber geweint haben sie oft ich habe es gemerkt auch auch wenn sie so getan haben als wäre nichts aber ich möchte jetzt nicht meinen senf dazugeben und vielleicht gar irgendein urteil aussprechen ich warte auf das was sie mir erzählen werden so wie immer was aber nicht mehr war wie ich bei ihnen angefangen habe das waren ihre gefärbten haare die bronzefarbenen wie sie es nennen wie ich bei ihnen angefangen habe waren sie schon ganz normal grau der lukas hat nämlich gesagt die frau ist doch noch fesch warum färbt sie sich nicht die haare daran kann ich mich noch genau erinnern und auch dass ich mit ihm geschimpft habe weil sie mir nämlich von anfang an gut gefallen haben Frau Magda genauso wie sie waren nur zu traurig eben immer trauriger sind sie geworden und das hat mir nie gefallen aber besser nach allem was sie erzählen ich würde wohl in meinem Leben nicht einmal ein viertel von den büchern lesen können die sie schon gelesen haben auch wenn ich jetzt damit anfangen würde dieser Gedanke betrübt mich irgendwie als würde ich in meinem Leben etwas wichtiges versäumen aber weil ich sowieso auf keinen Fall damit anfangen könnte jetzt auf einmal viele Bücher zu lesen schiebe ich ihn lieber habe nehme ich mitten im Aufräumen bei ihnen ein Buch aus einem Regal und schaue hinein und lese ein paar Zeilen dann arbeite ich wieder weiter aber so als hätte ich kurz in einen ganz anderen Raum geschaut in einen wo man nicht aufräumen muss wo alles an seinem Platz steht und dieser Platz ist in den Worten und im eigenen Kopf ich kann nicht gut beschreiben was ich ja viele Bücher lesen ich weiß dass ich in diesem Leben sehr viel arbeiten muss Frau Magda aber ich tue auch das gern ich passe schon auf mich auf glauben sie mir die paar Stunden dazu beim Ölig versand machen mir nichts und wirklich der Herr Kreuz ist eine Perle gibt mir immer gleich das Geld und ist so höflich und elegant dabei man kommt sich nicht schäbig vor sondern Zahlung hat ihn wieder beruhigt in Kieflach musst du dich dann aber ausruhen hat er gesagt stellen sie sich vor auf einmal in Kieflach ausruhen wer sagt es denn er hat Ende August eine Woche Urlaub da wollen wir die ganze Zeit dort sein ich hoffe es regnet dann nicht mehr so wie jetzt seit zwei Tagen schüttet es ohne Pause ich muss schon Tücher ins Fenster Küchentisch Frau Magda wenn sie auch damals geschwindelt und keine Geschichte zusammengebracht und sich geschämt haben jetzt schreiben sie ja gerade eine auf ihre eigene eben oder ich warte sehr darauf wie alles weiter gegangen ist obwohl die Fortsetzungen immer näher in die Gegenwart kommen und das Erinner dadurch mehr weh tut stelle ich mir vor wie bei Wunden die noch offen sind die tun weh wenn man hingreift hoffentlich sind sie in Ordnung mit dem Kreislauf und dem Vermissen und so und es regnet nicht genauso trostlos auf ihrer Insel wie hier ich bleibe immer ihre Maria 24. August Liebe Maria nein hier regnet es nicht ein Tag ist schöner als der andere das blau regiert heute vormittag habe ich bei Marlinia nicht nur ihr Fax ausgehändigt bekommen Maria sondern auch eines vom Professor was sagen sie dazu es war kein langer Brief er wolle keineswegs in unser beider Briefwechsel eingreifen schrieb er aber das Wissen um die Faxnummer hier hätte ihm keine Ruhe gelassen er wolle sich nur ein wenig ins Gedächtnis zurückrufen und mir weiterhin schöne Inseltage wünschen um die er mich gleichzeitig beneide die Fernsehsendung sei seine Abreise nicht wert gewesen aber aus Schaden wird man klug nur oft zu spät beim nächsten Mal hoffe er sich zur rechten Zeit klüger zu verhalten und so weiter war ein netter Gruß muss ich sagen es ist früh am Nachmittag und ich sitze wieder an meinem schattigen Tisch unter den Olivenbäumen draußen auf der glitzernden Meeresfläche zieht eben ein Boot mit orange roten Segeln vorbei ich habe hier noch nie orange rote Segel gesehen mir war im ersten Augenblick als käme ein Seeräuberschiff auf unsere Insel zu aber sanft und ungerührt lässt es sich vom Wind vorbeitragen und jetzt ist es soweit ich muss wieder zurück dorthin wo ich vor zwei oder drei Tagen mein Schreiben abgebrochen habe zurück zur Buchhandlung Möbius und zu meiner Scham die Leute umstanden uns also wie eine schweigende Mauer alle schienen Peinlichkeit zu wittern Eine Weile hörte man nur das Kratzen von Bertram Krischs Füllfeder und ein Danke oder Bitte beim Herreichen und Zurückgeben der Bücher Plötzlich lachte er laut und vergnügt auf mitten im Schreiben Der Morgen ist unausweichlich rief er köstlicher Titel Er gluckste weiter vor sich hin Tja Manches im Leben ist unausweichlich nicht wahr gnädige Frau Kurt sah zu mir her seine Augen blitzten vor Lust mich bloß zu stellen Der Morgen ist da noch das geringfügigste würde ich sagen oder Sein spöttischer Angriff traf mich wie ein Peitschen Hieb Mir wurde unmöglich ruhig neben ihm sitzen zu bleiben Ich stand auf Natürlich hätte ich mich einfach durch die Menge drängen und davon gehen können Aber in diesem Augenblick verließen mich alle Vernunft und jeder Selbst Schutz Ich wollte nur noch ehrlich sein simpel und splitternackt ehrlich nur das konnte mich retten Diesen Titel gibt es nicht sagte ich Ich habe noch nie ein Buch veröffentlicht Ich bin keine Schriftstellerin Man sah mich an und es war still im Raum Und da in dieser peinlichen Stille und unter all den erstaunten auf mich gerichteten Blicken fühlte ich mich tatsächlich nackt Mir war als müsse ich erbrechen und ich drängte einen jungen Mann neben mir heftig zur Seite um davon zu stürzen Aber da war es wieder Bertram Krisch der mich flink am Arm packte und festhielt Natürlich sind sie das sagte er jetzt mit erstaunlich sanfter Stimme Was wir tief im Herzen sein wollen das sind wir immer auch Dann wandte er sich an die Umstehenden die uns anglotzten Wenn Sie mich für heute entschuldigen würden meine Damen und Herren ich komme aber gern morgen noch einmal zu einer Signierstunde Herr Möbius und ich werden das besprechen ich danke Ihnen und er führte mich davon durch ein Spalier von verwirrtem Applaus Gekicher und aufbrandenden Gesprächen Die haben jetzt reichlich zu reden sagte er als wir zum Ausgang der Buchhandlung strebten und wohin gehen wir ich starrte ihn an ohne diese Frage zu begreifen ich wollte nur hinaus da trat uns der Buchhändler in den Weg lieber Krisch begann er ohne es für nötig zu erachten mich eines Blickes zu würdigen lieber Möbius unterbrach Bertram Krisch ihn sofort ich ruf sie morgen an jetzt habe ich einen wichtigen Termin mit Frau Bernsteiner auf Wiedersehen mein Lieber da konnte der Buchhändler nicht umhin auch mir noch ein höfliches nicken zu gewähren als wir uns davon machten ja es glich mehr und mehr einer Flucht die den Autor zu erheitern schien ich jedoch war immer noch zutiefst beschämt mein Körper zitterte nur langsam aus die Unterwäsche klebte mir auf der Haut und als wir durch den Herbstabend davon eilten konnte ich seine Heiterkeit nicht im offenbar noch mehr und vergnügt zog er mich weiter ohne mein Einverständnis einzuholen ich war von der Bloßstellung die ich erlitten hatte noch viel zu geschwächt um mich gegen irgendetwas zu wehren ich war froh schweigen zu dürfen schließlich landeten wir in einem Lokal in dem ich nie zuvor gewesen war in dem kleinen weiß getünchten Raum gab es nur wenige Tische und in der Ecke eine altmodische Theke mit Messing beschlägen aber Stimmen und Essensgerüche schlugen uns mächtig entgegen es war nicht eines der schicken Restaurants die ich kannte und mit meinem Bekannten zu Besuchen pflegte eine junge kräftige Frau empfing uns sie trug eine lange dunkelgrüne Schürze eng um ihren Körper gewickelt und Bertram Krisch schien sie gut zu kennen Hallo Charlottchen sagte er und küsste sie auf beide Wangen geht's gut Reintisch wie ich dich kenne mein lieber hast du auch sicher enormen Durst fügte sie hinzu als wir uns gesetzt hatten was soll's denn sein Krisch nicht nur sie nannte ihn Krisch auch andere Gäste die ihn begrüßten sprachen ihn so an wir bestellten wir aßen und wir tranken viel auch ich trank an diesem Abend viel ich war allzu bereit mich zu entspannen und mich fallen zu lassen auch in das Gespräch mit diesem Mann der mich nicht mehr spöttisch anging sondern aufmerksam Fragen stellte und mir zuzuhören begann ich sei ihm sofort aufgefallen sagte er zwischen all den literatur beflissenen Leuten hätte ich geheimnisvoll gewirkt wie ein Stück lebendiger Literatur jetzt fiel es dieses Wort geheimnisvoll und es schmeichelte mir ungemein und ich begann ihm rasch und ohne Scheu aus meinem Leben zu erzählen aber natürlich wählte ich aus ganz im Hinblick auf lebendige Literatur als die ich ihm erschienen war über meine Lüge in der Buchhandlung fiel kein Wort mehr ich solle ihn auch Krisch nennen bat er mich seinen Vornamen könne er nicht ausstehen in Bertram zu nennen sei ein Racheakt seiner Eltern gewesen und außerdem sollten wir uns duzen ich stimmte zu wir hoben die Gläser und stießen darauf an wir stießen immer wieder auf irgendetwas an im Lauf dieses Abends zuerst mit Wein zuletzt nur noch mit Schnaps ich wurde betrunken dennoch wurde mir mit aller Klarheit bewusst dass ich diesen Mann zu begehren begann wieder einmal nach einem halben Leben wieder einmal würde ich einem Mann nicht nur nachgeben um mir mein Frausein zu bestätigen sondern weil ich ihn wollte so sinnlos besoffen war ich nicht um nicht mit Erstaunen das tiefe Drängen meines Körpers wahrzunehmen Zuletzt meine schulter er spürte wohl sofort dass diese schlichte berührung mich erregte denn seine Hand wanderte weiter meinen bloßen Hals hinauf dann über die Kehle abwärts in meinen Ausschnitt wir schwiegen beide und lösten unsere Blicke nicht voneinander auf einmal nahm ich das weiche Braun und die langen Wimpern war dass etwas so warmes weiches in seinem Gesicht wohnen könnte wie diese Augen hatte ich nicht erwartet ich zitterte ein wenig ich glaube wir beide gehören ins Bett sagte er zog seine Hand zurück rief nach Charlottchen zahlte und wir gingen wir nahmen ein Taxi und fuhren zu mir in meine Wohnung dort erfuhr ich trotz unserer Trunkenheit eine erregende und sinnliche Nacht die mich beglückte erst im Morgengrauen schliefen wir erschöpft ein was so begann Maria das hielt ich anfangs für die Erfahrung die man erst machen kann wenn man älter geworden ist wie Frau Haslinger Jahre zuvor einmal gesagt hatte einen anderen Menschen wirklich zu lieben ohne etwas falsch zu machen ohne mich zu verrennen das schien mir plötzlich zu gelingen mir war als gelänge es uns beiden als würde ich lieben und geliebt werden dieser Mann war so alt wie ich aber wir waren noch jung genug um uns jung zu fühlen er war Schriftsteller ein Mensch des Buches und davon verstand ich etwas wir hatten also auch eine gemeinsame intellektuelle Basis die unser Gespräch würzte und es nie versiegen ließ wenn er in der Stadt war blieb er von nun an meist bei mir aber er besaß in einem großen Haus am Stadtrand das seine Ex-Frau und seine erwachsene Tochter bewohnten weiterhin seine eigenen Zimmer sie stünden alle im besten Einvernehmen sagte er und schreiben würde er ohnehin nur in seiner klitzekleinen Wohnung in Triest er liebe diese Stadt wir müssten bald einmal zusammen hinfahren alles klang so gut Maria und eine Weile lang lebte sich auch alles so als wäre es gut ich weiß dass sie Krisch noch bei mir gesehen haben und damals sah es bereits ganz anders aus aber zu Beginn war es schön sehr schön glauben sie mir und nur deshalb ließ ich mich noch einmal so auf einen Menschen ein genug für heute Maria am Nachmittag zogen auch hier Wolken auf vorhin sind erste Tropfen auf das Papier vor mir gefallen sie sehen es an der verwischten Schrift das waren also keine Tränen sondern nur beginnender Regen ich grüße sie Magda 26. August liebe Frau Magda mit Sonne und Blau fing ihr Brief an und ich habe mich sehr über das Fax vom Professor gefreut weil sie sich ja auch gefreut haben am Ende war dann der Regen da und ich hoffe dass er nicht auch so lange dauert wie bei uns erst seit heute ist es wieder schön ja jetzt weiß ich es wieder dass sie manchmal Herr Krisch gesagt haben der Herr Krisch hat ein paar Hemden hier gelassen die sollten schnell fertig gemacht werden liebe Frau Schübler so was in der Art haben sie öfter gesagt und und natürlich glaube ich glaube ihnen dass am Anfang alles schön war aller Anfang ist schön sagt man doch ich war auch gleich viel zu schnell mit meinen unfreundlichen Worten über den Herrn Krisch es tut mir leid Frau Magda man ist überhaupt sehr oft zu schnell mit seinen Worten das ist immer eine große Gefahr wie sie mal geschrieben haben dass sie die Worte nie vergessen und dass Worte so zuschlagen können beim Lukas muss ich auch immer wieder aufpassen dass meine Worte ihn nicht schlagen ich kann nämlich manchmal sehr rasch zornig sein und mich mit viel Geschrei gegen irgendwas wehren das mir dann gar nicht mehr so arg vorkommt wenn ich wieder ruhig geworden bin wegen dem Haus in Kieflach zum Beispiel habe ich viel zu viel herum geschrien jetzt hat der Lukas ist auch schon gern das Haus nächste Woche kommt der Onkel Willi ins Sanatorium und wir werden dabei sein damit er sich dort nicht gleich fürchten muss nächste Woche ist schon September Frau Magda das Wetter ist zwar schön heute aber etwas liegt in der Luft das riecht nach Herbst auch die Farben der Himmel das Licht man kann nicht genau sagen was es ist aber es ist ein erstes feines Gefühl von Herbst ich hoffe sie kommen bald zurück jedenfalls bevor es kühl wird auf der Insel denn dort wird es doch auch kalt im Winter oder der Herr Kreuz lässt sie übrigens grüßen er sagt das immer wieder und ich schreibe es ihnen fast nie also tue ich es heute für alle anderen Male er sagt auch immer wieder wie sehr sie schätzt ich schätze Frau Bernsteiner in jeder Hinsicht hat er unlängst gesagt alles hier wartet auf sie der Ölig versand ihre schöne Wohnung und natürlich ich selber aber es steht mir nicht zu sie zu irgendetwas zu drängen wieder schnelle Worte die ich hätte lassen sollen lieber grüße ich sie jetzt zum Abschluss sehr herzlich und nehme den Brief mit zur Arbeit bei Ölig dann faxt der Herr kreuz ihn heute noch los ihre Maria 27. August meine liebe Maria aller Anfang ist schwer würde der Professor mit seiner Fernsehsendung über Sprichwörter und Trivialphilosophie sie sicher höflich korrigieren aber mir gefällt ihr aller Anfang ist schön ohnehin besser und passt auch besser zu dem was ich weiter berichten werde denn schwer wurde das weitere nach dem schönen Anfang aber vorerst ja es hat geregnet lange den ganzen Tag lang gestern ich bin eine Weile durch den strömenden Regen gewandert weil ich nicht nur auf meinem Zimmer bleiben wollte das bei schlechtem Wetter plötzlich ein wenig trostlos wirkt alles hat geduftet draußen und es war warm meine Haare und mein Kleid war nass vom Regen als ich zurück kam ich bin ohne Schirm und ohne Regen Mantel losmarschert abends habe ich Valium genommen ihnen gestehe ich alles was in diese Richtung geht damit sie immer Bescheid wissen Maria das hilft mir als Kontrolle weil ich nicht draußen sitzen konnte und bald einschlafen wollte nachts haben der Regen und das Meer gerauscht aber gegen morgen wurde es still als ich erwachte und auf den Balkon trat stürzte das licht förmlich auf mich zu alles war wieder golden und blau nur sanfter wellenschlag und strahlende morgensonne aber sie haben recht hier ist es zwar noch nicht der herbst der sich meldet aber eine seltsame milde scheint den hohen sommer gebrochen zu haben ich kam eben von Malinja zurück ihr Fax in meiner Rocktasche jetzt schreibe ich auf dem Balkon ohne Strohhut die Sonne warm auf meinem Haar Pero hat vorhin sein blaues Boot losgemacht und winkte mir zu ehe er den Motor anließ jetzt tuckert er hinaus zu seinen Reusen aber ich kehre zurück zu meiner Zeit mit Bertram Grisch ich kann nicht genau sagen wie lange es eine gute für mich war vielleicht ein halbes Jahr vielleicht ein wenig länger so schamvoll meine erste Begegnung mit Grisch sich auch gestaltet hatte nachdem wir ein Liebespaar geworden waren stärkte die Nähe zu ihm mein Selbstbewusstsein ich musste nicht mehr verstohlen Literaturabende besuchen und mir dort einen falschen Nimbus geben um meinen geliebten Büchern und ihrer Welt näher zu rücken jetzt achtete ein geachteter Autor mein Urteil und mein Wissen und ließ mich Einblick in sein Schreiben nehmen wir empfahlen einander Bücher und sprachen ausführlich über das gelesene ich liebte diese Gespräche und auch Grisch konnte sie stundenlang führen ohne sich zu langweilen vor allem wenn es dabei um seine eigenen Manuskripte ging die er mir zu lesen gab oder aus denen er mir vorlass ich selbst arbeitete weiter beim Öligversand aber darüber sprachen wir kaum das schnöde Geldverdienen überließ er mir allein auch meine persönlichen Bekannten traf ich jetzt selten meist nur wenn Grisch unterwegs war man erfuhr natürlich von meiner Beziehung zu dem Schriftsteller und da er Krimis schrieb die ziemlich populär waren fanden meine Freunde diese Konstellation zwar beeindruckend zogen sich aber zugleich von mir zurück ich galt nicht mehr als eine von ihnen es machte mir nichts aus denn mittlerweile fühlte ich mich in Grischs Menschenumfeld doch weitaus wohler zwischen Autoren Schauspielern all den mit ihm befreundeten Leuten die sich meist als Künstler ausgaben und die wir bei Charlottchen oder sonst wo antrafen wenn ich mit ihm unterwegs war und bald schien mir ich würde dort als eine von ihnen gelten und das machte mich stolz ich bedachte zu wenig dass man mich als Begleiterin von Bertram Grisch akzeptierte und ich ohne ihn wohl nicht gezählt hätte in dieser ersten Zeit war ich eben immer an seiner Seite und wir Menschen neigen so sehr dazu das was uns gefällt und wohltut als beständig anzusehen ich sah Grisch und mich als Paar und das für alle Ewigkeit er schlief jede Nacht neben mir wenn er nicht verreist war und fast jede Nacht schlief er auch mit mir unsere Lust aneinander blieb ebenfalls erstaunlich blühend und wach mir schien auch sie würde ewig werden das erstaunlichste aber war dass er sogar in meiner Wohnung zu schreiben begann wenn ich tagsüber bei Ölig arbeitete ja eines Tages setzte er sich an den großen Eichentisch den ich eigentlich nur für Essenseinladungen vorgesehen hatte sie wissen Maria der riesige alte Tisch im Zimmer neben der Küche und schlug dort ohne mich zu fragen seine schriftstellerischen Zelte auf anfangs war es eine elektrische Schreibmaschine in die er hämmerte später wurde es gar ein Computer den er bei mir anschloss ich liebte dieses durcheinander von Kabeln Papieren Manuskriptseiten liebte die Zweckentfremdung meines Esstisches liebte es aus meiner jahrelang penibel gehüteten Ordnung geworfen zu werden ich liebte es weil er mich da hinaus warf und weil seine Nähe die seines Körpers seiner Gedanken seiner schnellen Umarmungen jetzt Ordnung und Richtmaß meines Lebens geworden war Es beglückte mich dass er nicht wie er mir am ersten Abend versichert hatte nur in seiner Triester Wohnung Bücher schreiben konnte sondern eben auch bei mir neben mir in meinem privaten Umfeld das er zu dem seinen werden ließ Dieser Umstand erfüllte mich mit der Gewissheit ihm im Vertrautesten nahe zu sein ihm für immer vertrauen zu können Wir reisten auch gemeinsam nach Triest und das so oft es uns möglich war Wann immer ich mich bei Ölig freimachen konnte stiegen wir in mein Auto und fuhren los Es war nicht mehr der alte silberne MG der anfangs mein ganzer Stolz gewesen war aber ich besaß nach wie vor einen Wagen und Krisch der nie Autofahren gelernt hatte setzte sich gern neben mich und ließ sich chauffieren manchmal aber nahmen wir die Bahn was ich besonders mochte weil wir dies bei unserer ersten Reise getan hatten damals liebten liebten wir uns im dahin schaukelnden schlafwagen coupé schliefen kaum und kamen früh am morgen schlaftrunken in triest an es war ein milder spätherbst tag und wir schleppten unsere reisetaschen bis zu Krischs Wohnung sie befand sich in einer langen baumbestand an straße mitten in der Stadt wo Cafés und Bars sich aneinander reihen und nahezu bei jeder Witterung Tische und Stühle im Freien unter dem gewölbten Dach der Baumwipfel aufgestellt sind sein kleines Appartement lag im letzten Stock eines der hohen alten Häuser die diese Straße säumen vor den Fenstern bewegte sich goldenes Herbstlaub dessen bitterer Duft zu uns hereindrang in der Tiefe unter den Bäumen war Geplauder Lachen und das Klirren von Tassen und Gläsern zu hören ein sanftes stetiges Geräusch das nur wenige Nachtstunden lang verstummte in der Wohnung gab es ein großes Bett einen großen Tisch dicht ans Fenster gerückt eine Kochnische und ein winziges Bad mehr nicht wir schliefen ein paar Stunden müde ineinander verschlungen dann aßen wir unten in einem der Cafés tranken reichlich Weißwein dazu und schlenderten anschließend durch die Stadt bis zum Hafen am weit hinausreichenden Mole saßen wir und blickten über die nahezu unbewegte goldgelb schimmernde Meeresfläche hinweg der Nachmittag war warm und uns umgab eine matte geruhsame Stimmung nur wenige Schiffe ankerten einige von ihnen waren von Rost bedeckt und verbraucht alles wirkte ein wenig wie aus der Zeit gefallen und genau das gefiel mir ich verstand dass Krisch sich hierher zum Schreiben zurückgezogen hatte früher früher wurde für mich zum Synonym für alles was uns nicht verbannt früher das hieß mein anderes mein ungeborenes mein nicht vorhandengewiesernes Leben und dazu gehörte eben auch alles was Krisch je ohne mich getan hatte er schrieb natürlich weniger in Triest jetzt wo wir meist zu zweit hier waren trotzdem lag ich manchmal still auf dem großen Bett schloss die Augen um ihn nicht zu stören und ließ mich vom Geräusch seiner Schreibmaschine wiegen während er am Tisch saß und arbeitete wir machten Ausflüge nach Duino zum Beispiel ich erinnere mich an einen sonnigen Winternachmittag dort an dem wir mit unseren Mänteln und Schals vor einem Restaurant saßen nahe am silbern aufgerauten Wasser und dass man sich dort schließlich überreden ließ uns das Essen doch im Freien zu servieren und ich erinnere mich wie viele Flaschen Wein wir an diesem Nachmittag lehrten während Krisch alle ihm halbwegs bekannten Rilke Gedichte aus seinem Gedächtnis kramte und sie lauthals rezitierte ich war erstaunt dass er trotz aller Ironie allem Spott den er in sein Deklamieren legte überhaupt Zeilen aus den Duineser Elegien im Kopf hatte dieser Rilke sie wissen bereits von ihm Maria lebte nämlich einige Zeit auf dem Schloss in Duino und schrieb dort Gedichte die deshalb so heißen um ihren Duden vorweg zu nehmen Elegie nennt man eine Gedichtform sie entspricht auch einem Klagelied denn bleiben ist nirgends brüllte Krisch stolz erste Elegie aber dieser Satz tat mir weh das was er ausdrückte tat mir weh ich wollte ihn nicht hören bravo sagte ich dennoch mit einem matten lächeln nach einer Pause zitierte Krisch leiser und irgendwo gehen Löwen noch und wissen solange sie herrlich sind von keiner Ohnmacht wir schwiegen danach er sah mich an und lächelte ein wenig schief und wir wickelten uns fester in unsere Mäntel es war so still plötzlich nur das kalte Meer rauschte Krisch war sehr betrunken als wir nach Trieste zurück fuhren ich musste in die Treppen zur Wohnung hoch zerren und Deutsch lief er sofort ein das musste ich oft tun und im Lauf der Zeit immer öfter ihn nach Hause schleppen einen haltlos betrunkenen schweren Mann mit letzter Kraft nach Hause schleppen und irgendwie ins Bett hiefen wenn ich mich dann zu ihm legte schnarchte er meist aber da ich ihn liebte liebte ich auch diese dröhnenden Atemzüge und es war ja längere Zeit noch so dass sich am Morgen ein verknitterter stoppelbärtiger Krisch mit einem bezaubernden Lächeln wegen dieses kleinen Ausrutschers bei mir entschuldigte da sei ihm eindeutig mehr als sonst durch die Kehle nach mir griffen schlüpfte ich an seine warme alkoholduftende Brust als läge dort weiterhin alle Sicherheit und alles Glück meines Lebens der Krisch und seine Bernsteinerin so wurden wir damals genannt ich weiß das weil ich es immer wieder hörte einen Tisch für den Krisch und seine Bernsteinerin rief zum Beispiel Charlottchen durch das Lokal wenn wir es betraten oder wenn wir irgendwo hin zu spät kamen wurde gebrummt na endlich Primadonna Krisch mit seiner Bernsteinerin ich liebte es über alle Maßen so genannt zu werden seine Bernsteinerin und diese seine Bernsteinerin auch zu sein wir beide eins wurde Inhalt meines Denkens und Fühlens ich habe dieses Hochgefühl diesen Stolz auf eine Verbundenheit in meinem Leben nur dieses eine Mal erlebt wenn man der ganzen Welt vorführen möchte dass man glücklich ist dass da etwas im eigenen Leben ganz und gar stimmt wenn man weiß dass dieses Glück aus einem heraus leuchtet wenn man als strahlendes Doppelgestirn durch die Trübnis menschlichen Mittelmaßes gleitet neidvoll bewundert und wenn man sich dessen in jeder Sekunde siegreich bewusst ist ja Maria eine Weile lang waren wir beide diese Löwen die irgendwo gehen und von keiner Ohnmacht wissen als Krisch jedoch die Rilke Zeilen am winterlichen Meer bei Duino gesagt und mich danach angeschaut hatte da zog vielleicht zum ersten Mal eine Ahnung von Ohnmacht an uns vorbei Es war jedoch eine Ahnung die ich noch lange verdrängte solange es mir nur möglich war Alles weitere im nächsten Brief liebe Maria Ich habe heute Mittag nichts zu essen verlangt Die Hauswirtin brüllte eben vom Hafen zu mir hoch etwas wie Hey, hey was ist? Tod mit Hunger Und mir fiel auf dass ich tatsächlich sehr hungrig bin Bis bald meine Liebe Ihre Magda 30. August Liebe Frau Magda Ich wollte gleich antworten vorgestern Aber wir waren in Kieflach Haben dem Onkel Willi alles zusammengepackt Und sind dann mit ihm im Krankenauto zurückgefahren Hierher ins Sanatorium Er hatte ein recht nettes Zimmer muss ich sagen Sogar einen Baum vor dem Fenster Aber ich habe gut verstanden dass er so traurig war Es riecht komisch in diesen Heimen Ich verstehe auch nicht warum Man könnte doch auch bei Alten oder kranken Leuten lüften und einen guten Geruch hereinlassen Oder auch das Essen stinkt dort irgendwie Eine Nachbarin von meiner Mutter ist ins Altersheim gekommen und wir haben sie bis zu ihrem Tod immer mal besucht meine Mutter und ich Und das Schlimmste dort war für uns immer der Geruch Wenn ich ihr dann Hyazinthen gebracht habe oder eine Duftkerze also irgendwas das gut riecht haben die Schwestern geschimpft und es weggetragen Man darf sowas nicht in ein Krankenzimmer stellen haben sie gesagt Dabei war die Frau Leupold nicht krank nur altersschwach und ihre Nase war viel zu sehr in Ordnung leider für diesen ständigen Mief Ich habe ihr manchmal ein kleines Taschentuch zugesteckt auf das ich ganz viel Kölnisch Wasser getröpfelt habe Da hat sie dann gelacht mit einem Mund ohne Zähne aber einem frechen Gesicht wie ein kleines Kind und es unter die Bettdecke geschoben und wenn wir gegangen sind hat sie uns zugezwinkert das Taschentuch kurz vor ihre Nase gehalten und es gleich wieder versteckt Wie sie dann gestorben ist hat man uns mit vorwurfsvollem Blick einen Stoß Taschentücher übergeben Die arme Frau Leupold Auch die hat man ihr weggenommen Ich habe beim Onkel Willi gleich das Fenster aufgerissen Wir haben ihm alles eingeräumt Der Lukas hat geschaut dass der Fernseher alle Programme hat und ich habe zu meinem Apfelstrudel Kaffee organisiert Dann bin ich noch schnell runter und mit einem Strauß Rosen zurückgekommen Die sind jetzt billig nicht aus dem Ausland Und eine Vase habe ich auch organisiert Der Onkel Willi war sehr dankbar aber er hat schlecht geatmet vor Aufregung und mein Gott wenn ich an die Rosen in Kieflach denke hat er gesagt mit nassen Augen Wir holen dich nach Kieflach immer wieder haben wir ihm beide sofort geantwortet aber der Lukas hat kurz zu mir her geschaut dabei und ich weiß ja auch dass das nicht mehr geht und der Onkel Willi weiß es auch aber ich werde mir viel einfallen lassen für ihn habe ich mir vorgenommen nicht nur den Apfel Strudel ab und zu ein Picknick mit Wein vielleicht oder ich bringe ihm alle meine Merian Hefte zum anschauen der Lukas will einen billigen Videorekorder besorgen er weiß einen Kollegen der seinen alten weggeben will wir werden schon auf ihn aufpassen auf den Onkel Willi deshalb fahren wir auch erst später nach Kieflach der Lukas hat seinen Urlaub verschoben damit wir in der ersten Zeit da sind bis er mehr eingelebt ist liebe Frau Magda jetzt habe ich ihnen nur vom Onkel Willi erzählt aber es ist traurig zu sehen wenn ein alter Mensch krank wird und weg muss aus seinem schönen alten Haus und in ein Zimmer von dem er weiß dass er sterben wird es gibt schon viel Trauriges im Leben und auf der Welt viel Ohnmacht wie der Rilke und sie schreiben was ja nicht heißt dass man in Ohnmacht fällt sondern dass man ohne Macht ist nicht wahr ich bin froh Frau Magda dass sie irgendwann so ein herrlicher Löwe waren der Lukas und ich waren das wohl nie herrliche Löwen meine ich und immer sehr ohnmächtig aber er sagt komischerweise manchmal zu mir du bist eine Löwin Maria und ich habe lachen müssen weil er das nämlich gerade gestern im Sanatorium gesagt hat nachdem ich mit einer Pflegerin geschrien habe die dem Onkel Willi eine Bettflasche geben wollte er ist nicht gelähmt habe ich geschrien und auch kein Baby er geht allein aufs Klo da hat der Lukas gesagt du bist eine Löwin Maria aber da komme ich schon wieder in meine eigenen Geschichten als würde ich ihre gar nicht gut lesen das ist aber nicht so ich erlebe jede Zeile mit ihnen Frau Magda und ich warte auch auf jede Zeile bitte passen sie gut auf sich auf werden sie nicht krank werden sie gesund das wünscht sich so sehr ihre Maria einunddreißigster august liebste Maria oh ja sie sind eine Löwin ganz und gar dazu passt auch ihr wildes Haar dessen Farbe der dicke Zopf wenn sie ihn über die Schulter zurückschleudern ich kann sie mir gut vorstellen im Kampf um Onkel Willis Würde und wie herrlich wenn sie und Lukas diesem Mann noch Lebensqualität schenken wollen das ist herrlicher als die von mir beschriebene Herrlichkeit eines Liebespaares auf Zeit da ich bereits ein wenig ungeduldig auf ihre Antwort gewartet habe ich gebe es zu will ich jetzt rasch weiter erzählen in der Zwischenzeit kamen noch zwei kurze Briefchen vom Professor und ich habe ihm sogar einmal zurück geschrieben weil es wieder sehr warm geworden ist bin ich viel geschwommen habe aber gegen Abend lange Wanderungen ins Innere der Insel unternommen dann strömt die Wärme des Tages aus Erdreich und Fels die Bäume und Kräuter duften nur Vogelstimmen sind zu hören und das Rauschen und das Rauschen Wenn es dunkel wird schlüpfe ich jetzt in meine Strickweste die Nächte sind bereits kühl Ja Der September steht vor der Türe Heute haben wir den letzten August Tag Ich sitze wieder einmal im Schatten der Olivenbäume Die kleine magere Katze kam vorhin vorbei und schnappte gierig auf was ich ihr an Resten meines Mittagessens zuwarf Fisch Brot Käse Alles schmeckte ihr Sie pflegt mich öfter zu besuchen in letzter Zeit Ich nenne sie Frau Hut weil ihr Köpfchen dunkel gezeichnet ist als trüge sie einen Merken sie Maria wie ich trotz meines Vorhabens rasch weiter zu erzählen mich bereitwillig in jede nur mögliche andere Erzählung hinweg lenken lasse ein sicheres Zeichen dafür dass es mir nicht leicht fällt das folgende zu berichten aber sei's drum ich habe in den letzten Monaten durch sie gelernt meine Angst vor der Erinnerung zu überwinden indem ich ihnen mein Leben eröffnen durfte und sie mir Antwort gab und dafür danke ich ihnen Maria mehr als Krischs neues Buch kam heraus es war in unserer gemeinsamen Zeit entstanden und trug den Titel Erfolgsrezept Verdammnis ich wunderte mich wie viel Brutalität und menschlicher Abschaum ihm in den Sinn gekommen war während wir beide doch allem anschein nach in schönster Liebe und Sinnlichkeit geschwellt hatten schon als er mir während des Schreibens erste Passagen des Manuskripts vorlas äußerte ich diese Verwunderung aber er wischte sie vom Tisch alles ist brutal Bernsteinerin sagte er eines Tages mit verhalterner Ungeduld als ich wieder zaghaft Einwände vorbrachte glaub nur ja nicht Geliebte dass unsere Fickerei die Welt verändert wir ficken nicht rief ich aufgebracht nenne es bitte nicht so dieses Wort ist wirklich brutal und du bist zärtlich ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und er sah mich überrascht an dann zwang er sich zu einem Lächeln also gut wir lieben uns und ficken nicht abgemacht sagte er und schloss mich in die Arme ich fühlte mich trotzdem unbehaglich und wusste dass ich ihm mit diesem Ausbruch von Empfindsamkeit auf die Nerven gegangen war danach las er mir auch nicht mehr aus dem Manuskript vor ich erfuhr den gesamten Text erst als das Buch erschienen war und er mir ein erstes Leseexemplar in die Hand drückte obwohl ein bitterböser grausam zynischer Krimi wurde Erfolgsrezept Verdammnis kein sonderlicher Erfolg wir fuhren zu Krischs Verlag nach München dort wurde das Buch mit einer ersten Lesung des Autors aus der Taufe gehoben wieder saß ich vor ihm als er las nur diesmal nicht in der ersten Reihe sondern im Hintergrund des Raumes ich litt an den Reaktionen des Publikums und an einer gewissen Unsicherheit bei ihm ich spürte dass das Buch nicht gefiel wenn man dem Menschen der sich vor unseren Augen der Öffentlichkeit stellt privat nahe ist fühlt und leidet man seismografisch mit es kann sich bis zur Qual steigern als die Lesung vorbei der schwache Applaus verklungen war und niemand zu Recht über Krischs Scherze lachen wollte saß ich in schweißgebadet da und wusste nicht wie ich ihm jetzt begegnen sollte gern hätte ich ihm gesagt dass das Buch wie von mir vorausgesehen schlicht zu böse geraten sei und dass eine Hölle ohne jede Alternative eben seltsamerweise auch Langeweile auslöse gern hätte ich ihm meine Wahrheit gesagt aber ich wagte es nicht stattdessen lächelte ich ermunternd fand alles recht gelungen wechselte höfliche Worte mit dem Verleger fühlte Krischs Niedergeschlagenheit und ging nicht darauf ein schließlich betrank er sich und zwar so exzessiv wie ich es noch nie zuvor bei ihm erlebt hatte ich konnte ihn nicht mehr alleine ins Hotelzimmer schleppen zwei Nachtportiers trugen ihn hinauf nachdem er wie tot aus dem Taxi gefallen war und warfen ihn ohne viel Rücksicht wie ein schweres Gepäckstück auf das große Doppelbett ich steckte ihnen ein allzu reichliches Trinkgeld zu und schloss die Türe so hastig hinter ihnen als hätten sie mich nackt gesehen dann setzte ich mich neben Krisch auf den Bettrand und heulte plötzlich aber richtete er sich auf und glotzte mich an ja es war ein böses wildes Glotzen nicht mehr mein geliebter sondern ein fremder böser Mann stachte mich damit diesen gerenderten Augen an trotzdem versuchte ich ihn anzulächeln und wischte mir rasch die Tränen von den Wangen geht's wieder fragte ich aber diese arglose Frage wirkte auf ihn als hätte ich ihm ein Messer in den Leib gestoßen bemitleide du mich ja nicht schrie er und dann schlug er mich es geschah in dieser Nacht zum ersten Mal er schlug mir mit aller Kraft ins Gesicht mehrmals hintereinander Kühe nur Kühe immer diese Kuhaugen verdammte Weiber leite er noch vor sich hin dann sackte er wieder zurück auf das Bett und rührte sich nicht mehr nach einer Weile begann er zu schnarchen ich blutete aus der Nase und mein rechtes Auge war in Kürze zugeschwollen ich tappte in das Badezimmer und versuchte mein Gesicht mit kaltem Wasser zu kühlen ich konnte nicht mehr weinen ich fühlte mich so starr als wäre ich tot und irgendwann schlief ich in ein Badetuch gewickelt auf dem Sofa ein am Morgen sah ich aus als wäre ich bei einem Boxkampf verdroschen worden blau bis lila um die Augen eine aufgeplatzte Lippe violette Blutergüsse auf Stirn und Schläfe ich starrte eine Weile in den Badezimmerspiegel da nahm ich reichlich Valium und versuchte weiter zu schlafen als Krisch gegen Mittag hustend und stöhnend aus dem Bett kroch sah er mich zusammengekrümmt auf dem Sofa liegen er wankte zu mir her zog mich hoch und starrte mir ins Gesicht dann begann er haltlos zu weinen er stammelte Entschuldigungen drückte mich an sich bis ein Wehlaut von mir ihn wieder abrücken und selbst vor Schmerz aufheulen ließ was bin ich nur für eine Bestie schrie er was habe ich dir nur angetan und so weiter ich schreibe jetzt dieses kühle und so weiter hin weil weil ich selbst anklagen dieser art danach noch so oft vernommen habe damals jedoch in München als der Tag hell und gnadenlos in unser Hotelzimmer fiel ich dieses tränen nasse alkohol verwüstete Gesicht vor mir sah und darin eine ehrlich wirkende Verzweiflung wahrnahm tat Grisch mir plötzlich leid vor mir kniend und vom schluchzen geschüttelt beschwor mich ihn anzuhören er habe am abend davor so sehr am misserfolg der lesung gelitten ich solle versuchen bitte bitte das zu verstehen der erfolg seiner bücher sei schließlich teil seines lebens und sicher werde es auch schlechte rezensionen geben er wisse natürlich dass all dies nicht dazu hätte führen dürfen mich derart zu schlagen es werde auch nie wieder vorkommen lieber brächte er sich um er habe eben nur in meine unschuld und unangreifbarkeit und in seine eigene enttäuschung hineingeschlagen weil er so sinnlos besoffen gewesen sei dieser scheiß alkohol er werde ab heute aufhören zu trinken kein glas mehr anrühren ich sei doch seine geliebte einzige bernsteinerin und so weiter auf seine abschließende frage ob ich ihm nicht doch verzeihen könne nickte ich schließlich und er strich mir zart über die verwundeten lippen weil er mich jetzt nicht küssen könne vor dankbarkeit aber das würden wir alles nachholen als wir beide geduscht und angekleidet waren brachte er mich in die ambulanz einer klinik das sei ein fürchterlicher Sturz direkt auf mein die ihn verächtlich musterte ehe sie aufseufzte und mich behandelte ein Kopftuch tief ins Gesicht gezogen und hinter einer großen Sonnenbrille verborgen verließ ich München am Steuer meines Autos während Krisch neben mir einen Stoß Zeitungen durchwühlte und über schlechte Kritiken fluchte zu mir jedoch war liebevoll und fürsorglich und blieb es auch als wir unser gemeinsames Leben in meiner Wohnung wieder Aufnahmen es dauerte eine Weile bis ich mich unter Menschen wagen konnte bei Ölig meldete ich mich krank ein Autounfall sagte ich die violetten und lila Flecken wurden schwärzlich und dann senfgelb du siehst aus wie ein Kapuziner Äffchen sagte Krisch lachend und ich lachte ebenfalls über das Farbenspiel auf meinem Gesicht und glaubte den Albtraum dieser Münchner Nacht für immer vergessen zu können ein paar Wochen lang ging auch alles gut ich sah eines Tages wieder aus wie eh und je ging wieder zur Arbeit und Krisch war viel unterwegs um den verrissen seines Buches mit Lesungen und Fernsehauftritten zu trotzen in dieser Zeit Maria hörte ich auf mir die Haare zu färben während meiner häuslichen Zurückgezogenheit war viel grau nachgewachsen und ich belies es dabei auch weil Krisch nicht ständig um mich war und die Veränderung erst wahrnahm als ich mir den letzten Rest bronze farberner mähne hatte abschneiden lassen als er eines Tages von einer Lesereise heimkehrte stand ich mit kurzen grauen Haaren vor ihm wow sagte er wo ist denn dein ganzer Bernstein hin Bernsteinerin Ich wusste wie sehr es ihm gefallen hatte dass die Farbe meiner Haare zu meinem Namen passte und ich wusste eigentlich nicht genau warum ich mich entschlossen hatte damit Schluss zu machen heute weiß ich dass ich damals unbewusst nicht mehr den Vorstellungen anderer gefällig sein sondern so aussehen wollte wie ich eben aussah aber als Krisch mich jetzt konsterniert betrachtete fragte ich kleinlaut gefällt es dir nicht aber ja sagte er wenig überzeugend jetzt können wir unsere Grauschädel unbesorgt nebeneinander legen keiner kennt sie mehr auseinander er war mittlerweile wirklich eisgrau geworden und auch seine Gesichtshaut wirkte grau mir war klar dass er während seiner Reisen viel trank und sich in meiner Gegenwart nur mühsam zurück hielt aber langsam schwand auch diese Barriere wieder und er soff wie eh und je wenn wir gemeinsam ausgingen immer wieder musste ich ihn betrunken in die Wohnung zurückschleppen und eines Nachts schlug er mich wieder nicht so heftig wie in München aber heftig genug dass ich tags darauf im Büro behaupten musste gegen eine Tischkante geflogen zu sein und wieder längere Zeit mit einem Bluterguss unter dem linken Auge und mit dunklen Brillen durchs Leben ging ich kann nicht mehr sagen was er diesmal an Entschuldigungen vorbrachte aber wieder war hinterher verzweifelt schuldbewusst voller Selbst Hass und flehte um Verzeihung fast immer schlug er auf mich ein wenn etwas sein Selbstwertgefühl bedroht hatte wenn er sich selbst aus irgendeinem Grund als schäbig erfolglos alt ausrangiert empfand und so empfand er sich immer öfter je mehr er an Form und Haltung verlor stetiger übermäßiger Alkoholkonsum hinterlässt eben gnadenlos seine Spuren und ich die ich immer weniger Alkohol trank weil er es so hemmungslos tat und ich die Folgen fürchtete glitt mehr und mehr in die Abhängigkeit von Medikamenten ich nahm Unmengen an Valium ich nahm alles was mir ein zeitweiliges Erlöschen meiner Ängste und meines Unglücks gewährte der Abstieg unser beider Abstieg Chris und meiner geschah nicht von heute auf morgen langsam gingen wir diesen Weg hinunter in die Tiefe und irgendwann in dieser Zeit geschah es liebe Maria dass ein neues Hausmeister Ehepaar einzog und wir beide uns einmal am Gang vor ihrer Wohnung unterhielten sie mit ihrer frische ihrem schönen Harzopf ihrer unbekümmerten Sprechweise gefiel mir sofort und auf einmal konnte ich mir eine Hilfe im Haushalt gut vorstellen denn mittlerweile war ich oft erschöpft Chris wurde immer unordentlicher und so kam es dass sie bei mir zu arbeiten begannen erinnern sie sich noch für heute schließe ich bevor die sonne sinkt und es zum schwimmen zu kühl wird ich hoffe dass euer Onkel Willi sich auch wirklich einlebt und vor allem dass es ihnen gut geht bei all der vielen Arbeit und Fürsorge mein Fortsetzungsroman rundet sich wir sind uns schon nahe Maria es grüßt sie Magda 1. September heute antworte ich ganz rasch liebe Frau Magda gerade vorhin habe ich ihren Brief gelesen und mich gleich an den Küchentisch gesetzt weil mich so aufregt dass man sie geschlagen hat mich regt auf dass überhaupt irgendein Mann eine Frau prügelt oder dass man Kinder prügelt dass Menschen das miteinander tun den Schwächeren ausnützen und drauf los hauen ich verstehe es nicht dass man so etwas braucht wie ich bei meiner Mutter ausgezogen bin habe ich eine Zeit lang in einem alten Zinshaus gewohnt da haben fast alle Wohnungen ein Fenster zum Gang gehabt und man hat alles gehört und Dauernschlägereien die fluchenden Männer die heulenden Frauen oft beide besoffen ich habe mir manchmal Watte in die Ohren gestopft damit ich alles nur ganz leise höre aber dass auch sie das erlebt haben Frau Magda und noch dazu mit einem gescheiten Menschen mit einem Schriftsteller das will mir nicht in den Kopf ich habe immer geglaubt nur die armen Leute prügeln sich die die nichts gelernt haben und nur saufen können sonst nichts aber die Sauferei ist scheinbar in allen Kreisen zu finden und auch dass Frauen geschlagen werden das merke ich jetzt oh ja ich erinnere mich gut an unser erstes Gespräch vor der Hausmeisterwohnung sie haben zwei schwere Einkaufssäcke geschleppt und ich habe gefragt ob ich helfen kann weil unser Haus ja keinen Lift hat und da haben sie gelacht und gesagt das schaffe ich gerade noch liebe und dann haben sie gefragt wie ich heiße und ich habe gesagt Maria Schübler und wir haben gleich so schön geplaudert und am nächsten Tag habe ich zum ersten Mal bei ihnen sauber gemacht ich weiß dass auf dem großen Tisch viele Papiere und ein Computer und durcheinander war da soll ich alles lassen haben sie gesagt manchmal aber war der Tisch abgeräumt und dafür sind angepatzte Teller und Gläser und Reste vom Essen und volle Aschenbecher herumgestanden da waren sie dann meistens sehr müde und haben sich entschuldigt ich bin ja immer am Nachmittag gekommen und nur zwei, drei Stunden und deshalb habe ich den Herrn Krisch so selten gesehen solange er bei ihnen war ich weiß auch dass sie manchmal etwas auf ihr Gesicht getan haben eine weiße Paste das wäre eine Schönheitsmaske haben sie mir erklärt und ich habe mich gewundert dass sie vor mir so eine Maske drauflassen sicher wollten sie mir die blauen Flecken nicht zeigen denke ich mir jetzt zweimal sind sie angeblich auch ausgerutscht und haben sich am Gesicht verletzt aber ich habe mir das damals nicht genauer überlegt ich weiß dass ich ihnen einmal sogar geraten habe zu Hause nicht mit Socken herumzulaufen weil man da so leicht ausrutscht dabei hat der Herr Krisch auch schöne Sachen zu ihnen gesagt zum Beispiel habe ich in mein kleines Heft geschrieben was wir tief im Herzen sein wollen das sind wir immer auch dieser Satz hat mir gefallen und ich schreibe ja weiter alles in mein Heft was ich mir besonders merken will es ist jetzt schon das dritte kleine Heft stellen sie sich vor kauf dir doch mal ein größeres hat der Lukas gesagt aber das kleine und einen Stift kann ich immer in die Schürzentasche stecken und bei mir haben dass aber ein Mann der große dicke Bücher schreibt sie so ins Gesicht haut dass man in die Klinik muss macht mich ganz wild da werde ich gleich wieder zu der gewissen Löwin vom Lukas der Lukas hätte mich nie anrühren dürfen glaube ich ich hätte sofort zurückgedroschen aber Gott sei Dank ist er nicht so wie einmal die Frau von einem Kollegen beim Grillabend weil sie selber viel getrunken hat davon erzählt hat dass ihr Mann sie haut hat der Lukas dem Kollegen die Hölle heiß gemacht wenn ich das nochmal höre ist unsere Freundschaft aus hat er gesagt Männer die ihre Frauen schlagen will ich nicht kennen ich war damals richtig stolz auf den Lukas der hätte auch sie beschützt wenn wir alles gewusst hätten aber man weiß ja meistens nichts und sie wollten ja auch gar nicht dass irgendjemand etwas weiß nicht wahr ich muss jetzt unbedingt schlafen gehen sonst könnte ich nämlich noch lange weiterschreiben weil ich aufgeregt bin gute Nacht liebe Frau Magda und ich kann nicht anders ich muss schreiben Gott schütze sie ihre Maria 3. September liebste Maria wie immer wir das sehen Gottes Schutz ist wohl der einzige den es auf Erden gibt man kann einander achten lieben und respektieren aber niemals wirklich beschützen fehlen jedoch auch Achtung und Liebe dann weiß man von dieser Schutzlosigkeit an jedem Tag dann fühlt man sich ohne Halt und nackt allen Gefährdungen ausgeliefert und so fühlte ich mich schließlich an Chris Tischseite sie merken Maria dass ich jetzt schnell weiter erzählen möchte gestern hat Malinia mich zu ihrem Geburtstagsfest eingeladen und danach war ich zu satt und müde um noch zu schreiben eigentlich ist es nur ein Geburtstagsessen gewesen aber ein sehr festliches Malinia hat in ihrem Garten eine lange Tafel gedeckt und üppig mit Blumen geschmückt ihr Bruder war dabei Pero natürlich mein Wirtsehepaar und noch an die 15 Leute aus beiden Dörfern ich habe mich geehrt gefühlt mit ihnen am Tisch sitzen zu dürfen als gehörte ich zu ihnen sie haben versucht mich durch fantasievolle Gästen und ein wildes durcheinander deutscher und englischer Wortfetzen einzubeziehen ich habe viel gelacht an diesem Nachmittag viel zu viel gegessen und reichlich Wein getrunken zuletzt gab es ein großes Hallo man sprang auf stieß mit den Gläsern an umarmte einander und ich bekam erst etwas später mit dass Malinia und Pero ihre Verlobung bekannt gegeben hatten ich bin dann etwas früher aufgebrochen als alle noch feierten und im roten Licht des Abends in unser Dorf zurückgewandert es lag so heimelig unterhalb der Straße hingebreitet ein Nest aus Häusern um den kleinen Hafen die weiße Klammer des Piers schützend vor dem großen kobaltblauen Meer ich liebte es plötzlich sehr dieses Dorf und dachte plötzlich zum ersten Mal an meinen Abschied von hier und daran dass er mir schwer fallen wird aber noch ist es ja nicht so weit auch weil ich ja noch zu Ende erzählen muss ja Maria der Fortsetzungsroman nennen wir es wieder so hat sich mit meinem Aufenthalt hier untrennbar verbunden zurück also zu Krisch und mir ich wollte es lange nicht wahrhaben dass wir nicht mehr dieses herrliche dieses einzigartige Paar waren sondern allmählich aneinander und miteinander zugrunde gingen noch aber gingen wir aus gingen unter Leute luden Leute zu uns ein fuhren ab und zu nach Triest noch schrieb Krisch er schrieb an einem weiteren Krimi versuchte weiterhin den Misserfolg seines vergangenen Buches vom Tisch zu wischen indem er sich immer wieder auf Lesereisen begab er tat es aber natürlich auch um Geld zu verdienen seit er Ex-Frau und Tochter kaum noch im großen Haus besuchte und eigentlich immer bei mir wohnte hatte das gute Einvernehmen ein wenig gelitten und es kam zu finanziellen Forderungen die Weiber sagte er zu mir sie rächen sich immer übers Geld obwohl ich fand dass er damit leider recht hatte zuckte ich zusammen als das Wort Weiber fiel weil er dieses Wort immer und immer voller Hass benutzte wenn er mich schlug anfänglich gab es oft längere Pausen zwischen den Prügeleien oft wehrten sie so lange dass ich aufatmete und diese Phase für beendet hielt er konnte dann sehr zärtlich oder leidenschaftlich sein und mich dadurch wieder eng an sich binden aber es war nicht zu übersehen dass er sich mit dem Schreiben des nächsten Buches schwer tat wenn ich ihn aufforderte mir doch wie früher aus dem Manuskript vorzulesen winkte er ab überhaupt las er wenig unsere Gespräche über Bücher die ich so geliebt hatte fanden kaum noch statt er saß meist nur kurz vor dem Computer trank dann viel und schlief lange doch dieses Leben machte ihn unglücklich und mit sich unzufrieden und das führte dazu dass er noch mehr trank und oft ganze Tage im Bett verbrachte es wurde ein teuflischer Kreislauf aus dem er sich nicht mehr befreien konnte er litt unter dem älter werden und vielleicht auch an unsere Beziehung die seiner Meinung nach so fest geworden sei dass man sie von einer normalen Ehe kaum noch unterscheiden könne er redete öfter von der bürgerlichen Scheiße in die wir uns verirrt hätten als ich einmal antwortete aber gerade wir beide haben doch gehofft und da brach er mich heftig ach was gehofft hoffnung beruht doch nur auf unserer vorstellungskraft und ich habe keine kraft mehr mir etwas vorzustellen ich sprach nicht aus was ich dachte dass er eben sein unvermögen ein nächstes buch zu schreiben bekannt hatte ich litt an dem allen litt auch für ihn ich wusste mittlerweile dass seine gewalttätigkeit immer dann ausbrach wenn er sich besonders schwach fühlte genau dann verlor er die gewalt über sich selbst und schlug zu es war als wolle er meine liebe meine beharrlichkeit sein versagen und seine schwäche erschlagen alles auf einmal ich arbeitete weiter beim ölig versand herr kreuz war dort mittlerweile zu einem der bürochefs aufgestiegen und uns beide verband von anfang an respektvolle sympathie vielleicht hätte sich unter anderen umständen mehr daraus entwickeln können herr kreuz war unverheiratet ich glaube er ist es heute noch oder Maria und rückblickend will mir scheinen er fand mich als Frau anziehend trotz meines Alters ich aber war damals so sehr auf Krisch fixiert und von dessen Anwesenheit in meinem Leben derart beansprucht dass ich Herrn Kreuz als Mann schlicht übersah trotzdem erinnere ich mich an seinen Blick wenn ich wieder einmal dick überschminkt oder mit dunkel getönter Brille ins Büro kam der Ernst in seinen Augen war unübersehbar auch wenn er sie rasch wieder von mir abwandte ich tat meine Arbeit so gut ich konnte und sie schien von den Direktoren auch weiterhin als gut und gekonnt beurteilt zu werden jedenfalls blieb ich bei Ölig in gehobener Position tätig und musste Krisch nie auf der Tasche liegen im Gegenteil unseren gemeinsamen Haushalt bestritt ich allein und ich konnte weitgehend selbstbestimmen wann ich Urlaub nahm und auf unseren Reisen das meine auch stets selbst bezahlen eines Tages fuhren wir von Triest aus weiter nach Rom und wohnten dort in einem kleinen Hotel mit düsteren antik möblierten Zimmern es war Frühsommer aber sehr warm und einen ganzen Nachmittag lang wanderten wir kreuz und quer durch diese wunderbare Stadt sogar Krisch geriet in Euphorie dabei und achtete Füße als wir uns anschließend in einer schlichten Osteria von den Strapazen dieser Wanderung erholen wollten trank er sofort Wein gegen den Durst ich versuchte dafür zu sorgen dass er dazu wenigstens genug aß drängte ihm Pasta und Fleisch auf aber er kostete nur davon und ließ das meiste liegen jedoch sprach er plötzlich wie ein Buch über seine Bücher über Bücher die demnächst entstehen würden die ihm geradezu auf der Zunge legen soweit man das vom Schreiben sagen könne eine neue Welt der Kriminalliteratur tue sich gerade in ihm auf und der heutige Tag in Rom sei ihm Inspiration gewesen diese Äußerungen hätten mich unendlich gefreut wenn er sich dabei nicht so rapide besoffen hätte zuletzt lallte er nur noch laut andere Gäste wurden aufmerksam und wandten sich zu uns her ich zahlte und der Kellner sah mich bedauernd an ach Maria immer die Blicke der anderen wenn du einen sinnlos betrunkenen Menschen neben dir hast wie viel Verächtlichkeit es da auszuhalten gilt ich zerrte Krisch über die nächtliche Piazza Navona und dann in die kleine Gasse wo unser Hotel lag er wurde aggressiv sträubte sich wollte meine hilfreichen Hände abschütteln und schrie herum nur mit Mühe und wieder einmal nur mit Hilfe eines Nachportiers brachte ich ihn schließlich auf unser Zimmer dort fiel ich erschöpft in einen Lehnsessel und begann bitterlich zu weinen Krisch stand schwankend vor mir starrte mich an und seine Augen füllten sich mit Hass warum heulst denn eigentlich du brüllte er plötzlich Madame hat doch schließlich alles gekriegt was sie will inklusive mich und das habe ich jetzt davon schrie ich verzweifelt zurück ich sah wie er den Arm hob fühlte einen Schlag gegen meinen Kopf dann nichts mehr ich weiß bis heute nicht wie lange ich bewusstlos war als ich erwachte lag ich auf dem Bett noch angekleidet aber ohne Schuhe und mit aufgeknöpftem Kleid und dicht über mir hing Chris Gesicht mit so angstvollen Augen wie ich sie an ihm noch nie gesehen hatte Berndsteinerin flüsterte er Gott sei Dank da bist du ja wieder als ich mich aufrichten wollte hielt er mich zurück und ich merkte dass mir schwindelte und der Kopf schmerzte bleib bitte liegen flüsterte er weiter bleib liegen und ruh dich aus wenn du nur wieder da bist ich sah jetzt dass auf der engen gasse vor den fenstern noch dunkelheit herrschte wie spät ist es fragte ich und wunderte mich gleichzeitig selbst über diese Frage egal sagte Chris und legte sich neben mich lass uns jetzt ausruhen er schmiegte seinen Körper dicht an den meinen und war in Sekundenschnelle eingeschlafen aber ich blieb wach ich wusste dass ich diesmal hätte tot sein können und ich wusste dass es so nicht weiter ging dass dies das Ende unseres gemeinsamen Liedes sein musste langsam drang der Morgen zwischen den schweren Vorhängen ins Zimmer Krisch neben mir schnarrte den Arm fest um mich geschlungen und ich lag mit offenen Augen und regungslos da und wusste dass wir so nie mehr nebeneinander liegen würden ich musste kurz pausieren liebe Maria ich bin geschwommen und habe mir dabei die verweinten Augen gekühlt danach habe ich mir Rührei bestellt und jetzt trinke ich eine tasse starken Kaffee der Nachmittag ist wolkenlos aber frisch da ich im Schatten sitze habe ich mir sogar ein Tuch um die Schultern gelegt und jetzt kann ich weiterschreiben als draußen die Tagesgeräusche zu hören waren und Krisch immer noch schlief löste ich mich langsam und vorsichtig aus seinen Armen im Badezimmer sah ich dass ich diesmal äußerlich nicht allzu viel abbekommen hatte die Schläge hatten mein Gesicht verschont ich duschte um meine Benommenheit zu vertreiben und schluckte etwas gegen Kopfschmerzen dann packte ich meine Reisetasche leise und vorsichtig um Krisch nicht aufzuwecken ehe ich das Zimmer verließ betrachtete ich ihn er lag jetzt auf dem Bauch sein Gesicht war vom nackten Unterarm halb verdeckt das wirre graue Haar ein wenig feucht und er atmete schwer und rasselnd sein Anblick tat mir weh aber ich wandte mich ab ging rasch zur Tür und schloss sie lautlos hinter mir an der Rezeption bezahlte ich alles was bisher angefallen war dann schleppte ich die Tasche bis zur Parkgarage und stieg in mein Auto ich verließ Rom fuhr endlos auf Autobahnen dahin und war irgendwann ohne mich zwischendurch viel aufgehalten zu haben daheim dieses Heimkommen war schrecklich ich war zu Tode erschöpft die Wohnung roch nach Krisch und atmete seine Anwesenheit das Telefon schrillte ich legte den Hörer daneben und blieb unerreichbar ich schluckte Unmengen an Beruhigungsmitteln legte mich ins Bett vermisste Krisch neben mir und weinte mich in die Betäubung ich weiß Maria dass sie mich tags darauf in einem fürchterlichen Zustand vorgefunden haben sie hatten ja meine Rückkehr nicht erwartet und ich sehe noch ihr erschrockenes Gesicht vor mir als sie das Schlafzimmer betraten sie haben mir ein Bad eingelassen und Kaffee gemacht ich weiß nicht mehr was ich ihnen erzählt habe und auf ihre schöne Weise Maria haben sie ja auch noch nichts gefragt ich weiß nur dass ich erst als sie wieder gegangen waren Krisch Sachen ohne ihre Hilfe zusammenpackte ich musste es allein tun weil ich dabei weinte und schrie es war wohl der Schmerz den man fühlt wenn ein geliebter Mensch gestorben ist und man ihn in den zurückgelassenen Dingen noch fühlt riecht lebendig weiß alles was ich bei mir angesammelt hatte Kleidung Schuhe Toilettsachen auch den Computer und jede Manuskriptseite ließ ich in sein ehemaliges Familienhaus schaffen was die Ex-Frau oder die Tochter oder er selbst davon halten würden war mir egal ich übergab Koffer und Kartons einem Fuhrdienst bezahlte im Voraus nannte die Adresse und legte mich wieder ins Bett ich betäubte mich wieder mit Valium und der gleichen und die Stunden zogen vorbei irgendwann läutete Krisch ich wusste dass er es war aber ich öffnete nicht ich bitte dich Krisch lass jetzt alles so wie es ist sagte ich kraftlos an die Wohnungstür gelehnt aber Bernsteinerin seine Stimme war zärtlich sie traf mich ins Innerste mir war als müsse ich umstürzen warum denn so weil es anders nicht mehr geht bitte hilf mir und geh geh du du weißt es doch selbst ich hörte ihn atmen vielleicht auch weinen ich weiß es nicht aber dann ging er seine Schritte verklangen im Treppenhaus ich habe Krisch nie mehr wieder gesehen ich habe einfach ohne ihn weiter gelebt ich habe weiter gearbeitet und mich in meiner Freizeit meist zu Hause verkrochen Krischs Freunde und Bekannte habe ich nicht wieder gesehen ich wagte mich ohne ihn nicht in die Umgebung wo wir sie meist getroffen hatten und ich wollte auch ihm dort nicht begegnen ich riss mir den heißen Wunsch nach seiner Gegenwart immer wieder aus dem Herzen und auch er meldete sich nicht mehr bei mir der Kontakt der Kontakt meinen eigenen Freunden und Bekannten war nicht mehr herzustellen sie hatten mich abgeschrieben manchmal zwang ich mich dazu Einladungen auszusprechen Gesellschaft zu suchen aber diese Versuche endeten meist kläglich man tat mir lustlos den Gefallen die Gespräche blieben dürr meine erzwungene Heiterkeit erntete erzwungenes Lächeln und zuletzt saß ich allein in meiner Wohnung und schämte mich und schluckte Medikamente ja zuletzt schaute ich nur noch fern und schluckte Medikamente ich ging zugrunde sie Maria haben es ja gegen Ende weitgehend mitbekommen glaube ich obwohl ich mich bemühte gerade vor ihnen noch einigermaßen diszipliniert zu wirken vor ihnen und bei Ölig tat ich noch lange so als wäre ich am Leben und am 5. Juli vor einem Jahr starb Bertram Krisch er starb an Leberzirrhose und ich erfuhr davon als ich es in der Zeitung las Schluss jetzt Magda 5. September meine liebe liebe Frau Magda alles weiß ich noch ganz genau wie ich sie im Bett gefunden habe ganz zerstört und dann sind sie immer trauriger geworden und ich habe gemerkt dass sie dauernd so Sachen schlucken und auf einmal keine Leute mehr da sind und sie sich immer bemühen mit mir ganz normal zu sein alles weiß ich noch aber trotzdem habe ich damals nicht gewusst was mit ihnen los war auch dass ich den Herrn Krisch dann gar nicht mehr gesehen habe und sie nichts mehr für ihn gewollt haben ist mir gar nicht richtig aufgefallen wir Menschen sind so unaufmerksam und immer mit uns selber beschäftigt ich mache mir jetzt richtige Vorwürfe wo ich sie doch aber aber ja nicht hauen das lasse ich jetzt lieber ganz weg auch aus meinen Worten nach allem was ich bei ihnen gelesen habe wie gefährlich das sein kann diese hauerei ich bin so erschrocken beim lesen aber dass der Herr Krisch gestorben ist das muss furchtbar für sie gewesen sein trotz allem sind sie nicht damals ins Krankenhaus gekommen wenn sie schreiben vor einem Jahr dann stimmt ich auch was sie einmal in einem Brief gemeint haben mit dem 5. Juli ich habe nachgeschaut dass mein Leben zu erlöschen schien obwohl ich nicht sterben konnte haben sie geschrieben ich glaube das drückt gut aus wie es den Menschen geht wenn sie schwere Verluste erleiden und nach dem Krankenhaus sind sie zu Hause noch viel im Bett gelegen und dann schon ganz früh im Frühling oft Papier waren sie aber immer haben sie gesagt es geht schon Frau Schübler und immer noch die vielen Pulver in der Wohnung ich habe mir Sorgen gemacht wie sie wissen dann erst wie sie mehr und mehr ganz kaputt waren dann erst habe ich mir richtige Sorgen gemacht ich ärgere mich so darüber und eines Tages haben sie mich darum gebeten und ich habe ihnen packen geholfen und sie haben mir alle Schlüssel gegeben und gesagt ich weiß nicht wann ich wieder komme und sie haben mir eine Adresse gesagt und so viel Geld dagelassen dass es noch bis jetzt reicht für die paar Stunden in der Woche es ist ja nichts los in ihrer Wohnung der Lukas und ich haben ihnen die Koffer zum Taxi getragen und sie sind davon angefahren und zum Flughafen und weg waren sie ja und dann ist die Postkarte gekommen mit dem Punkt wo auf der Insel ihr Dorf ist vorhin habe ich sie mir wieder angeschaut sie liegt ganz vorne auf dem dicken Stoß von allen ihren Briefen und dann haben wir die Taube in ihrer Abstellkammer gefunden und ich habe eine Postkarte mit Margariten zu Hause gehabt vom Kalender der Sparkasse war die und ihnen zurück geschrieben und so hat alles angefangen und ist ein Briefwechsel geworden das hätte ich damals nicht im Traum gedacht wann kommen sie wieder zurück Frau Magda wird es nicht langsam Zeit hier ist der September sehr schön warm der Onkel Willi sitzt jeden Nachmittag am Fenster in der Sonne und schaut in den Baum hinaus das ist ein Ahorn und seine Blätter werden golden es erwartet sie schon sehr ihre Maria 7. September Liebe Maria ich nehme das Fährschiff übermorgen am 9. September mein Flieger geht am 10. gegen Mittag los wir landen um ca. 15. also werde ich zwischen 4. und 5. nachmittags nach Hause kommen wollen wir da nicht gemeinsam mit Lukas zu Abendessen beim Wirt um die Ecke ich freue mich schon so auf euch beide alles weitere mündlich ihre Magda und 5. Ich freue mich schon so auf euch die Ecke und 5. Ich freue mich schon so auf euch die Ecke ich freue mich schon so auf euch die Ecke